Die Frau »Ist das hier nicht gefährlich?«, frage ich, als mein Date seinen Wagen neben einem Dutzend anderer Autos einparkt. Die Wagen sind alle zu elegant für diese Gegend. Meine Finger zittern, als ich die Tür öffne und in die unheimliche Stille trete. Dann beobachte ich, wie mein Date aus dem Wagen hüpft und ein Selfie von sich neben einem königsblauen Sportwagen knipst. Ich runzle verwirrt die Stirn. Was macht der da? Oh Gott, bin ich wirklich auf einem Date mit diesem Typen? Wirklich? Entspann dich, das wird Spaß machen. Er deutet auf eine riesige, bedrohlich aufragende Lagerhalle. Mein Herz hämmert ängstlich schneller, doch ich gehe mit. Als er mich abgeholt hat, eröffnete mein Date mir, dass er mich zu einem geheimen Pokerspiel in der Unterwelt von Chicago ausführen werde, Jetzt zweifle ich an meinem Urteilsvermögen und frage mich, ob es sich damit so ähnlich verhält wie mit der Jungfräulichkeit. Wenn sie einmal weg ist, kriegt man sie nicht zurück. Schließlich befinden wir uns hier im schlimmsten Teil der Stadt, deren Wolkenkratzer in der Ferne wie Bodyguards aus Beton aufragen. Das ist beängstigend und gleichzeitig tröstlich. Aber ich bin nicht so naiv zu glauben, ich wäre hier sicher. Wir befinden uns im Hoheitsgebiet von Straßengangs. Wer immer dieses Pokerspiel organisiert hat, zahlt eine hohe Abgabe, um hier spielen zu dürfen. Als ich mich auf dem Parkplatz umschaue, um sicherzugehen, dass uns niemand mit vorgehaltener Waffe den Weg verstellt, bevor wir das Gebäude erreichen, streiche ich nervös über mein Kleid. Dieser Abend sollte eigentlich Spaß machen. Er sollte eine nette Abwechslung für mich sein. Ein Tapetenwechsel, ein Abend, an dem ich mal aus der Wohnung komme. Gefängnis stand allerdings nicht auf dem Programm. Und wahrscheinlich mache ich mich schon dadurch strafbar, dass ich durch die verdreckten schiefen Türen dieser riesigen Lagerhalle trete. Ich mache nie etwas Ungesetzliches. Ich bin mit meinen 30 Jahren eine solide, verantwortungsbewusste Frau. Himmel, ich bin längst über das Alter hinaus, ab dem ich früher glaubte, ich wäre sicher verheiratet und hätte Kinder. Alle meine Freundinnen sind verheiratet. Rachel hat einen Sohn und eine Tochter. Gina hat eine Tochter und Livy heiratet dieses Wochenende. Und ich? Ich habe eine lange Abfolge von Trennungen vorzuweisen. Der Höhepunkt war die letzte, durch die sich vier Jahre Beziehung zu einem großen Nichts reduziert haben. Ich war mit einem Bindungsphobiker zusammen. Ich wusste es damals nicht. Und er hat es auch nicht gewusst. Er konnte sich nicht zu dem Schritt durchringen, mir einen Antrag zu machen. Geschweige denn zu dem Dutzend Schritten, die nötig gewesen wären, um zum Altar zu gehen und dort auf mich zu warten. Er bat mich immer wieder um Zeit und ich gab sie ihm. Ich habe ihm alles gegeben. Ich dachte, er wäre der Richtige. Ich dachte, der Richtige würde kommen, wenn ich bereit sei. Nein, das war er nicht. Er war nicht der Richtige, das sage ich dir. Wenn er es gewesen wäre, wärst du verheiratet und würdest haufenweise Babys bekommen. Hat Rachel letzte Woche Ginas Satz beendet, als wir über meine Trennung sprachen. Ich saß in düsterem Schweigen da und starrte auf die Schachtel mit den Papiertaschentüchern vor mir. Außerstande zu glauben, dass er mich auf diese Art weggeworfen hatte. Selbst jetzt kämpfe ich noch darum, die Scherben meines Lebens wieder aufzusammeln. Wenn ich diesen Typen besiegen kann, kann ich verdammt nochmal alles schaffen. Alles. Sogar die Hold'em Championship in Texas gewinnen. In der Stimme meines Dates schwingt ein leichtes Beben der Erregung mit. Wenn Rachel oder Gina mich jetzt sehen könnten, würden sie vor Schreck umkippen. Sie haben mich immer als die Süße gesehen. Die Unschuldige. Ich habe noch nie auch nur einen Strafzettel beim Packen bekommen. Und jetzt gehe ich mit einem Mann, den ich gerade erst kennengelernt habe, zu einem illegalen Pokerspiel? Natürlich ist mein Date nett und einigermaßen gut aussehend. Mittelgroß, hübsches braunes Haar, braune Augen mit Lachfältchen drumherum. Wir haben uns in der Galerie kennengelernt, als er einen Berg aus meiner letzten Ausstellung gekauft hat. Und ich bewundere Menschen, die Kunst so lieben wie ich. Ich bin mir nicht einmal sicher, warum ich dem Date überhaupt zugestimmt habe. Nur, dass die Sache klar war, als ich die Wahl zwischen einem Abend allein in meiner Wohnung und Ausgehen hatte. Obwohl ich kein Interesse daran habe, mir noch einmal das Herz brechen zu lassen oder überhaupt irgendetwas mit irgendeinem Mann anzufangen, weiß ich auch, dass ich über meinen Ex hinwegkommen muss. Und das kann nicht klappen, wenn ich nicht offen für neue Dinge in meinem Leben bin. Ich habe vor, mich auf meine Galerie zu konzentrieren und von Männern gänzlich die Finger zu lassen oder zumindest von etwas Ernstem mit irgendeinem Mann. Aber ich muss mich trotzdem ablenken, wenn ich über ihn hinwegkommen will. Emmett, ein aufstrebender Koch, hätte mich nicht ein paar Häuser weiter auf einen Hotdog eingeladen, außer wenn er ihn selbst in seiner Restaurantküche hätte zubereiten können. Und selbst dann hätte ich einen Termin vereinbaren müssen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich hier bin. Doch sobald mein Blick auf die schiefen Türen der Lagerhalle fällt, die wir gleich betreten werden, fühle ich mich an all die schlechten Entscheidungen erinnert, die ich in meinem Leben schon getroffen habe. Lebensentscheidungen in Bezug auf Männer, mit denen ich auszugehen bereit war. Als wir eintreten, beschließe ich, weniger fordernd zu sein. Ein Problem, das ich Emmett zufolge hatte, und einfach etwas guten alten illegalen Spaß zu haben. Über einer Reihe von runden Tischen hängt eine Rauchwolke in der Luft, und etliche Spiele sind im Gang. Dunkles Holz. Abgehängte Decken. Der Raum scheint mit seinen Bukhara-Teppichen und den Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden direkt aus einem alten Film zu stammen. Ich erkenne auf den Fotos einige legendäre Chicagoer Verbrecher. Das ist ein Zeichen. Diese Spiele laufen ohne behördliche Genehmigung. Ein Pokerraum wie dieser kann im Handumdrehen hochgehen. Ich weiß das, weil ich Filme gesehen habe. Nicht, weil ich gern Bonnie wäre und beschlossen habe, mich mit Kleid einzulassen. Scheiße, er ist hier. Mein Date atmet aus. Dann kneift er sich in die Nase und versucht, Luft zu holen. Wer ist hier? Der verdammte Zar des Pokerspiels. Aktueller Weltmeister. Eine regelrechte Legende. Eiskalte Augen. Man weiß nie, was er denkt. Das beste Pokerface überhaupt. Ich sage dir, wenn ich den schlage, bin ich nicht mehr aufzuhalten. Mein Name wird überall zu sehen sein. Carson, mein Date, schaut sich im Raum um. Ich bin kein Pokerfan, aber wenn man bedenkt, wie mein Date sich benimmt, sollte ich den Typen vielleicht um ein Autogramm bitten. Scheiße. Er ist es wirklich. Tut mir leid, meine Hand ist verschwitzt. Er scheucht mich weiter und ich bin froh, dass er nicht nach meiner Hand greift, denn in letzter Zeit mag ich es wirklich nicht mehr, wenn Männer mich ungefragt anfassen. Ich folge ihm zu einem Tisch am Ende des Raums und spüre, dass ein Typ am Ende des Tisches mich beobachtet. Ich schlucke. Der Mann hat kein glattes Äußeres, kein bisschen. Er hat eine weltliche, ungeschliffene, unwiderstehliche Präsenz. Wie ein Magnet scheint er den ganzen Raum in seinen Bann zu ziehen. Ich schätze ihn auf Anfang 30. Und er ist so heiß wie Feuer. Ein Schauer überläuft mich, da sein Blick auf mir ruht. Silberne Augen wie Diamanten, die in Platin getaucht wurden. Kalt wie Eis. Glänzend wie Glassplitter. Sein Kinn ist kantig und fest. Seine Lippen unbewegt, obwohl sie unverschämt samtig aussehen. Sein schwarzer Pullover liegt straff über breiten, kräftigen Schultern. Und ich kann die Muskeln darunter erkennen. Der Stoff spannt sich über seinem Bizeps und seine Hände liegen auf dem Tisch. Aus irgendeinem Grund bemerke ich die Tatsache, dass er lange, starke Finger und gebräunte Hände hat. Ich schlucke erneut. Sein Blick ist wie eine Berührung. Ich spüre ihn auf mir. Und er lässt meine Haut ganz seltsame Dinge tun. Der Mann mustert mein schwarzes Stretchkleid bis hinunter zu meinen Oberschenkeln. Begutachtet meine Beine. Bis hinunter zu meinen High Heels. Atme, Wynn. Ich stoße nervös die Luft aus und folge meinem Date. Und der heiße Glücksspieler mit den Silberaugen folgt mir mit seinem Blick. Während ich einen Fuß vor den anderen setze. Unablässig. Mein Mund wird trocken und ich fühle mich plötzlich unsicher, wenn ich daran denke, wie kurz und eng anliegend mein schwarzes Kleid ist. Er sieht uns direkt an. Alter, fick mich! Sagt Carson. Richtig. Alter, fick mich! Carson zieht dem Typ gegenüber einen Stuhl an den Tisch. Und ich pflanze meinen Hintern darauf, in dem Bewusstsein, dass die Männer am Tisch mich beobachten. Ganz besonders er. Sie sind spät dran. Seine Stimme ist tief und klangvoll und schrecklich. Schrecklich sexy. Tut mir leid. Tut mir leid. Es hat eine Weile gedauert, bis mein Date runtergekommen ist. Ich hasse die Röte, die meine Wangen hinaufkriegt, als Carson mir die Schuld daran gibt, nicht rechtzeitig fertig gewesen zu sein. Ich bin rothaarig. Daher hasse ich es, ein rotes Gesicht zu bekommen. Ist es nicht üblich, dass eine Frau beim ersten Date fünf Minuten zu spät kommt? Mindestens? Man darf nicht zu bedürftig wirken. Aber andererseits bin ich 30 und Single. Vielleicht muss diese Strategie ein wenig überdacht werden. Der Typ sieht ihn nur an. Und irgendwie spüre ich, dass er seine Ausrede abstoßend findet. Ich bin rot wie eine Tomate und habe das Gefühl, ich müsste die Reste meines Kadavers aus den Zahnzwischenräumen der Wölfe pulen, denen mich dieser Mistkerl von Date gerade zum Fraß vorgeworfen hat. Silberauge wirft mir einen kurzen Blick zu. Und zwischen meinen Beinen kribbelt es. Ich schaue weg, als mein Date ein paar Geldscheine hervorzieht und im Gegenzug ein Tablett mit Chips bekommt. Ich bin übrigens Carson, stellt er sich verspätet vor. Steht auf und zieht mich am Ellbogen zu dem Typen hinüber. Ich bin Carson, wiederholt er. Und das ist, äh, mein Date, stellt er uns unbeholfen vor. Hey, ich bin, ähm… Hat Carson gerade meinen Namen vergessen? Ich will ihn sagen, aber als die silbergrauen Augen des Typen mich aus dieser Nähe mustern, verliere ich offenbar gänzlich die Gabe zu sprechen. Gott. Existieren Augen von dieser Farbe überhaupt? Ja, das tun sie. Metallisch, scharf und hypnotisierend. Ich strecke die Hand aus. Er ergreift sie und seine Hand ist warm und fest. Was wollten sie sagen? In seiner Stimme schwingt ein Lächeln mit. In seiner tiefen, schrecklich maskulinen Stimme. Ich ziehe die Hand zurück und reibe das Kribbeln, das er hinterlassen hat, an meinem Kleid weg. Tausend Augen ruhen auf uns, als wir zu unseren Plätzen zurückkehren. Das ist also der Mann, über den mein Date die ganze Zeit gefaselt hat? Offensichtlich kapiere ich das Gefaselt jetzt. Diese ganze Sache macht mich nervös. Ich schaue mich im Raum um und bemerke, dass jede Menge Frauen hier sind. Und viele von ihnen schauen in die Richtung des Mannes, der wohl der größte Pokerspieler in der Stadt ist. Ich glaube nicht, dass ich jemals so auf einen Mann reagiert habe wie auf diesen. Mein Herz hämmert so heftig, dass es mir vorkommt, als würde es über Lautsprecher übertragen und durch den ganzen Raum dröhnen. Als sich der Tisch für das nächste Spiel organisiert, versuche ich zu atmen, mich zu beruhigen und daran zu erinnern, dass mir das hier Spaß machen sollte. Silberauge beobachtet mich unverhohlen. Als er mir ein laszives, schiefes Lächeln schenkt, ist mein Unterleib Feuer und Flamme. Viel zu sehr für meinen Geschmack. Scheiße, wie soll ich hier sitzen und unbeteiligt tun? Ich schließe die Augen und atme. Na, Ersttäterin? fragt er, als säße niemand sonst am Tisch außer uns beiden. Verflucht nochmal. Hat er eine Kristallkugel? Metallkugel? Offensichtlich hat er Eier aus Stahl, etwas, was manche Männer niemals haben werden. Kommt drauf an, was sie unter Ersttäterin verstehen, sage ich hinhaltend. Er hebt die Hand und sofort ist ein Kellner an seiner Seite. Einen Whisky on the Rocks für die Dame und einen für mich. Nun, geschmeide ich, nicht wahr? Erstes Spiel? Konkretisiert er. Ja? Poker, Jungfrau. Ich bin bewusst anzüglich. Gut, ich komme gern als Erster zum Zug. Sein Gesichtsausdruck bleibt völlig neutral. Für eine Sekunde glaube ich, er könnte mich gleich in die nächste dunkle Ecke zerren und es überrascht mich, wie sehr mir dieser Gedanke gefällt. Gut, dann wollen wir anfangen. Er verzieht kaum merklich die Lippen. Er beobachtet mich, als wüsste er genau, was ich denke und wow, dieser Typ ist noch krimineller als dieses ganze Glücksspieletablissement. Karten werden gemischt und dann ausgeteilt. Jeder Spieler bekommt zwei Karten und nachdem sie ihr Blatt betrachtet haben, platzieren sie ihre Einsätze. Es gibt eine Reihenfolge, aber ich habe keine Ahnung, wonach sie sich richtet. Wahrscheinlich hat sie etwas mit diesem weißen Plastikknopf auf dem Tisch zu tun. Ich werde schon dahinter kommen, vorausgesetzt mein Date bleibt lange genug im Spiel. Silberauge nimmt seine Karten in Augenschein, um zu sehen, was er auf der Hand hat. Mit einer fließenden Handbewegung legt er sie verdeckt auf die Filzdecke, lehnt sich zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. Seine Züge sind undurchschaubar, während er seine Gegner mustert, bis sein Blick wieder auf mich fällt. Diesmal lächelt er nicht, und das macht mich nervös. Er fährt fort, mich anzuschauen. Ich spüre, dass er weiß, wie ich mich innerlich winde, aber es ist ihm egal. Ein heißes, kleines Prickeln beginnt in meiner Magengrube, als ich seinen Blick erwidere. Ich sitze ganz reglos da und versuche, mir nicht anmerken zu lassen, dass er eine Wirkung auf mich hat. Aber wie könnte er keine haben? Er hat sogar eine Wirkung auf mein Date, das spürbar nervös neben mir sitzt. Silberauge greift schließlich in seinen Stapel Chips und wirft die Hälfte seines Geldes in den Pott. Einige Männer steigen sofort aus. Ein oder zwei sagen, fold. Mein Date schiebt widerstrebend die Hälfte seiner Chips rüber und sagt, ich gehe mit. Dann decken sie ihre Karten auf. Mein Date verliert, und Silberauge gewinnt mit einem Drilling. Drei Damen Die Ironie entgeht mir nicht. Die Karten werden erneut ausgeteilt. Ich versuche, den Typen nicht anzusehen. Aber einmal mehr spielt er sein Blatt aus, und dann tut er nichts anderes, als mich zu beobachten. Er verunsichert mich. Sein Blick ist laserscharf und direkt und sehr, sehr greifbar. Ich spüre ihn auf meinem Gesicht. Seine Männlichkeit erweckt meine Weiblichkeit zum Leben. Gott sei Dank sitze ich. Denn wenn ich stehen würde, wären meine Knie weich, und ich würde mich lächerlich machen. Rachel wüsste, wie man mit einem heißen Hengst wie diesem umgeht. Der legendärste Aufreißer der Stadt, Malcolm Saint, hat ihr den Hof gemacht. Und sie hat es geschafft, seinem Verben zu widerstehen, ohne einzuknicken. Jedenfalls für eine kurze Zeit. Und ich? Drei Minuten, und mein Höschen ist bereits feucht. Dieser Typ. Er kann offensichtlich jede Frau haben, die er will. Die Kellnerinnen, die im Lagerhaus herumlaufen, werfen ihm interessierte Blicke zu. Aber er ignoriert sie. Ich bemerke außerdem, dass er sehr, sehr interessiert daran ist, mit meinem Date Karten zu spielen. Denn jetzt ruht seine Aufmerksamkeit auf Carson. Das scheint mein Date nervös zu machen. Und die Anspannung im Raum ist beträchtlich gestiegen. Einige der Spieler steigen aus, als sie spüren, dass es bei dem Spiel um mehr geht, als darum, Chips zu gewinnen. Silberauge mustert Carson und streicht dann nachdenklich über seine Chips, bevor er einen Stapel hinter den anderen schiebt. Carson wirft seinen kleinen Stapel aus Versehen um, ist offensichtlich wahnsinnig nervös. Da es mir stellvertretend für ihn peinlich ist, wende ich schnell meinen Blick ab. Sind Sie eine Spielernatur? Fragt mich ein älterer Herr, der dicht über dem Filz drei Chips in einer Hand herumschiebt. Nein. Ich klinge zu ausweichend. Ich meine, ich könnte spielen. Jeder kann hier Geld verlieren, richtig? Wollen Sie eine Nebenwette abschließen? Ich antworte nicht, und er fügt hinzu. Ihr Freund wird in fünf Runden oder weniger seine Pokerkasse verloren haben. Er ist nicht mein Ich-erhöhe, sagt Silberauge schließlich und platzt in einem günstigen Augenblick in das Gespräch. Er gebietet Aufmerksamkeit und bekommt sie. Die anderen Spieler richten sich auf und registrieren es. Mein Date stottert. Ich kann nicht mitgehen, ich habe keine Chips mehr. Silberauge lässt den Blick langsam wieder zu mir wandern, sein Gesichtsausdruck undeutbar. Die Frau. Meine Augen weiten sich. Mein Date zieht mich mit ebenso weit aufgerissenen Augen an. Mein Herz stottert. Ich springe unbeholfen auf, aber Carson hält mich am Ellbogen fest. Er will, dass du hier bleibst, zischt er. Er zwingt mich, all in zu gehen. So wie es aussieht, zwingt er mich, all in zu gehen. Ich senke die Stimme. Hör mal, es ist mir egal, wer. Ich habe ein großartiges Blatt, bitte. Carson zeigt mir diskret seine Karten. Er hat ein Full House. Er klingt verzweifelt und ich fühle mich mies. Gleichzeitig bin ich sauer. Dieser Typ spielt in einer ganz anderen Liga. Bitte win. Und jetzt erinnert sich der Mistkerl an meinen Namen. Also setze ich mich. Es findet ein stummer Austausch zwischen dem mysteriösen Spieler und dem alten Herrn statt. Der alte Herr schüttelt missbildigend den Kopf, dann steigt er aus. Wenn sie es sagen. Ich höre nicht, dass sie weitere Worte wechseln. Der Typ auf der anderen Seite des Tisches macht mich nervös. Er sieht mich im Moment nicht an und beäugt stattdessen Carson. Aber ich kann nicht aufhören, ihn anzustarren. Silberauge. Er hat diese Art Mund, der starr ist, bei dem man sich aber fragt, wie er sich anfühlt. Und ein entschlossenes Kinn und… Lass das win. Du hast Männern abgeschworen. Erinnerst du dich? Außer Sex. Aber du wirst nicht einmal in die Nähe dieses Casanovas da drüben gehen. Ich kaue auf meiner Unterlippe und tue so, als würde der Mann gegenüber am Tisch mich nicht in ein ebenso großes Nervenbündel verwandeln, wie er es gerade mit meinem Date zu tun scheint. Sobald alle bis auf Carson ausgestiegen sind, zeigt mein Date sein Blatt. Und der Typ deckt seine Karten auf und verschränkt die Arme vor der Brust. Er hat ein Straight Flush. Alles Asse. Ich blinzle. Was zur Hölle ist gerade passiert? Mein Date hat verloren? Und hat mich dabei an diesen Typen verkauft? In den Augen des Mannes schimmert Sieg. Wollen Sie Ihren Stuhl hier herüberbringen? Fragt er mich und deutet langsam mit dem Kopf neben sich. Ich weiß wirklich nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Aber ich beschließe, dass ich am besten dran bin, wenn ich mich rausziehe. Also stehe ich auf und wirble herum, um zu gehen. Und zu Carson sage ich, ich werde ganz bestimmt nicht … Silberauge steht auf, kommt um den Tisch herum und plötzlich ist seine Brust wie eine Mauer, in die ich fast hineinkrache, als ich versuche zu gehen. Bleiben Sie, sagt er mit leiser Stimme und legt seine Hand warm und stark auf meinen Unterarm. Ich spüre diese Berührung überall. Ich reiße den Arm weg, als hätte ich mich verbrannt und seine Wirkung auf mich beunruhigt mich ein wenig. Er ist so groß, dass ich den Hals recken muss, um zu ihm aufzuschauen. Hören Sie, mein Date mag mich geopfert haben, aber ich habe dem nicht zugestimmt. Nennen Sie Ihren Preis, sagt er. Und Gott, er riecht wirklich, wirklich gut nach Seife und Ode Cologne und dem Duft eines Siegers. Preis wofür? Dafür, dass Sie Ihren zauberhaften Hintern auf diesem Stuhl parken, direkt neben mir und spielen. Ich atme aus. Nur das? Vorläufig? Seine Mundwinkel zucken abermals, kaum merklich. Und in meinem Körper regen sich Lustgefühle. Verdammt! Ich habe ein unmoralisches Angebot gesehen. Um ehrlich zu sein, habe ich Robert Redford eine ganze Weile angeschmachtet. Ich gebe Hollywood und meinem Unterbewusstsein die Schuld dafür, dass ich es für keine schlechte Idee halte, vielleicht einfach zu tun, was er sagt. Schließlich stimme ich nur zu, meinen zauberhaften Hintern auf diesen Stuhl zu verfrachten und zu spielen. Findet er wirklich, ich hätte einen zauberhaften Hintern? Also schön, höre ich mich sagen. Der Mann winkt den Kellner heran, lässt ihn meinen Stuhl neben seinen stellen und führt mich dann dorthin, damit ich Platz nehme. Er lässt seinen schwarz gekleideten, sexy riechenden, männlichen Körper neben mir auf seinen eigenen Stuhl sinken und bittet darum, dass die Karten ausgeteilt werden. Sobald man das tut, schiebt er seinen Stapel mit Karten in meine Richtung. Spielen Sie! Was? Er begegnet meinem Blick mit zielsicher auf mich gerichteten silbernen Augen. Sie haben mich gehört. Sie sind verrückt! Er lehnt sich zurück und verschränkt die Hände hinterm Kopf. Ich habe schon Schlimmeres gehört. Es tut mir leid, Wynn, sagt mein Date, als er aufsteht, um zu gehen. Wynn, wiederholt der Typ neben mir mit seinem tiefen, volltönenden Timbre. Ich wende mich ihm errötend zu. Nennen Sie mich nicht so. Erklären Sie mir, warum nicht? Weil das mein Name ist und ich Ihren nicht kenne. Ich bin hier vollkommen im Nachteil. Playboy! Hm? Man nennt ihn Playboy, sagt mein Date, bevor er zur Tür eskortiert wird. Playboy lächelt. Ich bin sprachlos und schüttle ungläubig den Kopf. Wow, mein Glück in puncto Männern hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Keine Panik, ich bezahle nicht dafür, flachgelegt zu werden. Korrigieren Sie mich, falls ich mich irre, aber ich habe Sie gerade von dem lahmsten Date befreit, das Sie jemals hatten. Tatsächlich war es gar nicht lahm. Schließlich waren Sie dabei. Und ich bin aufregend? Nein. Eher wie ein Slasher-Film. Sie spielt diese Runde für mich, eröffnet er dann den anderen Männern am Tisch. Sind Sie alle damit einverstanden, dass ich ihr erkläre, wie sie spielen muss? Fangen Sie an, Playboy, stimmen die anderen gleichzeitig zu. Er tappt mit dem Finger auf den grünen Filztisch und deutet mit dem Kopf auf die Karten in meiner Hand. Zeigen Sie mir unser Blatt. Mein Blatt, widerspreche ich ihm. Was Ihres ist, ist mein, flüstert er, als ich ihm die Karten zeige, und er den Kopf dabei dicht neben mein Ohr hält. Er sagt mir, welche Karten ich zurückgeben und wie viele neue ich verlangen soll. Ich tue, was er anordnet, und habe am Ende immer noch nur ein Paar. Warum spiele ich hier? Frage ich sein Profil, als wir verlieren und neue Karten bekommen. Weil ich am Verlieren war, bis sie aufgetaucht sind. Wir verlieren jetzt auch. Er beäugt mich nachdenklich. Dann die neuen Karten in meinen Händen. Offensichtlich brauchen Sie ein wenig Unterweisung. Er zieht mir die Karten weg und fängt an, das Spiel zu spielen. Bleiben Sie einfach hier und lenken Sie mich nicht ab. Lenken Sie die anderen ab. Als ich seinen Ton höre, der keinen Widerspruch duldet, spiele ich mit meinem H. Zwirble die losen, roten Strähnen um den Zeigefinger und starre jeden der Männer nacheinander so eindringlich an, dass sie aufblicken. Wenn ich so recht darüber nachdenke, vergessen Sie das. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich funkle den Typen an und er funkelt zurück. Ich habe Mühe, mich im Moment selbst zu verstehen. Hören Sie einfach auf, mit Ihrem verdammten Haar rumzuspielen. Er gewinnt dieses Spiel und auch die folgende Nacht. Seine Stapel an Chips sind so groß, dass die Manager des Etablissements ihm immer wieder die weniger wertvollen Chips gegen höherwertige eintauschen, damit er auf dem Tisch Platz sparen kann. Als alles vorbei ist, zerstreuen sich die anderen Männer, während wir sitzen bleiben. Mit neun Drinks, unsere Stühle einander beinahe ganz zugewandt, erkundigt er sich nach mir. Ich zucke die Achseln. Sie kennen meinen Namen? Wynn. Alter? 30. Galeristin. Frisch getrennt und vollkommen über die Liebe hinweg. Hm. Ich glaube, Sie haben die besten Details ausgelassen. Wie zum Beispiel das, was Sie hier machen. Ich nehme langsam einen Schluck von meinem Whisky. Ich muss zugeben, Sie haben hier was Cooles am Laufen, aber ich versuche selbst immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Ich soll Ihnen glauben, Sie hätten nicht gewusst, dass ich hier sein würde? Wie bitte? Ich soll Ihnen glauben, dass Sie nicht scharf auf mich sind und nicht darauf aus waren, meine Aufmerksamkeit zu erregen? Einfallsreich, das gebe ich zu. Ich bin neugierig. Wow, Sie sind aber kein bisschen eingebildet. Ähm, nein. Sie sind viel zu skandalös, um sie zu Hause meiner Mom vorzustellen. Aber ich habe fest vor, neue Erfahrungen zu sammeln. Ich schwöre, ich erfinde diesen Mist noch während ich rede. Vor allem, da ich gerade aus einer vierjährigen Beziehung komme, erzähle ich offenherzig, bin ich entschlossen, Männer so zu benutzen, wie sie uns Frauen gern benutzen. Ist das so? Natürlich ist das so. Fragen Sie sich je, warum Ihnen so viele Frauen zu Füßen liegen? Ich deute auf die deprimierte Kellnerin, die von der Ferne Augengranaten auf mich abschießt. Ich schlafe nachts kaum, weil mich das so sehr beschäftigt. Er ist amüsiert. Mich amüsiert sein Spötteln ebenfalls, aber ich spreche weiter. Nun, es liegt daran, dass Sie wissen, wie man spielt. Ich will sehen, wie Sie das machen. Dann weiß ich, wann jemand mit mir spielt, sage ich. Ist das so? Er kauft es mir nicht ab. Mist. Er lacht innerlich. Ja, genau so ist es. Glauben Sie mir nicht? Er lächelt immer noch amüsiert. Irgendwie höre ich die Worte, aber ich glaube kein einziges, das aus Ihrem hübschen Mund kommt. Als sein Blick auf meinen Mund landet, macht sich tief in mir etwas Heißes und Sehnendes breit. Wow. Sie sind aber desillusioniert. Was denken Sie denn, was ich will? Kontere ich. Er kratzt sich am Kinn und das raspelnde Geräusch seiner Bartstoppeln klingt sinnlich in der Dunkelheit. Was immer es ist, ich werde liefern. Na schön, sage ich, denn ich weiß, dass ich nichts zu verbergen habe. Finden Sie heraus, was Sie wollen und lassen Sie mich herausfinden, was ich brauche. Wie Sie Frauen betören. Nichts da, Rotschopf. Obwohl ich mich extra wie eine Schlampe angezogen habe, um hier reinzukommen, necke ich ihn. Sehen Sie sich um, Rotschopf. Sie sehen aus wie eine Nonne in einem Stripclub. Sie sind die konservativste Schlampe, die mir je begegnet ist. Na schön, also hätte ich den Saum meines Kleides ein wenig höher ziehen sollen. Lassen Sie mich einfach zuschauen, wie Sie eine Frau betören. Irgendeine Frau. Rufen Sie eine von Ihnen her. Sie wollen zusehen, wie ich eine Frau betöre? fragt er ungläubig. Ja. Ich lasse den Blick über die Anwesenden hier im Raum schweifen und entdecke eine sexy Kellnerin, die wie verrückt um ihn herumscharwenzelt ist und die auf der Stelle vor Glück sterben würde. Da bin ich mir sicher. Die da. Ich will die nicht betören. Okay. Wen wollen Sie dann betören? Er sieht mich an. Ich hab's nicht nötig, irgendjemanden zu betören, Rotschopf. Aber Sie spielen taktisches Spielchen, um flachgelegt zu werden. Also, spielen Sie, um heute Nacht flachgelegt zu werden. Nicht heute Nacht. Warum nicht? Er zuckt die Achseln. Dann streckt er die Hände aus, zieht mich auf die Beine und legt mir die Hand auf den Rücken, um mich hinauszuführen. Ich verliere fast das Gleichgewicht. Meine Sinne sind außer Kontrolle. Ich verstehe es nicht. Und warum nicht heute Nacht? Meine Stimme ist halb flüstern, halb keuchen. Sie sind Wynne Watson, nicht wahr? Galeristin und serienmäßige Daterin. Ich bin doch keine … Woher kennt ihr meine Nachnamen? Und dann begreife ich. Ich bin außer mir vor Schreck und mein Gehirn braucht einen Moment, um sich neu zu sortieren. Sie sind Cullen Carmichael, der Glücksspieler. Serienmäßiger Aufreißer, Anti-Monogamist und Bruder des Verlobten meiner besten Freundin Livy. Das Leben ist überraschend. Er mustert mich, öffnet meine Hand und legt mir einen 10.000-Dollar-Chip hinein. Bitte schön, Schätzchen. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Sparen Sie es für unser nächstes Spiel auf. Niemals, danke, und vielleicht lege ich es an. Wahrscheinlich. Ich werde Ihren Bruder um Anlagetipps bitten. Gern geschehen. Das wollte ich gerade sagen. Ein überraschend leises Kichern kommt ihm über die Lippen, als er den Kopf schief legt und mich betrachtet. Danke, sagt er ernsthaft und einfach so küsst er mich auf die Lippen. Seien Sie ein braves Mädchen und gehen Sie jetzt nach Hause, sagt er und klopft mir auf meinen Hintern. War das, versuchen Sie jetzt, mich zu betören? Ich muss niemanden betören. Haben Sie taktische Spielchen? Ich werde Sie wissen lassen, wann das Spiel beginnt. Gehen Sie jetzt nach Hause. Der Mann öffnet die Tür eines Uber, das aus dem Nichts aufzutauchen scheint. Und weil es bereits drei Uhr morgens ist, steige ich ohne Widerrede ein und fahre nach Hause. Immer noch ein wenig aus dem Gleichgewicht. Cullen Carmichael. Offensichtlich ist er wegen der Hochzeit in der Stadt. Und ich habe es idiotischerweise nicht verstanden. Himmel, ich habe es in der Nähe dieses Typen nicht einmal verstanden, die Beine zusammenzupressen. Ich kann nicht glauben, dass er mich auf diese Art gekauft hat. Wie ein Auto. Als würde er mich verdienen und als könnte er alles bekommen, was er haben will. Und als er die Chips auf den Tisch geworfen hat. Als wären sie gar nichts. Da ging eine Summe über den Tisch, die dem entsprach, was ich in meinem ganzen Leben verdienen werde. In einem einzigen Spiel. Ich drehe den Chip in meiner Hand und leuchte mit meinem Handylicht darauf, um ihn zu inspizieren. Zehntausend Dollar. Ich frage mich, was passieren würde, wenn er mir beibrächte, mit meinem Geld zu spielen. Ich wäre endlich in der Lage, mein Geschäftsdarlehen zurückzuzahlen, nachdem ich jahrelang immer wieder Aufschübe verhandeln musste. Nein, ich würde alles verlieren. Und was dann? Ich mag Glücksspiele nicht. Sie sind absolut oberflächlich. Ich glaube an Arbeit, nicht an Glück. Ich glaube außerdem nicht mehr an die Liebe. Oder zumindest rede ich mir das ein. Selbst in diesem Moment fühle ich mich versucht, mich Fantasien hinzugeben, wie es sich wohl anfühlen würde, von Cullen Carmichael geliebt zu werden. Und ich kann bei dem Gedanken daran kaum atmen. Hör auf damit, Gwen. Hör auf, jeden Mann, den du triffst, in einem romantischen Licht zu sehen. Sie sind es nicht wert. Kein Mann ist es wert. Erst recht nicht einer, der Playboy genannt wird. Der Rausch der Nacht vergeht zusammen mit meinem Lächeln, sobald ich meine Wohnung betrete. Die Wohnung, die ich gemietet habe, nachdem ich bei Emmett ausgezogen bin. Manchmal ist der Schmerz so grausam, dass ich mich im Bett zusammenkrümme. Die Nächte sind schlimm. Die Einsamkeit, die Leere ist überall. Sie steckt in dem unberührten Kissen neben mir. In den kalten Bettlaken gewärmt nur auf meiner Seite. In der schrecklichen, verfluchten Stille meiner Wohnung. Aber auch morgens ist es nicht viel besser. Irgendwie lasse ich nachts in meiner Wachsamkeit nach. Entspanne mich. Manchmal. Wache sicher in meinem Bett auf und starre zu dem vertrauten, weißen Ventilator an der Decke empor. Und für eine Sekunde geht es mir gut. Bis ich mich erinnere. Er will mich nicht mehr. Und die Folter beginnt wieder ganz von vorn. Ich zwinge mich aus dem Bett, um zu leben. Aber nur mit knapper Not. Zwinge mich zu essen. Zu essen, nicht zu schmecken. Zwinge mich zu duschen und dann abzutrocknen. Mich anzuziehen, um so zu tun, als wäre ich normal. Menschlich. Zwinge mich weiterzumachen, obwohl ich immer noch an all dem hänge, was ich hatte. Und was an dem Tag implodiert ist, an dem er mir mitgeteilt hat, er habe sich entliebt. Liebe. Wahre Liebe. Glück. Eine Zukunft, die sich vollständig anfühlte. Jetzt habe ich nichts mehr von alledem. Die Wochenenden sind am schlimmsten. Meine arbeitsfreien Tage, an denen keine Ablenkungen mich daran hindern, an all das zu denken. Es in meinem Kopf hin und her zu drehen, wie jemand unter Schock es tut. Um im Nachhinein einen neuen Hinweis zu finden. Irgendein Zeichen, dass ich etwas Schlimmes angebahnt hatte. Ich bin in der Nacht rastlos und am nächsten Tag halte ich mittags eine Kaffeetasse in den Händen und überfliege auf meinem Laptop die Nachrichten. Mir graut vor der Hochzeit heute Abend. Es ist nicht einmal das Ereignis selbst. Nicht wirklich. Es ist die Erinnerung an das, was ich hier und jetzt habe. In der Gegenwart. An das, was ich nicht habe. Es ist höllisch deprimierend, wenn man keine Zukunft hat, der man entgegenblicken kann. Jedenfalls keine romantische. Ich bin nicht allein. Eine Million anderer Frauen sitzen zweifellos im selben Boot. Sie sind heute Morgen aufgewacht, nur um begreifen zu müssen, dass der Rest ihres Lebens nicht so sein wird, wie sie es sich erhofft haben. Dieser Tag ist anders, weil ihre Aussicht auf ein Happy End sich in nichts aufgelöst hat. Dieser Tag ist Tag minus eins. Ich bin entnervt, denn ich bin schon so oft an diesem Punkt gewesen und habe es schon so häufig durchlebt, dass es nicht mal mehr um die gebrochenen Versprechen und die enttäuschten Erwartungen geht. Es geht um die verlorene Zeit und die gescheiterten Träume. Wenigstens habe ich noch die Galerie. Die Fifth Street Gallery. Der Klang gefällt mir. Pepper, auch bekannt als die unglaublichste Assistentin aller Zeiten, hat sich den Namen ausgedacht. Ich nippe gerade an meinem Kaffee, als ich das Klappern von Schlüsseln höre, und ich stelle meine Tasse beiseite, als Gina und Rachel, zwei meiner besten Freundinnen, in meine Wohnung gestürmt kommen. Okay, wir haben es gewusst. Wir haben gewusst, dass du dich nicht fertig machen würdest. Rachel und Gina, die eine blond, die andere brünett, beide glücklich verheiratet, schlagen die Tür hinter sich zu und stürzen sich auf mich. Ich habe euch gesagt, dass ich anrufen würde, wenn ich Hilfe brauche, protestiere ich, als sie meinen Laptop zuschlagen und mich auf die Füße ziehen. Du hättest nie angerufen. Woher weißt du das? Frage ich Gina. Weil du es nie tust. Wir lassen uns jetzt die Haare machen. Rachel geht zu meinem Schrank, nimmt ein Sweatshirt und eine Jogginghose heraus und bringt sie mir. Komm, du wirst dich fabelhaft fühlen. Und wenn du Emmett heute Abend siehst, wirst du ihm unter die Nase reiben, was ihm entgeht. Ich bin spät nach Hause gekommen und habe kaum geschlafen. Können wir das später machen? Ich bin nicht deprimiert, ich schwöre es. Das werden wir ja sehen, antwortet Rachel zweifelnd und drückt mir meine Anziehsachen in die Arme. Oh, ich hasse euch. Du liebst uns. Ich stöhne und ziehe mich um. Ja, das tue ich, räume ich ein. Aber nur der Vollständigkeit halber. Ich bin eine zauberhafte, ledige Frau und ich habe mein Leben voll im Griff. Ich habe gestern zwei Bilder verkauft und ich hatte abends ein Date. Also komme ich wirklich bestens zurecht, verkünde ich ihnen. Wirklich? Oh, Wynn, das ist wunderbar. Rachels Augen weiten sich vor Aufregung und sie vollführt bei der Neuigkeit buchstäblich einen Luftsprung und klatscht in die Hände. In der Zwischenzeit bringt Gina meine Sneakers und meine Tasche her. Ist es jemand, den du behalten willst? Fragt sie zweifelnd. Nein, Gott, nein. Er hat mich verkauft. Ich bringe meine leere Kaffeetasse zur Spüle und wasche sie ab, bevor ich gehe. Er hat was getan? Er hat mich verkauft, es war ein Spiel. Und am Ende habe ich diesen anderen Typen kennengelernt. Der war unerwartet, aber... Tja, er war heiß, also haben zumindest meine Hormone-Training bekommen. Er war was? Wynn! Ich lächle über die Aufregung der beiden und beschließe nichts weiter zu erzählen. Einmal, weil sie sich wahrscheinlich Sorgen machen werden. Und was mich und Carl betrifft, gibt es keinen Grund zur Sorge. Wirklich? Ich werde mich nicht in einen solchen Mann verlieben. Ich werde mich in überhaupt keinen Mann verlieben. Punkt. Und außerdem, weil Carl und Carmichael aussieht wie irgendjemandes schmutziges kleines Geheimnis. Und anscheinend ist er auf irgendeine verdrehte Art jetzt meins. Vierling Wir treffen Livy draußen vor dem Accents, einem der exklusivsten Salons in der Stadt. Und Alessandra, die Besitzerin, winkt uns herein. Kommt, ich bin gleich bei euch. Sie winkt einige andere Friseurinnen heran. Der Salon ist normalerweise gerammelt voll. Und als wir keine anderen Kundinnen entdecken, begreifen wir viel gleichzeitig, dass Callan, Livys Verlobter, vorhat, seine zukünftige Frau und ihre Freundin so zu verwöhnen, als wären wir die einzigen Frauen auf dem Planeten. Hast du davon gewusst? fragt Gina Livy und dreht sich staunend im Kreis. Der Salon ist überall mit weißen Rosen mit fliederfarbenen Spitzen geschmückt, die zarten Farben lieblich und wunderhübsch. Nein! Livy bleibt mit einem entzückten Lachen lange genug stehen, um eine Rose aus einem Arrangement zu zupfen. Sie atmet verträumt den Duft ein, während ich mir eine dekadente Trüffelpraline gönne. Irgendjemand wird heute flachgelegt, sagt Gina neckend. Wir würden uns über den Zustand ihres Ehebundes Sorgen machen, wenn sie nicht flachgelegt werden würde, kichere ich. Ich meinte Callan! Gina grinst und ich lache noch lauter. Aber dann durchzuckt mich aus heiterem Himmel ein Stich. Als hätte sich ein schwarzes Loch in mir aufgetan. Und darin ist nichts als Leere. Ich will nicht eifersüchtig auf meine Freundin sein. Ich habe tolle Freundinnen und will immer für sie da sein. Nun gut, ich wünschte manchmal, ich hätte auch schon den richtigen gefunden. Aber das bedeutet nicht, dass ich ihn niemals finden werde. Richtig? Malcolm betet den Boden an, auf dem Rachel geht. Gina hat Tahoe unter der Fuchtel, weil er so in sie verliebt ist. Und Callan ist vollkommen vernarrt in Levy und hat immer die besten Überraschungen für sie parat. Wie romantische Flitterwochen an einem noch unbekannten Ort. Meine Freundinnen sind mit diesen Männern auf Gold gestoßen. Und ich habe den Jackpot gewonnen, weil ich alle drei von ihnen als meine liebsten und engsten Freundinnen habe. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Party jetzt starten? Gina setzt sich hin und wirbelt mit dem Friseurstuhl herum. Ein Kellner erscheint mit Champagner und ich nehme das erste Glas entgegen und kippe es hinunter. Als stünde Alkohol auf meinem Programm für den Tag. Was auch stimmt. Ich werde ihn heute brauchen. Rachel hebt ihr Glas. Auf Liebe und sündhaft sexy Männer. Als wir mit unseren Gläsern klirrend anstoßen, drängt sich mir ein Gedanke auf. Und ich schaudere. Ich denke nicht an die sündhaft sexy Männer, die meine Freundinnen dazu herumgekriegt haben, lebenslange Bindungen mit ihnen einzugehen. Meine Gedanken gehen tiefer. Sind heißer. Wilder. Silberauge. Ein Kind zum Sterben. Seine ganze Art spukt mir im Kopf herum. Der heiße Glücksspieler ist vielschichtig. Aufregend. Elektrisierend. Absolut magnetisch. Ich bin so verloren in den Erinnerungen an die vergangene Nacht, dass ich die Friseurin hinter mir kaum bemerke. Sie rafft mein Haar im Nacken zusammen. Wollen wir sanft und sexy oder elegant und gewagt? Während ich über ihre Frage nachgrüble, erklärt sie, natürliche Widersprüche sind eine subtile Methode, die Neugier eines Mannes zu wecken. Und da hast du's, sage ich grinsend zu Gina. Der einzige Grund, warum ich als Single auf diese Hochzeit gehe. Gina wirbelt herum und sieht ihre Friseurin an. Wir machen das, was Wynn vorschlägt. Die Braut ist die einzige, die heute berechenbar sein darf. Sie ist alles andere als berechenbar. Widerspreche ich und lache, während ich mir Livy anschaue, deren wunderschönes blondes Haar bereits ein wenig Zuwendung von ihrer Friseurin erhält. Sie ist die rätseligste und freundlichste von uns vieren. Und der heutige Tag stellt keine Ausnahme dar, als sie der Friseurin erzählt, wie Callan ihr seinen Antrag gemacht hat. Bei dem Gedanken an den Antrag muss ich an Callan denken. Und beim Gedanken an Callan muss ich an seinen Bruder denken. Oh Mann, Silberauge würde es lieben, dass ich an ihn denke. Gestern Nacht hat mich dieser teils empörende, teils sexy Mann alles vergessen lassen. Er hat Interesse an mir gezeigt, mich in sein Pokerspiel einbezogen und mir das Gefühl gegeben, dazu zu gehören. Wann hat Emmett mir jemals das Gefühl gegeben, irgendwo hinzugehören? Himmel! Er wollte mich ja nicht mal in seiner Küche haben. Aus genau dem Grund hätte ich dem Date gestern Abend nicht zustimmen sollen. Ich muss Männer wirklich allesamt vergessen und mich auf meine Galerie konzentrieren, die Fifth Street Gallery. Meine einzige wahre Liebe. Du denkst zu viel nach, flüstert Gina diskret, bevor sie sich eine Locke ihres schwarzen Haars hinters Ohr streicht. Sie sagt etwas zu der Friseurin. Dann erhebt sie sich von ihrem Stuhl, um sich meine neue Frisur anzuschauen. Wir werden für die Party unseres Lebens herausgeputzt und es wird die Party unseres Lebens. Win, du kleiner Knaller, du! Wie meinst du das? Natürlich bin ich ein Knaller. Ich bin von uns jetzt der einzige Single. Nur, dass du fantastisch aussehen wirst und wir wollen, dass Emmett sich heute Abend nach dir verzehrt. Vergiss das Arschloch Emmett, sein Essen war grauenhaft. Nichts für ungut, Win. Ich habe es nur deinetwegen gegessen, sagt Rachel verschlagen, als sie näher kommt. Atemberaubend schön wie immer. Du bist ohne ihn besser dran, glaub mir. Wenn der richtige Mann auftaucht, wird es keinen Zweifel daran geben, dass er es isst. Ach, es ist mir inzwischen fast egal. Nach dem Date von gestern Abend habe ich beschlossen, dass ich mich auf meine Arbeit konzentrieren und die Männer insgesamt vergessen sollte. Als ich anfange, mich zu fragen, ob Silberauge ein Date mitbringen wird, reiße ich mich aus meinen Gedanken heraus und konzentriere mich auf Livy, die gerade von ihrem Stuhl aufsteht, ihr Haar perfekt frisiert und bereit für ihren Schleier. Du siehst aus wie ein Engel, sage ich und greife nach Livs Hand, als sie näher kommt. Cullens Welt wird stillstehen, sobald er dich sieht. Ich werde noch ganz rot, wenn du so weiterredest, erwidert sie und fächelt sich Luft zu. Sie bringt dich zum Weinen, Rachel umarmt sie. Vorsicht mit dem Haar, ruft Alessandra. Du wirst so glücklich sein, sage ich zu Liv. Während wir von ihrer Schönheit schwärmen, denke ich an Callan und an seine Liebe zu Livy. Es war bestimmt nicht billig, Alessandras Salon für uns zu mieten, aber er hat es nicht getan, um andere zu beeindrucken. Er will nur, dass Livy einen denkwürdigen Hochzeitstag hat. Bist du glücklich? fragt Gina sie. Unendlich glücklich. Sie wartet auf die Maniküre und geht eine Liste mit Callans Plänen für ihre Zukunft durch. Er will ein Haus auf dem Land, wo wir oft hinfahren werden, um aus der Stadt rauszukommen. Und er redet von Kindern. Ständig. Sie verstummt und sieht mich besorgt an. Ich blinzle und begreife plötzlich, dass sie sich meinetwegen zurückhält, weil sie weiß, ich habe mir nun genau das immer gewünscht. Es tut manchmal weh, wenn ich das höre, weil es etwas ist, das so weit außerhalb meiner Reichweite zu liegen scheint. Auf der anderen Seite würde ich, wenn ich nichts davon hören würde, die Highlights im Leben meiner Freundin verpassen. Und das kann ich nicht zulassen. Was für eine beste Freundin wäre ich, wenn ich nicht bleiben würde, um ihr dabei zuzuschauen, wie sie in den Sonnenuntergang davon reitet. Ich will wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ich muss die Aufregung miterleben, denn dann wird mein Glaube vielleicht wiederhergestellt werden. Sprich weiter, dränge ich sie mit einem Lächeln, nehme ihre Hand und drücke sie, um ihr zu sagen, ich freue mich für dich und um nichts in der Welt würde ich deinen großen Tag verpassen wollen. Und es ist wahr. Ich werde die Hochzeit überleben und wenn es mich umbringt. Der Champagner wird fließen und wenn Emmett auftaucht, werde ich jede Menge davon hinunterkippen. Das Fest Fünf Stunden später sind wir auf der Hochzeit. Wir und unsere tollen Frisuren. Ich stehe mit den anderen Brautjungfern, meinen Schwestern von anderen Müttern, in einem Rosengarten. Wegen der dicht belaubten Bäume können wir nur flüchtige Blicke auf die Männer erhaschen. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, um nach Silberauge Ausschau zu halten. Aber ich kann ihn nicht entdecken. Also lasse ich das wieder. Die meisten der Männer dort draußen sind ohnehin verheiratet. Callan ist ganz der stilsichere Bräutigam. In seinem Hemd mit Spitzkragen, der Fliege und dem schwarzen Smoking sieht er aus, als wäre er mehr als bereit für den Quantensprung, diesen mutigen Schritt, den so viele Männer nie tun. Der, den Emmett um jeden Preis vermieden hat. Er ist überhaupt nicht wie Emmett. Callan sieht aufgedreht aus. Ich glaube, Callan wollte Livy von der Sekunde an heiraten, in der er sie das erste Mal gesehen hat. Jetzt wartet er auf die Liebe seines Lebens und ich weiß, dass sie es kaum erwarten kann, direkt in seine Arme zu laufen. Liv ist mehr als bereit für ihren großen Tag. Und auch wenn Callan ungeheuer attraktiv ist, ist Livy doch atemberaubend. Die Musik setzt ein. Für einen Sekundenbruchteil gerate ich in Panik. Ich fürchte, dass meine Knie unter mir nachgeben werden, bevor ich zu dem mit Efeu umwickelten Torbogen trete, der zu den festlichen Gärten führt. Bevor meine Knie genau das tun, ist plötzlich Callan an meiner Seite. Sobald ich ihn sehe, fühle ich ihn. Er hakt seinen Arm unter meinen und die Wärme seines Körpers umfängt mich unmittelbar. Er war nicht bei der Hochzeitsprobe letzte Woche. Ich wusste nicht, dass er mein Begleiter sein würde. Ich sollte allein gehen. Plötzlich bin ich dankbar dafür, dass ich es nicht bin. Aber ich werde ihn das nicht wissen lassen. Ich umfasse seinen Arm fester und Callan murmelt, ich dachte, sie und Livy wären beste Freundinnen. Sind wir auch. Er zieht eine Braue hoch und schaut immer noch gerade aus. Irgendjemand hätte der Brautjungfer sagen sollen, dass es unhöflich ist, heißer auszusehen als die Braut. Meine Haut wird warm. Es ist ein langsames Brennen von innen nach außen. Ich fühle mich unbehaglich, muss aber mehr hören. Ich frage mich, ob Playboy noch mehr Spielzüge in seinem Handbuch stehen hat. Als wir unseren Schritt an Jinas und Tahos anpassen, denen wir folgen, streicht er mit den Fingern über meinen Handrücken. Ich schaudere bei seiner Berührung, bleibe aber äußerlich gefasst, beherrscht. Hören Sie auf, mich betören zu wollen, flüstere ich. Betören war gestern Nacht. Heute Abend beginnt das eigentliche Spiel. Sie werden verführt. Hier? Mein Gang stockt, aber er hilft mir, meinen Rhythmus wiederzufinden. Lassen Sie das. Ich komme nicht dagegen an. Es funktioniert nicht. Das wird es schon noch. Wir erreichen gemeinsam das Ende unseres Weges. Wir werden sehen. Dann trennen wir uns. Cullen tritt neben Callen. Ich schwenke nach links ab, um auf die Braut zu warten, vollkommen atemlos von dieser kurzen Begegnung. Unsere Blicke treffen sich, lösen sich voneinander, begegnen sich abermals. Wenn er nicht sofort damit aufhört, werde ich ein feuchtes Nervenbündel sein, noch bevor Callen und Livy zu Mann und Frau erklärt werden. Der Rest unserer Freunde schreitet den Gang entlang, um für Callen und Livy stehen zu bleiben. Die ganze Bande ist hier. Das gefällt mir an uns. Wir sind alle füreinander da. Mein Blick findet den von Callen. Und ich weiß nicht, warum. Ich schätze, ich stehe auf Bestrafung. Vielleicht hat er einen Glücksbringer in seiner Tasche. Mein Blick wandert tiefer. Als mir klar wird, was ich tue, schaue ich schnell nach oben. Seine Mundwinkel zucken und ich verfluche mein Dasein. Ich befinde mich auf der Hochzeit meiner besten Freundin und ziehe einen Mann mit Blicken aus. Was noch schlimmer ist, ich denke darüber nach, es mit dem Bruder des Bräutigams zu treiben. Wie tief kann ich noch sinken? Ein Wispern geht durch die Menge. Ich reiße den Blick von ihm los. Rachel und Sage stehen unter dem Torbogen. Sie sind so umwerfend zusammen und stehlen dem Brautpaar fast die Show. Rachel hält die Hand ihres dreijährigen Sohnes, während ihre kleine Tochter sicher geborgen in den Armen ihres Vaters auf Saint zeigt und sagt, mein Daddy. Fotos werden geschossen. Eine bekannte Lifestyle-Bloggerin kritzelt Notizen, während eine Reporterin der Times ihr Smartphone hervorholt, ihre Aufnahme macht und hastig eine E-Mail abschickt. Malcolms und Rachels Tochter hat es gerade in die Nachrichten geschafft. Sie patscht noch immer auf den Arm ihres Daddies. Gedämpftes Gekicher bricht aus. Cullen beobachtet sie amüsiert. Und jetzt? Ich fühle mich schrecklich betört. Während wir auf Cullens wunderschöne Braut warten, spielt ein Orchester Never Tear Us Apart und es ist zauberhaft. Absolut perfekt. Als ich Livy und Cullen ihre Gelübde sprechen höre, muss ich weinen. Er sagt, er wolle ihr die Welt zu Füßen legen und sie sei das Wichtigste in seinem Leben. Und aus irgendeinem Grund weine ich noch immer, als der Hochzeitsmarsch gespielt wird. Ich weine, weil ich glücklich für sie bin und traurig für mich. Ich weine, weil ich mir erst vor wenigen Monaten vorgestellt habe, dass ich eines Tages, eines baldigen Tages, mit dem Mann, der mich liebte, am Altar stehen würde. Einem Mann mit Emmets Augen und Haar und Gesicht. Dass er Ich will sagen würde. Ich kann nicht glauben, dass ich das bin. Dass ich der einzige Single unter meinen Freundinnen bin. Dass ich nicht nur Emmet nicht mehr habe, sondern dass ich wirklich nicht glaube, der Traum von Hochzeit und Liebe und Geliebtwerden, bis dass der Tod uns scheidet, wird für mich jemals wahr werden. Beim Empfang gehe ich ins Badezimmer, um mein Gesicht in Ordnung zu bringen und ich schimpfe mit mir. Sei keine Heulsuse, Winn. Es ist Livys großer Tag. Freu dich für sie. Lenk dich ab. Denk nicht an Emmet. Das ist leichter gesagt als getan. Bis er auftaucht. Cullen. Ich entdecke ihn und irgendwie ist der Drang zu weinen verschwunden. Er setzt durch den seltsamen Drang, umwerfend auszusehen. Ich weiß nicht, warum ich umwerfend aussehen will, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich finde, er braucht etwas Konkurrenz, weil er so verdammt gut aussieht. Ich sage leise zu Rachel, wenn er nicht nur Pokerspieler, sondern auch Feuerwehrmann ist, dann steck mich in Brand, ja? Sie lacht, dann mustert sie ihn mit einem Kennerblick. Sie ist mit dem begehrenswertesten Mann in Chicago verheiratet, also weiß sie Bescheid. Jepp, sehr heiß. Sie nippt an ihrem Wein und ihre Augen funkeln, während wir ihn beobachten. Aber Finger weg. Ich will mir die Lippen lecken und ein Bild von mir, wie ich Cullen's Lippen lecke, entsteht in meinem Kopf. Was habe ich da für Gedanken? Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich meine Seele an Cullen Carmichael verkaufen will, aber er ist heute Abend heiß wie der Teufel. Selbst das Hemd unter seinem Smoking-Jackett ist schwarz und der Mann sieht in schwarz besser aus als irgendjemand sonst auf der Welt. Ich behalte ihn während des Hochzeitsempfangs im Auge, der plötzlich wegen des Regens ins Haus verlegt worden ist. Ich habe nicht vor, ihn im Auge zu behalten, aber ein Teil meines Unterbewusstseins scheint derartig neugierig auf ihn zu sein, dass ich bemerke, er trinkt nur Wasser, dass er insgesamt eine halbe Zigarre raucht, bevor Livys Eltern ihn zwingen, sie auszumachen und dass er unterm Strich ein einziges Mal gelacht hat, was seinem Bruder galt, der seine Ehefrau hofiert. Daher bin ich mir nicht sicher, ob man das überhaupt als Lachen mitzählen kann. Nach einigen verstohlenen Blicken wird mir klar, dass ich ihm zu viel Beachtung schenke. Daher gebe ich mir Mühe, Cullen zu ignorieren. Bis mein Ex auftaucht. Emmett. Mein unrühmlicher Ex-Freund, der tatsächlich gar nicht unrühmlich ist, sondern einfach der Mann, der mein Herz in so viele winzige Stücke zerbrochen hat, dass ich es nicht wieder komplett zusammensetzen kann. Denn einige der Splitter könnte man nicht mal mit einer Lupe wiederfinden. Ich entdecke seinen blonden Schopf quer durch den Raum, als er Livy und Callan begrüßt. Emmett sieht großartig aus, als er Livy umarmt. Und in meinem Bauch entsteht ein brodelnder Tornado. In dem Bemühen, so weit wie möglich von ihm wegzukommen, schiebe ich mich zu unseren Tischen. Und das ist der Moment, in dem ich Emmetts Namen auf dem Platzkärtchen direkt neben meinem eigenen erspähe. Blinzeln starre ich wieder auf die Platzkarten. Oh nein, 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 nicht Emmett neben mir! Wir haben beide alles gesagt, was gesagt werden musste. Haben über alles geredet, über das geredet werden musste. Es ist vorbei. Ich sehe mich panisch um, nur um feststellen zu müssen, dass all meine Freundinnen entweder mit ihren Männern reden oder sich und das Volk gemischt haben. Ich richte den Blick wieder auf die schockierende Platzkarte und ich weiß, dass das nicht die Schuld des Brautpaßes ist. Sie hatten mit der Hochzeit irre viel um die Ohren und die Hochzeitsplanerin hat den Vermerk über unsere schreckliche Trennung vor drei Wochen einfach nicht erhalten. Also tue ich, was jede Frau tun würde? Ich suche auf dem Nebentisch nach Cullens Namen und tausche seine Karte gegen die von Emmett. Ich werde es nicht nur nicht ertragen müssen, direkt neben jemandem zu sitzen, den ich vier Jahre lang geliebt habe und der mir auf spektakuläre Weise das Herz gebrochen hat. Ich werde stattdessen die Chance bekommen, neben einem Mann zu sitzen, der Single zu sein scheint. Und das ist natürlich nur eine Vermutung, aber er wirkt zu still und zu grüblerisch, als dass ich mir vorstellen könnte, dass irgendeine Frau sich das tatsächlich ihr ganzes Leben lang antun wollen würde. Und wichtiger noch, er ist ein Mann, der mir nichts bedeutet und den ich nicht zu beeindrucken brauche. Also vertausche ich die Karten und beobachte, wie Cullen sich mit seinem teuflisch guten Aussehen durch den Raum schlängelt, einen Drink in der Hand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn überhaupt mag. Es ist nicht so, dass es eine Zumutung wäre, ihn anzusehen. Es ist eher so, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn charakterlich mag. Er macht mich zu nervös, um ihn zu mögen. Aber er fasziniert mich genug, dass ich ihn seit gestern Nacht nicht aus dem Kopf bekommen konnte. Jetzt kommt er auf mich zugeschlendert, woraufhin mein Herz unangenehm in meiner Brust hämmert. Er wirkt ein wenig mürrisch, als wäre er wegen mir verärgert. Und ich weiß nicht, warum, aber ich bin auch wegen ihm verärgert. Ich weiß nicht einmal, wie ein Mann so heiß sein kann, ohne dass der Boden unter seinen Füßen schmilzt. Die Luft um ihn herum fühlt sich entflammbar an. Wren. Cullen. Weiter kommt nichts von ihm, nur dass er mich angrinst. Was ist so komisch? Mein Namensschild war nicht auf diesem Tisch. Woher wissen Sie das? Frage ich. Weil ich nachgesehen habe. Ich, äh, oh. Ich schaue ihn überrascht an und seine stoische Miene verrät nichts. Und? Waren Sie enttäuscht? Donnerwetter. Moment mal. Er hat nachgesehen? Das ist irgendwie dreist. Schrecklich. Enttäuscht. Sagt er mit einer Stimme, die nicht zwangsläufig bedeutet, dass er das ernst meint. Ich verdrehe die Augen. Ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt die Mühe mache, mit ihnen zu reden. Weil ihr Ex her schaut? Mein Herz hört auf zu schlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass Cullen sich etwas weiter vorgebeugt hat oder daran, dass er recht hat. Emmett beobachtet uns. Na und? Frage ich. Sie lieben ihn noch. Er grinst und in seinen extrem attraktiven Zügen sehe ich Spott, während seine Juwelen Augen sich über mich lustig machen. Was hat er getan? Hat er es versäumt, bei einer besonders wichtigen Ausstellung eins ihrer Kunstwerke zu kaufen? Ich kenne diesen Typen nicht einmal und ich will ihm eine reinhauen. Stattdessen spiele ich mit und frage, machen Sie sich über meine Liebe zur Kunst lustig? Frustriert und ungeduldig stehe ich auf, um mir ein Glas Wein zu holen. Sein Blick folgt mir quer durch den Raum. Ein bösartiger Knoten bildet sich in meinem Magen, als ich einem Kellner ein Glas entreiße und mich wieder neben Kauen setze. Was ich tue, ist viel wertvoller als das, was Sie tun, füge ich mit einem finsteren Blick hinzu. Ich habe gut Lust, ihnen zu beweisen, dass Sie sich irren. Aber dann müsste ich Sie mit nach Vegas nehmen, damit Sie zuschauen können, wie ich mir einen Platz an einem Neunertisch bei der Texas Hold'em Championship gewinne. Vegas? Da war ich noch nie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie beim Finale um mich haben will. Ob ich Sie überhaupt um mich haben will. Er beobachtet mich mit seinen beunruhigenden, undeutbaren, silbernen Augen und beugt sich vor. Er verzieht unverschämt den Mund. Aber ich sage Ihnen was. Sie haben mir mein Glück zurückgebracht. Und Sie sind genau das, was ich gebraucht habe, um aus meinem eingefahrenen Beziehungsschema herauszukommen. Sie wecken in mir den Wunsch, nie wieder eine Beziehung einzugehen. Freut mich, dass ich Sie inspiriere, Rotschopf. Sie scheinen mich ebenfalls zu inspirieren. Sie? Sie inspirieren mein Spiel. Ach ja, Karten. Weil Ihr Job so viel wichtiger ist als meiner. Sie haben noch nicht genug Zeit mit Glücksspiel verbracht, um das mit Sicherheit zu wissen. Genauso wenig, wie Sie etwas über Kunst wissen. Kunst ist bei weitem überlegen. Ich würde Ihnen liebend gern zustimmen, aber dann würden beide Unrecht haben und ich würde lieber etwas spielen. Er mustert mich. Verbringen Sie ein wenig Zeit in meinem Job und ich verbringe ein wenig Zeit damit, Ihnen bei Ihrem zu helfen. Dann stimmen wir ab, was besser ist. Der Sieger bekommt alles. Was soll das heißen, der Sieger bekommt alles? 100 Riesen? Schlägt er vor. Gott nein, ich spiele nicht um Geld. Ich arbeite für jeden Cent. Ich schaudere bei der Vorstellung. Sie haben sonst nichts, das ich will. Bullshit. Jedermann will irgendetwas. Wirklich so hungrig nach Geld? Mein Hunger kennt keine Grenzen. Also das kann ich glauben. Dieser Bursche würde so ziemlich auf alles wetten. Zuerst erregt mich das, bis ich darüber nachdenke, worauf er wettet. Er betreibt wahrscheinlich einen privaten Club und wettet auf Hochzeiten und Scheidungen, Geburten und Todesfälle. Bei dem letzten Gedanken entfährt mir ein Keuchen. Wie makaber. Und doch weiß ich, dass es wahr ist. Wenn es irgendwo ein Spiel oder eine Prognose gibt, würde Cullen auf das Ergebnis wetten. Jetzt komme ich ins Grübeln. Welche Gewinnchancen hat er in dieser Wette mit mir? Wenn Sie weiter Ihren Lebensunterhalt mit Glücksspiel bestreiten, werden Sie irgendwann wirklichen Hunger kennenlernen. So sehr er mich irritiert, so sehr fasziniert Cullen Carmichael mich auch. Ich habe den größten Teil des Tages damit verbracht, über ihn nachzudenken. Jetzt sitze ich neben ihm und bin unhöflich. Liegt es daran, dass Emmett herschaut und ich ihn wissen lassen will, dass ein Mann sich für mich interessieren kann, während ich ihn komplett abblitzen lasse? Sehe ich raffiniert aus? Oder macht mich das zu einer Zicke? Und warum sollte Emmett das überhaupt scheren? Warum schert es mich? Wie können Sie etwas hassen, das Sie nicht verstehen? Cullen schiebt seinen Stuhl näher heran und legt einen Arm auf den Tisch. Ich verstehe genug. Vielleicht ist es eine großartige Art, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Großartig für ihn, schätze ich. Aber ich möchte nicht so leben. Das Leben eines Glücksspielers ist voller Höhen und Tiefen. In der einen Minute schwimmt er im Geld und in der nächsten kann er die Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Was für eine Art Leben ist das? Es folgt ein langes Schweigen, während er über meine Antwort nachdenkt. Dann sagt er rund heraus, Sie kommen mit mir nach Vegas. Was? Ich schüttle den Kopf, überzeugt, dass ich noch nie so schnell irgendetwas abgelehnt habe. Nein, das wird niemals passieren. Die einzige Möglichkeit für mich, Ihnen zu beweisen, dass Sie Unrecht haben. Er lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, als wäre der Fall erledigt. Glücksspieler haben ihre eigenen individuellen Herausforderungen, aber ich bin kein Zocker. Ich bin viel disziplinierter. Also schön, ich schlucke den Köder. Erklären Sie es mir. Poker ist anders. Wenn man gut darin ist. Er wirft mir einen sinnlichen Blick zu, den ich sobald nicht vergessen werde. Und ich bin sehr, sehr gut darin. Dann kann es eine lukrative Karriere mit Vorzügen sein, die Sie umhauen würden. Ich wette, das stimmt. Wollen Sie wetten? Plötzlich will ich eine Menge tun, und zwar mit diesem Mann. Aber zocken gehört nicht dazu. Sind Sie nicht zufrieden mit Ihren Millionen und Ihren Willen überall auf der Welt? Wollen Sie noch ein paar mehr haben? Ich will alles haben, was man mit Geld kaufen kann. Nun, ich habe vielleicht ein paar Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. Wie zum Beispiel ein wirklich hübsches Dekolleté. Schätzchen. Ich bekomme täglich jede Menge Dekolletes zu sehen. Viel mehr als das, was Sie zeigen. Ehrlich. Ich schalte bereits ab. Er gähnt, und mein Ego bekommt einen Stich. Hintern, sage ich dann. Ich habe einen hübschen Hintern. Wirklich, nach meiner schrecklichen Trennung kann ich es absolut nicht gebrauchen, dass dieser Mann mich verunsichert. Doch ich habe den Köder geschluckt und kann nicht mehr aufhören. Wenn Sie gewinnen, werde ich tun, was immer Sie verlangen. Eine Mutprobe. Und wenn ich gewinne, gilt das Gleiche für Sie, füge ich hinzu. Das ist mir zu vage. Ich spiele niemals, ohne den Preis zu kennen. Lassen Sie mich nachdenken. Er fährt sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Beeindrucken Sie mich mit ein wenig Kreativität. Ich blase Ihnen ein, sage ich. Er verschluckt sich an seinem Drink und knallt das Glas auf den Tisch. Kreativ genug für Sie? Ich lächle und erhebe mich, nachdem ich beschlossen habe, ihn darüber nachgrübeln zu lassen. Ich möchte etwas hinzufügen wie Ich gehe all in, da ich den Ausdruck bei dem Pokerspiel gestern Abend gelernt habe. Hey, hey! Er ist wie der Blitz auf den Beinen, wirbelt mich am Ellbogen herum und ragt vor mir auf. Bedeutet das, wenn Sie gewinnen, blase ich Ihnen auch ein? Ich darf Sie lecken? Was? Sagen Sie es mir. Seine Reglosigkeit nimmt mir den Atem. In seinen Augen, in denen immer noch ein undeutbarer Ausdruck steht, schimmert ein neues Licht. Ähm, ja? So was könnte ich gebrauchen, gebe ich zu. Für einen Moment bewegt sich nichts zwischen uns. Nur dieser schillernde Glanz in seinen Augen, der hypnotisch pulsiert. Der kräftige Griff seiner Hand an meinem Ellbogen ist alles, was mich auf den Beinen hält. So groß ist mein Schock über sein Interesse. Ich zweifle daran, dass ich so begehrenswert bin. Aber er starrt mich an, als wollte er mich zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen vernaschen. Stopp, keuche ich. Er sieht mich verwirrt an. Warum? Ich stoße einen entnervten Seufzer aus. Man beobachtet uns. Ganz plötzlich wird mir bewusst, dass alle uns beobachten. Dass vor allem Emmett mich von seinem Tisch aus beobachtet. Mit einem Ausdruck verblüffter Sorge auf dem Gesicht. Und mit einer Frau an seiner Seite. Sie mag nicht sein Date sein, aber trotzdem. Es ist schmerzhaft, daran erinnert zu werden, dass der Platz neben ihm früher meiner war. Mein Blick huscht zu den silbernen Augen, die mich ansehen. Emmett schaut her. Lassen Sie ihn schauen. Nein. Okay. Ja. Erwidere ich. Tanzen Sie mit mir. Ich tanze nicht. Ich brauche einen Drink. Er macht Anstalten zu gehen, aber dann dreht er sich noch einmal zu mir um, als wäre er verwirrt. Sie wollen ihm klarmachen, was er verpasst? Vertrauen Sie mir, er weiß es. Ich presse die Lippen aufeinander und nicke. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, um gleichmütig zu wirken. Plötzlich fühle ich mich überhaupt nicht gleichmütig. Ich habe mir gesagt, dass ich keinen Mann dafür bezahlen würde, mich zu der Hochzeit zu begleiten und Emmett eifersüchtig zu machen. Ich habe mir gesagt, dass ich mich benehmen würde wie eine Erwachsene. Aber ich fühle mich verletzlich und ungeliebt. Als hätte er recht gehabt, mich zu verlassen, weil er jemand Besseres gefunden hat. Cullen beobachtet mich fragend, dann legt er mir die Hand um den Hinterkopf. Er beugt sich vor und drückt seine Lippen auf meine. Er küsst mich, bis ich trunken bin. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergeht und kenne nur seinen Namen, die Feuchtigkeit, den Geschmack, die Wärme und die Kraft seiner Lippen. Den Hunger seiner Lippen. Er reißt sich los und lässt mit einem Keuchen von mir ab. Seine Atmung ein wenig beschleunigt. Seine Finger streifen meine Knöchel und ziehen den Moment in die Länge. Dann mustert er mich kurz von Kopf bis Fuß. Das Hämmern meines Herzens verwandelt sich in Donnern. Das Feuer, das er gelegt hat, lässt sich unmöglich eindämmen. Ich streiche ihm mit einer Hand über die Brust und spüre die Vertiefungen zwischen seinen Muskeln und ich schlucke. Was wollte ich sagen? Frage ich benommen, schüttle den Kopf und versuche, mich zu sammeln. Ah, ich erinnere mich. Du wolltest dich entschuldigen, lüge ich. Wofür? Dafür, dass du nicht tanzt. Es tut mir nicht leid, dass ich nicht tanze. Ich bin der Mann an der Bahn, nicht auf der Tanzfläche. Dann dafür, dass du mich geküsst hast. Seine Augen werden schmal, als er auf meinen Mund schaut. Das tut mir auch nicht leid. Jeder Ausdruck von Gefühl nach dem Kuss ist aus seinem Gesicht verschwunden. Die Leichtigkeit, mit der er seine Reaktionen verbergen kann, verstärkt nur den Drang, ihn wieder zu küssen und zu sehen, wie seine Augen ganz schwer werden, so wie sie es vor einigen Sekunden waren. Ich muss mich ablenken, sonst werde ich den Verstand verlieren. Du investierst eine Menge Mühe in dieses Spiel, sage ich plötzlich. Da frage ich mich doch, ob du meine Lippen wirklich so dringend um dein gutes Stück spüren willst. Vielleicht lasse ich dich einfach mit heruntergelassener Hose und nur einmal Lecken stehen. Du wirst nach dem Probieren nicht widerstehen können. Wow, du bist ein echter Playboy, nicht wahr? Baby, ich werde dem Namen voll aufgerecht. Nun, wir werden sehen, ob du gewinnst und ich Gelegenheit bekomme zu probieren. Ich hätte nichts dagegen, wenn du gewinnst, damit ich derjenige bin, der probiert. Nach einem Moment der Überraschung wird mir plötzlich warm, als mir klar wird, was er meint. Es schenkt mir ein Lächeln, das ungefähr so fröhlich ist wie ein aufziehender Sturm, seine Augen dunkel und voller Versprechen. Mich packt das Bewusstsein seiner physischen Präsenz, wie groß dieser Mann im Vergleich zu mir ist und als sein Blick meinen festhält, durchströmt mich ein wohliges Gefühl. Ich spüre, wie alle möglichen Stellen in mir zum Leben erwachen. Wirst du das Kleid einpacken, das du gestern Abend getragen hast? fragt er mich. Ja. Und die High Heels? Ja, das sind meine Lieblingsschuhe. Was ist mit diesen Dingern, die du in den Ohren hattest, den langen, goldenen? Ich ... Ist ihm bewusst, dass er gerade alles aufgezählt hat, was ich getragen habe? Bemerkt er solche Dinge immer? Pack die auch ein, sagt er, als ich nur überrascht schweige. Winn, willst du tanzen? höre ich Valentine, einen von Rachels Freunden, fragen. Sie tanzt nicht, knurrt Cullen. Sie liebt es zu tanzen, widerspricht Valentine ihm. Nicht mehr. Ist die Raumtemperatur gerade abrupt um zehn Grad gesunken? Es fühlt sich plötzlich kühl an und meine Brustwarzen sind steif unter meinem trägerlosen Kleid. Cullen zieht mich zurück an den Tisch. Und während ich über diese ganze Situation nachgrüble, spüre ich, dass Emmett mich beobachtet. Cullen und ich haben also ein idiotisches Spiel begonnen, bei dem wir jeweils den Job des anderen bewerten werden. Wichtiger noch, er bekommt sein Glück zurück und ich komme aus meinen eingefahrenen Beziehungsstrukturen heraus. Dann denke ich darüber nach, dass ich einen Mann um mich haben werde, den ich ganz bestimmt nicht heiraten will und die Vorstellung ist erfrischend und ich denke darüber nach, dass ich die Stadt verlassen werde und die Vorstellung gefällt mir immer besser. Ich komme um acht vorbei, du fährst mit mir nach Vegas, verstanden? fragt Cullen. Natürlich habe ich es verstanden und ich bin ganz dafür, aber ich kann nur den Sonntag und vier Wochentage erübrigen, dann kommst du mit mir zurück, um mir bei meiner Kunstausstellung zu helfen. Ich fühle mich verwegen und bereue es nicht einmal. Stunden später, als Rachel und Saint mich nach Hause fahren, lächle ich noch immer. Sie sprechen über die Hochzeit, derweil ich aus dem Fenster sehe und an meiner lächelnden Unterlippe zupfe. Meine Güte! Ich habe mit dem Bruder des Bräutigams anzügliches Zeug geredet. Ich habe zugestimmt, eine Reise mit ihm zu machen. Schlimmer noch. Habe ich verlangt, dass er mir während meiner wichtigen Ausstellung hilft? Ich frage mich, ob meine weiblichen Hormone meinen Verstand unterwandert haben könnten. Emmett hat mich beobachtet. Unsere Trennung ist immer noch zu frisch für mich und zu schmerzhaft, um darüber nachzudenken. Ich habe seitdem pausenlos gearbeitet und versucht, mich zu beschäftigen, mich abzulenken. Habe versucht, überhaupt nicht zu denken oder zu fühlen. Und Cullen Carmichael ist als Ablenkung genauso gut wie jede andere. Ganz zu schweigen davon, dass ich mich vielleicht wirklich darauf freue, zu gewinnen und meinen Preis einzustreichen. Obwohl jemand ein Koch ist, der den Geschmack von allem Möglichen zu schätzen weiß, hat er es mir kein einziges Mal mit der Zunge besorgt. Ich sollte beleidigt sein. Nun, jetzt scheint ein Mann die Aussicht darauf zu genießen und es gibt mir das Gefühl, wieder begehrt zu werden. Es gefällt mir. Ich brauche das. Selbst wenn ich beschließe, dass ich als Preis gar nichts will. Die Wette Am nächsten Tag holt er mich mit einem Mercedes-Sportwagen ab. Einem komplett schwarzen. Es widerstrebt mir, ihm in die Augen zu schauen, als ich hinausgehe, er mein Gepäck entgegennimmt und es in den Kofferraum des Wagens packt. Ich erlaube ihm, mir die Tür aufzuhalten und ich spüre seinen Blick auf mir, als ich auf der Beifahrerseite einsteige. Er beäugt mein rosafarbenes Shirtkleid und die Sandalen. Er setzt sich hinters Lenkrad und sein Eau de Cologne vermischt sich mit dem angenehmen Ledergeruch des Autos. Ich atme aus und versuche, mich von seinem Duft zu befreien. Aber es ist nicht so, als könnte ich leben, ohne zu atmen, daher ärgert es mich, dass der Duft sofort wieder da ist, als ich weiter atme. Stirnrunzelnd beobachtet er mich, als er den Wagen anlässt. Ich schaue ihm in die Augen und frage mich, was er denkt, bevor er sich der Straße zuwendet und wir losfahren. Stimmt irgendwas nicht mit dem, was ich anhabe? Frage ich. Nein? Einfach nein? Er wirft mir einen Seitenblick zu und schaut mich abermals an. Definitiv nein. Ich erröte. Wir fahren also wirklich nach Vegas, sage ich, um das Eis zu brechen. Sieht so aus. Ich presse die Lippen aufeinander und verziehe sie, um nichts mehr zu sagen. Erzähl mir, wie du dich wirklich fühlst. Was denkst du wirklich von mir? Seine Frage überrascht mich. Ich weiß nicht, wie ich ihn finde oder warum sein Äußeres mich ein klein wenig fasziniert und sein Blick mich atemlos macht. Die Menschen wissen nicht wirklich, wie süchtig Liebe macht, bis sie sich verlieben. Sobald man drinsteckt, sehnt man sich nach dem Gefühl wie nach einer Droge und ohne fühlt man sich verloren. Es ist ein Gefühl, das ich nicht noch einmal zu erleben, die Absicht habe. Aber diese silberäugige Ablenkung ist verführerisch. Die ist nichts heilig oder unantastbar. Du würdest deine Mom verwetten, wenn irgendjemand sie haben wollte. Darauf wette ich. Wie viel würdest du darauf setzen? Ich reiße überrascht die Brauen hoch. Gott, er ist unverbesserlich. Ich schlage nach seinem Arm und mir tun dabei fast die Finger weh. Hör auf zu versuchen, mich mit deiner Sucht anzustecken. Ich lache. Du bist verrückt. Warum gefällt dir das so? Er zuckt die Achseln. Ich schätze, es spricht mich auf allen Ebenen an, jedenfalls auf den meisten. Und die, die es nicht anspricht, um die kümmern sich all diese Cocktail-Kellnerinnen in Vegas? Cullen wirft mir einen zweifelnden Blick zu. Bist du dir sicher, dass du noch nie dort warst? Ich weiß alles über Vegas, ohne jemals einen Fuß in Sin City gesetzt zu haben. Wir fahren zum Flughafen und er parkt den Wagen vor einem riesigen weißen Flugzeug mit einem schwarz-silbernen Streifen an der Seite. Cullen steigt aus dem Auto, gerade als der Pilot schnell zur Beifahrerseite kommt und die Tür für mich aufreißt. Mir hängt der Unterkiefer irgendwo in der Nähe des Bodens, als ich das gigantische Flugzeug anstarre. Ich zwinge mich, den Mund wieder zuzuklappen und Cullen zieht mich zu sich herüber und lässt seine Hand in meine gleiten. Es fühlt sich unwirklich an, diese Art Frau zu sein und einem Mann in sein Flugzeug zu folgen, der ein klein wenig gefährlich und ein klein wenig mysteriös und viel zu heiß ist. Das Flugzeug und der Mann, die mich von allem wegbringen. Ausnahmsweise will ich einmal Spaß haben, frei sein, diesen Schmerz in meiner Brust zum Schweigen bringen, die Leere in mir füllen mit allem, was ich finden kann. Ich denke nicht darüber nach, wer unsere Wette gewinnen wird. Ich bin einfach froh, aus der Stadt rauszukommen, froh, aus meinem Kopf rauszukommen, froh, meinem Herzen eine Atempause zu gönnen. Nach dir. Cullen deutet auf die Treppe und der Pilot bringt unsere Koffer zum hinteren Teil des Flugzeugs. Ich schlucke. Dann sehen wir den Tatsachen ins Auge. Ich habe noch nie in einem solchen Flugzeug gesessen. Ich kann kaum glauben, wie angenehm es ist, die nervige Flughafen-Security vermeiden zu können. Wir gehen an Bord des Privatjets. Es gibt acht Ledersitze. Alle ungefähr so breit wie die Sitze in der ersten Klasse einer kommerziellen Fluglinie. Jeder Sitz ausgestattet mit einem kleinen Fernseher und mit einem glänzenden Mahagoni-Tisch davor. Ich weiß nicht, welchen Platz ich wählen soll. Also lasse ich mich auf einen Sitz weiter vorn fallen und Cullen lässt sich neben mir nieder. Ich schnalle mich an und atme aus. Und als unsere Blicke sich begegnen, fühle ich mich ein wenig schwummerig. Er trägt dunkle Jeans und so wie er da sitzt, spannt sich der Stoff über den Muskeln seiner Oberschenkel. Seine Beule im Schritt ist eine Spur zu groß und zu offensichtlich. Ich reiße den Blick hoch, in der Absicht wegzuschauen, bleibe aber an seinen Bauchmuskeln hängen, die sich sichtbar unter seinem schwarzen, langärmlichen Shirt abzeichnen. Er ist immer noch ganz in Schwarz gekleidet. Alles an ihm dunkel und verführerisch und ganz anders als das, woran ich gewöhnt bin. Emmett war blond und er war ein Koch, der Essen und Experimente liebte. Dieser Mann dagegen? Er scheint das genaue Gegenteil zu sein. Düster wie der Teufel. Und etwas an seinem sichtlichen Verlangen nach Kontrolle bringt mich auf die Idee, dass er in allem sehr diszipliniert ist. Selbst, so verrückt das klingt, beim Glücksspiel. Hübsch, sage ich und mache eine Geste auf das Flugzeug. Ich mag hübsche Dinge. Sein Blick wandert über mich hinweg. Ich schaue weg und versuche, wieder Luft zu bekommen. Und es scheint, dass er sich sehr gut darauf versteht, mir das schwer zu machen. Wie oft hast du dieses Flugzeug schon verloren? Dieses Spezielle? Er legt nachdenklich den Kopf schief. Kein einziges Mal. Einige andere wie dieses? Seine Augen werden schmaler. Ungefähr sechs Mal. Was tust du, wenn du eines verlierst? Mit kommerziellen Fluglinien fliegen? Ich leihe mir Geld und gewinne ein anderes Flugzeug. Ein besseres. Machst du das auch so, wenn du eine Frau verlierst? Natürlich. Er antwortet in demselben spöttischen Ton, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er bedeutet, dass er mir zustimmt oder nicht. Dann beugt er sich vor. Sein Blick, mit dem er mich einbringlich ansieht, ist unergründlich. Tust du das nicht auch gerade? Schweigen. Mein Herz klopft ein wenig schneller, als Cullen die Hand hebt und mir eine Haarsträhne hinters Ohr streicht. Die Haut, die er mit den Fingerspitzen streift, brennt. Vielleicht, sage ich. Wir heben in zwei Minuten ab, Mr. Carmichael, verkündet der Co-Pilot. Gut, antwortet Cullen, ohne den Blick von mir abzuwenden. Ich sehe ihm in die Augen und frage mich, was los ist. Er ärgert und erregt mich gleichzeitig. Und das ist neu für mich. Also, wie hast du mit dem Spielen angefangen? Schweigen. Heikles Thema? Eigentlich nicht. Ich ziehe es nur vor, über dich zu sprechen. Er lehnt sich zurück. Kunst? Ich bin damit aufgewachsen. Ich fühle mich dazu hingezogen. Du magst hübsche Dinge? Ich mag Schönes. Dann musst du ja sehr glücklich mit dir sein. Hm? Lächelnd begreife ich, was er meint. Ich erröte. Du bist charmant. Man könnte sagen, dass ich ehrlich bin. Es ist schwer, nach vier Jahren Beziehung und dann Trennung ein Kompliment anzunehmen. Du solltest es besser lernen. Es gefällt mir nicht, wenn meine Komplimente auf taube Ohren stoßen. Ich bin nicht taub, ich habe nur Gründe, einem Mann mit dem Spitznamen Playboy nicht zu glauben. Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Aber du benutzt ihn. Ich habe noch andere. Ich zucke die Achseln, als wäre ich nicht wahnsinnig neugierig, darauf sie zu erfahren. Schön für dich. Reden wir darüber. Ich rede lieber über dich und das Glücksspiel als über mich. Du vermeidest es, mir etwas von dir zu erzählen. Das ist in Ordnung, Rotschopf, ich bin geduldig. Das macht mich zu einem guten Spieler. Ich weiß immer, wann ich mitgehen und wann ich mit höheren Einsätzen die Spannung steigern muss. Oha. Und verdammt nochmal. Ich lächle nervös und wende den Blick ab. Er ist still. Ich frage mich, was er gerade denkt. Was denkst du gerade? Flüstere ich. Ich denke an unsere kleine Wette und dass dies die erste Wette ist, die ich je abgeschlossen habe und vielleicht absichtlich verlieren werde. Er sieht mich an. Du bist schamlos. Und doch habe ich genau das Gleiche gedacht. Daran, seine Lippen zu spüren, auf meinen. Das Schweigen zieht sich in die Länge. Er streckt die Hand aus und streichelt mit dem Daumen mein Gesicht. Ich lehne mich der Berührung entgegen. Es gefällt mir und es überrascht mich, wie sehr es mir gefällt. Ich will nicht daran denken, wie er mich auf der Hochzeit geküsst hat. Aber ich tue es. Meine Geschmacksknospen kribbeln bei der Erinnerung daran. Was trägst du unter diesem rosa Kleid? fragt er. In mir beginnt ein Sturm zu toben. Rate! Warum sollte ich raten, wenn ich es einfach wissen kann? Meine Lippen teilen sich vor Schreck und plötzlich bin ich voller nervöser Erwartung, als Cullen die Hand unter mein Kleid schiebt und den Rand meines Lips streichelt. Seine Augen werden dunkel, als er die Hand hinabwandern lässt und ich fühle mich nackt, entblößt. Als er sie tiefer schiebt, tanzen seine Finger nach unten und entfachen ein skandalöses Fieber in mir. Spitze, flüstert er und seine silbernen Augen werden heiß und halten meinen Blick. Seine Berührung federzart und forschend. Sehr dünn, ein Stringtanger. Du planst definitiv heute Nacht flachgelegt zu werden. Er bewegt kaum merklich die Hand und berührt jetzt die empfindlichste Stelle. Feucht, du wirst heute Nacht definitiv flachgelegt. Ach ja? spotte ich in der Hoffnung, meine Atemlosigkeit verbergen zu können. Ich würde darauf wetten. Mein Lächeln erstirbt, weil ich weiß, wie ernst dieser Mann das Wetten nimmt. Dies ist wirklich nicht Teil des Spiels. Dies ist das Spiel. Nein, Cullen, ich schüttle den Kopf und versuche, mich zusammenzureißen. Welchen Sinn hat es, um Oralsex zu wetten, wenn wir bereits jede Nacht miteinander schlafen? Miteinander schlafen ist nicht oral. Er zieht die Hand zurück, leckt sich den Finger ab und saugt an ihm. Er zieht ihn mit einem leisen Ploppen aus dem Mund, sagt hm und lehnt sich wieder auf seinen Sitz zurück. Ich presse die Schenkel zusammen und frage mich, wie viele Frauen es schon in seinen Mile High Club geschafft haben. High Roller Als wir ankommen, bin ich aus dem Gleichgewicht und wirklich sehr verwirrt, was Cullen Carmichael betrifft. Manchmal ist er grüblerisch und still, manchmal offen und entschlossen und so viele Stunden allein in einem Flugzeug neben einer Naturgewalt wie ihm zu verbringen, ist irgendwie anstrengend und doch bin ich kein bisschen müde. Statt müde zu sein, fühle ich mich ein wenig high. Vielleicht liegt es an Vegas. Ein uniformierter Chauffeur begrüßt uns, als wir am Flughafen aus dem Flieger steigen und ganz in der Nähe erstreckt sich stolz der Las Vegas Strip. Mr. Carmichael, sagt der Chauffeur. Oliver, das ist Miss Watson, sie wird die Woche mit mir verbringen. Ist mir ein Vergnügen, Miss Watson, begrüßt der Chauffeur mich und öffnet uns die hintere Tür eines glänzenden schwarzen Audis. Sobald er unser Gepäck im Kofferraum verstaut hat und Cullen sich neben mich auf die Rückbank gesetzt hat, fahren wir los. Es ist kurz vor Mittag und ich verschlinge den Strip aufgeregt mit Blicken. Wow, die Stadt ist wirklich einnehmend und noch dazu so nah beim Flughafen. Wir sind in der Wüste, sagt Cullen, der einige Nachrichten auf seinem Telefon durchliest und sich nicht die Mühe macht, aufzuschauen. Es wäre unnötig, die Leute erst durch die halbe Wüste fahren zu lassen, um hier wegzukommen. Wohin fahren wir, Sir, nach Hause oder ins Hotel? Er steckt sein Handy weg. Ich werde viel spielen. Ich will, dass sie aufs Zimmer hochgehen kann, um sich auszuruhen, wann immer sie eine Pause braucht. Ist Ihnen das Glück wieder heult, Mr. Carmichael? Nach dem letzten Monat habe ich nicht gedacht. Sehr heult, Oliver. Unterbricht er seinen Chauffeur. Fahren Sie mich also in die Schlacht, fügt Cullen an Oliver Gewand hinzu. Er sieht mich dabei mit seinen verwirrenden Platinaugen an und obwohl der Chauffeur ihn im Rückspiegel anlächelt, ignoriert Cullen ihn und betrachtet mich so eindringlich, dass mir überall heiß wird. Wir werden zum Hotel gefahren und als Cullen aus dem Wagen schlüpft und mir die Tür öffnet, bin ich ganz aufgeregt darüber, wie schön und luxuriös die Lobby aussieht. Ich schaue mich kurz um und ertappe ihn dabei, wie er von hinten hungrig auf meine Beine starrt. Du hast doch wohl nicht gerade meine Beine unter die Lupe genommen, als ich aus dem Wagen gestiegen bin? Deine Beine sind dazu bestimmt, gesehen zu werden. Er zeigt mit zwei Fingern auf seine Augen. Dann gehen wir hinein. Ein attraktiver Mann in den Dreißigern, der ein Polohemd und Kaki-Hosen trägt, begrüßt uns. Cullen, schön dich zu sehen. Sie schütteln sich die Hände, klopfen sich gegenseitig auf den Rücken, wirken wie alte Freunde. Für eine Minute denke ich, dass sie es sind, bis Cullen fragt, habe ich noch Zeit, aufs Zimmer zu gehen? Ja. Der andere Mann mustert mich. Mike, das ist Wyn. Cullen kneift argwöhnisch die Augen zusammen, dann fügt er hinzu, sie gehört mir. Als müsste er seinen Besitzanspruch klarstellen, sorgt dafür, dass es ihr an nichts fehlt. Mike holt eine schwarz-silberne Karte hervor. Die habe ich für sie anfertigen lassen, Miss. Wyn, nennen sie mich Wyn. Cullen verzieht das Gesicht, als wäre ihm etwas weniger Zwangloses lieber gewesen. Mike ist für die Spieler zuständig. Wenn du irgendetwas brauchst, frag nach ihm. Tag und Nacht, fügt Mike hinzu. Nun, wenn das nicht hilfreich ist. Was immer sie will, diesmal ist Cullen energischer. Verstanden. Mike ist ernst und ich bin erheitert. Ein Hotelpage kommt zu uns. Mr. Carmichael, ich habe Ihren Fahrradrossen gesehen. Ich werde mich um Ihr Gepäck kümmern. Danke, sagt er und drückt dem Mann einen zusammengerollten Geldschein in die Hand. Er und Mike sprechen über ein bevorstehendes Turnier. Dann wenden wir uns zum Gehen. Was immer du willst, sagt Cullen. Essen, Friseurtermine, einfach alles. Benutze dafür die Karte. Ich habe mein eigenes Geld. Dein Geld ist hier nichts wert. Er wirkt gekränkt, aber dann werden seine Züge weicher. Man schuldet mir noch eine Menge Coms, bitte benutze sie. Was sind Coms? Freipunkte als Gegenleistung für Spielerloyalität. Ah. So schafft es ein Spieler also, dass ihm der Strom nicht abgedreht wird. Wenn er sein ganzes Geld verloren hat, erbarmt sich das Casino und schickt der Ehefrau zu Hause einen Scheck, ausgestellt auf den Stromanbieter. Ha. Er lacht nicht. Es ist eher ein Prozentsatz der Gewinne, die man macht. Den kann man hier für Zimmer, Einkäufe, Massagen benutzen. Was immer du willst. Gut zu wissen. Ich lasse einen Moment verstreichen. Wenn du mich ärgerst, werde ich bei der Rezeption anrufen und mir ein eigenes Zimmer geben lassen. Das wird nicht passieren, Rothschopf. Und wenn doch, sage ich und beäuge ein Schaufenster auf der rechten Seite auf dem Weg zu den Aufzügen. Weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Ich bin kurz abgelenkt, da ich ein dünnes weißes Kleid im Schaufenster einer Boutique beäuge. Ich frage mich, wie viele Koms ihn dieses Kleid kosten würde. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sagt er, keine Sorge, du wirst nicht einmal in die Nähe der Summe kommen, die dir zur Verfügung steht. Bevor die Aufzugtüren sich schließen, holt Mike uns ein und reicht uns zwei Tickets. Ich hab ganz vergessen, dir die zu geben. Danke, Mike. Er winkt mit den Tickets, als die Türen sich schließen. Gott, dieser Mann. Er ist cool, ohne sich Mühe geben zu müssen und durch und durch sexy. Die umschwärmen dich alle ganz schön, bemerke ich, als Cullen mir die Tickets in die Hand drückt. Mike bekommt Prozente von meinen Spielen. Er zuckt die Achseln, als wäre das nicht weiter wichtig. Er macht mir das Leben leicht, das ist alles. Außerdem gebe ich gute Trinkgelder. Der Aufzug ist leer und wir fahren schweigend nach oben und beobachten, wie die Zahlen immer höher werden. Ich weiß nicht, warum das Schweigen zwischen uns langsam peinlich wird. Dieser Mann ist wirklich schwer zu durchschauen und wirklich anziehend. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, bis ich seine Hand auf dem Rücken spüre. Bei der Berührung hebe ich den Kopf und stelle fest, dass er mich anschaut. Er beugt sich plötzlich vor und küsst mich auf die Lippen. Ich habe es nicht kommen sehen. Er ist so groß, dass ich mich auf die Zehenspitzen stellen muss, um seinem Mund entgegenzukommen, aber das scheint ihn nicht im Mindesten zu stören. Es ist ein flüchtiger, hingehauchter Kuss. Aber ich ziehe mich zurück, weil mein Magen sich vor Aufregung verkrampft und ich sicher sein will, dass ich einen klaren Kopf behalte, wenn ich in der Nähe dieses Mannes bin. Ich lasse mich wieder auf die Fersen sinken. Können wir gehen? Ich ziehe meinen Vorteil aus dem Moment. Wohin? Er starrt auf meinen Mund, als wollte er noch einen leidenschaftlichen Kuss folgen lassen, doch dann zieht er sich zurück und hält meinen Blick mit seinem Gefangenen. Ich schiebe die Tickets zwischen unsere Gesichter. Ich kenne diese Bands. Dann werden wir hingehen. Ja! Er schaut lächelnd auf mich. Plötzlich brauche ich wieder diesen Kuss, den, den ich unterbrochen habe, aus Angst davor, ihn zu sehr zu wollen. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, gerade als Cullen näher rückt, um seinerseits diesen Kuss einzufordern. Er beginnt langsam, geht zu einem heißeren, sengenderen Kuss über, der mit jedem spielerischen Beißen und Lecken intensiver wird. Meine Hände sind plötzlich in seinem Haar. Seine Hände liegen auf meiner Talie. Die Welt gerät in Schieflage und ich kann nicht umhin, seinen Kuss zu genießen. Ich weiß nicht, warum ich so darauf reagiere, außer, weil er gut schmeckt und es sich wirklich so anfühlt, als wären wir hier in Vegas in einer Seitenblase. Als könnte ich damit durchkommen, Kallen zu küssen, gleich hier, gleich jetzt und dann alles hier zu lassen, in diesem Aufzug, in diesem Hotel und in dieser Stadt, mitsamt jeder Reue, die ich vielleicht noch spüren werde. Du hast mich also einfach geküsst, weil du es wolltest. Ich bin atemlos. Sehr gut. Du bist scharfsichtig. Intuitiv. Mir wird klar, dass er mich mit seiner leisen, schrecklich grollenden Stimme aufzieht und ich wünschte, er würde mich anlächeln. Er nimmt meine Hand und streichelt die Handfläche mit den Daumen, während er mich zu seiner Suite führt. Es knistert, wo er mich berührt und ich entziehe ihm nervös meine Hand, als er mich in die größte, spektakulärste Penthouse Suite mit zwei Schlafzimmern führt, die ich je gesehen habe. Nicht, dass ich jemals persönlich eine gesehen hätte, nur in Filmen. Es gibt einen Küchenbereich und Fenster vom Boden bis zur Decke, ein Wohnzimmer, einen Billardtisch, goldene Kronleuchter, einen braun-beige gemusterten Teppich, dunkles Holz, italienisches Leder. Wunderschön. Ich könnte hier einziehen. Jetzt erkenne ich den Reiz an all dem, will das aber nicht zugeben. Da ich an unsere Wette denke, richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Kunstwerke an den Wänden. Sie sind teuer. Ich erkenne das an den nummerierten Drucken und den Signaturen. Maler mit nicht entzifferbaren und kunstvollen Unterschriften sind oft die Künstler, die man im Auge behalten muss. Es ist, als wüssten sie von dem Moment an, in dem sie ihr erstes Werk malen, dass sie etwas Großem auf der Spur sind, etwas, das ihr Werk von allen anderen abheben wird. Ich wünschte, Cullen würde Kunst so sehr lieben wie ich. Vielleicht könnte ich ihn von den Tischen weg in eine örtliche Galerie zerren. Wow, ich könnte hier le... Ich wirble herum und pralle gegen seine massive, warme Brust und er senkt den Kopf und küsst mir die Worte direkt von den Lippen. Küsst mich dumm und busslich, küsst mich, bis meine Zehen kribbeln, küsst mich, bis mein Gehirn leer ist, küsst mich, bis mein Herz verrückt spielt. Schließlich lehnt er sich zurück und sieht mir in die Augen und mein Mund brennt von seinem. Langsam knöpft er mein Shirtkleid auf und mit jedem Knopf schaut er mir weiter in die Augen, um meine Reaktion zu beobachten. Nur die Obersten, krächze ich. Ich weiß nicht, warum ich denke, dass es mich schützen würde, irgendeine Art von Barriere zwischen uns aufrecht zu erhalten, damit ich zumindest gefühlsmäßig davor bewahrt werde, mich zu sehr auf ihn einzulassen. Aber so ist es. Ich fühle mich sicher genug, solange nur meine Brüste entblößt sind. Sicher genug, um mich zu recken und ihn zu küssen, während er meine Brüste liebkost. Seine Hand passt genau über meine Brust und ich bin überrascht, wie sanft er sie berührt. Wie langsam und sinnlich die Kuppe seines Daumens sich anfühlt, als er sie um meine Brustwarze kreisen lässt und dann dort verweilt. Er streichelt meine Brustwarze, bis sie die härteste, schmerzhafteste kleine Knospe überhaupt ist und die ganze Zeit übertanzen unsere Zungen miteinander. Er schmeckt nach Kaugummi und seine Körperwärme fühlt sich köstlich an. Wir sollten wahrscheinlich nur Freunde sein, sage ich plötzlich und bremse seine Hand mit meiner. Willst du das? Ich glaube, wir beide brauchen das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir dazu stimme. Du denkst im Moment mit dem Schwanz. Dich das Wort Schwanz sagen zu hören, macht die Sache für mich nicht im geringsten besser. Ich spüre, wie eine Röte von der Farbe meines Haares über mein Gesicht kriecht. Kallen. Er mustert mich einen Moment lang mit einer nie dagewesenen Wärme in seinen Augen und beobachtet, wie ich nervös an meinem Haar herumfingere. Denk darüber nach. In der Zwischenzeit sollten wir dir dieses schwarze Kleid anziehen. Hast du es eingepackt? fragt er. Ich habe noch ein anderes, das ziemlich toll ist. Nein, das schwarze Kleid. Er wirft meinen Koffer auf den Esstisch und zieht den Reißverschluss auf. Was machst du da? Er fischt das schwarze Kleid heraus, in dem er mich kennengelernt hat. Dann kommt er damit zu mir. Er sieht mir eindringlich in die Augen. Ich mache dich fertig zum Ausgehen. Ich fühle mich benommen und ein wenig wie hypnotisiert, als er wieder so dicht vor mir steht. Ich spüre seine Finger, mit denen er den Rest der Knöpfe meines rosafarbenen Kleides öffnet. Schnell knöpft er jeden Einzelnen auf, bis das Kleid zu Boden fällt. Ich stehe da und werde von dem verdammten Kallen Carmichael ausgezogen. Das schwarze Kleid ist aus elastischer Baumwolle, ich kann also einfach den Kopf hineinstecken und Arme, sagt er. Ich hebe sie sofort hoch und lasse sie in die Ärmel gleiten, dann zwänge ich den Kopf durch den Ausschnitt. Er zieht das Kleid herunter, bis es mir zu den Knien fällt. Als nächstes holt er meine Schuhe hervor, löst meine Sandalen, zieht sie mir aus. Er nimmt einen meiner nackten Füße in die Hände. Ich spüre, dass er meine Zehen studiert und mit dem Daumen die Wölbung meines Fußes liebkost. Schluckend und atemlos beobachte ich, wie er mir meine High Heels anzieht, einen Schuh nach dem anderen. Er kleidet mich systematisch an, beinahe wie bei einem Ritual. Dann geht er zurück zu meinem Koffer und öffnet meine Schmuckrolle. Ah. Unter den sechs Paaren findet er die richtigen Ohrringe und bringt sie mir. Er schiebt mir das Haar zurück und hängt einen Ohrring an, dann den anderen. Ich kann nicht sagen, dass es keine Wirkung auf mich hat, ihn dabei zu beobachten, wie systematisch er arbeitet, mir ganz konzentriert jeden Gegenstand überstreift. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass es etwas Alltägliches oder Normales ist, denn kein Mann in meinem ganzen Leben hat mich je angezogen oder mich auf diese Weise ausgezogen. Mit solch sanften, aber geschäftsmäßigen Händen, mit solch präziser Expertise. Ich bin außerdem noch nie so angesehen worden, wie er mich mit seinen glänzenden Augen verschlingt. Er geht um mich herum. Einmal. Zweimal. Kratzt sich mit dem Daumen übers Kinn, als wollte er sich davon überzeugen, dass ich wirklich diese Frau bin. Diese Frau, die er bei dem geheimen Pokerspiel kennengelernt hat. Fehlt auch nichts. Er zieht nachdenklich eine Braue hoch. Nein. Du bist sehr gründlich gewesen. Ich lache beinahe, weil er so ernst wirkt. Gut. Mein Lächeln erstirbt, als er zu seinem eigenen Koffer geht und ein schwarzes Hemd herausnimmt. Es erstirbt, weil er das eine Hemd auszieht und in das andere hineinschlüpft. Und ich wünschte wirklich, er hätte sich nicht vor mir umgezogen. Aber okay. Atme tief durch, Win. Er ist großartig. Na und? Das hast du gewusst? Ich habe nicht gewusst, dass seine Brust so definiert und muskulös ist, aber ich werde darüber hinwegkommen. Schnell knöpft er sich das Hemd zu, fährt sich mit einer Hand durchs Haar und geht dann zu dem Safe in seinem Zimmer. Ich höre Tasten klicken, höre ihn Anweisungen über sein Telefon geben und als Cullen wieder da ist, wirkt er bereit, Geschäfte zu machen. Knallharte Geschäfte. Spielen wir? Adrenalin schießt mir bei der Aussicht darauf durch die Adern. Wir spielen. Er lacht nicht, sondern geht um mich herum, inspiziert mich noch ein weiteres Mal und streicht sich übers Kinn. Dann bleibt er hinter mir stehen und schiebt mir das Haar über eine Schulter, atmet meinen Duft ein und streicht über meinen Nacken. Perfekt, sagt er. Ich bin noch nie von einem Mann angezogen worden. Nur ausgezogen. Für mich ist das auch eine Premiere, eine Frau anzuziehen. Er schiebt mir das Haar wieder nach hinten auf den Rücken und geht um mich herum, um vor mir stehen zu bleiben. Du machst das ziemlich gekonnt. Es ist nicht groß anders, als eine Frau auszuziehen. Er beäugt mich noch ein letztes Mal, dann greift er nach meiner Hand. Lass uns gehen, ich habe das Gefühl, dass ich heute Abend sehr, sehr großes Glück haben werde. Wir fahren mit dem Aufzug ins Casino hinunter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er hat mich gerade fast vollständig ausgezogen. Hat das was mit ihm gemacht? Ich betrachte ihn im Aufzug und er sieht cool und gelassen aus. Mit einer Hand in der Hosentasche beobachtet er, wie die Zahlen für die Stockwerke kleiner werden. Wie enttäuschend. Ich frage mich, ob wir weiter darüber sprechen sollten, über diese Freunde-Sache. Ich sende vielleicht seltsame Signale aus und er soll nicht denken, dass ich ihn an der Nase herumführe. Ich weiß nicht, warum es mir so wichtig ist, was er von mir hält. Aber es ist so. Hast du irgendwelche Fragen zu? Jede Menge, aber ich weiß, wann ich Fragen und wann ich dich von allein erzählen lassen muss. Er sieht mich nicht an, als er spricht, sondern beobachtet nur, wie die Zahlen weiterhin kleiner werden. Die Aufzugtür öffnet sich im Casino-Stockwerk und ich stoße einen zittrigen Atemzug aus. Puh, dann ist ja alles geklärt zwischen uns. Wir sind Freunde. Ich steige aus und er hält mich am Handgelenk fest. Sein Griff ist warm und stark und er zieht mich zu sich herum. Aber du wirst mir mehr erzählen, sagt er. Sein Ton ist leise, doch befehlend. Vielleicht sogar ein wenig arrogant, aber die Wahrheit ist, ich will ihm von mir erzählen. Er sollte Bescheid wissen, denn mir wird von Sekunde zu Sekunde klarer, dass ich ihn verzweifelt begehre. Und es ist wichtig, dass er Bescheid weiß. Obwohl er mich mit den heißesten Augen ansieht, mit denen ein Mann mich je angesehen hat, könnten die Dinge sich ändern. Was ich ihm erzähle, könnte die Dinge ändern. Im Casino herrscht lebendige Betriebsamkeit. Man kann leicht den Reiz erkennen. Die Luft ist kühl und wie aufgeladen und pulsiert von Energie und Aufregung. Bunte Lichter, Musik und Glöckchen, Kreischen und Gelächter. Als wir an den Spieltischen vorbeigehen, höre ich jemanden sagen, da kommt er. Ich suche das Casino ab, weil ich halb erwarte, Paparazzi und einen Rockstar mit seinem Gefolge zu sehen. Würfeltisch, erklärt mir Cullen, der anscheinend meine Gedanken liest. Sieht nach Spaß aus, stimmt's? Er beugt sich zu meinem Ohr und knabbert ein wenig daran. Das liegt daran, dass es Spaß macht. Ein gut aussehender Coupier in einem weißen Hemd und einer eleganten königsblauen Weste wirbelt einen langen Stock wie einen Baton herum. Cullen, Alter, schön dich zu sehen. Gleichfalls, Leroy. Er wirft einen Blick in meine Richtung. Kümmere dich um mein Mädchen, wenn sie an deinem Tisch ist. Leroy wirkt verblüfft, er holt sich aber schnell genug, um zu sagen, schick sie mir nur. Wenn die Hölle zufriert, sagt Cullen zu mir, sobald wir uns einige Schritte von Leroys Tisch entfernt haben. Ich lache. Seine untypische Begeisterung hier im Casino amüsiert mich, ebenso sein entzückendes, besitzergreifendes Verhalten. Es ist liebenswert und so überaus sexy. Ich spüre ein Ziehen in meinem Bauch und frage mich, was sonst noch seine Leidenschaft weckt. Ich stehe im Begriff, es herauszufinden. Wir gehen durch den Hauptpokerraum zu einer Tür mit schwarzer Schrift darauf. Er steckt seine Schlüsselkarte in das Lesegerät. Goldene Doppeltüren mit facettiertem Glas geben den Blick in die VIP-Suite frei. Er streckt den Arm aus. Nach dir. In dem Raum stehen fünf Tische und an zweien davon sitzen Spieler. Es ist ein Highroller-Pokerspiel mit bevorstehendem Turnier. Das geforderte Startkapital ist Torrent. Ein Angestellter erklärt Cullen die Einzelheiten, aber er ist abgelenkt. Er beobachtet mich. Als würde er von mir erwarten, dass ich etwas sage. Aber ich bin sprachlos. Dieses Leben ist beeindruckend und er hat noch nicht einmal angefangen zu spielen. Er ist ein ziemlich beliebter Bursche. Wortlos nimmt er meine Hand und zieht mich näher an einen Tisch heran. Eine Gruppe junger Männer bemerkt uns, von denen einer einen Cowboy-Hut trägt, die anderen tragen Jeans. Sie starren Cullen an, als wäre er von den Toten auferstanden. Einer stößt einen Pfiff aus. Playboy ist wieder da. Cullen lässt meine Hand los, um sie alle zu begrüßen. Ich habe nicht erwartet, dich sobald wiederzusehen. Machst du deine Verluste aus Atlanta oder Chicago wett? Ich wette auf Albany, sagt jemand und wirft einen schwarzen Chip nach dem ersten Mann, der gesprochen hat. Der Spieler nickt die Wette ab, betrachtet Cullen und sieht an den anderen Glücksspieler an. Die Wette gilt, ich sage Chicago. Du hast gewonnen. Jetzt mach dich bereit zu verlieren, antwortet Cullen ihm schlicht und ohne ein Lächeln, das andeutet, er scherzt. Die vier Männer lachen, doch ihr Gelächter ist so fröhlich, als wäre es ihre Beerdigung. Tatsächlich wirkt einer von ihnen verdammt besorgt und beißt so fest die Zähne zusammen, dass es einen Besuch beim Zahnarzt rechtfertigen würde. Du hast sie uns nicht vorgestellt, sagt einer der Männer und deutet mit dem Kopf in meine Richtung. Als wollte er, dass sie aufhörten, mich anzuschauen, zieht Cullen mich zu einer Gruppe von Stühlen neben den Tischen. Ist das nicht unhöflich von dir, mich nicht vorzustellen? frage ich. Unhöflich wäre es, wenn sie mir meine Glückssträhne vermasseln würden. Mir wird klar, dass er nicht der Typ Mann ist, der sich auf spielerische Sticheleien einlässt, wenn er es gerade nicht will. Und ich lächle bewundernd. Glaubst du wirklich, du hast eine Glückssträhne? frage ich. Zweifelst du daran? Er lässt den Blick zu dem Tablett mit Chips wandern, das man von der Casinokasse herbeigeholt hat. Er quittiert den Empfang und die Chips werden vor ihn hingelegt. Viel Glück, sagt der Kreditmanager. Wow. Okay. Ich muss mich setzen, antworte ich Cullen, als er seine Aufmerksamkeit wieder auf mich richtet. Er beobachtet mich mit einem anerkennenden Leuchten in den Augen, wie ich mich auf den Stuhl setze. Lass es uns tun. Er beugt sich vor und küsst mich auf den Mund. Cullen? Wir haben gesagt, dass wir vielleicht scht, sei ein braves Mädchen und schau zu. Er greift in mein Haar, um meinen Blick zu sich zu dirigieren. Und mit zuschauen meine ich, dass du mir zuschauen sollst. Spiel nicht mit deinem Haar. Oh, richtig, necke ich ihn, weil das so heiß ist. Verdammt heiß. Er sagt die Worte langsam und mit belegter Stimme, als hätten sie sich in seiner Kehle verfangen. Er lässt mich los, geht an den Tisch, um seinen Platz einzunehmen und krempelt die Ärmel seines Hemdes bis zu den Ellbogen hoch. Ich beobachte ihn stumm und versuche, nicht zu zappeln oder aus dem Raum geworfen zu werden. Ich wünschte, es wären noch andere Zuschauer hier, die ich beobachten und an denen ich mehr ein Beispiel nehmen könnte. Vielleicht die Freundin eines anderen Spielers. Oh, daran wollte ich doch gar nicht denken. Mist. Ich stecke tief drin und bin dabei zu ertrinken. Cullen ist eine neue Art von Gefahr. Ein Abgrund an Unsicherheit, der verspricht mich wach und lebendig zu machen. Ich bin sowas von geliefert. Sein Gesicht ist umschattet, halb im Dunkeln, halb im Licht. Und ich schaue einfach wie gebannt zu, während er spielt. Er beißt nicht die Zähne zusammen, zuckt mit keinem Finger, tut nichts, was sein Blatt preisgeben würde. Ich habe noch nie im Leben jemanden gesehen, der so undurchschaubar ist. Nur wenn er aufsieht, tritt ein kleiner, besitzergreifender Glanz in seine Augen. Aber die Regung ist so flüchtig, dass ich mich, wenn sie fort ist, frage, ob ich sie mir nur eingebildet habe. Amüsiert verdrehe ich die Augen über mich selbst. Wirklich. Winn. Wir müssen dir die Männer abgewöhnen. Wenn du was von ihm willst, dann sieh zu, dass es bloß Sex ist. Aber ich fange an, ihn zu mögen, was die Dinge verkomplizieren kann. Er ist facettenreicher als die Männer, an die ich gewöhnt bin. Was bedeutet, dass ich, wenn ich seine Schichten nach und nach abschäle, überrascht von dem sein werde, was ich vorfinde. Mein Herz ist außer Betrieb. Was eine gute Sache ist. Falls es so bleibt. Ich bin hier, weil ich hier sein will. Cullen war überzeugend, klar. Aber ich habe den Entschluss getroffen, meine Wohnung abzuschließen, aus meinem Leben hinaus zu schlüpfen und mit einem Mann, der weiß, wie er bekommt, was er will, in ein Privatflugzeug zu steigen. Er will mich. Und ich schaudere ein klein wenig. Denn ich will ihn auch. Trotzdem, es wäre vielleicht besser zu versuchen, von all dem loszukommen und mich auf die Wette zu konzentrieren. Vin, du hast eine nette Wette laufen und du kannst ihm einen blasen, wenn er gewinnt. Oder wenn du gewinnst. Yep. Soweit ich es erkennen kann, ist es eine Win-Win-Situation. Mein Ego verlangt, dass ich gewinne, denn Glücksspiel ist nicht besser als Kunst. Es ist ein wenig absurd, dass er das behauptet hat. Doch bei ihm sieht es wie eine Kunst aus, als er aufsteht und seine Chips vorschiebt. Er richtet sich langsam auf, aber ich spüre, dass ich diese Bewegung kenne. Sie ist wohlberechnet, eine Geste, die dazu bestimmt ist, die anderen Spieler einzuschüchtern. Es funktioniert nicht. Auch ein weiterer Spieler geht all in. Ihm fehlen ein Dutzend oder mehr schwarze Chips, aber niemand weist darauf hin. Ich schätze, es gibt Regeln für diesen Fall, aber ich weiß nicht, wie sie lauten. Als mein Date knapp bei Kasse war, war ich der Einsatz. Dieser Spieler hat wohl keine Freundin, die er in den Pott werfen kann. Als würde er meine Gedanken lesen, zwinkert Cullen mir wissend und sexy zu. Und für eine köstliche Millisekunde tue ich so, als würde Cullen Carmichael ganz mir gehören. Er spielt drei Stunden lang und gewinnt ungefähr 230 Riesen. Er wirft mir zwei Zehntausend-Dollar-Chips zu, auf eine so spielerische Weise, dass meine Finger kribbeln, als ich einen Chip mit jeder Hand auffange. Dann führt er mich zum Aufzug. Während unserer Fahrt hinauf in unser Zimmer werfe ich ihm verstohlene Blicke zu, aber er trägt immer noch sein Pokerface. Ich frage mich, ob er mich wird ausziehen wollen. Will ich, dass er mir dieses Kleid auszieht? Wem mache ich etwas vor? Nach unserem gemeinsamen Tag würde ich für ihn strippen und es würde mir gefallen. So schnell, Win. Bleib stark. Der innere Dialog beginnt mich zu langweilen, als meine vernünftigere, gewissenhaftere Seite die Führung übernimmt. Als Cullen die Tür aufschließt, spüre ich seine Hand auf dem Rücken, als er mich hineinführt. Warum erscheint mir alles, was er tut, so schrecklich erotisch? Ich eile zur Seite, gehe direkt zur Bar und hole mir eine Wasserflasche aus dem kleinen Kühlschrank. Ich gehe ins Bett, verkünde ich und gebe meiner Stimme der Vernunft nach. Gute Nacht. Sein Handy summt. Ich höre ihn sagen, bleib dran und fluchen, als ich die Tür meines Schlafzimmers schließe. Ha! Geschafft! Ich wollte mich der Versuchung wirklich nicht aussetzen. Daher ist es das Beste, dass ich geflohen bin. Dies wird unsere Wette so viel lohnender machen. Beeindruckt von der Suite betrachte ich das riesige Doppelbett und die Lichter der Stadt, die draußen blinken. Ich dusche in dem riesigen marmornen Badezimmer. Dann lege ich mich in meinem Bademantel aufs Bett, mit einem Handtuch auf dem Kopf. Ich schaue auf die Uhr und mir wird klar, dass es in Chicago schon spät ist. Daher hole ich mein Laptop hervor und checke E-Mails, in denen es um die Ausstellungen der Galerie geht. Dann tue ich, wovon alle Galeristen die Finger lassen sollten. Ich durchsuche Hashtags, um festzustellen, ob irgendjemand die bevorstehende Ausstellung erwähnt. Ja. Und ich bin überglücklich, dass ich nachgeschaut habe. Sobald ich damit fertig bin, seufze ich und schaue auf die geschlossene Tür. Ich schlendere hinüber und ziehe sie einige Zentimeter weit auf, um hinaus zu spähen. Die Dusche neben seinem Schlafzimmer wird gerade abgedreht. Und Minuten später höre ich ihn draußen im Wohnzimmerbereich Billard spielen. Ich knote den Gürtel meines Bademantels enger um mich und trete durch die Tür. Er spürt, dass ich näher komme, zielt aber weiter auf die weiße Kugel. Klick. Er versenkt mit einem Stoß drei Kugeln in den Löchern, wechselt die Position und zielt. Das muss ich dir lassen, du steckst voller Überraschung. Ich habe dich nicht für jemanden gehalten, der wegläuft. Das... Bin ich auch nicht. Ich schaue auf seinen Rücken und verdrehe die Augen. Okay, vielleicht bin ich kurz weggelaufen. Jetzt bin ich hier. Er vollführt einen weiteren sauberen Stoß, dann stützt er das Kinn auf den Küh. Seine Augen sind dunkel und er mustert mich. Dieser Typ hat eine Gewinnerpräsenz, ein düsteres Selbstvertrauen. Ich weiß, dass er die Art Mann ist, die Erwartungen hat, aber er verrät mir nicht, worin sie bestehen. Er ist ein Mann mit einem ausgeprägten Sextrieb, der diese Energie zu seinem Vorteil zu nutzen weiß. Und ich verschlinge ihn mit den Augen. Was hältst du davon? Von Vegas? Oder von mir? Er vollführt einen weiteren Stoß. Verfehlt sein Ziel. Ich komme mit beiden, klar. Ich nehme die unausgesprochene Herausforderung an. Er starrt. Mir stockt der Atem, als er sich umdreht. Er strahlt eine ungestüme Kraft aus. Das ist nicht nur jetzt so. Wo immer er ist, wo immer wir hinkommen, ist er eine wandelnde Legende. Er betritt einen Raum und nimmt ihn in Besitz. Und ich weiß aus tiefster Seele, dass er eine Frau auf die gleiche Weise nimmt. Sie nimmt, sie besitzt, sie zu der seinen Macht. Dieses Wissen sollte mich dazu veranlassen, wegzurennen. Stattdessen werde ich ihn in die Flucht schlagen. Ich weiß, wie ich es machen muss. Was ich gestehen muss. Vorsicht, Winn. Du willst ihn nicht ganz vertreiben, oder? Ich denke über die Konsequenzen nach, bevor ich leise sage, Emmett und ich haben einander unsere Liebe erklärt. Ich bin jahrelang mit ihm zusammen gewesen. Ich bin bei ihm eingezogen. Ich dachte sogar kurz, ich wäre schwanger, aber daraus wurde nichts. Ich gehe zum Sofa und setze mich, versuche zu entscheiden, wie viel ich ihm erzählen soll. Ich war enttäuscht, als ich die Nachricht erhielt. Das ist eine Untertreibung. Er wusste, wie sehr ich mir gewünscht habe, Mutter zu werden, aber der falsche Alarm war nicht das Schlimmste. Das Herzzerreißende war, er war erleichtert, als er herausfand, dass es nur ein falscher Alarm war. Ich nicke und die Traurigkeit droht von Neuem, mich zu vernichten. Nicht nur wegen der Art, wie Emmett auf die Nachricht reagiert hat. Das war eine Kleinigkeit. Vernichtend war, was dann kam. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er den nächsten Schritt tut. Aber er wurde immer distanzierter. Wir haben uns getrennt. Ich konnte nicht glauben, dass alles zwischen uns eine Lüge gewesen sein sollte. Aber das war es. Wir kamen noch einmal zusammen und eine Zeit lang schien er sich Mühe zu geben. Ich schüttle den Kopf. Aber es hatte keinen Sinn. Ich habe mich so sehr bemüht. Ich habe versucht, ihm warme Mahlzeiten vorzusetzen, schön auszusehen, gut gelaunt zu sein. Ich habe es mir nicht einmal anmerken lassen, wenn ich müde war. Unsere Beziehung hing am seidenen Faden. Er legt den Kühl beiseite, verschränkt die Arme vor der Brust, zieht mich an. Seine Gefühle haben sich verändert. Also bin ich ausgezogen. Ich muss ihm von Emmett erzählen. Nicht, weil es mich oder den Punkt definiert, an dem ich jetzt im Leben stehe, oder weil ich mich daran erinnern will, dass ich mich mit so wenig zufrieden gegeben habe. Es ist mehr als das. Er hat gesagt, er könne diesen nächsten Schritt einfach nicht tun. Aber ich weiß, dass es an mir lag. Das tat es nicht. Klar tat es das. Nach dem Schwangerschaftsalarm haben die Dinge sich verändert. Ich war seltsamerweise enttäuscht, als mir klar wurde, dass ich nicht schwanger war. Ich bin fast so weit, fast bereit, mir die Adern aufzuschlitzen und den ganzen Raum vollzubluten. Und warum? Warum will ich diesem Mann, diesem sexy, präsenten und verfügbaren Mann etwas so Persönliches erzählen? Etwas so Reales? Er runzelt die Stirn. Das tut mir leid. Mir auch, flüstere ich, aber ich kämpfe noch gegen den Drang an, gerade genug zu sagen, ohne ihm alles zu erzählen. Etwas zu sagen wie, ich bin im Grunde mit einer eingebauten Empfängnisverhütung ausgestattet, was gar nicht so schlecht ist. Und ich kann adoptieren. Aber die Worte sitzen in mir gefangen, als ich versuche, mich nicht an den qualvollen Schmerz zu erinnern, den ich an dem Tag empfunden habe, an dem ich herausfand, dass ich niemals ein eigenes Kind haben würde. Ich würde kein kleines Mädchen mit meinem Haar haben, keinen kleinen Jungen mit Emmets lächeln. Er ist ein Idiot. Cullens Augen sind dunkel und er scheint mit sich zu ringen. Das ist alles, was ich über ihn sagen werde. Was dich betrifft. Du bist... Er hält inne, dann fügt er schroff hinzu. Du bist perfekt. Du brauchst ihn nicht. Tief im Innern schreie ich. Doch, ich brauche ihn. Als ledige Frau kann ich kein Kind adoptieren. Das ist doppelt so schwer. Er sieht mich nur an und ich wische mir die Tränen weg. Wie dem auch sei, das ist der Grund, warum ich denke, dass ich einen Freund brauche. Mehr als alles andere. Nur einen Freund. Und ich bin mir sicher, deinem Ruf nach zu urteilen, mangelt es dir nicht an Frauen, die dich in ihrem Bett haben wollen. Aber ich bezweifle, dass du viele Menschen um dich hast, die... Nun, das, was du darüber gesagt hast, dass sie dich mögen, weil du gute Trinkgelder gibst. Ich bin nicht aus diesem Grund hier. Nein, du bist hier, weil du mich hast wie die Pest. Auf das herabschaust, was ich tue. Und ich werde dich darüber aufklären, wie aufregend es sein kann. Bist du dabei? Ich finde es wunderbar, dass er mich aus meinem traurigen Zustand herausreißt und wieder die schönen Dinge in den Blickpunkt rückt. Ja. Zeig es mir. Komm her. Er ruckt lässig mit dem Kopf. Der verführerische Ruf lockt mich. Er ist einfach zu einladend, um ihn zu ignorieren. Daher folge ich ihm und mein Herz schlägt ein wenig schneller. Plötzlich sind seine Hände an meinem Hals. Er zieht mich an sich. Küss mich, stößt er heiser hervor. Unsere Lippen sind nur ein Wispern voneinander entfernt. Ich lege die Arme um seine breiten Schultern und küsse ihn, als könnte er mir davonlaufen. Ich will nicht, dass er geht. Ich will nicht weggeschickt werden. Er küsst mich bis zur Atemlosigkeit. Und dann küsst er mich wieder zurück ins Leben. Und es gefällt mir. Ich brauche es. Weil er mir das Gefühl gibt, begehrt zu sein. Und weil ich dieses Gefühle-Moment brauche. Das Zugehörigkeitsgefühl. Vor allem, nachdem ich ihm mein Herz ausgeschüttet habe. Sein Kuss gibt mir nicht das Gefühl, gekauft oder verkauft worden zu sein. Gewonnen oder verloren. Ich bin geerdet. In Sicherheit. Und ich fühle mich... Ich kann gar nicht darüber nachdenken. Es ist erschreckend, mich gedanklich in diesem Abgrund zu verlieren. Aber ich fühle mich langsam viel zu wohl. Als wäre ich zu Hause. Kallen? Kallen? flüstert er. Lass mir dies. Dich. Nein. Aber er ist schon mitten dabei. Seine Finger sind in meinem Haar. Seine Lippen streichen über meine Wange. Mein Ohr. Gewisperte Küsse. Schmeichelnde Zunge. Von allem zu viel. Zu früh. Und zu heiß. Ich reagiere und weiß nicht, wie ich damit aufhören soll. Wie kann ich dem Unwiderstehlichen widerstehen? Das Unersättliche sättigen. Dieser Mann ist ein Glücksspieler. Ein Mann, der um jeden Preis gewinnen will. Als ich mich endlich losreiße, bin ich atemlos. Ein richtiges Wrack. Wir lassen uns eine Minute Zeit, geben einander genug Raum. Haben wir ein Deal? Frage ich. Hm? Er streicht sich über die Lippen. Dass wir Freunde sind. Deal, bestätigt er heiser. Die Stimmung ist hin. Ich habe sie mit Absicht ruiniert. Aber when? In der nächsten Sekunde lächelt Kallen ein wölfisches Lächeln. Ich bin der Typ, der seine Freunde auf den Mund küsst. Nur so als Warnung. Ich finde, wir sollten wirklich, oh, das werden wir. Du hast mich nicht ausreden lassen. Du hast vergessen, was du sagen wolltest. Er legt meine Hand um den Nacken, reißt mich an sich und quält mich einmal mehr mit seinem leidenschaftlichen, heißen Mund. Er grinst, als würde er spielen. Ich winde mich, weil ich nicht spiele. Bevor ich davon schlüpfe, drückt er seine Lippen noch fester auf meine und küsst mich besonders leidenschaftlich mit dem gleichen Anflug von Kaugummi und Feuer und Zunge. Gute Nacht. Er lächelt und tätschelt mir den Hintern und ich drehe mich um und taumle zurück in mein Zimmer. Habe ich gerade den Spieler ausgetrickst oder er mich? In der Nacht wälze ich mich überwiegend im Bett herum. Wann immer ich die Augen schließe, taucht Cullen mit seinem kühlen Lächeln und gezügelten Temperament auf. Meine Handfläche brennt von den Pokerchips, die er mir gegeben hat. Meine Finger sehnen sich schmerzhaft danach, ihn zu berühren. Meine Atmung ist gequält, weil ich nicht genug bekommen kann. Ich bin feucht und so verdammt angetörnt. Er ist nicht bloß eine Fantasie oder ein Bild in meinem Kopf. Er ist real und er ist hier, im Zimmer gleich gegenüber. Ich bin so sehr in die Fantasie von ihm vertieft, ihn zu wollen, bei ihm zu schlafen, ihn zu vögeln, dass ich nicht in meinem Bett bleiben kann. Es ist vier Uhr morgens und wenn er schläft, werde ich mich vielleicht neben ihm zusammenrollen, seinen Arm über meine Taille ziehen und mich beruhigen. Einfach schlafen. Na klar, Wim. Mit seiner Tür im Visier tappe ich durch das Wohnzimmer, als ich das Klicken eines Schlosses höre. Ich drehe um und flitze zurück in meine Suite, gerade rechtzeitig, um meine Tür zu schließen und mein Ohr an die Wand zu drücken, in der Erwartung nur Schritte zu hören. Stattdessen höre ich ihn sagen, ich habe es an der Rezeption hinterlegt. Frag morgen früh nach Mike und er wird sich darum kümmern. Ich runzle konzentriert die Stirn. War Cullen bei einem privaten Pokerspiel? Hat er verloren? Warum hat er mich nicht gefragt, ob ich mitkommen will? Ich starre zur Decke im Po und gebe mich dem Aberglauben eines Glücksspielers hin. Er hätte seinen Glücksbringer mitnehmen sollen. Eis klimpert in seinem Glas, was auf seine wachsende Frustration hindeutet. Hör mal, Mom, ich bin müde. Ich will nicht respektlos sein, aber wenn du so besorgt um die Familie wärst, dann wärst du auf Cullens Hochzeit aufgetaucht, wenigstens um seine Braut kennenzulernen. Ich glaube, du würdest sie mögen. Mom? Er hat mit seiner Mom Poker gespielt? Schweigen. Wie gesagt, das Geld ist unten. Mike kümmert sich hier um meine Angelegenheiten und er wird dir das Geld liebend gern auszahlen, sobald er kommt. Um elf. Weiteres Schweigen. Weil es kein Notfall ist. Er klingt verärgert. Diesmal folgt ein längeres Schweigen. Ich glaube nicht, dass Cullen über ein Pokerspiel spricht. Ich rufe dich immer zurück, Mom. Einen Herzschlag später ist seine Stimme sanfter, als er hinzufügt, weil du meine Mutter bist. Ganz gleich, was du tust oder nicht tust, ich liebe dich. Jetzt zieh zu, dass du ein wenig Schlaf bekommst. Es wird sich schon alles regeln, aber nach drei Uhr morgens geschieht in Vegas nichts Gutes mehr. Darüber könnte man diskutieren, beschließe ich, und hoffe, dass ich eine Chance bekomme, ihm zu beweisen, dass er sich irrt. Eines Tages vielleicht. Aber nicht heute Nacht. Familienangelegenheiten sollten besser zwischen Mutter und Sohn bleiben. Außerdem habe ich die Horrorgeschichten über Cullen's Mom gehört. Obwohl ich ihn liebend gern trösten würde, wird er in dieser Nacht wahrscheinlich lieber allein schlafen. Rotschopf Einige Monate zuvor Wer ist der Rotschopf? Ich richte den Blick auf die Rothaarige, die in den Club kommt, damit mein Bruder weiß, wen ich meine. Callan folgt meiner Blickrichtung. Das ist Winn. Winn wer? Ich verschlinge sie mit den Augen und genieße bereits die Vorstellung, sie überall zu berühren. Einfach Winn und sie ist vergeben, Mann. Dann stehe ich auf, um zu gehen, denn ich muss einen Flieger erwischen, aber aus irgendeinem Grund hängt mein Blick an ihr fest, auch als ich meinem Bruder zum Abschied auf den Rücken klopfe. Gib mir Bescheid, falls sie frei wird. Erst als ich im Flugzeug sitze, stelle ich die Verbindung her. Winn wie Winn. Ich werfe ein paar Eiswürfel in ein Glas, ein Spritzer Whisky, ein Schuss Zitrone und der erste Schluck brennt in der Kehle. Wir sind kurz vor dem Start, als es mir dämmert. Ich hätte mich vorstellen sollen. Eine Frau, die so gewinnend aussieht, sollte mit einem Mann zusammen sein, der es liebt, genau das zu tun. Gewinnen. Sie braucht jemanden, der sie anbetet und ihr hübsche Sachen kauft. Jemanden, der es genießt, mit ihr anzugeben, wenn er sie der Welt vorstellt. Aus irgendeinem Grund hoffe ich, dass sie diese Dinge bereits hat. Wer immer ihr das Bett wärmt, sollte sich glücklich schätzen und sie verwöhnen. Ich schicke Kellen eine Nachricht. Ich Ist sie glücklich? Kellen Wer? Ich Rotschopf. Kellen Warum interessiert dich das? Ich beantworte einfach die Frage. Kellen Ich schätze ja, warum? Ich Sie hat nicht so ausgesehen. Kellen Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wie sollte ein Mädchen wie Wyn denn aussehen? Ich Gut durchgefögelt. Finde heraus, ob sie glücklich ist. Er antwortet erst Stunden später. Kellen Levy sagt, sie hätte seit Monaten keinen Sex gehabt. Glücklich? Ich entziehe dem Rotschopf in meinem Bett meinen Arm. Ich sehr win. Der Name klingt so hübsch. Natürlich wirst du gewinnen, Baby, raunt mein Date und streckt die Hand nach mir aus. Willst du, dass ich dir noch ein wenig Glück bringe, bevor ich gehe? Ich habe alles, was ich brauche, sage ich. Ich will nicht grob sein, aber ich bin bereit, Platzhalter, ein lahmer Ersatz für eine Frau, die ich nicht einmal kenne. Ich bin nicht der Typ, der sich mit weniger zufrieden gibt, aber gestern Nacht habe ich mir in der Hoffnung auf Befriedigung eine äußerlich ähnliche Notlösung gesucht. Es hat nicht funktioniert. Jobs Ich erwache erst spät und bin überrascht, dass ich so lange geschlaffen habe. Als ich sehe, dass es fast Mittag ist, gehe ich aus dem Bett, putze mir die Zähne, kämme mir das Haar und trage einen Hauch Lippenstift auf, bevor ich nach draußen tappe. Mir wird schwer ums Herz, als ich in der Suite keine Spur von Kallern entdecke. Ich spähe in sein Schlafzimmer. Sein Bett ist zerwühlt und aus irgendeinem Grund starre ich für ein Weilchen auf die Kuhle im Kissen. Es öffne und ein Mann in Hotel Uniform steht neben einem großen mit weißen Tüchern abgedeckten Tisch. Frühstück, Madam, sagt er und bittet mich mit einer Geste den Wagen hereinrollen zu dürfen. Bitte kommen Sie herein. Ich trete zurück und lasse ihn vorbei. Und bei dem Duft von Frühstücksspeck läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich unterschreibe die Rechnung, die aufs Zimmer angeschrieben wird und wünsche ihm ebenfalls einen guten Tag. Als er geht, setze ich mich hin und untersuche die silbern gerenderten Schüsseln. Das alles nur für mich? Es gibt alles, von French Toast bis hin zu Eiern mit Rösti und Speck und belgischen Waffeln mit Beeren. Und dir auch einen guten Morgen, Wynn. Glücklich schenke ich mir Kaffee ein, tröpfle Ahornsirup über die Waffeln und mache mich über meine Mahlzeit her. In dem Moment sehe ich, dass auf einem der silbernen Teller ein Tischen. Sisi. Warum hat mich gerade ein Schauer überlaufen? Ich lese die Nachricht noch einmal und flüstere, daran könnte ich mich gewöhnen und an seine freundschaftlichen Küsse. Denk nicht daran, Wynn, du hast eine Wette zu gewinnen. Ich gebe es nur ungern zu, aber wenn es in unserer Wette um die Attraktivität der Jobs geht, dann wird er schon wegen dieser Extras Haus hoch gewinnen. Und ich habe noch nicht einmal angefangen shoppen zu gehen. Beim Frühstück versuche ich mich nicht daran zu erinnern, wie ich mich ihm gestern Nacht geöffnet habe und wie er mir das Gefühl gegeben hat, angenommen zu sein. Verdammt! Mehr als angenommen, vor allem heiß begehrt. Aus irgendeinem Grund kann ich gar nicht schnell genug essen. Sobald ich mit meinen Waffeln fertig bin, kippe ich ein halbes Glas Orangensaft hinunter und laufe in mein Zimmer, weil ich es gar nicht erwarten kann, nach unten zu gehen. Über das Warum will ich nicht nachgrübeln. Du willst ihn nicht, du willst nur gewinnen. Ich unterziehe mich weiterhin selbst einer Gehirnwäsche, putsche mich zu einem kampflustigen wetten gewinnenden Zustand auf und ziehe mir unterdessen eine Jeans an, einen bequemen Pulli und meine Lieblings Schuhe. Es kommen noch ein paar Ohrringe dazu und ich binde mir einen Pferdeschwanz. Dann schaue ich auf meinen Nachttisch und entdecke die 13.000 Dollar Chips, die er mir dagelassen hat. Wow, ich bin noch nie jemandem begegnet, der sich so leicht von seinem Geld trennt. Ich stecke die Chips in die Gesäßtasche meiner Jeans und frage mich, was ich mir davon kaufen will. Ich könnte mir eins der Gemälde kaufen, die ich nächste Woche in meiner Galerie ausstellen werde. Könnte mir Schuhe kaufen oder eine Handtasche oder das Geld bei Callen investieren. Auf dem Weg hinunter ins Casino nehme ich mir vor, einen Termin mit ihm auszumachen, wenn er und Livy von ihrer Hochzeitsreise zurückgekehrt sind. In der Lobby entdecke ich Mike, als ich aus dem Aufzug steige. Er kommt auf mich zu. Miss Watson. Wynn. Er schenkt mir ein schiefes Grinsen. Ist es für Sie morgen oder Nachmittag? Morgen. Und bei Ihnen? Abend, sagt er. Wir hatten eine interessante Nacht. Ich weiß bereits, dass ich nicht nachfragen sollte. Was in Vegas geschieht, bleibt selten in Vegas. Er geht ein Stück neben mir her. Brauchen Sie irgendetwas? Ich habe gerade gefrühstückt. Ich stöhne. Der Mann hat nicht angeboten, mich zu füttern. Dann sind Sie ja bereit für Ihre Salontermine. Er hält sein Telefon hoch und ich sehe meine E-Mail-Adresse auf seiner Kontaktliste. Mr. Carmichael hat mich gebeten, einige Termine für Sie zu machen. Behalten Sie einfach die, die Sie wollen. Lassen Sie die sausen, die Sie nicht wollen. Das überrascht mich. Cullen denkt wirklich an alles. Ein Hauch von Ehrfurcht erfasst mich. Ich fühle mich umsorgt und sehr verwöhnt. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, Mike. Ist mir ein Vergnügen. Er hält inne. Unterzieht mich einer schnellen Musterung und fügt hinzu, irgendeine Chance, dass Sie eine Schwester haben? Ich lache. Nur beste Freundin. Und die sind alle verheiratet. Man kann nicht immer gewinnen. Er nickt in die Richtung, in der sich der Poker Raum befindet. Er spielt gerade ein Cash Game. Viel Spaß, Miss Watson. Aber er geht bereits davon und legt den Arm um eine ältere Frau, die von ihrem letzten Gewinn am Spielautomaten schwärmt. Das Casino Ambiente hat etwas, das mein Herz schneller schlagen lässt. Es hämmert förmlich. Oder vielleicht ist es die Tatsache, dass ich direkt auf den Pokerraum zugehe und bei dem Gedanken daran, Cullen wieder zu sehen nervös werde. Er hat etwas an sich, das mich beunruhigt. Mich und meinen Herzschlag. Mich und meine Hormone. Ich entdecke ihn an einem Tisch im hinteren Teil des Raums. Jep, selbst mein Puls scheint zu hüpfen. Cullen spielt mit zwei anderen Männern, seinen dunklen Kopf gesenkt, als er schnell seine Karten ansieht. Ich unterdrücke ein unerwartetes Schaudern und während ich durch den Raum gehe, verordne ich mir im Geiste selbst, du sollst diesen Mann nicht mit Stilaugen anschmachten. Er trägt ein weißes Hemd und Blue Jeans. Obwohl ich es eigentlich nicht will, saugen meine Augen jedes Detail auf. Wie er da sitzt, entspannt, den Blick konzentriert. Er wirft einige Chips auf den Tisch. Er ist mir ein Rätsel, nicht nur, weil er so schwer zu durchschauen ist, sondern weil er mich immer wieder überrascht und es schwer ist, ihn in eine Schublade zu stecken. Man sollte meinen, er immer nur nett gewesen. Ich habe mich ihm gestern Nacht geöffnet und er hat zugehört und ihn schien zu berühren, was er gehört hat. Ich gehe zum Tisch, wo er seine Chips einstreicht. Es kribbelt mir im Nacken, als er mich ansieht. Sein Blick wirkt sich auf eine Weise auf mich aus, die mich abwechselnd erregt und erschreckt. Ein Glücksspielgott hat ein paar Chips Er taxiert mich von Kopf bis Fuß, was jede Zelle in meinem Körper erhitzt wie in einer Dampfstube. Du bist also bereit zu spielen? Seine leise tiefe Stimme streicht verführerisch über meine Haut. Manche Spiele erfordern mehr Privatsphäre, als wir im Moment haben. Er steht auf und zieht einen Stuhl für mich heran. Dann deutet er auf meine Chips, damit sie in kleinere Einheiten eingetauscht werden. Ich nehme Platz und beobachte, wie sich Cullen mit seinem massiven felsartigen Körper wieder auf dem Stuhl neben meinem niederlässt. Wenn du deiner Nervosität nachgibst, wirst du das Spiel niemals meistern, erklärt er mir mit eindringlichem Blick. Ich lächle und nicke, aber innerlich schlottere ich vor Angst. Die Karten schüchtern mich ein. Die anderen Männer am Tisch schüchtern mich ein. Ich versuche still zu sitzen, während wir unsere Einsätze machen und die Kopier Karten austeilt. Meine Augen weiten sich, als ich mein Blatt sehe. Behandle die Karten so, wie du die Männer in deinem Leben behandelst. Er legt seine Karten verdeckt auf den Tisch. Wenn du das tust, dann unterstütze ich dein Spiel, solange du magst. Wie bitte? Ich sehe ihn stirnrunzelnd an. Spiel Baby. Ich werde es später erklären. Keine Erklärung notwendig, sage ich ihm und finde es wunderbar, dass er mich diesmal nicht durchschauen kann. Er greift nach meinem Handgelenk. Mein Magen krampft sich zusammen vor Furcht und Frustration, als er meine Hand festhält. Trotz meiner Ängste spüre ich, wie mir Hitze in die Wangen kriecht, als er meine Hand mit den Karten langsam auf den Filz drückt. Seine Hand die meine leitet. Steig aus. Okay. Zwei und sieben in verschiedenen Farben ist beim Hold'em mit das schlimmste Startblatt. Verstanden. Seine Lippen sind einen Zentimeter von meinem Ohr entfernt. Die beiden Nächsten sollten besser sein. Jetzt verstehe ich, warum man sie Playboy nennt, bemerkt ein mürrischer Bursche, der mit dem Zeigefinger über den Filz reibt. Check. Cullen ignoriert ihn, ganz versunken in meinen Anblick. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich hab's. Es gibt da noch etwas, von dem ich wünsche, du hättest es. In seinem silbernen Blick liegen mehr Versprechungen als sagt er. Ich nicke und warte auf die nächsten Karten, fest entschlossen es zu meistern, wie er sagt. Die unwillkommene sexuelle Spannung zwischen uns verdichtet sich. Ich fühle mich rebellisch, aber es ist schwer, mich von dem Geld zu trennen, selbst wenn es Geld ist, das ich speziell zum Verspielen bekommen habe. Wir spielen einige Runden. Er gewinnt, ich verliere, bis Ich schaue auf meine Karten. Asse. Ja. Cullen weiß nicht, was ich habe und legt die Stirn in Falten, sobald ich erhöhe. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Ja. Hm. Er streicht sich mit den Fingern übers Kinn und mustert mich. Ich gehe mit. Er steigt nicht aus. Ich wirble herum, um ihn anzusehen und hoffe, dass er es als Warnung begreift. Es amüsiert ihn. Du hättest passen sollen. Ich seufze. Ich werde nicht davor zurückschrecken, dich in deinem eigenen Spiel zu schlagen. Tu es, Liebling. Könnt ihr zwei aufhören zu reden? Es ist wieder der mürrische Bursche. Der Flop zeigt nur Peak. Drei, neun, zehn und soweit ich es erkennen kann, bin ich noch im grünen Bereich. Erhöhe einfach win. Sei verwegen. Der mürrische Bursche geht all in. Sei dir sicher, flüstert Cullen mir zu. Ich betrachte das stoische Gesicht der Coupier, aber sie bietet mir nichts. Sie wird genauso überrascht sein wie ich, wenn die nächsten Karten fallen. Ich habe Cullen lange genug beim Spielen beobachtet, um zu wissen, dass ich immer noch eine Rivalin bin. Ja, ich bin mir sicher. Es steht eine Menge auf dem Spiel, aber ich rede nicht von Karten. Ich denke an Cullen. Denn obwohl Poker ein sehr kompliziertes Spiel ist, stellt unser Spiel mich für ein Rätsel. Cullen betrachtet mich eingehend, und obwohl er sich mit der Zunge über die Lippen fährt und auf meine Brust starb, denkt er nicht an Sex. Nicht jetzt. Er denkt darüber nach, was ich in der Hand halte, was ich ihm nicht geben will. Den Sieg. Und plötzlich interessiert mich das Ass nicht, das als vierte Community Card kommt, oder das, was zuletzt auf dem River ausgegeben wird. Plötzlich will ich ihm den Sieg geben. Ich muss ihm alles geben. Als wüsste er, dass ein innerer Kampf ausgefochten wird, wirft er seine Karten auf den Tisch und ich spiele. Drei Spiele später habe ich 5000 Dollar gewonnen und kann keine Einsätze mehr machen. Es ist zu nerven aufreibend. Ich habe immer ein behütetes Leben geführt, dank meiner Eltern. In der Galerie handle ich mit Kunst, deren Wert sich meist auf tausende Dollar beläuft. Aber ich war immer zurückhaltend im Umgang mit Geld und vorsichtig mit dem, was ich ausgebe. Ich habe mir immer Ersparnisse gewünscht, aber irgendwie schaffe ich das nie, weil die Galerie jedes Mal wieder ein weiteres Bild braucht, weiteres Geld, das ich investieren muss. Ich bin nicht dafür geschaffen, Geld so sorglos auszugeben wie hier. Ich entschuldige mich, wünsche ihm viel Glück, nehme meine Chips und stecke sie ein, bevor ich mich zum Gehen wende. Erst binnen einer Sekunde neben er, während er sein Jackett auszieht und es mir um die Schultern legt. Du hast gerade eben nicht mal besonders gut gespielt. Ich habe mehr gewonnen als du. Dieser Pulli ist durchsichtig, ich habe mich darum gekümmert. Er senkt den Blick vielsagend auf meinen Oberkörper. Ich ziehe sein Designer- Jackett, das riesig um meine Schultern ist, enger zusammen. Verglichen mit den Kellnerinnen, in der Brustwarze eine solche Ablenkung sein. Und warum erröte ich? Jeder Mann könnte sich glücklich schätzen, dich an seiner Seite zu haben. Ich spüre mein Glück heute. Bist du dabei, Win? Mit zusammengekniffenen Augen verschlinge ich im Geiste seinen Blick, in dem purer männlicher Besitzanspruch liegt. Ich frage mich, ob er wirklich denkt, dass ich Glück bringe oder ob er mich einfach in der Nähe behalten will, um mich zu foltern. Warum willst du mich hier haben? Frage ich. Und zur Rechnungsfähigkeit? Ich lache, und bei dem Lächeln, das er mir schenkt, zittere ich am ganzen Körper. Irgendwie sehne ich mich nach deiner Gesellschaft. Gott allein weiß warum. Schluck. Ah, Win, niemand weckt in mir so sehr den Wunsch, mir über die Zähne zu lecken wie du. Was soll das heißen? Denk darüber nach. Ich denke tatsächlich für einen Moment darüber nach und Cullen runzelt die Stirn. Beeil dich, ja? Knurrt er leise und bringt mich endlich dazu zu nicken. Er legt mir die Hand auf den Rücken und führt mich zurück in den Pokerraum. Mein Körper reagiert, obwohl ich wenn ich es bin und nicht jemand anderes. Warum? fragt er im Gegenzug. Es gefällt mir nicht, wenn du mich berührst. Es missfällt mir nur nicht. Und ich will nicht berührt werden. Ich habe Männer satt. Ich habe da eine Theorie. Verschon mich, lass mich ausreden. Ich schaue zu ihm hin. Du fühlst dich sexuell von mir angezogen. Ich schlucke. Na und? jemals etwas deswegen unternehmen würde. Nein, du nicht, aber ich. Wirklich? Du würdest dein Leben in Gefahr bringen und dich meinem Zorn aussetzen, nur um mich als weitere Kerbe in deinen Bettpfosten ritzen zu können? Das Risiko ist der halbe Spaß. Ich schnaube halb, halb lache ich. Ist das dein Ernst? Er streichelt mit zwei Fingern meine Hand. Immer im Kreis. Ich flüstere. Ich habe schon länger keinen Sex mehr gehabt. Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt noch angetörnt werden kann. Ich werde dich antörnen. Als er mich auf den Stuhl drückt, beugt er sich vor und streift mit den Lippen meinen Nacken. Die Berührung löst einen Schauer aus. Genau wie sein Versprechen. Ich unterdrücke die Regung und sage mir, dass das alles für unsere dumme kleine Wette ist und ich muss gewinnen, weil mein Stolz davon abhängt. Einige Runden später, nachdem er 50.000 Dollar eingesteckt hat, gehen wir hinaus den Strip entlang spazieren. Wir amüsieren uns, gehen in einen kleinen Imbissladen und essen Pommes Fritt. Es ist leicht, ihn zu mögen. Er ist ein Rätsel, aber zweifellos auch ein guter Mensch. Ich brauche keinen Sex mit dem Mann zu haben. Wenn ich Sex mit ihm habe und mich an ihn binde, könnte es mir das Herz brechen. Wenn ich mit ihm zusammen bin, denke ich nicht an Emmett. Und ich kann ihn nicht loslassen, diesen einen Menschen, der mir meinen Schmerz nehmen kann. Noch nicht. Am Nachmittag nach dem Mittagessen in einem Café im Bellagio sitzen bis Mike hinter uns erscheint. Haben sie es vergessen? Er sieht mich an. Cullen schaut zu mir auf und legt seine Karten ab. Sie hat einen Friseurtermin, erklärt ihm Mike, als Cullen nur verärgert eine Braue hochzieht. Bei Gigi. Gigi? Der Name gefällt mir. Cullen verdreht die Augen. Ich vermute, dass er Gigi kennt, noch bevor er sagt. War sonst niemand verfügbar? Ich Mike ihm hastig, holt sein Telefon hervor und beeilt sich jeden Wunsch zu erfüllen, den Cullen äußert. Nicht nötig, sage ich und stehe auf. Gigi ist sicherlich völlig in Ordnung. Ich sehe Cullen schmunzelnd an. Jetzt bin ich neugierig. Mit einem Namen wie Gigi kann ich mir denken, warum Cullen nicht will, dass ich sie kennen lerne. Bis später. Ich ätschelt mir den Hintern und beobachtet mich, bis ich den Pokerraum verlasse. Ich schwöre, dass ich erröte und ich bin froh, dass er es nicht sehen kann. Es ist lieb, von ihm zu sagen, ich könne alles haben und ich frage mich, was er meint, bis ich den Salon erreiche und feststelle, dass dort so ziemlich alles auf der Speisekarte ist, was man sich wünschen könnte. Vom Wachsen bis hin zu Maniküre und Pediküre und Massagen und ach du liebe Güte, ich bin gestorben und in den Himmel gekommen, sogar Brasilien wird angeboten und ich denke darüber nach. Ich interessiere mich mehr für das einstündige Programm Wachsen und Handmassage, weil ich solche Massagen liebe. Alessandra würde weinen. Ich höre, wie eine der Friseusen Gigi ein Zeichen gibt. Das ist sie. Gigi ist klein, kurvig, blond und hat große Brüste. Sie sieht aus, wie man sich das Mädchen eines Spielers vorstellt und ich weiß nicht warum, aber es überrascht mich nicht und schüchtert mich auch nicht im mindesten ein. Vielleicht hatte sie was mit Cullen, aber selbst wenn, tief im Inneren weiß ich, dass er im Moment nur mich will. Warum bin ich nicht überrascht? fragt sie unhöflich. Ich bin Wyn. Ich strecke die Hand aus. Gigi. Sie schüttelt mir die Hand. Ich bekomme das Gefühl, dass es sie Mühe kostet. Hier entlang. Ich folge ihr nach hinten und rufe mir ins Gedächtnis, dass dies nicht Alessandras Salon ist und dass ich keinen tollen Service mit einer Prise echter Freundschaft erwarten kann. Während der nächsten Stunde werde ich bald in diese, bald in jene Richtung gedreht, während Gigi an meinen toten Spitzen arbeitet, den Spitzen, die vorige Woche geschnitten worden sind, die aber jetzt grässlich und widerspenstig aussehen. Ich werde zur Massage gescheucht und dann in einen großen Ankleideraum geführt, was eine Überraschung ist, bis eine Schneiderin mit einem Sie legt ihre winzige Hand in meine. Ich kenne meine Größe, flüstere ich, weil ich denke, ich könnte ihr die Mühe ersparen. Strikte Anweisung, Sie gehören zu Cullen Carmichael, richtig? Ja? Er hat so eine Art, alle um ihn herum zu verwöhnen. Habe ich nicht recht? Ich frage mich, ob ich ihr auf den Zahn fühlen kann, halte mich damit aber nicht lange auf. Wir sind gute Freunde, aber ich habe nie seine anderen Freundinnen kennengelernt. Andere Freundinnen? Sie späht über ihre Schulter, dann flüstert sie, die einzige Person, die Cullen hierher schickt, ist seine Mutter. Gigi kümmert sich immer um sie. Ich habe angenommen, sie hätte das erwähnt. Nun, er spielt wahrscheinlich noch in anderen Casinos, vielleicht schickt er seine Freundinnen dorthin. Sie dreht mich um, wirft mir das Maßband um die Schultern und zieht es dann stramm. Sie beugt sich erneut zu mir vor. Ich sage ihnen, Cullen Carmichael verwöhnt seine Mom, und das ist alles. Alle jungen Frauen hier brennen darauf, ihn in die Finger zu kriegen, wenn sie wissen, was ich meine. Aber er geht nie auf Angebote für Wiederholungen ein. Manche von ihnen sagen, es liege daran, dass er dort nicht schlafen will, wo er spielt. Aber andererseits sind sie jetzt da, und nun überdenken sie das. Dann bin ich also was Besonderes. Ich scherze natürlich, aber Delia scheint es nicht für einen Scherz zu halten. Das glaube ich auch, sagt sie und dreht mich noch einmal um. Alles fertig, also lassen sie uns einkaufen gehen. Haben sie Lust? Eine Stunde später bin ich fix und fertig. Als ich die Boutique des Casinos betrat, lagen alle Augen auf mir. Die Managerin hat mich in einen großen Ankleideraum geführt und allen Angestellten im Umkreis Anweisungen zugerufen. Diese Boutique ist teuer, wie einer der Läden, die man auf dem Rodeo Drive finden würde. Es gefällt mir, dass sie mich zu kennen scheinen. Vielleicht sogar begreifen, dass mir Cullens Comps zur Verfügung stehen. Aber ich würde auch gern einfach stöbern, die Oberteile durchsehen, hautenge Kleider anprobieren und in die T-Shirts im Youth-Look schlüpfen. Ich würde gern spielen. Sie sind hier, um zu arbeiten. Sie sehen mich als einen Provisions- Scheck, ein Mittel, um die Miete zu bezahlen. Der Nachmittag verwandelt sich in einen chaotischen Reigen an Aktivitäten. Ein Kellner bringt Wein und ein Tablett mit einem dekadenten Käsesortiment. Ganze Outfits werden nach rechts gehängt, Cocktailkleider nach links, Bikinis werden auf einen Haufen auf einem Stuhl geworfen, Handtaschen und Schuhe werden schnell auf zwei Bänken gestapelt. Nach alledem sagt jemand, hätten Sie das lieber in Ihrer Suite gehabt? Wir können alles nach oben verlegen, wenn Sie sich dort wohler fühlen. Machen Sie Witze? Ich betrachte ein silbernes Kleid im Spiegel, eins, das für meinen Geschmack zu kurz ist, mich aber an ihn erinnert. Ich nehme das hier. Ich sage das mit so großer Entschiedenheit, dass die Managerin fast über ihre eigenen Füße stolpert und sich beeilt, Händer übers Handgelenk. Dieses Outfit ist vortrefflich. Sie klatscht in die Hände. Sie werden ihn umhauen, wenn er sie sieht. Bevor ich irgendetwas erwidern kann, reißt sie den Vorhang zurück und brüllt Dessous! Wir brauchen viele, viele Dessous! Genau in diesem Moment bekomme ich eine Nachricht. Cullen? Was machst du gerade? Ich? Kleider anprobieren. Cullen? Amüsierst du dich? Ich lächle und schaudere ein wenig. Das Ganze erinnert mich dermaßen an Pretty Woman, dass ich mich frage, ob diese Frauen mich auch so sehen. Eher als geliebte denn als kumpelhafte Freundin. Ich? Ja, aber du musst mich jetzt retten. Ich glaube, ich habe genug für ein ganzes Leben eingekauft. Ich lasse das Handy sinken. Ähm, mein guter Freund Cullen, Die Verkäuferin sieht mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Sie deutet stumm auf Cullen. Er lehnt an der Wand, schiebt sein Telefon in die Tasche und sieht köstlich aus. Ich zucke zusammen. Ach, du liebe Güte, seit wann steht er da? Sie wird die Dessous jetzt anprobieren, sagt er und fordert mich mit verschleiert im Blick heraus, ihm mit einem Anflug von Rosa. Ja, Sir, sie flitzt los. Ich kann nichts anderes tun, als zuzusehen. Zuzusehen, wie er auf mich zukommt. Zuzusehen, wie diese definierten Muskeln unter seinem Hemd hervortreten. Wie er nach meiner Hand greift. Wie er mich in den Ankleideraum zurückführt. Wie er mich wortlos anschaut und wie ich wortlos dastehe. Die ganze Welt verblasst. Wie macht er das? warst schon hier, als du mir die Nachricht geschickt hast, beschuldige ich ihn. Ja, bestätigt er und in seinen Augen tanzen erheiterte Lichter. Er streicht mit einem einzelnen Finger über das tief ausgeschnittene silberne Kleid. Gibt es irgendeinen Grund, warum du das hier ausgesucht hast? Gefällt es dir nicht? Ich trete zurück und drehe mich um mich selbst, um es ihm zu zeigen. Ich finde, es macht, dein Hintern ist perfekt, ganz gleich, was du trägst. Ein schönes Dekolleté, sage ich und brücke die Schultern zurück, das wollte ich sagen. Ja, dieses Dekolleté war schon der Ursprung vieler schmutziger Gedanken. Aber du warst nicht beeindruckt, rufe ich ihm frech ins Gedächtnis. Ich glaube, du hast gesagt, du hättest bereits abgeschaltet, wenn ich und dann liegen seine Lippen hungrig und besitzergreifend auf meinen. Ich ringe nach Atem und er ist die einzige Luft, die ich will. Ich will nicht shoppen. Ich will nur diesen Mann, diesen Mann, seinen Körper überall auf mir, diesen Mann und seine silbernen Augen, die nur mich beobachten. Wir lösen uns voneinander, als jemand auf der anderen Seite des Vorhangs einen Stuhl zum Zuschauen hinstellt. Die Verkaufsmanagerin scheucht Cullen von mir weg, während ihr Personal weitere Kleidungsstücke auf einen anderen Stuhl häuft. Hinter dem Vorhang höre ich Cullen sagen, im Schaufenster hängt ein weißes Kleid. Das mit den Diamanten? fragt irgendjemand. Genau das meine ich, schicken sie es aufs Zimmer, es hat ihre Größe. Woher kennt er meine Größe? Mir stockt der Atem. Und Diamanten? Hat er Diamanten gesagt? Ich ringe die Hände und betrachte die Dessous. Das wird interessant. Vielleicht kann ich vorher noch in ein anderes Kleid schlüpfen. Und genau das tue ich. Ich ziehe ein geblümtes Mini-Kleid an. Es hat einen mit Spitze gesäumten Halsausschnitt und einen Hauch von Spitze am Saum, der mir knapp zu den Oberschenkeln reicht. Der offene Rücken zeigt meine Taille. Ich schaue über meine Schulter in den Spiegel und komme zu dem Schluss, dass es mir schmeichelt. Die Managerin kehrt zurück, zieht schnell meinen Reißverschluss hoch und flüstert, ich glaube, Mr. Carmichael erwartet etwas, dass eine Spur gewagter ist. Sie hat recht, aber er mag auch das Spiel. Und ich stelle fest, dass er ein sehr geduldiger Mann ist. Ich ziehe die Vorhänge mit beiden Händen zurück und necke ihn, als ich hinaustrete, wie ein Showgirl es täte. Langsam zieht er sich den Daumen über die Lippen, schaut auf meine Beine und winkt mich näher heran. Ich gehe mit gestellstem Gang auf ihn zu. Er krümmt den Finger. Ich stütze mich auf die Armlehnen seines Stuhls und beuge mich vor. Seine Augen sind sinnlich und verhangen und voller Lust. Er legt mir die Hände auf die Hüften und sagt heiser, ich habe etwas Freizügigeres erwartet. Ich lache, als er die Hände auf meinen Rücken schiebt, den Reißverschluss nach unten zieht. Seine warmen Finger Streifen meine Haut. Eins von den schwarzen Dessus. Jetzt. Du bist so fordernd. Und das gefällt dir. Ich liebe es. Nur weil du zahlst. Ich stoße mich von seinem Stuhl ab und kehre in den Ankleideraum zurück, ohne zu bemerken, dass er mir folgt. Der Vorhang bewegt sich und Cullen tritt ein. Ich mache das mit dem Reißverschluss selbst. Ich könnte jetzt was ganz anderes mit dir machen, flüstert er und streicht mir über die Arme. Seine Oberschenkel streifen meiner, als er sich vorbeugt und eine Hand unter mein Kleid schiebt. Tastende Finger reiben über meinen Seidenslip. Sein Gesichtsausdruck verändert sich und ich schnappe nach Luft, als er die Finger unter den Stoff schiebt. Halt! Du machst mich, sag es. Geil! Meine Atmung verändert sich. Ich kann mir nicht helfen. Ich will seine Finger in mir. Von meinem Verstand kehrt genug zurück, dass ich flüstern kann. Ich kann keine Kleider anprobieren, wenn du das tust. Seine Züge sind angespannt und er reibt sich an mir, langsam und verführerisch. Ich würde dich am liebsten gleich hier mit den Fingern vögeln. Jetzt kribbeln meine Brustwarzen. Meine Knie sind weich. Er denkt darüber nach. Ich kann es an der Art erkennen, wie sein Gesichtsausdruck sich verdüstert, seine Lieder schwer werden. Aber bevor er seinen nächsten Schritt tut, kneift er die Augen zusammen und schaut nach oben. Verdammt! Er tritt langsam zurück, als würde es ihm schwer fallen. Ich schaue ebenfalls hoch. Es gibt Überwachungskameras in diesen Umkleideräumen. Wirklich? Wenn man bedenkt, was ich jetzt verpasse. Ich bin sauer. Er zuckt die Achseln, als wäre er sich nicht sicher, dann zwinkert er mir zu, reicht mir einen Kleiderbügel mit seiner Dessou-Wahl und verlässt den Raum. Ich lehne mich an die Wand und versuche wieder zu Atem zu kommen. Draußen höre ich ihn sagen, das Kleid, das sie gerade aber ich erhebe keine Einwände. Ihm hat der leichte Zugang gefallen. Mir gefällt, dass er den leichten Zugang bemerkt hat. Ich bin überwältigt beim Anblick der sexy Unterwäsche, die er vorgeführt haben will und stelle mich der Aufgabe, alle Hemmungen zu überwinden. Und dann schlüpfe ich in das erotischste Stück Lingerie aller Zeiten. Und ich schütt. Ich habe das schwarze Ding gerade an, als jemand eine Hand zwischen den Vorhängen hindurch schiebt und ein paar schwarze Stilettos mit goldenen Riemchen baumeln lässt. Wirklich, Cullen? Wirklich, Rotschopf. Seine Stimme zeugt von großer Beherrschung. Und es törnt mich gewaltig an. Das schwarze Mieder wird von Spitze und Lederriemen gehalten, die sich oben kreuzen und um den Nacken führen. Der Oberkörper ist entblößt, die Seiten sind es nicht. Der Rücken ist frei. Die Strumpfbänder geben mir das Gefühl, sexy zu sein. Aber was, wenn ich die Stilettos anhabe? Ach, herrje. Ich verstehe jetzt, warum Paare zusammen Dessous kaufen gehen. Ich strecke den Kopf zwischen die Vorhänge und begegne seinem neugierigen Blick. Sei nicht schüchtern. Ich kann in diesen Sachen nicht herumlaufen. Du wirst es tun, sagt er heiser. Okay. Also, ich habe es anprobiert. Ich räuspere mich. Und ich finde, es passt zusammen. Ich werde jetzt meine normalen Sachen wieder anziehen und dann sind wir in einigen Minuten hier fertig. Ich verschwinde wieder hinter dem Vorhang und höre Callons schnelle Schritte. Er zieht den Vorhang beiseite, tritt in den Armkleideraum und verdrängt alle Luft im Raum. Herr Gott, Frau. Er schaut auf meine Brüste herunter und seine Augen flackern. Er hält mich um armes Länge von sich weg und stößt einen Pfiff aus. Du hast recht. Du hast tolle Titten. Aber ich finde das Kompliment wunderbar. Es ist vulgär und sexy und ganz und gar nicht das, was ich von ihm erwarten würde. Wir mustern einander und die Luft zwischen uns steht in Flammen. Mein Körper steht in Flammen. Cullens Blick steht mehr in Flammen als alles andere. Er geht langsam in die Knie. Zu meinen Füßen. Immer tiefer lässt er sich auf ein Knie sinken, während er über meinen Schenkel streicht. Immer höher, um den unteren Teil des schwarzen Mieders auseinander zu schieben und mit dem Daumen meine Klitoris zu streicheln. Ich spanne die Muskeln an, schiebe mich ihm entgegen, keuche. Ich will ihn jetzt, um jeden Preis. Bedingungslos und zur Hölle mit Privatsphäre. Ist da drin alles in Ordnung? Ich erstarre. Okay, ich bin also etwas zu sehr am Augenblick gefangen. Cullen sieht zu mir auf und lacht so heftig, dass er nach vorn fällt und das Gesicht an meinem Bauch vergräbt. Ähm, ja, wir kommen gleich raus. Ich werfe Cullen einen strengen Blick zu. Lassen Sie sich Zeit, meine Liebe, antwortet sie mit Erheiterung in der Stimme. Cullen erhebt sich langsam. Du hast die Dame gehört. Er legt die Hand an meinen Hinterkopf und zieht meine Lippen zu einem sündigen Kuss auf seine. Der Kuss ist kurz. Viel zu kurz. Er ist hypnotisch und köstlich. Genau wie Cullen. Ich lasse dich in Ruhe. Ich nehme seine Hand und ziehe ihn zu einem weiteren Kuss heran. Als unsere Lippen sich wieder trennen, sage ich, es gefällt mir, wenn du die Hände nicht von mir lassen kannst. Gewöhn dich daran. Dann ist er fort. Und ich bin allein mit meinen unartigen Gedanken. Und sie kreisen insgeheim alle um den heißesten Mann, den ich jemals kennengelernt habe. Am Nachmittag, nachdem ich mit dem Shoppen fertig bin und nachdem Cullen seine Chips in Bargeld eingetauscht hat, gehen wir nach draußen. Was willst du unternehmen? fragt er. Keine Ahnung, überrasch mich. Cullen führt mich zu einer schwarzen Limousine. Ich bin mir mit die Tür für mich öffnet und nach mir einsteigt. Der Chauffeur bewahrt hinter dem Lenkrad eine ungerührte Miene und justiert seine Spiegel. Wohin soll es gehen, Mr. Carmichael? Kennst du jeden hier? frage ich teils schockiert und teils überhaupt nicht mehr schockiert. Seine Augen glänzen schelmisch. Ich komme ziemlich rum. Darauf möchte ich wetten. Ich lächle und er sagt nur ein Wort zu dem Fahrer. Summerlin. Ja, Sir. Und Tim, es war schön, sie zu sehen. Er drückt auf einen Knopf und die blickdichte Trennscheibe fährt hoch. Ganz meinerseits, Sir. Das lächelnde Gesicht des Chauffeurs ist das letzte, was ich sehe, bevor wir vom Rest der Welt abgeschottet sind. Was willst du? Das hier. Er streicht mir übers Haar und drückt mein Kinn hoch, fährt mir über meine Unterlippe. Ich will dich berühren. Ich will dich ganz für mich allein. Ich schlucke und schaue ihn an, frage mich, ob mich schon je ein Mann so hungrig angesehen hat. Wohin fahren wir? Wart's ab. Er lässt die Hand an meinem Arm hinab gleiten und nimmt meine Hand und seine Wärme hüllt mich ein. Um wie viel Uhr müssen wir wieder im Casino sein. Für heute ist die Arbeit getan. Er mustert mich und hält weiter meine Hand. Den Rest des Tages werden wir guten, sauberen, gesunden Spaß haben. Du? Du willst was sauberes und gesundes tun? Ich schüttle lachend den Kopf und schnalze mit der Zunge. Danke für die Kleider, den Schmuck und das beste Shoppingerlebnis meines Lebens. Das war vielleicht ein wenig, vielleicht sehr. Ich starre seine Lippen an und kann mich kaum bezähmen, bis ich den Blick hochreiße. Cullen greift mit beiden Händen in mein Haar, senkt den Kopf und streift meine Lippen mit seinen, bevor er mir die Zunge in den Mund schiebt. Ich stöhne und er stöhnt seinerseits, zieht sich zurück und lässt mein Haar los. Seine Augen brennen vor Frustration. Sorry, ich habe mir vorgenommen, mich zu benehmen. Wirklich? Das hast du dir vorgenommen? So ist es. Sein Daumen streichelt in kleinen Kreisen über meinen Mund und meine Lippen verzehren sich nach ihm. Meine Geschmacksknospen mögen ihn. Ich benehme mich heute Abend. Warum? Ich habe eine Überraschung für dich. Er wird sehr zufrieden mit sich. Erzähl es mir. Ich zeige es dir lieber. Was ist, wenn mir die Überraschung nicht gefällt? Dann sag mir, was dir gefallen würde. Er beugt sich vor und nimmt mein Kind zwischen Daumen und Zeigefinger. Da du so ein braves Mädchen warst, werde ich dir einen Wunsch erfüllen. So was wie ein kostenloses Eintrittsticket, necke ich ihn. Ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Besondere Vergünstigungen sind meine Spezialität. Er zieht den Finger zwischen meinen Brüsten nach unten. Du darfst dir was aussuchen, aber du hast nur 15 Sekunden Zeit. Dann ziehe ich das Angebot zurück. Gerade wenn ich denke, ich würde von dir bekommen, was immer ich will, steigst du aus. Keine Spielchen, Winn. Er sieht mich ernst an. Mein Lächeln erstirbt langsam. Und der Countdown läuft. Cullen sieht auf seine Armbanduhren und stellt den Timer an. Jetzt. Cullen, du hast gesagt, keine Spielchen, stöhne ich. Er sieht mich an. Was möchtest du win? Ich weiß es nicht. Doch, tust du. Seine Augen schimmern. Er beugt sich vor und wartet. Ich will diese Wette gewinnen, ja, aber das ist nicht der Grund, warum ich gewinnen will. Es ist eine Frage der Ehre. Acht Sekunden. Ich weiß es nicht, du bist so gierig. Du hast ja keine Ahnung. Na schön, vielleicht will ich auch deswegen gewinnen, gebe ich nach. Sag es. Drei, zwei, ein. Weil ich deinen Mund zwischen meinen Schenkeln will, brülle ich. Er ist still. Er versucht zu entscheiden, ob ich es ernst meine und seine Augen habe. Du bist ein Spieler, was für ein Spiel spielst du? Frage ich und sehe ihn plötzlich finster an. Du weißt, was für ein Spiel ich spiele. Seine Stimme ist fast tödlich leise. Ein Wispern in der Enge des Wagens. Na schön, du willst den besten Oralsex deines Lebens, flüstere ich und übertreibe dabei etwas mit meinen Talenten. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir stachen einander an, die Luft zwischen uns knistert und die Spannung springt zwischen uns hin und her. Sein Blick fällt auf meinen Mund und ich kann ihn dort schmecken. Immer noch. Ich will alles an ihm schmecken. Seine Haut ablecken. Er lächelt und fährt sich mit der Zunge über die Zähne. Vielleicht sagt er, als der Wagen anhält. Wir sind da, Sir. Die Stimme erschreckt mich. Cullen lächelt, stößt die Autotür auf, steigt aus und streckt mir die Hand entgegen. Komm her, Rotschopf. Errötend, weil Rotschopf anfängt, seltsam intim zu klingen, reiche ich ihm die Hand und lasse mich von ihm aus dem Wagen ziehen. Was ist das? Ich gaffe die zweistöckige Villa an. Das Zischen einer Sprinkleranlage lenkt meine Aufmerksamkeit auf einen großen, gut gepflegten Rasen und den gepflasterten Pfad, der zur Haustür führt. Mein Zuhause. Was? Ich bin verwirrt und frage mich, warum er mich hierher gebracht hat. Jetzt versuchst du doch, mich zu betören? Er verzieht leicht die Lippen, legt mir eine Hand in den Nacken und schiebt mich vor sich her. Vielleicht? Cullen führt mich in sein Haus. Ich lasse die schwarzen Marmorböden auf mich die elegante Treppe, die cremefarbenen holzvertäfelten Wände mit den feinen Zierprofilen und die gewölbten Decken. Und zum ersten Mal erwäge ich es, den Job zu wechseln. Auf der linken Seite befindet sich ein Arbeitszimmer mit großzügiger Ausstattung. Gebundene Bücher und handbemalte Ziergegenstände säumen die Regale. Zeitgenössische Gemälde hängen an den Wänden, was darauf schließen lässt, dass Cullen vielleicht schon Sammler war, bevor wir uns kennengelernt haben. Die Werke werden in schwarzen Bilderrahmen mit vernickelten Bilderleuchten darüber präsentiert. Geradeaus steht ein weißer Flügel unter einem Kronleuchter mit satinierten Kristalltropfen. Spielst du Klavier? Nein, der Flügel gehört zum Haus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm glaube, aber er lächelt nicht. Er sagt die Wahrheit und ich genieße es, dass ich anfange, ihn zu durchschauen. Das ist großartig! Ich wirble herum und entdecke eine große Rasenfläche hinter den bogenförmigen Erkerfenstern des Wohnzimmers. Ist das dein Garten? Alles meins, jeder Zentimeter von dem, was hier ist. Er sieht mich an und meine Haut kribbelt unter seinem Blick und bei seinen Worten. Nicht alles! Ich grinse ironisch. Er schüttelt den Kopf. Noch nicht. Ich bin mir nur allzu bewusst, dass ich erröte und werfe ihm einen schnellen Blick zu, um die Tatsache zu verbergen, dass ich mich aus tiefstem Herzen frage, wie es wäre, ihm zu gehören. Er ist eine solche Naturgewalt. Es wäre überwältigend, alles verzehrend. Unglaublich. Es ist faszinierend, ihn zu beobachten, ganz gleich, wo er ist. Das war es, was mich bei dem illegalen Spiel zuerst an ihm angezogen hat. Seine physische Präsenz nährt sich von all dieser Macht und diesem Einfluss. Selbst hier in einer Stadt, die dafür bekannt ist, den ist er ein Gigant. In einer Stadt, die dafür bekannt ist, privilegierte Sprösslinge reicher Eltern von ihren ererbten Millionen zu trennen, ist Cullen ein Wal. Die Casinos sehen ihn so. Ich sehe ihn so. Aber ich sehe auch ihn, Cullen Carmichael, den Mann, der alles hat, der aber trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht einsam wirkt. Er hat all diese fesselnde Energie. Sie ist in seinem Herzen gespeichert und wird gezielt freigesetzt, wenn er an einem Spieltisch Platz nimmt. Ich schaudere bei dem Gedanken, was er in der Geschäftswelt erreichen könnte, aber gleichzeitig begreife ich langsam, dass seine Art zu leben eher wie die eines Künstlers ist, denn wie die eines Geschäftsmannes. Ein Künstler malt, weil er nicht schlafen oder essen oder das Leben genießen kann, bis der letzte Pinselstrich auf der Leinwand ist. Er kann seine Farben nicht im Stich lassen, die Werkzeuge seiner Zunft, bis das Werk vollendet ist. Sobald es geschehen ist, beginnt er von Neuem, weil die Kunst seinen Geist nährt, seine Seele heilt. Er lebt dafür, atmet sie. Aus genau diesem Grund spielt Cullen Poker. Das Spiel lebt in seinen Adern. Aber ist es die Berufung seines Lebens? Kann eine Berufung im Leben daraus bestehen, Kartenspiele zu gewinnen? Kann sie in meiner Galerie gefunden werden? Ich will wissen, was er denkt, wenn er seine Karten aufnimmt, seine Einsätze macht, mitgeht und erhöht. Schottet er sich absichtlich von der restlichen Welt ab? Und wenn ja, warum hat er mich hereingelassen? Warum mich? Ich schüttle den Gedanken ab, als Cullen die Hände in seine Taschen steckt und mich dabei beobachtet, wie ich mich im Wohnzimmer umschaue. Auf einem Beistelltisch steht ein silberner verspiegelter Bilderrahmen. Das Foto zeigt einen kleinen Jungen, nicht älter als zehn Jahre, mit wunderschönen silbernen Augen und Haaren, die ein wenig heller sind als Bist du das? Ich greife nach dem Bilderrahmen und streiche mit dem Zeigefinger über das Foto. Dann entdecke ich einen weiteren Bilderrahmen mit dem gleichen Jungen darin. Ich stelle dieses Foto hin und schaue mir das andere an. Er spielt in irgendeinem Park, die Hände an den Seilen einer Schaukel. Wo ist Callan? Hast du keine Fotos mit deinem Bruder? Ich lache. Ich würde an meiner Schwester kleben, wenn ich eine hätte. Dafür habe ich meine Freundin. Das bin nicht ich. Er nimmt mir den Bilderrahmen ab und stellt ihn wieder hin. Hast du Hunger? Jetzt, da du es erwähnst? Den ganzen Tag zu spielen hat mich ausgelaugt. All dieses Adrenalin. Ich lächle ihn an, als er mich zu den Türen mit Blick auf den Garten führt. Wir treten hinaus und der Garten ist gut beleuchtet. Da steht ein Esstisch, der für zwei Personen gedeckt ist, mit einer langen weißen Tischdecke und silbernen Tellern. Orangefarbene blaue, grüne und goldene Streifen färben den Wüstenhimmel und tauchen die schroffen Steine des offenen Canyons in der Ferne in einen rötlichen Schein. Die Aussicht ist großartig und raubt mir den Atem. Aber nicht so sehr wie der Mann, der all das ebenfalls in sich aufzusaugen scheint, als sähe er es zum ersten Mal. Atemberaubend, hauche ich. Ein Seitenblick. Ich weiß, was du meinst. Köstliche Schauer laufen mir den Rücken hinunter. Mr. Carmichael. Ein Mann in schwarzem Anzug und weißen Handschuhen kommt mit einer Flasche Wein auf uns zu. Alles soweit fertig, Hollis? Es ist alles bereit, Sir. Wynn, das ist Hollis, mein Butler, ergänze ich automatisch, außerstande meine Ungläubigkeit zu verbergen. Cullen zieht amüsiert die Brauen hoch, als ich sein zauberhaftes freches Lächeln einfach nur anstarre, bevor ich mich zu seinem Butler umdrehe. Hollis und ich tauschen Nettigkeiten aus. Er stammt ursprünglich aus New York, hat aber einige Zeit in Chicago verbracht, als er eine Kochschule besuchte. Cullen zieht einen der Stühle für mich heraus und ich nehme Platz und frage mich, ob dies wirklich geschieht. Cullen setzt sich mir gegenüber hin. Nur der kleine rechteckige Tisch trennt uns voneinander. Er schlägt seine Serviette auf. Ich bin kein Koch, aber ich kenne vielleicht ein oder zwei kann nicht anders. Ich muss ihn aufziehen. Dann lache ich leise, beinahe schüchtern. Du hättest dir nicht so viel Mühe machen brauchen. Es hätte mir Spaß gemacht, für ihn zu kochen. Aber es ist ein seltsamer Gedanke, daher behalte ich ihn für mich. Er versucht dich zu betören, Win. Natürlich hast du all solche dummen Gedanken. Nur ich weigere mich, sie als Koch erscheint. Gutes Essen ist eins meiner Highlights und ich vermute, nachdem du mit einem Koch zusammen warst, ist es für dich vielleicht genauso. Ein relativ kleiner, stämmiger Mann in einer weißen Kochuniform mitsamt dazugehöriger Mütze verbeugt sich leicht zur Begrüßung. Miss Watson, es ist mir eine Freude. Ich bin Henry, ihr Koch für den Abend. Darf ich ihn meine Spezialitäten nennen? Ich nicke und spüre Cullens Blick auf meinem Profil, während Henry ein halbes Dutzend Gerichte rezitiert. Alle klingen ungeheuer köstlich. Als ich zögere, weil ich finde, dass der Lachs in Rosmarin, das scharf angebratene Chateaubriand, die Zitronenseezunge mit Parmesankruste und die Jakobsmuscheln mit Grapefruit und Butter alle göttlich klingen, schaltet Cullen sich ein. Auf die Art wird die Dame mit Sicherheit herausfinden, welches ihr am besten schmeckt. Bis sie es probiert, kann sie es unmöglich wissen. Ein Blick in meine Richtung. Nicht wahr? Absolut, Sir, es ist mir ein Vergnügen. Er verbeugt sich, bevor er geht und ich spüre Cullens Blick überall. Cullen versucht definitiv mich zu betören. Er lächelt geheimnisvoll. Ich hätte dich liebend gern mit meinen Kochgünsten geblendet, aber davon habe ich nicht Ich fand, dass ein Essen außerhalb des Hotels eine hübsche Alternative wäre. Ich habe auch seit einer ganzen Weile nicht mehr gekocht. Emmert wollte ständig kochen. Er hat mich fast aus meiner eigenen Küche gejagt. Er lächelt, dann runzelt er die Stirn und schüttelt den Kopf. Ich mache ihm keinen Vorwurf daraus, dass er dich jagen wollte. In meinem Fall tue ich das Gegenteil. Ich jage dich, wie es scheint, in meine Küche. Nein, ganz und gar nicht, erwidere ich lachend und hebe das Kinn. Aber ich hätte nichts dagegen, den Köchen zu helfen. Sehen, wie alles gemacht wird. Seine Augen funkeln und er legt seine Serviette beiseite und schiebt seinen Stuhl zurück. Er streckt die Hand aus und ich unterdrücke ein Kichern, als ich meine Finger in seine lege. Dann lass uns gehen, sagt er. Wirklich? Natürlich. Wer bin ich, eine willige Frau aus meiner Küche fernzuhalten? Ein echter Gentleman. Empfindest du genauso, was dein Bett betrifft, ziehe ich ihn auf. Er lacht und es ist wie pures Gold in meinen Ohren, als er sich zu mir vorbeugt und flüstert, ich will dich in meinem Bett haben, Rotschopf. Nach dieser Bemerkung zerre ich dich vielleicht nach oben und zeige dir, wie sehr. Mir gefällt dieser Gedankengang, aber ich lüft, ihn dort zu sehen. Miss Watson möchte, dass wir mithelfen. Er nimmt eine Schürze von einem Haken hinter der Küchentür, dreht mich um und zieht sie mir an. Seine Finger streifen mein Haar, als er mir die Schürze im Nacken zubindet und bei dieser winzigen sengend heißen Berührung werden mir beinahe die Knie weich. Das Küchenpersonal tritt zur Seite, um uns schneiden? Ich habe das Gefühl, dass sie nett sind, es aber vorgezogen hätten, die Küche für sich zu haben. Trotzdem ist es schön, in einer vollständig ausgestatteten und bemannten Küche willkommen geheißen zu werden. Natürlich. Ich lächle, als Henry zwei Grapefruits vor uns hinlegt. Ich nehme mir ein Schneidebrett und ein Messer und mache mich vorsichtig ans Werk. Ein wenig verlegen und sehr und halb fühle ich mich betrogen. Lügner, flüstere ich, halb lachend, halb stöhnend. Was? Er lacht ebenfalls leise. Du kannst sehr wohl kochen. Größtenteils Single, nicht immer finanziell abgesichert, nicht bis vor kurzem. Natürlich kann ich kochen, flüstert er mir ins Ohr. Ich schließe die Augen. Ich war in einer Beziehung mit einem Koch, hätte ihn beinahe geheiratet und für unser Abendessen klein geschnippelt. Ich denke, dass Cullen vorhatte, mich mit einem fantastischen Mahl zu betören, mit seinem atemberaubenden Haus. Natürlich ist das alles faszinierend, doch was mir wirklich das Herz erweicht, ist die Art, wie er mich mit meiner Unbeholfenheit beim Schneiden aufzieht, sein Atem an meinem Ohr und wie seine Hand meine streift, als schneiden und plötzlich wird mir mit allen Sinnen bewusst, wie einfach es wäre, mich Hals über Kopf in diesen Mann zu verlieben, diesen heißen Glücksspieler, diesen Carmichael-Gott, wie unwiderstehlich dieser Abend ihn macht. Nachdem wir ein Festmahl genossen haben, das für eine kleine Gemeinde gereicht hätte, führt Cullen mich auf die Terrasse, wo von einer nahen Feuergrube Funken herumfliegen, Holz knackt und knistert. Ich schwöre, ich habe gerade einen Kojoten gehört. Du bist hier sicher. Natürlich bin ich das. Es ist ein geschlossenes Wohngebiet und ich bin bei ihm. Um sein Ego zu füttern, bemerke ich, natürlich bin ich das. Ich habe ja dich. Ich hake mich bei ihm unter und wir setzen uns in Bewegung. Eines Tages werde ich dich zum Grand Canyon mitnehmen. Ich schaue zu ihm hoch. Schmiedet er Pläne für ein künftiges Date? Vielleicht einen weiteren Besuch in Las Vegas? Es ist schön, ihn planen zu hören. Emmett wollte nie irgendetwas planen, was ein erstes Warnzeichen hätte sein sollen. Wir erreichen den gemütlichen Bereich im Freien und ich schleudere die Sandalen von den Füßen, bevor ich vielleicht weil wir nur Freunde sind. Er streckt sich auf dem Rücken aus und es ist das Natürlichste auf der Welt neben ihm zu liegen, das Gesicht ihm zu gewandt. Seine Finger schließen sich über meiner Hüfte und er zieht mich näher zu sich heran. Und ach du meine Güte, sein Hemd riecht holzig, erdig und ich werde schnell an das Alphamännchen mit dem sexy Lächeln erinnert, an die Hände, die genau wissen, wo sie mich berühren müssen, damit ich mich begehrt fühle. Cullen, ich zeige diskret auf das Hauspersonal, das hinter uns den Tisch abräumt. Wir sind nicht allein. Sie sind daran gewöhnt. Ach, sind sie das? Ich lache. Das glaube ich dir. Er beobachtet mich neugierig, bevor er sagt, ich habe hier nie Gäste, aber sie müssen sich auch um andere private Partys kümmern. Oh, richtig. Nun, ich bin überrascht, dass dein Spieler nicht der wilde und verrückte Bursche ist, den du dir erhofft hast. Überrascht natürlich, aber glücklich wäre ein besseres Wort dafür. Und plötzlich will ich sein Lächeln ein wenig breiter küssen. Ich werde dich jetzt küssen, Mr. Carmichael. Komm und hol dir den Kuss, sagt er heiser und zieht sich zurück, sodass ich dafür arbeiten muss. Ich halte mich an seiner Schulter fest und fahre mit meinen Lippen quer über seine, lasse mich sanft in einem Kuss treiben, der schnell explosiv wird. Er schmeckt nach Salz und Wein, einer Mischung aus Honig und Obst und Gewürzen. Seine Zunge tanzt kurz um meine herum, bevor er mich loslässt und mir ist. Er streicht mir das Haar aus dem Gesicht. Seine Berührung wickelt mich ein, vor allem jetzt, da er es nicht eilig zu haben scheint und überaus entspannt wirkt. Er war großartig, lobe ich. Irgendwelche Pläne für morgen? Ich werfe ihm einen erhitzten Blick zu und genieße es noch mehr, als er mit gleicher Münze antwortet. Mike hat gesagt, er würde eine Abschlagszeit organisieren. Das würde ihm gefallen, sagt Cullen gepresst. Zu meinem Glück spielst du kein Golf. Ich begreife, was er meint und sage, aber ich hatte immer schon den Wunsch, es zu lernen. Ach ja? Er lacht spöttisch. Dann werde ich wohl ein wenig Zeit abseits der Tische finden, damit ich dich begleiten kann. Aber hast du nicht genau dafür Mike? Mike bekommt Prozente von meinen Spielen, er braucht nicht noch die zusätzliche Gunst deiner Gesellschaft zu bekommen. Ah, es gefällt mir, wenn du eifersüchtig bist. Dann bin ich jetzt verdammt eifersüchtig. Ich lache, aber seine Lippen verschlingen das Geräusch sofort. Seine Augen glänzen wie Chrom, als er mit einem glühenden Kuss mehrere Feuer in mir entfacht. Er legt mir die Hand an den Kopf, öffnet mit der Zunge meine Lippen und lädt mich ein, ihn zu erleben, ihn zu schmecken. Als wir uns voneinander lösen, sagt er, du bekommst also morgen eine Maniküre, lässt dir vielleicht eine Hochsteckfrisur machen, danach noch etwas shoppen und übermorgen das Konzert? Wenn du das möchtest. Er schweigt. Gibt es etwas, das du lieber Ich habe nicht von der Wette gesprochen, aber es ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich so tue, als ob. Ja, ich werde rot und schaue weg. Er kneift die Augen zusammen, als wollte er feststellen, ob ich die Wahrheit sage. Du hast mir beim Spielen zugesehen. Morgen bringe ich dich irgendwo hin, wo du mir zeigen kannst, was du tust, er widert Cullen mit leiser und undeutbarer Stimme. Mein Herz hat einen kleinen Aussetzer vor Überraschung. Das klingt gut. Ich schaue ihn aufreizend an, aber sein Ausdruck ist schwer zu durchschauen, während meiner allzu deutlich lesbar ist. Ich bin zu aufgeregt bei der Vorstellung herum zu laufen und mir Kunst anzusehen. Ich werde unsere Wette gewinnen, verspreche ich frech. Ich lächle. Er lächelt zurück, stupst spielerisch mein Kinn an und mir gefällt es. Auf dem Rückweg zum Hotel bin ich müde von der größten Mahlzeit, die ich mir je im Leben einverleibt habe. Ich stöhne und muss dann kichern, als ich daran denke, wie ich jedes Gericht probiert habe, bei dessen Zubereitung wir mitgeholfen haben und auch jedes, bei dem wir nicht mitgeholfen haben. Ich werde morgen nicht in mein schwarzes Glückskleid passen, verkünde ich mit einem besorgten Flüstern. Cullen schaut mich an, lächelt schief und streicht mir mit dem Daumen über die Wange. Kein Problem, du bist mein Glücksbringer, nicht dein Kleid. Ich lächle und möchte ihn anfassen und küssen, ihn verschlingen. Ich hatte gerade den ganzen Inhalt seines Kühlschranks impulsierende Appetit in mir noch gnadenloser als jeder andere Hunger. Da ist ein Verlangen, dass ich nicht stillen kann. Ich habe Angst, das überhaupt zu versuchen. Ich sehne mich schmerzhaft nach ihm, aber ich werfe mich ihm nicht an den Hals und darauf bin ich verdammt stolz. Ich war früher so leicht zu haben. Ein schönes Abendessen und ein Mann bekam alles von mir. Körper, Geist, Herz. Das Leben hat mich eines Besseren belehrt. Jetzt habe ich den denkwürdigsten Tag meines Lebens damit verbracht, um worben zu werden, und ich bin erstaunt, dass ich die Willenskraft besitze, ihm meinen Körper und mein Herz vor zu enthalten. Ich habe meine Lektion wohl gelernt. Und doch. Es muss daran liegen, dass er der gefährlichste Mann ist, auf den ich mich je eingelassen habe. Neben ihm sieht Emmert und die Art, wie er mich verletzt hat, wie ein Kinderspiel aus. Und in jedem Moment, in dem ich immer tiefer in diesen dunklen Wirbelsturm namens Cullen Carmichael hineingesogen werde, ist mir das bewusst. Außerdem hat dieser Mann etwas an sich, das meinen Stolz anstachelt, das mich herausfordert, meinen Wert zu beweisen, mein Bestes zu geben. Und ich habe eine Wette zu gewinnen. Jetzt, da ich all die Dinge gesehen habe, die Las Vegas mir geboten hat, kann ich mir nicht sicher sein, dass Cullen meinen Job wirklich aufregend und spannend finden wird. Insgeheim wünschte ich mir, er würde lernen, Kunst so zu lieben, wie ich es tue. Am Abend, als wir wieder im Hotel sind, gehe ich auf die Toilette und finde ihn anschließend im Wohnzimmer an seinem Laptop vor. Aus dem Kühlschrank hole ich mir eine Flasche Wasser. Ich bin körperlich erschöpft und doch will ich irgendwie nicht allein in meinem Zimmer sein. Ich bin unentschlossen und frage mich, ob was er liest und sieht mich an, stellt den Laptop beiseite und kommt auf mich zu. Wie viel Spaß hattest du heute? Es hat tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht. Ich grinse. Es war ein schöner Abend. Ich danke dir. Er sieht mich nachdenklich an. Dann gute Nacht, sagt er heiser und streckt die Hand nach mir aus. Er legt sie mir um den Nacken und küsst mich. Ich öffne mich sofort und brauche diesen Kontakt mehr als meinen nächsten Atemzug. Wir schmecken uns gegenseitig und wir schmecken gleich. Wie Schokopfefferminzkuchen und Kaffee und Himbeeren. Als er sich löst, lecke ich mir die Lippen, atme tief durch und sage mir, dass es einer dieser freundschaftlichen Küsse war. Aber das glaube ich nicht mehr. Cullen schnappt sich seine Jacke, wirft sie sich über die Schulter und macht sich auf den Weg zu seinem Schlafzimmer. Ich sehe ihm nach und will irgendwie, dass er mir noch einen guten Nachtkuss gibt. Ich will, dass er mir beibringt, wie man blöfft, mitgeht und wieder erhöht. Carmichael, rufe ich, ich wette, du kannst mir nicht noch einen guten Nachtkuss geben und ein zweites Mal seines wilden Ausdrucks, seines angespannten Körpers, seines Blickes, männlich und wissend. Sei vorsichtig, wenn du einen Spieler bei einem neuen Spiel herausforderst, warnt er heiser mit tiefer dominanter Stimme. Warum erregt mich das nur umso mehr? Ich habe keine Angst, aber mein Herz schlägt wie wild in meiner Brust, mein Puls flattert. Cullen verzieht den Mund leicht und wirft die Jacke beiseite, ist, mir seinen Arm um die Hüfte legt und mich an sich zieht. Baby, das solltest du aber. Bei dir? Niemals. Ich atme scharf ein. Man kann einen Mann in Versuchung führen, aber das bedeutet nicht, dass er auch trinken wird. Oh, ich werde trinken. Er übersieht meinen Hals mit Küssen. Nippen. Er küsst mich auf die Stirn. Die Wange. Jede schmerzungslos. Er ist noch nicht fertig. Sein Mund schwebt über meinem. Du hast nicht aufgepasst, Süße. Er streicht mir mit dem Mund über die Wange und flüstert mir ins Ohr. Wenn ich erst zwischen deinen Beinen bin, hält mich nichts mehr auf. Hoffentlich gibt es dann an dem Abend kein großes Spiel. Ich flirte und lächle ihn an. Ich will ihn so sehr, dass ich ihn fast schmecken kann, süß und würzig auf meiner Zunge. Und als er die Augen verdreht, als ob das größte Spiel der Welt ihn nicht aufhalten könnte, wenn er einmal angefangen hat, will ich hier stehe und zittere. Auf zehn Spitzen fordere ich ihn heraus, es mir zu zeigen, bettle um einen Kuss und sage seinen Namen. Er senkt den dunklen Kopf, teilt meine Lippen spielerisch mit seinen. Dann lässt er mich los, nur um gleich wieder zurück zu kehren, an seine starken, warmen, samtigen Lippen wieder auf meine zu drücken. Es ist eine herrliche Folter der bis er mich mit einer flüssigen Bewegung an sich reißt und ich ihn auf atemberaubende Art zu spüren bekomme, als er mich leidenschaftlich küsst. Sein Kuss ist voller Begierde und heiß wie Feuer. Er krallt sich in meinem Haar fest und hält mich, küsst mich so wild mit der Zunge wie nur er es kann. Wir küssen, schmecken, inhalieren einander immer wieder. In einer sexy Bewegung hebt er mich hoch. Er trägt mich aufs Sofa und ich bin schon so erregt, dass ich nicht weiß, warum er hier anfangen will. Ich bezweifle, dass ich mich beklagen würde, wenn er mich in sein Zimmer brächte. Mir wird bewusst, wie bereit ich für sein Schlafzimmer bin. Stattdessen sind wir hier und er küsst mich, bis ich verrückt werde, bettelt mich körperlich an zu handeln und seine Lippen lehren mich, auf eine Art zu begehren, wie ich noch nie zuvor einen Mann begehrt habe. Er streicht mir mit den Lippen über die Ohrmuschel. Wir liegen eng umschlungen da und seine Erektion pulsiert gegen meinen Oberschenkel und er schenkt mir Kuss um Kuss um Kuss. Oh, dieser Mann. Ich könnte mich daran gewöhnen, an ihn. Ich hebe den Kopf und er streicht mit den Lippen über mein Kinn hinab zu meiner Brust. Er hebt meine Arme über meinen Kopf und hält meine Hände dort fest, hält mich unter seinem Körper gefangen. Cullen, ich bin atemlos, überwältigt von dem verlockenden Versprechen, wie gut wir zusammen sein werden. Er zieht sich kurz zurück und senkt dann abermals den Kopf für einen weiteren sinnlichen Kuss. Sag Stopp und ich höre auf, aber wenn du es jetzt nicht tust, musst du dir später rasch irgendetwas ausdenken, um mich noch aufhalten zu können. Ich zögere, mir fehlt der Atem, ich bin high von ihm, von der Macht, die mir sein Verlangen gibt. Ich gewinne, flüstere ich mit vor Lust belegter Stimme und grinse, nicht, weil mir die dumme Wette wichtig wäre. Das ist sie nicht. Mir ist wichtig, den Spieler zu verführen, den Mann. Du kannst jetzt nicht von mir ablassen, oder? Flüstere ich und bete, dass dies der Fall ist. Er sieht mich mit schmalen Augen an, legt die Stirn an meine und atmet scharf ein. Wenn, knurrt er tief und herrisch und drückt mir einen letzten Kuss aufs Ohrläppchen. Er lässt ganz langsam von mir ab, sichtlich widerstrebend. Er schiebt sich von mir herunter. Noch langsamer richte ich mich auf und lasse mir von ihm auf die Beine helfen, solange ich noch weg gehen kann und bevor ich meine Meinung ändere und ihn anflehe, weiterzumachen. Fang nie ein neues Spiel an, wenn du es nicht gewinnen willst, necke ich ihn und strecke die Hand aus, um ihm mit der Fingerspitze über die Lippen zu streichen, von denen ich einfach nicht genug bekommen kann. Du bist eine Scharfmacherin, aber er mag das Spielchen. Ich weiß es, weil sein Lächeln alles verrät, aber du bist eine hinreißende Scharfmacherin, Rotschopf. Ich habe gewonnen. Du magst es, wenn ich dich bei deinem eigenen Spiel schlage, nicht wahr? ziehe ich ihn auf. Ich sollte mir auf die Schulter klopfen. Aber plötzlich fühle ich mich nicht wie ein echter Gewinner und ich hasse es, den Grund dafür zu kennen. Ich starre ihn direkt an und er erwidert es mit amüsiertem, aber schwelendem Blick. Ich werde aus dir schon noch eine Spielerin machen. Du magst einfach mein Poker Face. Er mustert mich demonstrativ von Kopf bis Fuß. Ich mag alles, was ich sehe, Miss Watson. Ich laufe blutrot an. Er wendet sich zum Gehen und ich gehe zu meinem Zimmer und bemühe mich wirklich nicht umzusehen. Es funktioniert nicht. Ich blicke schließlich zurück und mein Magen schlingert wie bei einer heftigen Achterbahnfahrt, als ich feststelle, dass Cullen die Arme ausstreckt und sich rechts und links am Türrahmen abstützt, vielleicht dasselbe überlegt, mit sich ringt, wie weit wir unsere Wette treiben sollen. Bis morgen, Carmichael. Sein Kinn ruht auf seiner Schulter. Er scheint tief in Gedanken zu sein. Bei dieser Wette hätte ich nichts dagegen zu verlieren. Ein guter Spieler zu sein bedeutet auch, zu wissen, wann man aufhören muss, erinnere ich ihn. Dies ist eins der Male, wo du hättest bleiben und spielen sollen, Baby. Seine heisere, drängende und hungrige Stimme machen mich ein wenig zu weich und ich spüre noch allzu deutlich seine teuflischen Küsse, seine Berührung. Ich weiß, was ich verpasse und ich weiß nicht, wie ich es aushalten soll, es mir noch viel länger zu versagen. Lächelnd beobachte ich mit einem Anfall von Verlangen, wie er verschwindet, dann zwinge ich mich zu duschen und in meinen seidenen Schlafanzug zu schlüpfen. Ich lege mich hin und versuche nicht an den heutigen Tag zu denken, aber ich bin unruhig unter den Decken. Ich wälze mich im Bett hin und her, erschöpft vom Adrenalin, von Vegas und von Cullens Küssen, die heißer waren, als die Polizei erlaubt. Ich wollte eine Ablenkung, etwas, das mich auf andere Gedanken bringt. Nur habe ich mehr als eine bloße Ablenkung gefunden. Es ist eine atomare Sexbombe und ich weiß nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Idee wäre, sie explodieren zu lassen. Ich wetter auf beides. Flasch Am nächsten Tag frühstücken wir spät am Buffet und auf dem Weg ins Casino erzähle ich Cullen von meinen Plänen. Ich gehe mich unter die Leute mischen. Nur zu, amüsier dich. Er gibt mir einen Geld Chip. Ich muss wirklich nicht, wir sind in Vegas. Und du bist mein Date. Das ist nicht gesagt, wir haben im Grunde genommen gerade noch eine Wette laufen. Du bist in Vegas, Vin. Also? Also geh und gewinne. Er gibt mir einen schnellen Kuss auf den Mund. Ich küsse ihn impulsiv zurück, dann weiten sich meine Augen, als ich mir bewusst werde, was ich tue. Ich höre ihn ausatmen, spüre seine Hände, die irgendwie auf meinen Schultern gelandet sind. In dem Moment, in dem sich meine Lippen mit seinen verbinden, greifen sie instinktiv fester zu. Erschrocken von dem elektrisierenden Gefühl, das vom Kontaktpunkt schüchtern ist, wie man es erwarten würde. Es ist eigentlich ziemlich ungezogen. Genau wie das Lächeln und der schwelende Blick die Kallen mir im Gegenzug schenkt. Ich verbringe die nächsten Stunden mit Schaufensterbummeln und beantworte dann ein paar E-Mails von meiner Assistentin. Ich gehe sogar zu den Spielautomaten und spiele für 10 Dollar und bin glücklich, dass ich einen Gutschein für 8 Dollar gewinne. Das bedeutet, dass ich in einer Stunde Spiel nur 2 Dollar eingebüßt habe. Juhu, Bin! Vielleicht habe ich nicht so viel Glück, wie Kallen denkt, aber ich habe auch nicht allzu viel Pech. Ich stehe ein paar Stunden später am Würfeltisch und beobachte alles neugierig, als ich spüre, wie er mir seine Arme um die Talie legt. Hey, schöne Frau, willst du spielen? Ah, nun, das klingt nach dem heißesten Vorschlag, den ich seit meiner Ankunft hier in Vegas gehört habe, ich schlage einen übertrieben charmanten Ton an. Sieh mal, ich schlafe allein, seit ich hier bin, und wie heißt es doch so schön, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, oder? Es könnte wirklich gut hier bleiben, ich meine, da läuft nichts unter meiner Bettdecke. Ich halte meine Stimme leise, damit nur er mich hören kann. Während ich spreche, schaukelt er mich leicht hin und her, und ich genieße es zu spüren, dass er seinen steifen Schwanz an meinen Hintern drückt. Dicht an mich gepresst spannt er die Arme um meine Taille an. Er atmet tief durch und flüstert, ich soll eine schöne Frau zum Mittagessen treffen, aber wenn ich dir aushelfen kann, diese Bettdecken ein bisschen zu zerwühlen, vielleicht kann ich das Essen verschieben. Ich küsse ich ihn so wie zuvor und frage mich, was es damit auf sich hat. Was hat es mit uns auf sich? Die Frage geht mir immer noch durch den Kopf, als wir das Restaurant betreten, in dem Cullen heute Morgen eine Reservierung gemacht hat. Er nimmt meine Hand und führt mich in den Raum. Ich lasse ihn, aber aus irgendeinem Grund hätte ich das nicht getan, wenn er jemand anderes gewesen wäre. Irgendwas an diesem Typen verbietet einfach jede Diskussion und es fühlt sich gut an, irgendwie beschützend. Cullen, sagt Cullen. Ich hebe meinen Kopf und entdecke Cullens Bruder Cullen mit einer meiner besten Freundinnen, ehemals Olivia Roth, jetzt Olivia Carmichael. Das Paar sitzt an einem Tisch in der hinteren Ecke und beide wirken genauso überrascht wie wir, als sie aufstehen. Livy, ich hatte keine Ahnung, dass ihr in Las Vegas Flitterwochen macht. Wir fallen uns um den Hals. Wir sind so aus dem Häuschen, dass wir wahrscheinlich auf- und abhüpfen und für Aufsehen sorgen. Aber so schnell, wie die Freude kommt, folgt die Neugierde der beiden. Livy schaut mich an, dann richtet sie ihren Blick auf Cullen und ein verwirrtes Lächeln erscheint auf ihren Lippen. Das tun wir gar nicht, wir verbringen hier nur zwei Tage, bevor wir nach L.A. und dann auf die Fiji-Inseln fliegen. Was machst du hier? fragt sie mich. Cullen. Ich schicke Cullen einen fast schreienden Blick zu, weil ich nicht möchte, dass er irgendwelche Erklärungen von sich gibt. Das ist eine lange Geschichte, antworte ich. Ich kann es kurz machen, wir haben einander herausge... schaltet Cullen sich ein, wir haben einander herausgefordert, die Arbeit des Anderen zu erleben und... Ach, Schwachsinn, es ist albern. Mein Bruder ist kein alberner Mann, sagt Cullen stoisch und ohne zu lächeln, nicht einmal ansatzweise. Nun, diese Wette ist es, du weißt, wie er ist. Er kann nicht aufhören, auf irgendwelchen Kram zu wetten. Wie dem auch sei, herzlichen Glückwunsch. Ich umarme Livy noch einmal, während die Männer zurück an den Tisch der Flitterböchner treten. Kommt, setzt euch, kommt zu uns. Sie nimmt meine Hand und zieht mich mit sich. Oh nein, das können wir nicht annehmen, erkläre ich zögernd. Cullen, vielleicht solltest du jetzt übernehmen, sagt Cullen. Warum, sie kommt doch prima zurecht. Und er wirft mir einen Blick zu, der alles und nichts sagt. Livy eingespieltes Team, ein sich küssendes Gaunerpaar, Freunde mit Geheimnissen, gute Freunde. Es ist, als wären wir ganz allein auf der Welt. Der Gedanke lässt mich wie verrückt erröten, und ich bin mir der Röte auf meinen Wangen bewusst, der Blicke, die auf mich gerichtet sind, der Art und Weise, wie Cullen mich mit neuer Verwunderung ansieht, als könnte er meine Gedanken lesen. Und wenn wir schon ganz allein auf der Welt sind, nur Cullen und ich, dann weiß er, was mir auf dem Herzen liegt, er. Und es ist mir nicht peinlich, dass er es weiß. Es liegt ein neues Prickeln in der Luft, und es ist wie ein Elixier. Es ist beleben, süß und erfrischend. Cullen zieht mir einen Stuhl heran und grinst, als ich zögere. Nur warum habe ich gezögert? Bin ich so gierig, dass ich an meinen letzten zwei Tagen in Vegas Silberauge ganz für mich haben will? Als mir die Antwort klar wird, schürze ich die Lippen, nehme Platz und beschließe mir etwas Essbares einzuverleiben. Denn so werden die Schmetterlinge verschwinden, die ich im Bauch spüre, wenn Cullens Knie meines unter dem Tisch berührt. Sollen wir bestellen? fragt Callan und wirkt amüsiert, bis Livy ihre Wangen aufbläst und ihm einen strengen Blick zuwirft. Ich weiß jetzt, was die Blicke des Paares bedeuten, denn als ich mit Callan Blicke tausche, weiß ich, was er denkt. Und was er denkt, ist alles, was jetzt zählt. Zwei Stunden später. Erkläre mir das. Die Situation erklärt sich einigermaßen von selbst. Mit Worten. Sie ist verfügbar. Körperlich. Lass sie emotional in Ruhe kallen. Sie ist ein netter Mensch und sie leidet. Ich weiß, dass es ihr nicht gut geht. Deshalb sind wir hier. Sie verdient es, über ihn hinweg zu kommen. Ich möchte erreichen, dass sie über ihn hinweg kommt. Du willst dich selbst dafür benutzen lassen, damit sie nein, nicht benutzen. Was denn sonst? Ich kann sie genießen und sie genießt die Vorteile, die man hat, wenn man mit mir zusammen ist. Ich zwinkere. Sie ist eine Freundin. Sie könnte mehr als das sein. Mein Bruder sieht verwirrt aus. Ich meinte, sie ist mir eine gute Freundin. Ich kannte sie, bevor ich mit Livy zusammen war. Also heißt das, ich darf eine Freundin der Familie nicht küssen. Du hast sie geküsst. Er fährt sich mit den Händen durchs Haar. Oh lieber Gott, das hast du doch nicht wirklich gerade gefragt. Zum Teufel, ich habe sie nicht den ganzen Weg hierher gebracht, nur um sie anzusehen. Nun, vielleicht hättest du das als Option in Betracht ziehen sollen. Und vielleicht solltest du daran denken, dass ich dich nicht gecoacht habe, als hat Callan mich noch nie in meinem Element gesehen. Er weiß nur, was seine reichen Freunde ihm erzählt haben, dass Spieler immer ihrem nächsten Verlustgeschäft hinterherjagen. Du wirst ihr wehtun. Und was, wenn ich das nicht tue? Ich schlucke das Bedürfnis herunter, meinem Bruder die Fakten, wie ich sie kenne, zu erzählen. Was ist, wenn ich ihr nicht wehtue? Was ist, wenn wir eine großartige Zeit zusammen verbringen? Noch wichtiger, was ist, wenn diese großartige Zeit außer Kontrolle gerät und wir feststellen, dass wir nicht genug voneinander bekommen können? Und wenn das funktioniert, wer sagt dann, dass wir uns nicht verlieben können und vielleicht unser eigenes Happy End haben? Oh mein Gott, er starrt mich ungläubig an. Hörst du, was du da redest? schiefgehen, dagegen solltest du dich wappnen, Kall. Ich bin nicht. Ich verstumme und denke nach. Winn hatte bereits jemanden, der ihr das eine sagte und das andere tat. Das werde ich nicht machen. Du bist nicht was? Kallen zieht eine Packung Zigaretten heraus und zündet sich eine an. Dann dreht er sie herum, um mir einen Zug anzubieten. Ich schüttelte den Kopf. Ich dachte, du hättest aufgehört. Er zuckt mit den Schultern. Stressiger Mist treibt mich zum Rauchen. Und Vegas? Er grinst und seine Augen funkeln. Und ich weiß nicht, ob ich wegen dem, was ich gleich zugeben werde, die Zigarette ablehne und ungläubig den Kopf schüttle. Ich streite nichts ab. Kallen beobachtet mich, bläst vorsichtig Rauch aus und kneift die Augen zusammen. Er senkt die Stimme. Kannst du das etwas genauer ausdrücken, weil Livy mich mit Fragen dazu nur so löchern wird? Sie könnte die richtige sein. Ich könnte mich in sie verlieben. Vielleicht bin ich schon verliebt. Wohin die Dinge sich von hier aus entwickeln, wird nur die Zeit zeigen. Ich beiße die Zähne zusammen und lehne mich auf meinem Stuhl zurück, verdammt kall. Das ist ja noch schlimmer als ich dachte. Er schnappt seine Zigarette und nimmt einen tiefen Zug. Schlimmer? Ich schüttle den Kopf. Versuche es mal mit besser. Ich grinse. Mein Bruder sucht nach den richtigen Worten, aber er wird sie nicht rechtzeitig finden, weil ich ihm keine Gelegenheit dazu gebe. Ich lasse sie nicht im Stich. Warum sollte ich? Ich Win und ich amüsieren uns prächtig zusammen. Die Chemie zwischen uns stimmt und es ist heiß und sie müsste doch verdammt noch mal inzwischen fertig sein mit ihrem Gespräch mit Livy. Ich weiß nicht, ob Livy Win dazu bringen wird, ihre Entscheidungen zu hinterfragen, aber wenn ja, werde ich sie daran erinnern, was sie verpasst, wenn sie weggeht. Sie kann nicht gehen. Sie wird nicht gehen. Ich bin zuversichtlich, denn sie weiß es, genau wie ich. Das hier ist etwas Besonderes. Etwas, das über Spielen und Geld hinausgeht, über Kunst und Poker, sogar über den Preis, der am Ende auf uns wartet. Wir sind hier noch nicht fertig. Okay, ich bin raus. Cullen braucht mich. Ich stehe auf, bereit zu gehen. Ich habe zehn Dollar beim Black Jack gesetzt und fünf verloren. Ich bin keine Verliererin. Ich bin eine Glücksbringerin. Ich lächle bei diesem Gedanken, aber das vergeht mir schnell, als ich mich umsehe und weder Callen noch Cullen finden kann. Was, wenn Callen Cullen warnt, sich von mir fernzuhalten, weil ich eine serienmäßige Daterin bin? Was, wenn Cullen auf ihn hört? Was, wenn er beschließt, mich heute Abend nach Hause zu schicken? Komm wieder runter, Win. Das wird nie passieren. Denk an die Verbindung zwischen euch. Du bist nicht allein in einem endlosen Meer von Menschen. Du bist eine Frau. Er ist ein Mann, ihr amüsiert euch prächtig. Ihr habt eine Wette laufen. Dass ihr zufällig Callen und Livy getroffen habt, wird daran nichts ändern. Ich atme tief durch. Hey Win, ich wette, wenn du ihm heute Abend beim Spielen Glück bringst, wird er dich umgekehrt auch im Bett beglücken, spottet Livy und lässt einen roten Chip für den Dealer liegen, als sie aufsteht und geht. Niemand beglückt hier irgendjemanden im Bett, außer dein Mann dich heute Abend. Ich kneife die Augen zusammen, Livy grinst frech. Aber natürlich, es ist auch mein erstes Mal in Vegas. Wir genießen es in vollen Zügen. Das sehe ich, Livy. Ich sehe, wie sehr du diesen Mann liebst. Wynn, ja, aber hör mal, sie bremst mich jetzt mit ernster Miene. Ich bleibe stehen. Amüsier dich ein wenig, aber sei vorsichtig. Zieh ein paar Grenzen. Kannst du das tun? Ihr verlegener Blick lässt vermuten, dass sie denkt, es sei eine unmögliche Bitte. Vertrau mir, es gibt Grenzen. Cullen ist kein Typ, der sich verliebt und ich würde mich nie in einen Kerl wie ihn verlieben. Ich will mich wirklich nur besser fühlen und ich habe noch nie im Leben so viel Spaß gehabt. Kannst du dich für mich freuen? Okay. Oh, und wenn du ihn ärgern willst, bitte ihn mit dir zu tanzen. Cullen sagt, dass er das hasst. Sie seufzt erleichtert. Er scheint dich zu mögen. Meinst du wirklich? Natürlich, warum auch nicht? Bevor ich antworte, fügt sie leise hinzu, und wenn man vom Teufel spricht. Ich drehe mich um und sehe einen finster dreinblickenden Cullen vor mir. Er sieht nicht wirklich finster aus. Bloß betrachtet er uns mit gerunzelter Stirn, als wäre er neugierig auf unser Gespräch. Und dieser Blick ist total männlich, total Kopf bis Fuß zu mustern, als würde er denken, ich hätte mich irgendwie verändert, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Ich fühle mich, als hätte er Anspruch auf mich erhoben, als würde er mich besitzen wollen, und als wäre ich bereits ganz und gar sein. Will ich das? Hör auf, Win, hör einfach auf. Ich hoffe, ich störe. Er nimmt meine Hand, als würde sie in ich stöhne und werfe ihm einen warnenden Blick zu. Gehen wir jetzt zu den Spieltischen? Nur wenn wir das wollen. Er führt mich weg. Ich schaue mich beiläufig um und winke Liv zu. Warte, du hast mich also meiner besten Freundin nur weggeschnappt, weil du mich nicht teilen willst? Ich habe dich schon genug geteilt. Er hält weiterhin meine Hand, während wir uns ein Recht auf mich zu haben? Ich hoffe, dass ich nicht rot anlaufe. Ich stupse ihn spielerisch, aber der erregende kleine Schauer, den meine weiblichen Antennen mir bescheren, verschwindet nicht, egal wie sehr ich ihn necke. Du bist zwanghaft, abergläubisch und ein Spieler. Kein Wunder, dass du Single bist. Und du tanzt nicht einmal. Du liegst in jedem Punkt richtig. Er scheint deswegen kein bisschen beunruhigt zu sein. Je mehr ich rede, desto dichter rückt er an mich heran. Er bleibt stehen, um sich an der Bar eines kleinen Club Restaurants einen Drink zu holen. Für mich nur einen Eistee, danke, sage ich ihm, als er fragt. Er reicht mir das Glas, nimmt seinen Whisky vom Tresen und führt mich zu einem Tisch. Levi hat Ich bin da nicht zu gebrauchen. Wie ein Vogel ohne Federn, der nicht fliegen kann, kein Rhythmus und keine Neigung dazu. Er wirft mir einen warnenden Blick zu, während wir uns an einen kleinen runden Tisch setzen. Denk bloß nicht, dass ich es jemals versuchen werde. Ich weiß, wie man dich zum tanzen kriegt. Er lächelt nachsichtig und schüttelt den Kopf. Ich einer Wette. Es herrscht Stille. Ich schaue auf in sein Gesicht. Silberauge sieht mich seltsam an. Eine Augenbraue wandert langsam nach oben. Die andere folgt sehr langsam. Verdammt seist du. Er lacht, als könnte er nicht glauben, dass ich es gewagt habe, das anzusprechen. Siehst du? Ich grinse. Du bist eine Teufelin. Ich kenne deine Schwäche. Er stellt seinen Fuß sich nach vorne, einen Ellbogen auf dem Knie. Er grinst. Ein Grinsen, vor dem der Teufel selbst fliehen würde. Wie viel? Worauf wetten wir? Warnlämpchen leuchten in meinem Gehirn auf, aber ich habe zu viel Spaß, um einen Rückzieher zu machen. Und ich will den Kerl wirklich zum Tanzen bringen. Wir wetten um... Ich denke darüber nach, unsicher, was ihn am ehesten dazu verleiten würde. Sag du mir, was dich auf die Tanzfläche bringen würde. Ich stupse ihn an und zeige auf die Tanzfläche. Er streckt blitzartig die Hand aus, legt sie mir um den Finger und hält meine Hand in seinem warmen Griff. Bei der plötzlichen Bewegung zuckt mein Blick zu ihm nach oben. Dich die ganze Nacht lang durch zu vögeln, meint Kallen Es wäre schön, um ehrlich zu sein. Ich bin so egoistisch. Was hast du an? Ich blicke auf meine Kleidung hinab. Zum Schlafen, Baby, sagt er und verdreht die Augen. Ich laufe rot an. Oh, meinen Pyjama. Falsche Antwort. Okay, ein T-Shirt und ein Höschen. Wieder falsch. Gut, ich werde etwas Verrücktes tun und alles ausziehen. Alles außer meiner Unterwäsche. Nur wenn du mit mir tanzt. Du wirst die sexy Unterwäsche tragen. Nein. Doch, das steht nicht zur Debatte. Er richtet sich auf, steht langsam auf und zieht mich hoch. Du hast nicht darum gebeten, Baby, du hast gebettelt, warnt er. Ich laufe wieder rot an. Verdammt sei er. Ich winke ab, als ob es an der Beleuchtung läge und gehe dicht in seine Arme und in der unmittelbaren Nähe seines warmen festen Körpers werden mir plötzlich die Knie weich. Er greift in mein Haar und zwingt mich ihn anzusehen. Da schwillt ein Feuer nicht so knapp. Und noch etwas anderes. Etwas Fragendes. Aber die Frage brennt in seinen Augen, als sich meine Lippen erwartungsvoll öffnen. Bitte, denke ich. Er flucht leise vor sich hin. Ein tiefes Knurren, bevor seine Lippen auf meinen sind und seine Zunge schnell eindringt. Nass. Heiß. Die Musik wechselt und Hundred Years tönt aus den Lautsprechern. Als Cullen sich wieder von mir löst, läuft mir ein Schauer über den Rücken bei der Art, wie er mich ansieht. Für einen Mann, der nicht tanzt, hast du die richtigen Bewegungen drauf. Meinst du? Du tanzt toll. Ich tanze nicht gerne, frag mich nicht warum, ich mag es einfach nicht. Hab es nie gemocht. Er verlangsamt den Tanz, schiebt mir seinen Arm um die Taille und zieht mich so entschieden an sich, dass ich unwillkürlich zittere und stöhne. Ich winde mich hilflos in seinen Armen, als er mich wieder küsst und ich erwidere bläht die Nasenflügel, kneift die Augen zusammen. Wie schaffst du es, mich so verrückt zu machen? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich bin halt besonders gut mit dem ausgestattet, was dich verrückt macht. Das ist das Geheimnis? Es gibt kein Geheimnis. Ich fühle mich, als wäre die Welt gerade um uns herum verschwunden, als wären wir kurz vor einer zombie Apokalypse, aber wie es werden würden, würden wir unseren Weg zusammen finden. Was denkst du gerade? Das willst du auf keinen Fall wissen, sage ich lachend. Wenn es so lustig ist, dann doch, auf jeden Fall. Ich zögere und überlege, ob ich es ihm sagen soll oder nicht, ob er denken wird, dass ich zu mädchenhaft oder vielleicht nicht mädchenhaft genug bin, wenn ich an Zombies und Monster Moment die einzigen Menschen auf der Welt. Ich lasse den Teil mit den Zombies weg. Wenn das Geständnis an sich nicht abschreckt, die Monster könnten es. Er schiebt die Hüften vor. Einmal. Zweimal. Lust beginnt in mir zu brodeln. Ich wiege die Hüften zu ihm vor, drücke ihn an mich, packe seinen Hinterkopf und küsse ihn voller Leidenschaft. Ich weiß nicht, Fläche durch die Kleidung vögelt, aber plötzlich bröckelt und brennt meine Welt. Nichts existiert mehr außer weltbewegender, zuckender, benebelnder Lust. Ich weiß nicht einmal, ob er mit mir kommt und für wie lange ich meinen Realitätssinn verloren habe, aber als ich wieder in der realen Welt bin, ist sein Kuss tief und langsam und er erstickt meine Schreie. Was für ein Lügner. Du bist gar nicht so schlecht, sage ich atemlos. Wirklich? War mir nicht bewusst. Seine Stimme ist heiser, die Augen lieder halb geschlossen und schwer. Weiß nicht? Er schüttelt langsam den Kopf. Ich bin mir bewusst, dass du außer Atem und rot geworden bist. Er senkt den Kopf an mein Ohr. Du bist verdammt noch mal gerade in meinen Armen gekommen. Ich gebe mutig und atemlos flüsternd zu und ich habe mich nicht zurückgehalten. Wow. Ich weiß nicht, wie ich diese Dinge zu ihm sagen kann. Ich scheine instinktiv zu wissen, dass er sie hören will. Hören muss. Sein ganzer Körper strotzt vor Kraft, als er mich fester umarmt, den Blick durch die halb geschlossenen Lider unverwandt auf mich gerichtet. Ich schlucke schwer und er packt mich fester um die Taille und drückt mir einen Kuss auf die Schläfe, bevor er sich wieder zu meinem Ohr vorbeugt. Willst du mehr? Woran denkst du gerade? Was hat dich so angetirnt, ha? Ich schlucke, atemlos, schlaff in seinen Armen nach meinem Oh. Gewinn! Ich hebe stolz das Kinn, unfähig mein lautes Atmen zu unterdrücken. Sein Blick schimmert vor Hitze. Nein, nicht ans Gewinnen. Doch, daran unsere Wette zu gewinnen. Du willst wirklich meinen Mund zwischen deinen Schenkeln spüren, nicht wahr, Rothschopf? Er schaut mich mit funkelnden Augen an und schnurrt die Worte dabei förmlich. Ich äh, nein, es ist ein Ego-Ding, kontere ich. Oder ein Mund zwischen deinen Schenkel-Ding. Er nimmt meine Hand und führt mich hinaus zu einem freien Spieltisch. Komm her, setz dich, ich weiß was Besseres. Er setzt sich an den Tisch. Lächelnd setze ich mich neben ihn. Was gerade passiert ist, dass ich die Kontrolle verloren habe, ist mir peinlich. Ich lasse meinen Blick nervös durch das Casino streifen. Konzentrier dich, sagt er. Auf was? Auf mich, Rothschopf. Ich schlucke und richte den Blick ruckartig auf seine unergründlichen Gesichtszüge. Seine Augen glänzen. Er entspannt sich. Ich will um mehr spielen. Mehr, als dass du heute Abend nur in meinen Armen schläfst, sagt er mir. Um was? Drei Minuten meine Zunge in deinem Mund. Bah! Es ist nur ein Spiel, Rutschopf. Eher wie Krieg. Warum? Nun, immer wenn man wettet, verliert man entweder Geld oder Kleidung oder Selbstachtung. Das ist bei allem im Leben so, alles hat seinen Preis. Der Preis des Gewinnens ist Wetten. Manchmal um mehr als das, womit man sich wohl fühlt. Mal gewinnt man, mal verliert man. Er zieht mich vom Tisch weg. Lass uns das oben weiter führen. Er wählt eine Nummer auf dem Handy. Oliver, sie treffen mich an den Aufzügen. Was ist der schlimmste Verlust, den du je hattest? Frage ich Cullen, als wir zum Aufzug gehen und Oliver schnell dazukommt. Oliver räuspert sich. Ich kann verraten, dass es nicht beim Kattenspielen warm ist. Danke, Oliver, knurrt Cullen mit kaltem Blick. Ja, Sir. Oliver hält den Mund und ich frage mich, was er meint. Wir steigen aus dem Aufzug und gehen direkt in unsere Suite. Oliver folgt. Immer wenn ich verliere, trage ich das hier. Cullen reißt sich das weiße Hemd vom Leib. Verbrennen sie es. Er wirft es Oliver zu, der es aus der Luft fängt. Ja, Sir. Holen sie mir ein paar von meinen schwarzen, drei oder vier. Ein Schwarz läuft es immer gut. Erledigt, Sir. Das wäre alles, Oliver. Gute Nacht, gönnen sie sich ein gutes Abendessen, lassen sie es fließt die Tür hinter Oliver und schaut mich interessiert an. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sagten gerade, dass du eingewiesen werden müsstest. Ich zucke mit den Schultern, als würde ich ihn nicht gerade aufziehen. Nein, wir sagten, dass du für diesen Anlass overdressed bist. Er mustert mich von Kopf bis Fuß. Er setzt sich auf die Wohnzimmer Couch und beugt sich beim Sprechen vor. Strip Poker. Wir spielen bis zum Ende. Dann gehe ich all in für drei Minuten mit deinem Mund. Ich starre ihn an. Ich kann nicht aufhören zu schlucken. Also wenn ich gewinne, ziehst du dich aus? Frage ich, um mich abzusichern. So ist es, wir spielen um Kleidung. Dann spiele ich um deinen Mund. Ich lache boshaft. Da müsstest du sehr weit kommen, um dahin Glück haben werde. Ich werde jedenfalls nicht die paar Dollar erwähnen, die ich beim Black Jack verloren habe. Diese Pechsträhne an den Tischen war nicht wirklich Pech. Ich habe lediglich verloren, weil ich nicht aufhören konnte, an Cullen zu denken. Und an seinen Mund. Seine Augen, seine Berührung. Gott, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Cullen lächelt ein Lächeln, das allzu deutlich und aufregend ist. Ein Lächeln, das sagt, die Wette gilt. Nachdem wir es ausgesprochen haben, gibt es kein Zurück mehr. Cullen holt zwei Sätze Spielkarten und ich sitze auf der Kante der riesigen Wohnzimmer Couch und kann kaum still halten, während er die Karten mischt. Es fühlt sich an, als hätte ich mich mit einer Wildkatze in der Hotelzimmersuite eingeschlossen. Mein Herz setzt von all dem Testosteron in der Luft ein Paar Schläge aus. Das Wort attraktiv ist viel zu zahm für diesen Typen. Er ist so viel mehr. Dunkler, härter, männlicher, anziehender. Alles an ihm ist Sex und ich habe zugestimmt Strip Poker mit ihm zu spielen. Etwas das ich in meinem ganzen Leben noch nie getan habe. Sitzt du bequem? fragt er. Nicht wirklich, gebe ich zu. Er senkt den Blick zum Boden und ich mache es mir auf dem Teppich bequem. Dann holt er ein Tablett mit Chips her und jeder davon ist 100.000 Dollar wert. Ich habe keine 100.000 Dollar. Wir werden kein Geld setzen. Wir spielen wie besprochen um deine Kleidung. Und um deine. Das auch. Er lässt sich mir gegenüber nieder. Das Spiel beginnt und in den ersten drei Runden muss ich nur meine Schuhe ausziehen und meine Halskette ablegen. Cullen hat noch nichts ausgezogen. Während der nächsten beiden Runden werde ich mein Kleid los und Cullen muss seinen Gürtel abnehmen. Ich habe nur noch meine Unterwäsche an. Er trägt immer noch Hose und Unterhemd. Zur Hölle mit ihm. Ich komme immer mehr ins Spiel und bin zusehends nackter. Ich bilde es mir vielleicht ein, aber ich könnte schwören, dass seine Pupillen jedes Mal schwärzer werden, wenn ich ein Kleidungsstück ablege. Meine körperlichen Reaktionen auf diesen Kerl verblüffen mich. In mir zieht sich alles zusammen, wenn wir uns gegenseitig die Karten zeigen und unsere Blicke sich begegnen und wenn ich mich endlich wieder innerlich entspanne, geht alles in hektischem Tempo weiter. Meine Atemzüge, mein Puls, meine Gedanken. Er ist fast einen Meter neunzig groß und dunkel wie die Dämmerung. Alles an ihm ist dunkel, außer diesen glänzend silbrig diamantenen Augen, Augen, mit denen er mich verfolgt, als ich aufstehe, um mich auszuziehen. Er streicht sich mit der Handfläche über den Kiefer und studiert mich mit einem fesselnden Blick, so wie er es tut, wenn er mit einem echten Spieler am Tisch sitzt, mit jemandem, den er als ebenbürtig betrachtet, mit jemandem, der das Potenzial hat, den Einsatz zu erhöhen und im Spiel zu bleiben. Gewinnen oder verlieren? Gast und draußen vor den Fenstern, aber in der Suite ist es plötzlich sehr, sehr still geworden. Die Karten werden neu verteilt. Ich zeige ihm einen Straight Flush, während er nur ein Paar hat. Er packt sein Unterhemd am Saum und zieht es sich über den Kopf. Er sieht frustriert aus und ich genieße es. Ich bin an der Reihe, ihn mit Blicken zu verschlingen. Er knurrt, wie immer, wenn er nicht lächeln oder lachen will. Mir gefällt, was ich da sehe. Oh, du willst das so spielen? Er lässt den Blick über die Wölbungen meiner Brüste schweifen und ich weiß, dass ich im Nachteil bin. Dennoch ich schaue hin. Der Anblick seiner nackten Brust raubt mir den Atem. Seine Arme sind muskulös und definiert und so hinterhaut und versuche nicht zu bemerken, wie stark sein Hals ist, wie sein Adams Apfel sich bewegt, wenn er spricht. Braves Mädchen, Wen. Ich versuche nicht zu bemerken, dass sich sein Mund bewegt und er spricht. Doch es ist schwer, ihn nicht mit meinem eigenen zum Schweigen bringen zu wollen und dem heißen Bastard nicht einfach seine drei Minuten mal tausend zu geben. Wir bald senke ich die Hand und befürchte, dass ich nicht viel zum Gewinnen habe. Mist. Jetzt ist mein BH weg. Cullen stützt sich auf seinen Ellbogen ab und sieht zu, wie ich ihn ausziehe. Ich bin jetzt unruhig, unfähig zu spielen. Der Versuch, meine Brüste mit beiden Händen zu verdecken und gleichzeitig die Karten zu halten, ist vergeblich. Also halte ich mir den Arm vor meine Brüste und mache ein finsteres Gesicht. Letzte Runde, sonst habe ich nichts mehr zu setzen. Deinen Mund, Gwyn. Er beobachtet mich für einen Moment. Seine Atmung ist ruhig, aber die Farbe seiner Augen wechselt und verdunkelt sich nach und nach wie geschmolzenes Metall. Seine Worte erreichen mich, streifen mich. Ich fühle mich wie ein ungeschützter Nerv, wie ein offenliegendes Stromkabel. Okay, hauche ich. Daraufhin lächelt er. Ein so aufrichtiges Lächeln, dass ich ihn auf den Mund küssen will und mir plötzlich verzweifelt wünsche, dass er die Runde gewinnt. Ein Rausch von Empfindungen tobt in mir, während ich seinen schwelenden Blick absorbiere. Ich habe noch nie zuvor Augen in diesem Farbton gesehen. Sie sehen jetzt fast transparent aus, aber es ist der unergründliche geheimnisvolle Blick dieser halbgeschlossenen Augen, der mich noch mehr in seinen Bann zieht. Die Vorstellung, dass diese Augen mich beim Sex beobachten, umnebelt meinen Verstand und mein Geschlecht kribbelt so sehr, dass ich mich winden möchte. Wir spielen. Ich gewinne. Zu meinem Schock und Unglauben. Ich habe nichts auf der Hand, knurrt Cullen. Mit einem lasziven, untypischen Lächeln steht er auf, öffnet den Gürtel seiner Jeans und zieht den Reißverschluss herunter. Meine Kinnlade hängt herunter, als ich bemerke, wie sein riesiger Schwanz gegen seine Boxershorts drückt. Ich kann seine Spitze sehen, die oben aus den Shorts drängt, vollständig irrigiert, sehr rosa, sehr prall. Als er seine Jeans beiseite wirft, bin ich außer mir vor Verlangen. Ich sehne mich danach, ihn zu berühren und zu müssen, aber Cullen teilt die Karten neu aus, wieder. Und es ist sündhafte Folter, die Art von Folter, bei der meine Augenlider schwer werden, mein Mund ganz trocken wird. Meine Hände zittern, während wir das nächste Spiel spielen und jetzt bin ich verzweifelt, verzweifelt versessen darauf, dass er irgendwie seine Boxershorts los wird. Ich lecke mir über die Lippen, studiere meine Karten eingehend und Cullen mustert mich. Wieder nichts. Er wirft seine Karten ab, um mir zu zeigen, dass er nichts brauchbares auf der Hand hatte und mein Herz beginnt zu hämmern, als er aufsteht, um sich die Boxershorts auszuziehen. Oh mein Gott. Mir tun die Augen weh, so schön ist der Anblick. Du hast gar nicht richtig gespielt, werfe ich Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich seinen wunderschönen Schwanz vor mir habe, und natürlich verliere ich das nächste Spiel. Komm her, Wyn. Du willst einen Gewinn. Er nickt sehr langsam, beinahe warnend, und beobachtet mich beim Näherkommen. Ich bedecke die Brüste immer noch mit einem Arm. Es erschwert mir das Atmen, wie sein Blick mich vom Scheitel bis zu den Fußspitzen verzehrt. Als ich ihn erreiche, packt er mich an den Hüften und drückt mich auf seinen Schoß, und dann nimmt er mit beiden Händen mein Gesicht und beugt sich vor. Seine Lippen öffnen meine, sein Atem an meinem, als schreckt meinen Kopf zur Seite um besser dran zu kommen und dann ist seine Zunge überall an meiner, reibt und kreist mit feuchten schmeichelnden Stößen. Er reibt seinen steifen Schwanz gegen meine Scham und das Einzige, was mich noch von ihm trennt, ist der dünne Stoff meines Hüschens. Er gibt ein leises, genüssliches Geräusch von sich, ein in die Länge gezogenes Ich bin außer Atem, als ich mich zurücklehne. Ich frage mich, für wen er diese Geräusche sonst noch macht. Er holt sich die vollen drei Minuten und legt mich hin, während er mich küsst. Und ich will nicht aufhören. Meine Lippen bewegen sich im Einklang mit seinen. Ich bin so hungrig, so unglaublich hungrig, dass ich meine Hände nicht davon abhalten kann, Ich packe ihn und halte mich fest, öffne den Mund noch weiter unter seinen Lippen und seine Zunge verschlingt mich mit jedem einzelnen Stoß in meinem Mund. Ich spreize die Beine und brauche etwas, irgendeine Art Druck zwischen ihnen und als er sich mit seinem Gewicht auf mir niederlässt, fühlt sich seine Erektion so gut an, dass ich mich ihm entgegenwinde, um ihm näher zu sein. Er stöhnt leise und löst die Fäuste aus meinem Haar, reißt sich von mir los und blickt mit verhangenen silbernen Augen auf mich herunter. Scharfmacherin, sagt er, du schläfst heute Nacht neben mir. Cullen hilft mir auf, sammelt unsere Kleider ein und führt mich dann mit der Hand im Nacken in sein Zimmer. Er sieht zu, wie ich gehorsam in sein Bett steige und legt unsere Kleider ab. Er zieht die Decke unter mir weg, steigt von der anderen Seite ins Bett und schiebt seinen harten Arm unter mich. Ich beobachte, wie die Muskeln seiner Arme bei der Bewegung spielen. Als wir nebeneinander liegen, schaue ich ihm in die Augen. Meine Finger wollen etwas mit ihm anstellen, ebenso mein Mund und jeder andere Teil von mir, der sich bewegen, schmecken, hören oder sehen kann. Aber ich gestatte mir nicht, mich zu rühren. Es braucht meine gesamte Willenskraft, es nicht zu tun. Ich hatte gesagt, du solltest Dessous tragen. So zeige ich mehr von mir. Ich trage nur mein Höschen, erwidere ich. Er ist bereits nackt und ich kann nicht genug davon bekommen, seinen Waschbrettbauch zu betrachten, seine wie gemeißelten Arme und seine Brust, alles an ihm definiert, hart, athletisch, harmonisch, vollkommen. Wir heben die Dessous fürs nächste Mal auf. Als er mich halbnackt in seinem Bett auf sich wirken lässt, verdunkeln sich seine Augen und er beugt sich herunter, um mir einen Kuss auf den Bauch zu geben, zwischen meiner Pussy und meinem Bauchnabel, direkt über den Rand meines Höschens. Dann küsst Aufmerksamkeit sehnen. Genau so gefällst du mir, flüstert er und ich stöhne und sage, nicht schummeln, bevor er sich neben mich legt und seine starken Arme wieder um mich schlingt. Wir hatten gesagt, du dürftest mich auf den Mund küssen, sonst nichts, erinnere ich ihn atemlos. Du kannst es mir nicht verübeln, es versucht zu haben. Er zieht mich näher heran, so nah, dass ich seinen Schwanz köstlich nervenaufreibend hart an meinem Bauch spüren kann. Er schaut mir ins Gesicht und ich rücke die Hüften ein wenig näher an seine. Ich will wissen, wie du dich anfühlst, sagt er. Bevor wir nach Chicago zurückkehren, wirst du darauf brennen. Zweifellos denkst du, dass ich für dich brennen werde, wie alle deine. Er drückt mit Zunge. Ich erzittere unwillkürlich, als die heiße, nasse, vertraute Zunge über meine gleitet. Wir küssen uns für eine Weile, bis ich keuche und sein Schwanz so hart ist, dass ich etwas Feuchtes an meinem Bauch spüre. Es geht mir durch und durch, wie dieser Typ mich küsst. Als er mir mit der Hand über meine Brust fährt und die Finger spreizt, um Er stöhnt, als ich seine Brust streichle. Du fühlst dich gut an, gebe ich leise zu. Du trainierst, nicht wahr? In dir werde ich mich noch besser anfühlen. Sein Ausdruck ist finster und wild, als er dieses Versprechen flüstert. Und ja, tue ich. In seinen Armen entspanne ich mich und drücke meine Wange an seine Brust. Höre seinen starken, stetigen Herzschlag. Und ehe ich mich versehe, schlafe ich bereits. Ich wache im Sonnenlicht auf, entspannt und eingekuschelt in einer herrlichen Wärme. Als ich merke, dass mich Cullen mit seiner glatten, muskulösen Brust und seinen starken Armen umfängt, gebe ich meinen Eierstöcken einen kurzen Moment Zeit, sich von diesem glücklichen Schock zu erholen. Meine Augenlider flattern und ich erblicke ihn, wie er mich anstarrt. Wir mustern uns gegenseitig. Lautlos strecke ich die Hand aus und berühre seine Wange und die kurzen Stoppeln dort. Ich habe göttlich geschlafen, gebe ich mit schläfriger Stimme zu. Danke. Hast du überhaupt geschlafen? Er studiert meine Gesichtszüge und streicht mir das Haar zurück. Ein wunderschönes Lächeln im Gesicht. Was ist? Du hast mich im Schlaf nicht etwa gefilmt, oder? Nein, aber nicht, weil ich es nicht gewollt hätte. Er betrachtet mich weiterhin. Wir sollten uns wahrscheinlich anziehen. Ich schließe meine Augen und genieße es, seine Hand auf meinem Rücken zu spüren. Wie nah sein Schwanz meiner Scham ist. Den Klang seiner leisen tiefen Atmung, die im Gegensatz zu meinen abgehackten Atemzügen langsam und gleichmäßig ist. Er, wir sollten loslegen. Ich schiebe mich aus dem Bett und ziehe mich an, wohl wissend, dass er sich im Bett aufsetzt, seine Arme hinterm Kopf verschränkt und ein sexy Grinsen auf den Lippen hat, dass man einfach nur küssen möchte. Höre ich da ein Zögern in deiner Stimme? Mitten beim Hochziehen des Reißverschlusses an meinem Kleid halte ich inne. Was? Ich bin kurzatmig. Nein, ich bin, äh, wenn du denkst, ich würde dir jetzt sagen, dass dein Leben ätzend ist. Er nickt düster. Das ist es nicht. Er runzelt die Stirn. Kopfschüttelnd ziehe ich mich weiter an. Es gefällt mir wirklich gut, hier bei dir zu sein. Aber Glücksspiel ist immer noch falsch und Kunst ist magisch. Ich muss in zwei Tagen zurück. Machen wir das Beste aus dem heutigen Tag. Ich springe unter die Dusche. Bis gleich, sage ich von der Tür aus. Er schenkt mir ein qualvoll sinnliches Lächeln, bei dem ich meine Zehen in den Teppich kralle und dann barfuß in mein Zimmer gehe. Was ist hier los? Die Schmetterlinge, die beim bloßen Gedanken an eine Wiederholung der letzten Nacht in meinem Bauch herumflattern, sind die verrücktesten kleinen Dinger, die ich je gespürt habe. Der Gedanke, mich nachts zu ihm ins Bett zu kuscheln, nur er und ich. Es macht mir Angst, wie sehr ich mich danach verzehre. Es macht mir Angst, dass es erst ein paar Tage sind und ich bereits an nichts anderes mehr denken kann als an Cullen. Ich atme Cullen Carmichael. Ich lebe Cullen Carmichael, denn dieses Leben, es ist nicht real. Las Vegas ist eine Fantasie. An etwas langfristiges mit Cullen zu denken ist eine Fantasie. Wenn es zu Ende ist, werde ich mich nur noch leerer fühlen. Heute Abend. Gestern Abend. Ich habe nicht geschlafen. Mit schwerem Herzen und steifem Schwanz habe ich immer wieder Wynn angesehen, die neben mir tief schlief. Ich verbringe nur ungern die Nacht mit den Frauen, mit denen ich schlafe. Aber etwas an dieser Frau hat sich bei mir immer besonders angefühlt. Etwas hat mich immer dazu gebracht, sie beschützen zu wollen. Ich bin an ihr interessiert und ich möchte sie ganz für mich allein haben. Ich habe so etwas schon lange nicht mehr erlebt. Und ich erinnere mich nicht jemals derart an einer Frau interessiert gewesen zu sein. Sie rümpft die Nase über das, was ich tue, aber ich sehe den Ausdruck in ihren Augen, wenn sie mich anschaut. Interesse, Neugierde, Verlangen. Es weckt in mir den Wunsch, sie zu nehmen und zu brandmarken und sie dazu zu bringen, kallend zu schreien, bis sie heiser ist. Ich denke an die einzige andere Frau, von der ich je besessen war, vor 14 Jahren. Es ist nicht gut ausgegangen, aber es stand schon von Beginn an auf wackeligen Beinen. Ich bin schwanger. Gott, wie soll ich mich um das Baby kümmern, Kallen? Ich war schockiert. Auch glücklich, aber auch verwirrt. Ich versicherte ihr, ich werde einen Weg finden. Dein Vater. Ihre Tränen verschwanden, als wären sie nie da gewesen. Du wirst mit ihm reden. Er wird uns eine Starthilfe geben und alles wird gut. Es ist nicht die Verantwortung meines Vaters, es ist meine. Was? Du bist 17 Jahre alt. Du suchst dir irgendeinen Bürojob und verdienst was? 12 Dollar am Tag? Wie soll das mir und dem Baby helfen? Du bist verrückt, weißt du Wahnsinnig. Ich hatte es nie in Betracht gezogen, meinen Vater um Hilfe zu bitten. Doch wenn ich es getan hätte, hätte er mir Alternativen zugeschrien, während er seiner Sekretärin gleichzeitig eine Liste mit den wichtigsten Punkten diktiert hätte, warum ich mich aus dem Staub machen sollte. Trotzdem konnte ich wie könnte ich das? Sie hat mir das größte Geschenk meines Lebens gemacht. Sie hat mir meinen Sohn gegeben. In gewisser Weise hat sie mir auch meinen Beruf gegeben. Ich hatte nicht viele Möglichkeiten. Also besorgte ich mir noch an dem Abend einen gefälschten Ausweis und fuhr in ein Indianer Reservat. Ich ging direkt in den Pokerraum. Damals benutzten die Casinos virtuelle Tische, die eher wie Videospiele waren, aber sie zahlten wie jede andere Maschine Gewinne aus. Ich hob 1000 Dollar von meinem Sparkonto ab und spielte die ganze Nacht. Wenn ich zurückblicke, weiß ich nicht, wie ich es angestellt habe. Ich war grün hinter den Ohren oder jung oder dumm. Vielleicht alles gleichzeitig. Und ich war so in sie vernarrt, dass ich mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen konnte. Eine Woche später rief ich sie an und bat sie mich zu treffen. Ich zahlte ihr jeden Dollar aus meinem Gewinnen aus. Hier, ich blechte über 6000 Dollar, eingerollt und mit einem Gummiband verschnürt. Was ist das? Wow, das ist... Lass keine Abtreibung machen, sagte ich ihr. Heirate mich. Ich will dich nicht heiraten. Ich gehe mit Cody Baxter aus. von der Baxter Group. Sie sind wirklich reich, wie deine Familie, nur dass es ihm nichts ausmacht, seinen Vater um Geld zu bitten. Mein Vater lebt weit weg in Chicago, Sondra. Es ist nicht seine Verantwortung, es ist meine. Du bekommst mein Kind. Heirate mich. Du kannst mir nicht geben, was er mir geben kann. Du redest nicht mal mit deinem Vater und deine Mutter gibt was davon übrig ist. Ich war am Boden zerstört, als ich hörte, dass sie sich mit Cody traf und Cody eine anständige Frau aus ihr machen wollte. Sie war nur ein Mädchen, ein dummes Mädchen, das sich auf Geld und materielle Dinge konzentrierte, anstatt eine richtige Familie mit einem Mann anzustreben, der ihr alles gegeben hätte. Ein paar Monate nach der Geburt meines Sohnes rief sie mich an und sagte, wir sind verheiratet, er will ihn adoptieren, du musst zustimmen. Wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich nicht, ob sie in dieser heilen Welt der großen Häuser und luxuriösen Autos wirklich glücklich war, oder ob sie mich verletzen wollte. Manchmal denke ich, dass sie es bereut hat, schwanger geworden zu sein, obwohl ich immer noch denke, dass sie es so geplant hatte. Es war, als hätte sie gedacht, dass die Schwangerschaft die Dinge beschleunigen und sie vor ihrer Zeit ins Erwachsenenalter befördern würde. Sie benutzte meinen Sohn gegen mich und selbst jetzt, wenn ich an diesen Anruf denke, spüre ich immer noch, wie es mir das Herz abdrückt und ich kann sie mir fast ins Ohr flüstern hören. Er will ihn adaptieren. Du musst zustimmen. Werde ich nicht. Ich werde dich verklagen. Du darfst dich ihm nicht nähern. Du bist ein schlechter Einfluss. Ich habe es für dich getan. Für ihn. Niemand hat dich gebeten zu spielen. Du bist eine Schlampe. Du bist ein verdammter Verlierer. Weißt du, warum du spielst? Weil du weißt, dass du ein Verlierer bist und der einzige Weg dem Gefühl entgegen zu wirken ist, so viel wie möglich zu gewinnen. Fick dich. Sie war die Angeschmierte. Es war mir egal, was sie über mich dachte und es war mir egal, dass sie es nicht verstand. Es war die großartigste Karriere, der beste Job, den ich mir je erhoffen konnte. Das hatte sie bei Cody nicht. Sie hatte nicht einmal Cody. Das Geld, das sich an den Spieltischen gewann, hätte ihr einen echten Job, eine 40 Stunden die Woche Verpflichtung ersparen können, denn das Geld und die Extras geht es einzelne davon, waren genau das, was sie eigentlich immer hatte haben wollen. Deshalb heiratete sie Cody Baxter und das war der traurigste Teil an alledem. Er hat sie wegen des Sex geheiratet. Er hätte niemanden gefunden, der derart willig mit ihm geschlafen hätte, aber ich muss ihm zugute halten, nachdem er ihre erbärmlichen kleinen Spielchen satt hatte, wurde er zu einem Mann, der sich nicht an der Nase herumführen ließ. Er gab ihr nicht mehr als das Nötigste, das Wesentliche. In dieser Hinsicht war er viel klüger als die meisten anderen Männer es sind. Ich schiebe die Erinnerungen beiseite und drehe mich im Bett herum und mein Blick fällt auf sie. Wie flüssige Lava liegen ihre Haare auf dem weißen Hotelkissen. Ich streichle ihr mit den Knöcheln über die Wange. Ich lächle. Sie ist jetzt verfügbar. Ich will ihr alles sagen. Sie sollte es wissen. Vielleicht vielleicht auch nicht. seufzend fahre ich mit der Hand durch mein Haar und denke, dass die Zeit vielleicht noch nicht ganz reif ist. Vielleicht sollte ich warten, bis sie fragt. Wird sie fragen. Fragt sie sich nicht, warum ich so fasziniert von ihr bin. Warum ich ihr alles gebe, nur um sie noch ein wenig länger in Vegas zu behalten. Sie ist schön, unglaublich schön, aber es ist mehr als nur ihr Aussehen, das mich dazu bringt, sie zu wollen und zu brauchen. Sie ist klug und talentiert und hat die Art von Persönlichkeit, die einen Mann immer wieder überrascht, die mich immer wieder überrascht. Selbst als wir Strip Poker gespielt haben. Ich wollte, dass sie ihre Hände fallen lässt und selbstbewusst und herausfordernd da sitzt. Und sie hätte das tun können. Fast hätte sie es getan, aber es ist, als hätte ihr der Teufel auf der Schulter gesessen und ihr ins Ohr geflüstert, tu es nicht, lass ihn leiden, lass ihn zappeln. Und ich habe gelitten, aber nicht wegen des Spiels. Das lange Warten auf ihre Trennung von diesem Koch war reine Folter. Ich konnte Kellen nicht bitten, sie im Auge zu behalten, aber ich wusste es, wusste ich, dass ich mein Glück wenden würde. Vor dem Untergrundspiel lag etwas Ungewöhnliches in der Luft. Es war, als wäre mein Leben auf Hochtouren gelaufen, während ich auf das langsamste Spiel meines Lebens wartete. Ich streiche ihr das Haar aus dem Gesicht und weiß, dass diese Frau mein Schicksal verändert. Sie verändert alles. In jener Nacht vor ein paar Monaten hat sie mich gar nicht gesehen. Sie hat sich näher an den Typen gedrückt, mit dem sie zusammen war. Es hat mich gestört, aber ich sah zu, als wäre ich es, den sie anfasste. Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, wenn ich nicht so vorsichtig gewesen wäre und ihr einen Drink spendiert hätte. Ihr Ex hätte absolut nichts dagegen einzuwenden gehabt. Ich wette, dass es ihm jetzt sehr wohl etwas ausmacht. Dieser Kuss auf Callens und Livs Hochzeitsfeier? Ich wollte sie gleich dann und dort. Ich habe wenig getan, um es zu verbergen. Mein Interesse, aufrichtiges Interesse. Ich habe es nicht wegen der Show gemacht, ich habe es für mich getan. Ich denke, ihr Ex sah sie da genauso, wie ich sie jetzt sehe, als stark und schön, unantastbar für jene, die sie und unerreichbar für diejenigen, die tatsächlich glauben, sie säße im Abseits und wartete. Sie ist keine Frau, die geduldig auf irgendetwas wartet. Ich schmunzle, als ich daran denke, wie sie im Pokerraum immer zu mir strebt, wie sie sich im Schlaf enger an mich kuschelt. Jetzt liegt sie in meinem Bett und ich bin fest entschlossen, sie morgen Abend wieder hier zu haben. Sie hat Angst, dass ich ihr wehtue und das ist in Ordnung und nicht unbegründet, aber ich drehe hier durch. Wir haben eine Wette laufen. Entweder besorge ich es ihr mit dem Mund oder sie mir. Ich habe gute Lust zu verlieren, wenn auch nur, um heute Abend meinen Mund zwischen diese Schenkel zu bekommen. Showdown Cullen sieht mich fast mit der gleichen Intensität an, die ich beim Betrachten von Gemälden spüre und ich fühle mich zugleich wahrgenommen und entblößt. Die Kunst ist hier drüben, sage ich mit einem Grinsen und deute auf das nächste Werk, auf das ich zuschlendere. Etwas in mir kribbelt vor Aufregung über seine männliche Aufmerksamkeit. Dieser Typ ist so unverfroren, dass es heiß ist. Er streckt die Hand aus. Nicht alle Kunst hängt an diesen Wänden. Ha, subtil. Er streicht mir mit der Rückseite eines Fingers über das Haar. Du bist hinreißend. Cullen, stöhne ich und laufe rot an. Ich hebe den Blick, sehe ihm in die Augen und plötzlich glaube ich ihm. Ich fühle mich wunderschön und heißer, als ich wende ich mich von ihm ab und gehe weiter. Wir betrachten ein anderes Gemälde, eines mit leuchtenden Farben und zwei verschatteten Figuren, zwei kleine Jungen. Sie schauen in verschiedene Richtungen. Es erinnert mich sofort an Cullen und Cullen, an ihre unterschiedlichen Lebenskonzepte und daran, wie ihre Entscheidungen sie zwangsläufig auf verschiedene Wege geführt haben. Warum habt ihr sich als wir Teenager waren? Cullen blieb bei Dad, ich ging zu meiner Mutter. Ich sehe ihn schweigend an. Das muss hart gewesen sein. Es war schwerer für mich zu wissen, dass sie ganz allein sein würde. Ich konnte sie nicht ohne einen von uns gehen lassen. Also hast du dich entschieden, derjenige zu sein. Ich bin der ältere. Wie oft siehst du Cullen und deinen Vater jetzt. Ich muss viel reisen, aber ich versuche immer vorbeizukommen, wenn ich kann. Dad wird älter, aber er ist kerngesund. Du Glückspilz, du hast gute Gene, necke ich. Väterlicherseits. Meine Mutter ist eine ganz andere Geschichte, Shopaholic durch und durch. Ich lache. Mit meiner Mutter zusammen zu leben, ist nicht einfach, aber sie ist sonst allein. Ich bin tatsächlich alles, was sie hat. Besucht Callen sie? Ein bis zweimal im Jahr. Er braucht eine Weile, um über die Tatsache hinweg zu kommen, dass unsere Mutter beschloss, Dad zu verlassen, als er sie noch liebte. Zum Teufel, das tut er immer noch. Sie hat ihn einfach nicht mehr geliebt, schätze ich. Das tut mir leid. Geschweigen für eine Weile. Und deine Eltern? fragt er mich. Sie sind Herzenläden, ich habe immer ausgeholfen, bis ich kurz davor war, eine Galerie zu eröffnen. Sie sind auf keinen Fall reich, aber wir kamen immer gut über die Runden und mir hat es nie an etwas gefehlt. Ich lächle. Ich wollte immer das finden, was sie haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich es, gerade weil ich so sehr darauf brenne, nie finden werde. Warum? Sein Interesse lässt uns beide innehalten. Ihn, weil er eine Antwort hören möchte. Mich, weil sein Interesse mich verführt. Ich weiß es nicht. Ich lache nervös und bei seiner unverwandten Aufmerksamkeit werden meine Wangen wärmer als normal. Weil damit vielleicht nichts mithalten kann. Vielleicht sind all diese gescheiterten Beziehungen meine Schuld. Er starrt mich mit fragendem Blick an. Glaubst du das? Ich nein, gebe ich verhalten lachend zu. Es war nicht meine Schuld, es war einfach es hat nicht sein sollen, schätze ich. Ich war bereit, es länger mit ihnen zu probieren, als die meisten meiner Ex-Freunde bereit waren, etwas dafür zu tun. Mist, Kerle. Mist, Kerle, stimmt er zu mit mehr Nachdruck als ich. Ich lächle, aber mir zieht sich voller Sehnsucht der Magen schmerzhaft zusammen, als er wieder meine Hand nimmt. Plötzlich fühlt es sich an, als wäre das, was mir mit Emmett passiert ist, einer anderen Frau widerfahren, in einem anderen Leben. Aber ich erinnere mich an das, was passiert ist und was ihn vertrieben hat. Erinnere mich daran, dass ich keine Familie werde haben können, wie ich es mir immer vorgestellt habe und mein Lächeln verblasst. Gerade will ich meine Hand wegziehen, aber Cullen beobachtet mich, als würde er meine Gedanken lesen. Ich habe einen Sohn. Ich reiße den Blick zu ihm hoch. Was? Ich habe einen Sohn. Schock trifft nicht mal im Ansatz das, was ich plötzlich empfinde. Ich blinzle und meine Welt gerät aus dem Gleichgewicht. Vor Verwirrung wird mir schwindelig. Ich suche in Cullens unerbittlichen Gesichtszügen nach Hinweisen und erkenne, dass er nicht lügt. Ich erkenne an seinem starren Kiefer, dem scharfen Blick seiner silbernen Augen, dass dies ein Thema ist, über das er normalerweise nicht spricht. Dass dies ein Thema ist, das ihm schwer zu schaffen macht. Er mustert mich ebenfalls. Sein Blick ist so geladen wie eine scharfe Waffe, die auf mich gerichtet ist. Was ist passiert? Frage ich behutsam. Ich erinnere mich an die Fotos des kleinen Jungen, die ich in seinem Haus gesehen habe und plötzlich weiß ich, dass das sein Sohn ist. Mein Herz schmilzt dahin und ich erinnere mich daran, dass er Cullen wie aus dem Gesicht geschnitten war, dass ich sogar dachte, es sei Cullen auf diesen Fotos. Ist er der Junge auf den Bildern in Er ist ein toller Junge, ich sehe ihn nicht so oft, wie ich es gern würde. Warum? Seine Mutter lässt es nicht zu. Ich bin ein schlechter Einfluss. Er schiebt die Hände in die Taschen und legt die Stirn in Falten. Mir kocht das Blut in den Adern. Ich möchte die Person schlagen, die einen Mann, einen anständigen Mann davon abhält, sein eigenes Fleisch und Blut zu sehen. Wo wohnt er? Santa Fee. Nicht so weit weg, aber zu weit. Seine Augen funkeln, aber die Frustration ist noch da. Ich fliege einmal im Monat hin, um ihn zu sehen. Er schüttelt den Kopf und lacht leise. Er liebt es, wenn ich komme. Natürlich tut er das. Du bist sein Vater. Er lächelt mich schweigend an. und er ist auch ein hübscher Bursche, wie sein Vater. Er verschränkt die Arme, als wir vor einem anderen Bild stehen. Wir lassen es beide auf uns wirken. Ich habe nie gedacht, dass ich meinen Sohn Adam nennen würde, aber er ist ein guter Junge. Willst du noch mehr Kinder? frage ich und mein Herz setzt dabei plötzlich aus. Cullen schaut mich an und runzelt die Stirn, als ob ich ihm eine Fangfrage stelle. Vielleicht tue ich das. Er blickt zur Seite auf etwas hinter uns. Die Künstlerin soll hier irgendwo sein, murmelt er. Cullen zeigt auf eine Traube von Menschen um die Ecke. Da ist sie, sagt er. Ich drehe mich um und sehe sie am anderen Ende des Raums. Bin ganz aufgeregt, dass ich die Künstlerin kennenlernen werde. und mich nach ihren anderen Exponaten zu erkundigen. Sobald ich mich an den Fans, die sie belagern, vorbeischieben kann, gebe ich ihr auch die Visitenkarte meiner Galerie, falls sie an einer Vertretung in Chicago interessiert ist. Es ist nicht New York, aber wir haben großartige Kunst in Chicago. Sie scheint beeindruckt von meiner Entschlossenheit, sie zu einem Besuch zu bewegen und wir sprechen bereits über meine Galerie, als ich Cullen aus dem Augenwinkel erblicke, der auf sein Handy und dann auf den Ausgang deutet, um mir zu sagen, dass er mich draußen treffen wird, wenn ich fertig bin. Ich war erst nicht interessiert, aber jetzt bin ich es, versichert mir die Künstlerin, als wir fertig sind. Das freut mich ungemein. Gott, das ist so fabelhaft. Rufen Sie mich nächste Woche an, dann klären wir alles Weitere. Besprechen wir ein paar Optionen und schauen, was sich machen lässt. Fantastisch. Ich bin überglücklich, halte mich jedoch ausreichend zurück, um mich beiläufig verabschieden zu können. Ich muss Cullen finden und ihm die gute Nachricht mitteilen. Ich habe gerade einen Sechser im Lotto gehabt, glaube ich. Herzkönig Nach meinem Gespräch mit der Künstlerin fühle ich mich high von meinem Glück und gehe nach draußen, wo Cullen mich treffen wollte. Er steht neben Oliver und sie diskutieren über irgendwas. Cullen sieht mich an. Er stößt sich von der Motorhaube des Autos ab und kommt mir mit einem schrecklich tiefen und dunklen Blick entgegen. Sie ist total interessiert und wird mich anrufen. Ich kann es vorbeugt, um mir ins Ohr zu flüstern. Ich habe verloren. Wie bitte? Ich schaue nach hinten über meine Schulter und schiebe mich auf den Rücksitz und dann beobachte ich, wie er sich neben mir niederlässt. Er schüttelt den Kopf, seine silbernen Augen sind dunkel und heiß genug, um mich zu Asche zu verbrennen. Ich werde das auf keinen Fall gewinnen, Rotschopf. Ich habe verloren. Was? Er schiebt mir seinen Arm um die Hüften und beugt sich zu mir herüber und wieder flüstert er mir ins Ohr, seine Stimme mit jedem Wort belegter und fiebriger. Ich werde dich jetzt kosten, Win. Ich klemme meine Schenkel zusammen, denn die Vorstellung, seinen Mund zwischen meinen Beinen zu haben, ist so scharf, dass ich es kaum aushalte. Findest du wirklich, dass ich gewonnen habe? Frage ich ungläubig und schiebe ihn von mir weg. Ich glaube hier dran, flüstert er, und dann krallt er sich in meinem Haar fest. Er beugt sich vor und seine Lippen kosten von meinen. Bin ich in einem Film? Lebe ich eine Fantasie? Erschaffe ich einen Traum? Genieße ich das Leben in vollen Zügen? Cullen küsst mich, als würde er niemals aufhören wollen. Die Illusion ist täuschend echt. Das Leben gehört mir. Mein ganzer Körper fängt Feuer. Was auch immer dies ist, ich will, brauche, viel mehr davon, muss viel mehr davon haben. Meine Finger sind plötzlich in seinem Haaren packen zu. Näher, haucht er heiser und zieht mich über den Sitz, bis wir Brust an Brust probiert habe. Er schmeckt nach Kaugummi. Sein schweres Rasierwasser wirkt berauschend auf mich. Er riecht nach Selbstvertrauen. Und die Dringlichkeit seines Kusses? Oh mein Gott, ich muss es auskosten, es genießen, aber das ist unmöglich, weil ich ihn am liebsten sofort auffressen will. Und er verschlingt mich immer wieder, wieder und wieder. Sein Mund ist an meinem Ohr, seine Hand liegt auf meinem Knie. Er zieht mich noch näher heran, zieht mich auf seinen Schoß. Ich sitze rittlings auf ihm. Meine Hände liegen an seinem Gesicht und ich verwöhne seine Lippen, als wären sie nur für mich da, für mich allein. Er überlässt mir die Führung, bevor er mich in seinen Armen wiegt. Seine Finger kitzeln mich, als er mir meine Haarsträhnen hinter die Ohren streicht. Eng an seine Brust gedrückt, hole ich Luft, während wir einander ansehen. Bei seiner stoßweisen Atmung regen sich in meinem Kopf lüsterne Gedanken, sinnliche Wünsche. Er küsst mich erneut, und seine Lippen sind überall auf meinen, fordern und geben, nehmen in Besitz. Er zieht sich zurück und ich spüre sein Fehlen, als mal kehrt er mit einer Verheißung zurück, einer Leidenschaft, die mir klar macht, was immer ich will, ich werde es bekommen. Es ist keine blinde Lust. Ich sehe ganz klar. Er will führen, aber ich bin zu begierig, um zu folgen. Ich brauche seinen Kuss, muss genommen und geliebt werden. Diese Leere muss dringend gefüllt werden, und doch spüre ich, dass hinter diesen Emotionen mehr steckt, etwas Gefährliches, das direkt unter der Oberfläche brodelt. Es ist unfair Cullen gegenüber, weil ich nicht weiß, warum. Vielleicht, weil ich ihn ansehe und erwarte, dass er mich rettet, und er beobachtet mich, als wollte er sagen, frag, und das werde ich vielleicht. Fragen, meine ich. Wir sind allein in einer Stadt der Sünde, und obwohl es falsch und unmoralisch sein mag, will ich mich in diesen primitivsten Momenten suhlen und mich in allen Verfehlungen sonnen, denn wenn ich mich der Kraft der Leidenschaft hingebe, kann ich wild und nackt sein, und dann bin ich frei. Und das brauche ich, um über Emmett hinweg zu kommen, denke ich, und schäme mich dafür, dass ich mir mit der Erinnerung an meinen Ex fast den Augenblick verderben lasse. Warum sollte ich ihm das gönnen? Warum sollte ich ihn hier stören lassen? Ich will nicht an die Vergangenheit denken. Ich will nicht über diese Stunde, Minute, Sekunde hinaus planen. Über diesen Mann hinaus. Ich hebe den Kopf, um nach Luft zu schnappen. Was wäre die Entsprechung zum Mile High Club, wenn man in einer Limousine sitzt, hauche ich, und mein verrücktes Ego lässt mich darin schwelgen, wie er mich betrachtet. Sein harter Schwanz drückt gegen seine Blue Jeans und ich kann nicht anders als hinzuschauen. Ich will ihn so dringend anfassen. Du bist wunderschön, sagt er und mustert meine Lippen. Und witzig, weil der Mile High Club so eine Lach Nummer ist? Weil du willst, dass ich die Wette gewinne. Seine Hand führt meine tiefer, aber dann hebt er meinen Arm und küsst sich von meinem Handgelenk zu meinem Ellbogen vor. Und ich verliere. Als es kitzelt, muss ich lachen und schmelze von Kopf bis Fuß dahin. Meine Brustwarzen werden hart, die Spitzen kribbeln. Was für ein Kuss war das. Ich schaudere. Er macht aus mir einen Wrack und ich weiß nicht, wie das im Mund zusammen. Ich bin aufgeregt, unfassbar erregt. Wir hatten gesagt, du würdest mir beim Spielen helfen, ich würde dir bei deinem Job helfen. Wir würden sehen, wessen Job besser ist und ich verliere auf ganzer Linie. Ich will dich jetzt schmecken, sagt Cullen. Ich schlucke. Er lehnt sich vor. Ich tue dasselbe, küsse ihn. Er küsst mich zurück. Wir necken uns, spielen miteinander. Das Geben und Nehmen ist wie ein Wettkampf. Es ist der Spieler in ihm, die Verführerin in mir. Ich lehne mich zurück und ringe um Luft. Okay, ich meine, ich will kein schlechter Gewinner sein. Ich schaue ihm tief in die Augen und absorbiere das Feuer, das in seinem Blick lodert. Aber bist du dir sicher, dass du nicht noch mehr Beweise brauchst? Ich dachte, ich habe all die nötigen Beweise. Ich bin rot geworden. Er behält meine Hand während unserer restlichen Rückfahrt in seiner und hebt sie zum Mund, um mich mit köstlichen Küssen auf die Innenseite meines Arms zu quälen, bei denen meine Brustwarzen schmerzen. Er fährt mir mit den Lippen über die Haut, sodass mir überall heiß wird. Ich war überrascht, dass du gegen mich gewettet hast. Ich dachte, du wärst klüger, flüstere ich und versuche einen kühlen Kopf zu bewahren, bis wir das Zimmer erreichen, wo ich vorhabe, mich auf ihn zu stürzen. Mein bisher langsamster Moment. Er legt seine Hand wieder über meine, drückt sie beide auf seinen Oberschenkel und nickt zustimmend, aber nicht ganz ernst. Ich kneife die Augen zusammen, lache und bin zu nervös, um meine Zweifel in Worte zu fassen. Bis wir am Hotel ankommen und aufs Zimmer gehen, habe ich so meinen Verdacht. Hast du das hier geplant, Cullen? Hier wird nichts mehr geplant, flüstert er heiser und tritt die Tür hinter uns zu, streift die Jacke ab und befreit sich von seiner Krawatte. Er packt mich an den mit einem kleinen Kreischen. Ich dachte, wir fahren zurück nach Chicago, damit du mich wirklich in Aktion sehen kannst. Das habe ich bereits, ich weiß, wann ich ein Spiel verloren habe. Wirklich? Erwidere ich. Wow! Ich kann nicht glauben, dass ich so leicht gewonnen habe. Er nickt ernst. Seine unergründlichen silbernen Augen verschlingen mich, bevor er sich langsam zu mir herunter beugt. Er ziehe es mir über den Kopf und meine Lungen arbeiten auf Hochtouren, als er leise stöhnt. Seine Zunge blitzt auf, um mir über den Bauchnabel zu lecken. Ich spanne den ganzen Körper voller Begehren an. Den Mund weiter auf meiner Haut öffnet er den Reißverschluss meines Rocks und zieht ihn mir über die Hüften, leckt dabei um und über meinen Bauchnabel. Zwischen meinen Schenkeln wächst das Verlangen an. Er fährt mit den Fingern an den Rückseiten meiner Beine hoch, streichelt mir über die Haut und beißt vorn in die Schleife an meinem Höschen und zerrt es nach unten. Oh Gott! Ich kralle mich am Tisch unter mir fest, als er mein Höschen mit den Zähnen an meinen Beinen herunter zieht. Ich wimmere leise, als er es mir abstreift, es in die Hand nimmt und daran riecht, bevor er es zur Seite wirft. Cullen leckt mir über die Haut und streichelt mir innen über die Schenkel. Ich bin so feucht, dass es mir peinlich ist. Er bewegt den Daumen an meiner Scham entlang und ich drücke den Rücken durch. Er leckt mich. Ich zucke mit den Hüften vor, Begierde die Hüften mitbewege, vor Leidenschaft, sexueller Frustration, allem, was er in mir auslöst. Er legt den Kopf schief, seine Hände gleiten nach oben, um mich an der Talie festzuhalten und mich nach unten zu drücken, damit er mein Geschlecht mit seinem Mund verwöhnen kann. Und was langsam und behutsam begann, wird wild und verrückt und macht mich völlig fertig. Ich scherzt er mit den Zähnen über meine Klitoris und während er mich kostet, greife ich in sein Haar und wir sind beide irgendwie außer Kontrolle. Er verschlingt mich geradezu und ich kann an nichts anderes denken als daran, wie sehr ich das will. Ihn. Wie schmerzlich ich mich mit jeder Faser meines Körpers danach sehne. Wie gut er riecht, wie sehr ich es Liebe an nichts zu denken und wie großartig seine Zunge ist. Oh Gott, diese sexy Zunge. Er spreizt meine Beine weiter. Nicht schließen, Rotschopf, sagt er und streichelt meine Pussy mit Blicken, bevor er sich zwischen meine Beine setzt und sich weiterhin seine Liebe Zeit lässt, mich zu vernaschen. Ich stöhne, weil ich ihn will. Ich will ihn zu mir hochziehen, um ihn in mir zu spüren. Ich will, dass er mit mir schläft. Ich sehne mich irgendwie danach, dass er mich hart anfasst. Aber stattdessen zieht er meine Hände weg, mit denen ich mich in seinen Haaren festgekrallt hatte, und hält sie an meinen Seiten fest, leckt und kostet weiter von meiner Pussy, öffnet seine Augen und sieht mich dabei an. Ich kann es kaum ertragen, aber ich kann was er mit mir und für mich tut. Ich bin einfach atemlos, heiß, ich sterbe. Und doch merke ich genau hier, genau jetzt, dass ich nie wirklich gelebt habe, nicht so, nicht mit jemand anderem. Wir sehen uns immer noch in die Augen. Seine sind glühend heiß und silbern, während er mit dem Mund zwischen meinen Schenkeln spielt. Ich klemme seine Schultern zwischen meinen Oberschenkeln ein und er drückt meine Beine wieder auseinander. Meine Hüften zucken ohne Rhythmus nach oben. Es hat sich noch nie so unglaublich angefühlt. Jetzt tut es das. Es überrascht mich und meine Augen weiten sich und Cullen schließt seine Augen und stößt die Zunge wieder in mich hinein. Cullen stöhne ich und kralle mich wieder in sein Haar. Ich sehne mich nach seinem Mund auf meinem, nach ihm in mir. Ich atme stoßweise, meine Stimme ist heiser vor Verlangen, meine Finger vom Ziehen an seinem Haar verkrampft. Ich habe zwar gesagt, dass wir nicht miteinander schlafen, aber ich sterbe, wenn ich dich nicht bald in mir spüre. Es dauert eine Weile, bis er hochkommt und mir seine Hand zwischen die Beine schiebt. Dann reibt er meinen Kitzler mit der Kuppe seines Daumens. Kleine Kreise. Ich zittere zwischen dem Billardtisch und ihm, spreize die Beine noch weiter, als er mit den Mittelfinger hineinstößt. Er stöhnt, weil ich stöhne und bringt mich mit einem Kuss zum Schweigen. Ich küsse ihn ungehemmt zurück. Unsere Zungen tanzen wild miteinander. Ich höre seinen Mund von meinem löst, um mich zu beobachten. Sein Ausdruck ist angespannt und seine Kiefermuskeln arbeiten, als er mich hochhebt und zum Bett trägt. Er wirft mich in die Mitte, dann öffnet er seine Hose. Ich richte mich auf und Herrje. Plötzlich schnürt sich mir die Kehle zu vor Verlangen. Ich reiße meine Augen weit auf, als er sich das Hemd, die Hose und die Boxershorts auszieht und ich verschlinge jeden durchtrainierten Zentimeter seines Körpers mit Blicken. Er klettert übers Bett auf mich zu, mit raubtierhaftem Blick und voller Entschlossenheit. Die Aufregung kocht in meinen Adern. Ich habe sein Stöhnen nicht erwartet, die hungrige Art, wie seine Zunge in meinen Mund fährt, als er seinen Kopf beugt und den gleichen Rhythmus leitet tief in mich hinein. Ich schiebe meine Hüften nach vorn und stöhne leise bei seiner Berührung. Als er einen zweiten teuflischen Finger in mich einführt, beschert mir seine Stimme belegt und kehlig eine Gänsehaut. Leg dich hin, Nguyen. Er beugt sich über meinen Mund, schmeckt den Finger mit mir zusammen und lässt dann seine Hand fallen, während sich unsere Zungen wieder verbinden, sich gegenseitig umkreisen und lecken. Meine Kehle verengt sich vor Verlangen. Braves Mädchen. Er öffnet mir den BH und wirft ihn weg, dann nimmt er seinen Schwanz in die Hand. Schau, was du bekommst. Er umschließt den Schwanz am Ansatz mit der Faust und ich sehe zu, wie er die Spitze an mir auf- und abreibt und an meine Pforte drängt. Meine nasse, sich schmerzlich sehende, pulsierende Pforte. Sag, dass du es willst. Ich will es, flehe ich. Ich warte, keuche, beobachte, wie er mich an den Oberschenkeln packt und mich zu sich herunterzieht, wo er in der Mitte des Bettes kniet. Ich beobachte, wie er mich positioniert. Er spreizt meine Beine weiter auseinander, bis sein langer, dicker Schwanz genau dort ist, genau da. Dann packt er meine Arme und hebt sie mir über den Kopf. Er hält sie beide in einer Hand fest und mit der anderen zeichnet er meinen Körper nach, als würde er ihn sich einprägen. Er hält mich fest. Er greift den Schaft dieses herrlichen Schwanzes an dem Lust Tropfen glänzen und nach diesen fünf Sekunden gibt Karl es mir. Eben warte ich noch und bin ungeduldig. Im nächsten Moment stöhne ich und explodiere fast. Ich schnappe nach Luft, weil es sich so gut anfühlt, weil er sich erstaunlich anfühlt. Und er fährt heraus und dann wieder hinein etwas tiefer und härter. Sein Schwanz ist so groß, dass ich tief innen weiter gedehnt werde, als ich wenn er heraus fährt und dehnt sich aus, um ihn willkommen zu heißen, wenn er wieder hineinstößt. Er sieht umwerfend aus, einen konzentrierten Ausdruck auf dem Gesicht, wenn er sich bewegt, und seine Augen leuchten mehr denn je. Sie sehen fast weiß aus, so glänzend und hell ist das Silber. Der Ausdruck ist angespannt und roh. Seine Muskeln spannen sich beim Stoßen, er hält meine Handgelenke in einer Hand gefangen, mit der anderen foltert er mich, kneift meine Brustwarzen, streichelt meine Klitoris, während er rein- und rausgleitet. Wie gut ist es für dich? fragt er mich in einem tiefen rauen Flüstern. Es ist mehr als gut. Hör nicht auf. Und ich will nicht reden. Noch nicht. Nicht jetzt. Ich will nur zusehen und schauen und es spüren. Er stößt härter zu und meine Muskeln ziehen sich zusammen, die Nerven zerspringen. Jeder Atemzug, den ich tue, ist einer mehr, als ich zu haben glaubte. Der tiefe, kehlige Klang seiner Stimme ist tödlich. So unglaublich, unglaublich, unglaublich tödlich. Er beugt sich herunter und saugt an meiner Brust, saugt an meiner Brustwarze und Mein Geschlecht zieht sich zusammen, mein Orgasmus baut sich immer mehr auf. Kallen, rufe ich, als ich ihm die Arme um seinen Hals schlinge und den Kopf in den Nacken werfe, als er mir gibt, was ich brauche, mich so nimmt, wie ich es brauche. Kallen, stöhne ich immer angespannter und die Bewegungen meiner Hüften werden schneller und hemmungsloser. Er bin zu erregt, zu verrückt. Er fühlt sich zu gut an. Wir verlieren beide den Verstand. Kallen packt meinen Hinterkopf und küsst mich, als bekäme er keine Luft und ich wäre sein Sauerstoff. Ich schreie flehentlich auf, voller Verlangen, brauche ihn, kralle meine Nägel in die Handflächen, während er wieder meine Handgelenke festhält. Sein Griff wird noch fester, als ich erschauere und er spannt kurz vor seiner Erlösung alle Muskeln an, während ich mich unter ihm winde und tausend Sternchen vor mir sehe. Ich zucke unter ihm und schreie auf, halte mich an ihm fest, während er noch härter zustößt. Sein Körper strafft sich, sämtliche Muskeln bis zum Zerreißen angespannt und dann kommt Cullen, schlägt mit seinem großen Körper als unsere Orgasmen nachlassen. Cullen zieht den Mund sanft über meinen, sein Körper ist noch straff vor Verlangen, warm und verschwitzt und macht süchtiger als jede Droge auf der Welt. Ich zittere, obwohl mein Höhepunkt vorbei ist. Er packt mich am Hintern, dreht sich auf den Rücken und nimmt mich, dann wälzt er sich noch einmal herum und legt mich wieder auf den Überrascht keuche ich, doch als ich merke, was er vorhat, sammelt sich erneut Feuchtigkeit zwischen meinen Beinen. Sein Schwanz stupst gegen meinen Hintern, als er um mich herum greift, um meine Brüste zu streicheln. Ein tiefes Stöhnen entringt sich mir und plötzlich legt er sich mit dem Oberkörper direkt auf meinen Rücken und ich weiß nicht, wie ich diese Woche ohne Seine Muskeln umfangen mich und er haucht an meinem Ohr. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Dann streichelt er mein Ohrläppchen und klemmt mir eine verschwitzte Haarsträhne dahinter. Was sagst du dazu, Win? Will er wissen und seine warmen Lippen huschen über mein Ohrläppchen. Bitte atme ich so schwach vor Verlangen, dass ich fast unfähig bin, auf den Händen. Er richtet mich wieder auf, schaut auf meinen Hintern und streichelt ihn mit seiner warmen großen Hand. Meine Atmung geht wieder stoßweise und ich höre seine schnell und rauh, als er sich vorbeugt und mir über die Wirbelsäule leckt. Ich schaudere und weiß, dass mein Geschlecht vor Feuchtigkeit tropft. Eine Nässe, von der er immer wieder kosten darf, weil er unsere Wette verloren hat. Cullen packt meine Hüften und dringt plötzlich wieder in mich ein, hart, tief und hält mich bei jedem Stoß fest. Ich stöhne und komme ihm entgegen. Cullen, er stößt tiefe, kehlige Laute der Lust aus. Wir beide tun das, als er mich nimmt. Ich wurde noch nie so genommen. Es fühlt sich animalisch an, ein wenig wild. Und ich kann nicht genug davon bekommen, dass Cullen seinen großen Schwanz in mich hinein rammt. Ich kralle die Finger in die Bettwäsche unter mir, als würde mein Leben davon abhängen. Küss mich Cullen, flehe ich die Sinne vor Lust vernebelt. Er wickelt sich mein Haar um die Finger, dreht mein Gesicht halb zu sich und küsst mich hemmungslos. Meine Hüfte hält er mit Und dann fallen wir zurück aufs Bett und ringen um Luft. Ich fühle mich wie das heißeste entspannteste Individuum auf dem Planeten. Vergesst Yoga, Zen, Mozart und Kunst. Sex mit Cullen Carmichael ist das Richtige. Heilige Scheiße. Ich kann kaum atmen. Sex kann einfach nicht besser werden als dies. Ich lege ein Bein über seins und atme aus, entspannt, streichele ihm über die Bauchmuskeln und ziehe meine Finger hoch zu seiner Brust, zu seinen sexy Männernippeln, zu seiner Kehle, streiche ihm über die sinnlichen Lippen. Ich beobachte, wie er sie öffnet und mir in die Fingerspitze beißt, daran knabbert. Lächelnd sehe ich ihm zu, wie er den Kopf hebt und sich über mich beugt. Seine Lippen kommen immer näher, um meine zu küssen. Und bei den trägen befriedigten Bewegungen seiner Zunge drücke ich meine Oberschenkel wieder zusammen, um zu versuchen, die Anfänge meines erneuten Verlangens zu unterdrücken. Gott, er ist köstlich. Er macht süchtig. Was soll ich tun? Ihn nochmal genießen? Ich kann nicht fassen, dass sich Sex in einer Beziehung für besser hielt, als Sex in Affären und One-Night-Stands. Ich kann nicht glauben, was ich verpasst habe. Und doch muss ich zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, ob es der Beziehungsstatus ist, der den Sex mit diesem Typen so gut macht. Es ist einfach dieser Typ. Er weiß, was er tut. Und er ist eindeutig sehr sexuell ausgerichtet und hungrig. Etwas, das mich verrückt zu machen scheint. Verdammt, dieser Typ macht mich ohne jede Anstrengung wild. Selbst wenn er mich auf die Palme bringt, knabbert er an mir, an meinem Hals. Wusstest du, dass man mich manchmal den großen Weißen nennt? Warum? Kartenhai. Ich verdrehe die Augen. Okay, großer Weißer, der weiße Hai, neckt er heiser. Ich bin abgelenkt von dem, was er tut, und es dauert eine Sekunde, bis ich antworte. Gott, du bist total der weiße Hai. Ich lache und lasse mich von ihm beißen. Mitten in der Nacht sind wir immer noch hellwach. Ich starre in die Dunkelheit und kann vor Glück nicht schlafen. Er bewegt die Finger entspannt an meinem Arm auf und ab und ich schmiege mich seitlich an ihn. Und anstatt von mir wegzurücken, um selbst einzuschlafen, zieht er mich irgendwie noch näher heran. Es macht mich schwindelig, so schwindelig, dass ich nie aufhören will, mich schwindelig zu fühlen. Callum? Meine Stimme klingt in der Dunkelheit recht laut. Seine Stimme vibriert an meinem Kopf. Hat es dir heute gefallen oder gestern Abend? Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich lache. Er zieht mich wieder näher, denn als ich lache, setze ich mich fast auf. Unermesslich, antwortet er durchtrieben. Ich meine die Kunst und die Gemälde. Die auch. Er kichert und ich lache leise und rücke etwas nach oben, um seine Gesichtszüge im Dunkeln zu erkennen. Also hat es dir genauso gut gefallen, wie mir das Spielen. Du spielst nicht gern, erwidert er und zieht mich zurück. Du siehst mir nur gern beim Spielen zu. Doch, ich mag es, widerspreche ich und streiche mit der Spitze des Zeigefingers über seine harten Bauchmuskeln. Es wächst mir langsam ans Herz. Ich spüre, dass etwas ganz anderes dicht an meinem Bauch wächst und lächle in der Dunkelheit. Also hat es dir gefallen? Hacke ich nach. Ja. Er verändert seine Position, um mich direkt anzusehen und streichelt meinen Rücken. Ich habe es auch genossen, dich zu beobachten. Von seinem Eingeständnis schmelze ich genauso dahin wie von seinen wandernden Fingern. Hast du immer noch vor, zu meiner Ausstellung nach Chicago zu kommen? Auch wenn du schon verloren hast? Ja, das ist der Dich sein. Ich hätte dich gern dort, um dir die Kunstwerke zu zeigen. Es ist meine bisher größte Ausstellung, erwidere ich lächelnd. Er stemmt sich auf einen Ellbogen hoch und ich spüre seinen Blick in den Schatten. Erzähl mir von dieser Ausstellung. Etwas anderes, das ziemlich groß ist, stößt mir immer wieder an den Hüftknochen. Sein Interesse verzaubert mich. Nun, auf, um seinen Blick im Dunkeln zu suchen. Ich finde ihn nur wegen des silbernen Schimmers in seinen Augen, die sogar in der Dunkelheit glänzen. Alle Künstler, die ich vertrete, stellen ihre neuesten Werke aus, ebenso wie einige andere Künstler, die international bekannt sind und die ich mir schnappen konnte. Eine von ihnen, Yamika Tenato, ist außergewöhnlich. Das sind sie alle, aber und das jedes Werk etwa sechs Monate zum Trocknen braucht. Er atmet den Duft meines Haars ein, als ich mich wieder hinlege und streicht mir mit den Lippen übers Ohr. Klingt faszinierend. Ich ziehe die Stirn kraus. Seine Stimme ist so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann. Du klingst nicht fasziniert. Ich bin es, versichert er mit einem leisen Lachen und schiebt mir die Finger ins Haar. Es ist nicht meine Schuld, dass es so scharf ist, dich über Kunst sprechen zu hören. Komm her. Ich kichere, schon wieder voller Verlangen, als er meinen Kopf dreht und unsere Lippen plötzlich nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sind. Ich spüre seinen Atem auf der Haut. Hast du dich schon an mir satt gearbeitet? frage ich und streichle seine Brust warzen. Ich liebe es, wie geschmeidig und hart seine Brust ist. Ich könnte diesen Kerl den ganzen Tag lang berühren und ihn den ganzen Tag lang anschauen, wie ein lebendiges Kunstwerk und nie genug davon bekommen. Noch nicht einmal ansatzweise. Ich schiebe ihn ein wenig weg und öffne meinen Mund, um ihm zu sagen, dass ich mich nach mehr sehne, da senkt er schon den Kopf. Genug geredet, Wyn, sagt er heiser. Er steckt mir die Zunge in den Mund, hebt mein Bein über seine Schulter und bevor ich mich versehe, ist er wieder in mir. Genug geredet, Rotschopf, sagt er heiser, nur noch Sex. Wenn ich mich an dir satt arbeiten soll, wird es eine Weile dauern. Er klingt leicht amüsiert, als Wir beide sind still. Unsere Atmung beschleunigt sich, unsere Körper sind angespannt. Ich drücke den Rücken durch, schließe die Augen, lasse Cullen mit mir machen, was er will, lasse mich von ihm heiß machen, lasse ihn mit mir spielen und genieße jede Sekunde. Krebs Wir verbringen den Morgen damit im Bett zu frühstücken. Glaub nicht, dass ich das Konzert vergessen hätte. Ich schaue ihn über den Bett Frühstückstisch an, der eher wie ein Mittagessenstisch anmutet. Gehen wir da immer noch hin? Es ist dein letzter Tag, dein Wunsch ist mein Vergnügen. Er stupst spielerisch mein Kinn an, lachend lasse ich zwei meiner Finger seinen Arm hoch laufen, dann öffne ich seine Lippen zärtlich mit einer Erdbeere. Er beißt zu, so weit, dass er mit den Zähnen meine Fingerspitzen erwischt. Autsch, Höhlenmensch! Ich verziehe übertrieben das Gesicht, aber eigentlich tat es kein bisschen wie. Ich hebe die beiden Fingerspitzen, die er gebissen hat, und lutsche daran. Seine Augen verdunkeln sich. Er lehnt sich zurück, schaut mich grinsend an und streichelt mich mit seinem Blick. Warum bist du jetzt so bedeckt? Hm? Er streicht mir über die Schultern, zieht mir das weite Pyjama-Top herunter und legt so meine geschwungenen nackten Schultern frei. Weil ich Hunger habe. Ich will nicht, dass du auf irgendwelche Ideen kommst, bis mein Bauch zufriedengestellt ist. Dich zufrieden stellen ist mein Ziel. Dann wollen wir dich mal füttern. Er schnappt sich die letzte Erdbeere vom Teller und hält sie mir an die Lippen. Ich erröte im gleichen Farbton wie die Frucht, die er mir so aufreizend anbietet. Du bist albern. Letzte Erdbeere Rotschopf. Willst du sie oder nicht? Er zieht sie spielerisch weg. Ich will sie, stöhne ich und öffne den Mund. Er legt sie an meine Lippen und ich öffne den Mund und beiße hinein. Der Saft fließt mir in den Hals. Das ist meine Lieblingsfrucht. Wusstest du das? Sie schmeckt einfach so. Ich lecke mir über die Lippen, als er mich am Hinterkopf packt und mich küsst und die Erdbeere auf meinen Lippen kostet. Frisch und perfekt, ergänzt er und lehnt sich zurück, um mich mit einem amüsierten Blick zu beobachten, weil ich erröte. Warum bist du heute so schüchtern mir gegenüber? Man sollte meinen, du wärst heute morgen weniger schüchtern nach den Dingen, die ich letzte Nacht mit dir angestellt habe. Gerade deretwegen fühle ich mich ach, du genießt das, nicht wahr? Hör auf damit! Ich bedecke mein Gesicht und lache. Hör auf, mich so anzusehen. Ich hasse es, wenn ich das. Ich persönlich liebe es. Ach, du! Ich bewerfe ihn mit einer Serviette und er kichert und pflückt sie sich vom Kopf. Sein Handy summt auf dem Tisch. Er runzelt die Stirn, als er den Namen auf dem Bildschirm sieht. Er nimmt den Anruf entgegen. Ja? Ich nutze die Gunst der Stunde und eile auf die Toilette, mache mich frisch und höre ihn, als ich zurück ins Wohnzimmer komme. Er steht da und starrt aus dem Fenster. Das ist nicht möglich. Ich habe zu tun. Er hält inne. Ich schicke Oliver später mit etwas Geld. Er legt auf und ruft Oliver an, der kurz darauf klopft. Ich beobachte, wie Cullen mehrere Stapel Scheine aus dem Raum mit dem Safe holt, sie in einen Umschlag steckt und ihn Oliver übergibt. An meine Mutter, sagt er ihm. Ja, Sir. Cullen schließt die Tür hinter ihm und sein Blick fällt auf mich am anderen Ende des Raums. Er trägt nur eine Hose und hat einen Hauch von Stoppeln auf seinem markanten Kiefer. Mein Herz tut etwas Seltsames, weil er nett zu seiner Mutter ist. Er hat das bequeme Leben verlassen, das sein Vater ihm bot, um mit seiner Mutter zusammen zu leben, die weniger zuverlässig zu sein scheint. Das lässt mich nicht kalt. Es gibt einen schmalen Grad zwischen Liebe und Lust und ich bin genau in der Mitte, unsicher, was ich fühle, unsicher, wie ich es aufhalten soll, schwinge hilflos von einer Seite zur anderen, berührt und beeinflusst von beidem. Mir wird bewusst, dass auch Cullen mich immer noch anschaut. Sieh dich an. Ich kann den Blick nicht von dir abwenden, wenn du im Raum bist. Zieh mich nicht auf. Das tue ich nicht. Ich wollte dich von dem Moment an, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich lecke mir die Lippen. Seine Worte schwirren in meinem Kopf herum. Als du mich gekauft hast, sich, aber er schweigt und seitlich von seinem Mund erscheint eine verdächtige Linie, die mich dazu verleitet, zu glauben, dass er gleich lächeln wird. Ich habe mich gestern Abend bestens amüsiert. Machen wir uns fertig. Was willst du an deinem letzten Tag unternehmen? Er klopft mir auf dem Weg ins Schlafzimmer auf den Hintern. Ich folge ihm und sehe ihm dabei zu, wie er die Dusche anmacht. Abgesehen davon, heute Abend zu diesem Konzert zu gehen und abgesehen vom Offensichtlichen ich grinse, mich an dir satt arbeiten, necke ich ihn. Ich würde gerne lernen, wie man Craps spielt. Er kommt zurück und schaut mich überrascht an. Du machst Witze. Nein? Bist du dabei? Ich werfe mich auf sein Bett und schlage die Beine unter, schaue zu, wie er sich auszieht und mein ganzer Körper reagiert auf den Anblick. Sein Grinsen ist absolut teuflisch. Ich bin dabei. Er sieht mich auf dem Bett an. Das Funkeln in seinen Augen verstärkt sich. Wenn du mir beim Duschen hilfst, fügt er hinzu. Ich starre ihn an, dabei läuft mir das Wasser ein wenig im Mund zusammen, während er seinen wunderschönen Hintern zur und habe sofort beim Eintreten Dampf im Gesicht und um meinen Körper. Cullen reibt sich gerade das Gesicht, aber sein ganzer Körper spannt sich an, als ich mich von hinten an ihn schmiege, meine Arme um seine Talie lege und meine Wange an seinen Rücken drücke. Ich schließe die Augen, atme aus und freue mich, als er nach hinten greift, um mich ganz ruhig zu halten, bevor er sich umdreht und mich in seine Arme zieht. Er wiegt mich für einen Moment unter dem Wasserstrahl hin und her und ich weiß, dass es nicht wahr ist, aber es fühlt sich an wie das erste Mal, dass er mich so hält. Er lächelt mich an und ich erwidere das Lächeln, bevor wir den heißesten Sex meines Lebens haben. Und ich kann mich einfach nicht erinnern, dass abgesehen von Vegas und diesem Mann noch etwas anderes im Universum existiert. Du hast noch nie gewürfelt? fragt er, als wir am Craps-Tisch ankommen. Ich schüttle den Kopf und Cullen lächelt und stellt sich hinter mich, um mir Anweisungen zu geben. Bei deinem ersten Wurf gewinnen sieben und elf. Zwei, drei oder zwölf sind Craps. Das heißt, du verlierst. Wenn du eine andere Zahl würfelst, legst du den sogenannten Point fest, den du noch einmal würfeln musst, bevor die sieben erneut kommt, sagt Cullen, während der Stickman die Würfel in unsere Richtung schiebt. Okay. Ich lächle. Heb zwei auf, sagt er und deutet mit dem Kinn in Richtung der Würfel. Ich vermisse seine Körperwärme, als er neben mich tritt, mitten in einer Glückssträhne. Ich würfle verwirrt von den Regeln und frage Cullen, was brauchen wir jetzt? Sieben oder elf? Du hast wieder einen Come Out Wurf. Ich nicke und puste auf die Würfel, werfe sie auf den Tisch und kreische, als eine sieben erscheint. Der Tisch wird begehrter. Andere Spieler kommen herbei, um zu wetten. Ich tue es immer wieder, lege den Point fest und treffe diesen Point ohne eine sieben in Sicht weite, was anscheinend gut ist. Es ist also gut, eine sieben beim Come Out Wurf zu werfen, aber nicht, wenn man bereits einen Point hat. Ich puste wieder auf die Würfel, würfele, kreische erneut, als ich meine Zahl sehe, kichernd amüsiere ich mich prächtig, während Cullen für uns wettet und wie ein Profi unsere Gewinne verwaltet. Als ich eine sieben werfe und meine Glückssträhne zu Ende zu sein scheint, sammeln wir unsere Gewinne ein. Mit einer Hand packe ich Cullen am Kiefer, küsse ihn und sage, niemand hat mir je gesagt, dass mich das Spielen so sehr anmachen würde, dass es so sexy sein könnte. Ich drücke kurz seinen Kiefer und küsse ihn ganz verzückt noch einmal. Es liegt daran, dass du sexy bist. Total angetörnt will ich mit ihm am liebsten nach oben oder auf eine nahe gelegene Toilette gehen. Ich will ihn die ganze Zeit, jede Sekunde. Ich will ihn mit dem Mund verwöhnen, ihn verschlingen. Ich will, dass er mich verschlingt. Ich liebe dieses Spiel. Ich werfe ihm meine Arme um den Rippen nur Millimeter voneinander entfernt. Dann küsst er mich kurz, drückt meine Taille und lässt mich spüren, wie hart er ist. Ich winde mich voller Verlangen, gebe ihm auch ein flüchtiges Küsschen, klammere mich fester an ihn. Er nickt und sagt, dass wir uns unsere Gewinne auszahlen lassen. Gut gemacht, sagt eine Dame und wirft einen schwarzen Chip in meine Cullen knurrt, als ich mich bücke, um den Chip aufzuheben und mir die Brüste fast aus dem Kleid hüpfen. Ich bin kein Mädchen mehr. Ich bin sein Mädchen. Während der Dealer unsere Chips zählt, drücke ich mich an Cullens harte Brust und flüstere. Ich habe Glück, nicht wahr? Du bist eine verdammte Glücksgöttin, erwidert Silberauge heiser und lächelt schalkhaft. Er sieht mich an, als wollte er mit mir aufs Zimmer gehen und es mit mir treiben und ich weiß, er hätte genau das getan, wenn Mike nicht aufgetaucht wäre, als Cullen mir unsere Chips in die Hand drückt, auch die wertvolleren, damit ich sie in meiner Handtasche verstaue. Cullen, da bist du ja. Es tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Mike sieht besorgt aus und kratzt sich im Nacken. Das Qualifikationsspiel wurde verschoben. Cullen sieht ihn mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Wann ist der neue Termin? Ich warte noch auf eine Bestätigung, aber spätestens in vier Tagen. Seine Kiefermuskeln arbeiten und seine Stimme fällt um ein Dezibel. Das ist doch scheiße, Mike, knurrt er. Mein eigenes Lächeln erstirbt, als Cullen die Hände in die Taschen steckt und mich ansieht. Er wird hier sein, sage ich schnell zu Mike und Cullens Blick wird durchdringend wie ein Laserstrahl. Cullen? Mike wartet auf seine Bestätigung. Cullen nickt knapp und schaut mich immer noch nachdenklich an. Mike entschuldigt sich und wir starren uns einen Herzschlag lang an. Zwei Herzschläge. Drei. In dem Bewusstsein, dass ich rot anlaufe und mein Ausdruck mich verraten könnte, setze ich mich in Bewegung, schaue zu Boden und versuche meine Enttäuschung zu verbergen. Du kannst dein Qualifikationsspiel nicht verpassen. Es ist dein Job. Außerdem hast du unsere Wette bereits verloren, also ist es nicht so, dass du bei meiner Ausstellung überhaupt noch helfen müsstest. Ich habe nur gesagt, dass du präsentieren wolltest, ergreift Cullen das Wort. Das weiß ich, Wynn. Meine Augen weiten sich und ich lache und werfe ihm einen durchdringenden Blick zu. Siehst du, und das musste ich nicht mal tun, um zu gewinnen, also ich seufze. Es wird knapp, aber du könntest es trotzdem noch zu meiner Ausstellungseröffnung schaffen, wenn du pünktlich fertig wirst. Es wird nicht so viel Spaß machen, wenn du nicht zum Beeindrucken da bist. Deine Anwesenheit allein würde mich dazu herausfordern, mein Bestes zu geben. Ich hasse den enttäuschten Klang meiner Stimme, aber ich kann nicht anders. Ich hebe den Blick und betrachte sein scharfes Profil. Er starrt gerade aus, ein leichtes Stirnrunzeln auf dem Gesicht, dann schaut er mich an und schenkt mir ein mattes lächeln. Sag mir, dass du diese Ausstellung trotzdem rocken wirst. Natürlich werde ich das. Ich habe unsere Wette gewonnen, nicht wahr? Die Künstlerin, von der ich dir gestern Abend erzählt habe, sie bringt ihr bestes Werk mit, ein riesiges Gemälde, das Kronjuwel der Ausstellung. Es ist fast ein Wandbild. Nur jemand mit großen Räumen und tiefen Taschen kann es sich leisten. Ich schüttle den Kopf und kann nicht beschreiben, wie atemberaubend und beeindruckend ihre Arbeit in dieser Größe ist. Ich liebe es, es heißt Zukunft, die nie sein wird und ist die unglaublichste abstrakte Landschaft, die du je sehen wirst. Sie ist magisch, verstehst du, so schön, dass sie nicht echt sein kann. Aber wenn man sie anstarrt, trifft einen die Tatsache, dass sie doch echt ist. Sie könnte real sein, denn die Realität ist abhängig vom Blickwinkel und der Blickwinkel kann die Realität verändern. Ich bin stolz auf diese spezielle Künstlerin. Sie hat in ihrem Leben einige harte Zeiten durchgemacht, bis sie dort ankam, wo sie jetzt ist. Ich bin stolz auf alle meine Künstler. Aber diese eine, dieses Werk, ich schüttle den Kopf und die Einladungen wurden verschickt und im Internet gibt es bereits einige begeisterte Stimmen, also bin ich schon ganz aus dem Häuschen. Ich blicke zu ihm auf und grinse verlegen. Er hält mich mit einer Hand an meinem Handgelenk davon ab, weiterzugehen und sieht noch entschlossener aus als Besonders das, das ich am dichtesten an meinem Herzen festhalte, nämlich, dass ich nicht gehen will. Aber ich muss. Mir zieht sich der Magen zusammen bei dem Gedanken Kala nie wieder so zu sehen, wie ich es dieses Wochenende getan habe. Und ich seufze. Ich kann nicht, ich muss Bilder auspacken, alles fertig machen. Ich fürchte, ich habe Pepper diese Woche schon zu viel abverlangt. Verdammt, knurrt er, ich weiß. Aber du musst bei diesem Qualifikationsspiel dabei sein, ich meine, das ist immerhin dein Job. Ich verdrehe die Augen gespielt spöttisch. Es ist immer noch keine Kunst, aber es ist dein Ding, Playboy. Ich grinse ihn vielsagend an, betone seinen Spitznamen und hasse die Schmetterlinge, die der Hauch Es ist mein letzter Tag, unser letzter gemeinsamer Tag hier, also machen wir das Beste draus. Ich freue mich auf dieses Konzert und ich weiß, dass du unbedingt mit mir tanzen willst. Na klar, sagt er schlicht und ich lache bei seinem amüsierten Blick. Konzert Lassen Sie uns hier aussteigen, Oliver, sagt Cullen. Als nächstes drückt er mir den heißesten Kuss auf die Lippen, den ich seit vielleicht fünf oder sechs Minuten hatte. Wir haben uns auf dem ganzen Weg zum Konzert geküsst. Ich wünsche mir schon, wir wären im Zimmer geblieben, damit ich wirklich das Beste aus meinem letzten Tag hier machen könnte. Haben Sie Ihre Tickets, Sir? Ich habe sie, antwortet Cullen. Er überprüft seine Mantel-Innentasche, bevor er meine Hand nimmt. Falls ich es dir heute Abend noch nicht gesagt habe, du bist wunderschön. Sie sehen auch nicht schlecht aus, Mr. Carmichael. Ich beäuge ihn in seiner dunklen Hose, dem schwarzen Hemd und dem schwarzen Mantel. Ich könnte mir die Finger lecken. Um ehrlich zu sein, kann ich leicht Komplimente mit Cullen austauschen, weil wir so gut zusammenpassen, so als wären wir ganz allein auf der Welt und könnten sagen und tun was wir wollen. Oliver hält am Straßenrand an, Cullen steigt aus, hilft mir dann beim Aussteigen, nimmt meine Hand und hakt mich bei ihm ein. Eine Reporterin schießt auf uns zu, als wollte sie ein Exklusiv Interview, doch Cullen hebt die Hand. Heute Abend Privatsphäre bitte. Cullen flüstere ich und lasse mich von ihm weiterführen. Hat diese Reporterin auf dich gewartet? Er lacht, auf mich und jedes andere bekannte Gesicht, das sie entdeckt. Willst du zurückgehen? Brauchst du die Publicity? Nein. Entschuldige, ich bin ausschließlich mit dir hier. Die nehmen dich mir jetzt nicht weg. Es gefällt mir, dass er bereits bemerkt hat, wie nervös ich im Rampenlicht werde. Außerdem will ich ihn heute Abend nicht teilen. Dies ist unsere letzte gemeinsame Nacht. Denk nicht daran, Wynn. Du bist heute Abend mit dem heißesten Mann der Stadt unterwegs. Genieße es. Genieße ihn. Ich wende mich ihm zu und streiche langsam mit den Fingern vorn über sein Hemd. Und bevor mir klar wird, was ich tue, habe ich schon den Kopf gehoben und strecke mich ihm für einen Kuss entgegen. Er drückt mir einen schnellen Kuss auf die Lippen und lächelt mich an. Auf ins Vergnügen! Hinter uns bricht die Menge in Jubel aus, als eine schicke SUV Stretch Limousine mit dem Star des Abends ankommt. Heute Abend bringen sie Mendes, Path, Sia und Adele auf die Bühne, mit einem ganzen Orchester dabei. Cullen verschränkt unsere Finger und lässt seine Tickets am VIP-Eingang aufblitzen. Wir betreten ein schickes Event-Zelt mit allem drum und dran. Es gibt Spieltische, darunter High-Limit-Tische und kostenlosen Champagner. Ich kann es kaum glauben. Es ist, als würde einen das Spielen hier überall hin verfolgen, wo man auch hingeht. Dreht sich hier alles ums Glücksspiel? Er schiebt seinen Arm nach oben um meinen Nacken. Nach einem saftigen Kuss erinnert er mich, jedes Vergnügen beginnt mit einer Wette, ein wenig. Das werde ich nicht abstreiten. Das hier ist dein Abend. Wir müssen ihn nicht an den Tischen verbringen. Lächelnd gebe ich zu, ich habe festgestellt, dass ich an den Tischen ziemlichen Spaß hatte, wenn du an einem dabei bist. Er lächelt mich an und führt mich weiter, um uns einen fabelhaften Platz in der Nähe der Bühne zu sichern. Als das Konzert beginnt schwitze ich bereits und möchte unbedingt tanzen. Während der ersten zehn Songs schreie ich mir die Seele aus dem Leib. Ich war schon lange auf keinem Konzert mehr und mir ist, als wäre dies das letzte Konzert, auf das ich je gehen werde. Jedenfalls mit ihm. Ich liebe die Gewissheit, dass er den Blick nicht von mir abwenden kann, während ich tanze. Ich wackele mit den Schultern und schwinge die Hüften, während Charlie Puffs Song How Long die Freiluft Arena füllt. Wir stehen an vorderster Front, also habe ich Platz zum Tanzen. Ich liebe es besonders, dass Cullens Hände auf meinen Hüften landen und er mich immer an sich zieht, wenn ein Lied aufhört. In dem abgesperrten Bereich ist Raum für Tische, Stühle und Stehplätze für nur etwa 75 Personen, aber das Konzert ist ausverkauft und ich fühle mich wie ein echter VIP. Der Liedsänger der Band gibt sein Finale zum Besten, als hätte er etwas zu beweisen. Dieser Song ist für diejenigen unter euch, die gern gewinnen. Er steht ganz nah vor mir auf der Bühne, als er anfängt, The Callings Wherever You Will Go zu singen. Dann läuft er auf die andere Seite der Bühne, als die Begleitung einsetzt, kehrt für den Refrain zurück und bleibt direkt dort stehen, vor mir und singt für mich. Und ich liebe es. Ich liebe es, weil Cullen es hasst. Ich grinse. Er runzelt die Stirn. Ich singe laut mit und höre meinen Typen kaum, bis er mich fest gegen seinen harten Schwanz zieht, mich an sich drückt und uns sanft hin und her schaukelt. Mein ganzer Körper ist elektrisiert, als ich mich an ihn lehne. Ich lasse mich von ihm schaukeln. Ich weiß bereits, dass mein Typ tanzen kann, wenn er inspiriert ist. Seine Arme straffen sich und er haucht an »Wirst du das?« antworte ich verspielt und werfe einen Blick über die Schulter. Seine Lippen nehmen meine ein und sein Kuss enthält eine Botschaft. Eine, die einen Besitzanspruch verkündet und mich alles andere vergessen lässt. Sogar das Konzert. Als er mich loslässt, ist der Liedsänger der Band nirgendwo mehr zu sehen. Ich schieße Cullen einen gespielt finsteren Blick zu, weil er ihn verschreckt hat. Dann Wir gehen auf dem gleichen Weg hinaus, den wir gekommen sind. Wir halten Händchen. Ich bin so glücklich, dass ich unsere Arme vor und zurück schwinge. Die Wüstenluft ist angenehm und warm, nicht feucht und stickig. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Darauf wette ich, erwidere ich, als plötzlich eine betrunkene Frau auf ihn zustolpert und beim Versuch, sich gerade aufzurichten, mit der Hand an seinem Schwanz landet. Hey! Sie blinzelt ihn an. Ich erinnere mich an dich. Du bist der, von dem es heißt, er könnte dieses Jahr im Finale alles gewinnen. Sie schnurrt praktisch, als sie hinzufügt. Für mich fühlst du dich jedenfalls wie ein Gewinner an, Playboy. Ich denke, du hattest für den Abend genug zu trinken, Schätzchen. Cullen? flüstere ich plötzlich empört. Sie kennt seinen Spitznamen? Was zum Teufel? Er hat sie Schätzchen genannt? Leider hilft er ihr auf die Beine und sagt ihr lächelnd etwas, was das Mädchen, das betrunkene Mädchen dazu veranlasst zu erröten. Und ich knirsche mit den Zähnen. Echt jetzt? Ich suche seinen Blick, wende mich ab und gehe mit schnellen Schritten davon. Ich kann wenigstens gehen. Unabhängige Frauen, nüchterne Frauen, können selbst Dinge tun wie ach, ich weiß nicht, die Hände bei sich behalten? Tatsächlich habe ich damit Selbst Schwierigkeiten, wenn es um Cullen geht, aber trotzdem, er will meine Hände schließlich an sich haben. Will er auch betrunkene Mädchen? Sieht so aus. Cullen holt mich schnell ein. Echt jetzt, Rotschopf? Er klingt amüsiert. Das ärgert mich noch mehr. Ich halte inne. Echt jetzt? Das habe ich dich gefragt. Echt jetzt, Cullen? Wie konntest du nur? Sie hat mich angefasst. Glaub mir, ich habe sie nicht dazu ermutigt. Du sahst nicht allzu verzweifelt aus. Und du bist nicht geblieben, um zu helfen. Zu helfen? Willst du mich verarschen? Warum nicht? Faith Hill hat mal bei einem Konzert öffentlich Ansprüche auf Tim McGraw angemeldet. Du hättest das Gleiche tun können. Die sind verheiratet, das sollte sie also auch. Ich gehe weiter, verdammt sauer und noch wütender, weil ich kein Anrecht auf ihn habe. Wenn ich es hätte. Scheiße, Wynn, was denkst du dir bloß? Während der Rückfahrt zum Hotel schmolle ich. Das Lächeln Hand und ich versuche sie weg zu ziehen, aber er hält nur noch fester und lässt nicht los. Ich überlasse ihm meine Hand. Das ist das Einzige, was er heute Abend bekommt. Ich schaue aus dem Fenster und meide seinen durchdringenden Blick. Was hast du ihr gesagt, dass sie erröten ließ? Nur, dass sie beim nächsten Mal aufpassen soll, wo sie hintritt, bevor sie noch auf jemandem landet, von dem sie dann nicht mehr so leicht wegkommt. Ich schnaube verärgert. Du bist unverbesserlich, Cullen. Ich meinte irgendeinen anderen Loser. Ich habe kein Interesse an ihr. Er bekommt einen finsteren Blick von mir. Ich hasse dieses Gefühl und ich hasse es, dass er mir dieses Gefühl gegeben hat. Er und sein Playboy verhalten. Als das Auto anhält, gestehe ich mir ein, dass ich mehr auf mich selbst als auf ihn wütend bin. Ich bin zornig darüber, wie eifersüchtig ich bin, wie zerbrechlich diese Sache mit ihm ist. Ich empfinde etwas für ihn. Verrückte, tiefe Gefühle. Und dennoch reise ich morgen ab und allmählich bekomme ich deshalb Panik. Als der Wagen steht, öffne ich meine Tür und steige aus. Ich durchquere die Lobby und höre seine Schritte dicht hinter mir. Wynn. Er packt mich am Ellbogen und dreht mich herum, als ein kleiner Junge ihn anrempelt. Tut mir leid, sagt er sofort zu Kallen, während die Mutter herbeieilt. Verzeihung, sagt sie, dann rennt sie dem Jungen nach und holt ihn ein. Carson, was habe ich dir übers davon laufen gesagt, fragt sie. Mir wird bewusst, dass der Name des kleinen Jungen derselbe ist, wie der meines Dates, als ich Cullen kennenlernte. Ich bin im Begriff zu lächeln, aber Cullen ist ganz still geworden und sieht dem Jungen immer noch nach. Ich kann nicht umhin, die Sehnsucht in seinen Augen zu bemerken, als er zu sieht, wie der Junge und die Mutter weg gehen. Er schiebt die Hände in die Taschen und beobachtet sie aufmerksam. Ein sanftes Lächeln liegt auf seinen Lippen. Es ist das erste Mal, dass Cullen kein Pokerface aufgesetzt hat. Und was ich dort sehe, bringt mich schier um, bricht mir das Herz, schlägt mir auf den Magen, denn ich werde nie, niemals in der Lage sein, die Sehnsucht in den Augen dieses Mannes zu stillen. Es ist mir physisch unmöglich. Und auf einmal bin ich fertig mit Männern, mit allem. Wenigstens hätte Emmett bei einem Konzert nicht mit einer Betrunkenen geflirtet, flüstere ich, denn ich brauche ein Ventil für meine Frustration und meine Wut, da ich ihm meinen Makel nicht eingestehen kann. Der Grund, warum Emmett nicht den nächsten Schritt mit mir gehen konnte Grund, warum kein anderer Mann mich will. Er reißt den Blick zu mir herum. Das Lächeln verschwindet aus seinem Gesicht. Ich hasse es, wie boshaft ich bin. Aber ich will ihn verzweifelt wegstoßen und mir in Erinnerung rufen, dass zwischen uns nichts ist, dass es nirgendwo hin führt. Ich entferne mich schnell, betrete ein paar Minuten später den Aufzug und drücke den Knopf, um vor ihm in unsere Suite zu gelangen. Cullen schiebt sich zwischen den Türen hindurch, während sie sich schließen und sieht mich an. Emmett, sagt er, die Stimme kalt wie Eis. Allerdings, mein Ex, der letzte Mann, den ich jemals lieb. Bevor ich noch etwas sagen kann, ist sein Mund auf meinem und er gibt mir einen strafenden Kuss, bei dem ich auf meinen Schultern, an meinem Hintern. Er nimmt mein Gesicht in beide Hände, saugt nur ein wenig an meiner Zunge. Die Wut und die Frustration in seinem Kuss passen zu meinen Gefühlen. Hör auf, stöhne ich und versuche mich daran zu erinnern, warum ich überhaupt sauer bin. Ich kann nicht denken, wenn du… Die Tür öffnet sich auf unserem Stockwerk und ich springe hinaus. Meine Schlüsselkarte liegt in meiner Hand und ich betrete unsere Suite vor ihm. Als ich mich umdrehe, um etwas zu sagen, reißt er sich bereits die Krawatte vom Hals, streift sich die Schuhe ab, zieht sich direkt vor mir aus. Jetzt bist du sauer? Warum denn das? Darüber müssen wir reden, sage ich. Nein, sagt er, sein Gürtel folgt seiner Krawatte. Wir erarbeiten unsere Differenzen jetzt ab, indem wir miteinander schlafen. Wir können später reden. Einen Teufel werden wir tun. Schön, dass du zustimmst, sagt er und packt mich, bevor ich die Chance habe, wegzulaufen. Seine Lippen landen unsanft auf meinen und er begrapscht mich, arbeitet sich mit einer Hand unter meinen Rock, während die andere den Stoff wegreißt. Ich denke wieder an die blanke Sehnsucht in seinen Augen, als er diesen kleinen Jungen sah, und ich möchte ihn trösten. Ich wünschte, ich könnte ihm das geben, was er am meisten will. Stattdessen reiße ich ihn an mich und kann nicht mehr loslassen, will ihn so, wie ich noch nie etwas gewollt habe. Ich stehe in Flammen, und das ist keiner dieser köstlichen langsamen Brände. Es ist einer von denen, bei denen man sich denkt, Scheiß aufs Vorspiel. Ich brauche dich in mir, egal wo und wie, Hauptsache jetzt. Cullen, er dreht mich zur Wand um, reißt meinen String weg und knurrt mir von hinten ins Ohr, dass er mich will, nur mich, und dass er mich im Kopf schon den ganzen Abend lang vögelt. Ich halte aus Selbstschutz noch an meinem Zorn fest und stöhne, wenn das überhaupt stimmt, dann hättest du ihr sagen sollen, dass ich verrückt nach dir bin. Er dringt sich an meinen Rücken, hält meinen Hintern fest, als wäre es das zerbrechlichste Ding der Welt und rammt sich im Kontrast dazu rücksichtslos in mich hinein. Dann knurrt er, dass ich darauf brenne, in dir zu sein. Seine Stimme klingt belegt an meinem Ohr. Er leckt mich ab. Ich stöhne, spreize die Beine breiter, stütze mich mit den Händen an der Wand ab. Er stößt die Hüften nach vorn und ich meine nach hinten, dass ich nicht genug von dir bekommen kann. Hiervon? Er ist außer Atem und stößt zu. Er beißt mir sanft ins Ohr, fährt mir mit wimmere ich und halte seine Hand fest, während er mich vögelt. Unser Sex ist außer Kontrolle. Er stößt hemmungslos zu und ich will es genauso, will, dass er mich nimmt, als hätte er mich nie gehabt, dass er mich in Besitz nimmt, als würde er mich nie mehr gehen lassen. Kurz bevor ich komme, zieht er ihn heraus. Ich leide so unter der sexuellen Frustration, in mich ein und greift nach meinem Hintern, stößt schnell in mich. Kallen! Ich klammere mich an ihn, als hinge mein Leben davon ab, reibe meine Hände an seinen Armen auf und ab, hin und her, während ich ihm reite. Was willst du, Rotschopf? Er reißt das Oberteil meines Kleides herunter und vergräbt das Gesicht in meinen Brüsten, denn ich will nur das Ich knalle mit dem Rücken gegen die Schlafzimmertür, nur dich, er hebt mich wieder hoch, nimm mich, ich umklammere ihn fester, als er mich auf seinen Schwanz niederlässt, reibe mich an ihm und reite ihn. Wie sehr willst du mich, sagt er, seine Lippen streifen wieder die Spitzen meiner Brüste. Du hast ja keine Ahnung, stöhne ich und kann keinen klaren Gedanken fassen, als er sein Gesicht in meinem Haar vergräbt. Wir küssen uns. Ich stoße ihm die Finger in sein Haar und balle die Hände zu Fäusten und wir kommen gleichzeitig. Er klammert sich an mir fest und ich bebe am ganzen Körper, bebe immer weiter. Cullen knurrt leise und folgt. Wir keuchen minutenlang zusammen, unsere Lippen aufeinander gepresst für den letzten Kuss, bevor er sich von mir löst. Er fährt mir mit den Fingern sanft durchs Haar und sieht mir dabei zu, wie ich mich wieder in Ordnung bringe. Ich schaue ihn an. Sein Haar ist zerzaust, seine Lippen sind von meinen gerötet. Ich habe Angst vor meinen Gefühlen. Davor, wie sehr ich bei diesem Mann die Kontrolle verliere. Nicht weggehen, flüstert er. Er streckt die Arme aus, um mich aufzuhalten, als ich mich zurückziehen will. Ich atme aus und reiße mich los, um mir die Kleidung zu richten. Ich hatte einen Moment der Schwäche, aber ich glaube, das hier führt nirgendwohin. Ich habe bemerkt, wie du das Kind und die Mutter angesehen hast. Und ich könnte dir das nie geben, denke ich hilflos. Und ich will nicht, das hier gerät außer Kontrolle. Das heißt, er runzelt die Stirn und holt seine Hose aus dem Wohnzimmer. Mit einem frustrierten Ruck reißt er sie hoch und zieht sich den Reißverschluss schnell zu. Fast zornig. Ich stöhne. Das heißt, ich habe gesehen, wie du diese Mutter und ihr Kind in der Lobby angesehen hast. Und es hat mir in der knurrt er mich an. Wir treten voreinander hin und sehen uns mit zusammengekniffenen Augen an. Zum Teufel mit dir platzt es aus mir heraus. Du nimmst doch sowieso nichts liebevolles von anderen an. Du versuchst so zu tun, als bräuchtest du nichts wirklich, aber jeder braucht etwas. Du willst es cullen, du willst das alles, also tu nicht so, als bräuchtest du Ja, ich will es. Na und, verdammt, ich will dein Mitleid nicht, knurrt er, spar dir dein Mitleid, ich will es nicht, hast du mich verstanden? Alles, was ich von dir wollte, hab ich eben bekommen. Ich versetze ihm einen Boxhieb gegen die Brust. Er zuckt nicht einmal. Das ist echt unglaublich, zischt er. Du willst unglaublich? Ich benutze deine Komps, um mir ein anderes Zimmer zu besorgen. Ich starre ihn an, drehe mich auf dem Absatz um, schnappe mir meine Handtasche und stürme davon. Ich eile zu den Aufzügen und frage mich, was zum Teufel ich gerade mache. Ich bin noch nie mit einem Typen ausgegangen, der mich so auf die Palme gebracht hat und so voller Widersprüche war. Ich habe keine Ahnung, was den ersten Kassierer, den ich sehe, löse einen meiner Chips ein, bekomme einen 100-Dollar-Schein und stecke ihn in einen Spielautomaten. Mit Tränen in den Augen drücke ich den Knopf. Ich weiß nicht, warum ich weine. Weil ich abreise. Weil ich sauer auf ihn bin. Weil er so verdammt gut war. Besser als ich je erwartet hätte. Ich bin wütend auf mich selbst, weil ich hierher gekommen bin und mich diesem Mann und seinen Reizen überhaupt ausgesetzt habe. Und ich bin zornig, weil seine letzten Worte mich verletzt haben. Denn ich will ganz tief im Innern mehr sein als nur eine weitere seiner Affären. Bah! Jemand taucht hinter mir auf. Ich versteife mich, lasse mir mein Ticket ausdrucken und drehe mich auf meinem Stuhl um. Komm mit mir, murmelt er. Sein Blick düster und elend. Er sieht mitgenommen aus. Ich hasse es, dass ich nicht atmen kann, wenn er in der Nähe ist. Und ich kann auch nicht atmen, wenn er weg ist. Vor allem kann ich nicht atmen, wenn wir Streit haben. Ich hasse es, dass ich nicht denken kann, wenn er mich ansieht. Und ich kann an nichts anderes denken, als an ihn, wenn Strähne hinters Ohr zu klemmen. Komm mit mir. Ein Schwarm von Schmetterlingen erhebt sich flatternd in meinem Bauch. Ich bin hier runter gekommen, um allein zu sein. Willst du uns eigene Territorien zuweisen? Er lächelt ein wenig, weil er mich neckt. Aber seine Augen wirken gequält und fiebrig. Mein Atem stockt, als er einen Schritt nach vorne tut. Er ist ganz nah bei mir. Meine Lungen sehnen sich nach Luft, als er mir über die Wange streicht und sie dann mit der Hand umfängt. Nicht, warne ich. Er küsst mich auf die Wange. Dann schließt er mich in die Arme, so als hätte er nicht vor, jemals loszulassen. Er zieht mich auf die Beine und legt die Lippen auf meine. Mein Atem verlässt mich, meine Zehen kräuseln sich, meine Lippen öffnen sich für seine. Seine warme feuchte Zunge findet spielerisch ihren Weg hinein. Ich entschuldige mich. Hör auf Kallon, hör einfach auf, flehe ich. Das werde ich, wenn du mir vergibst. Er knabbert weiter an mir. Bitte vergib mir. Ich bin durcheinander und weiß nicht warum, aber ich weiß, dass es wegen dir ist. Ich bin auch durcheinander und ich gebe dir die Schuld. Vergessen wir es einfach. Wir sind hier, um uns zu amüsieren. Wir sind hier, damit du über diesen Mistkerl hinweg kommst. Erwähne ihn mir gegenüber nicht noch einmal, warnt er mich zornig und hält mein Gesicht in einer seiner großen Hände. Ich schlucke, nicke. Nun nimmt er meine Hand. Bereit wieder nach oben zu gehen. Ich lasse mich von ihm zu den Aufzügen führen. Ich habe 80 Dollar verloren. Ich fühle mich total mies. Er lächelt amüsiert und als wir in den Fahrstuhl steigen, lehne ich mich auf dem Weg nach oben zu unserem Zimmer an ihn. Er steht hinter mir, umarmt mich, zieht mich enger an sich und legt für einen Moment sein Kinn auf meinen Kopf. Er senkt den Kopf, damit er meine Schläfe küssen kann. Mein Inneres zieht sich überall erwartungsvoll zusammen. Vor Sehnsucht, vor Verlangen. Bringen wir dich ins Bett, murmelt er. Er bringt mich ins Bett, wo wir uns wie verrückte küssen, wo er mich wund küsst. Es fasziniert mich, wie dieser Typ meinen Körper zum Singen bringt. Ein Körper, den ich gehasst habe, weil er mir die eine Sache nicht geben kann, die ich mir am meisten wünsche. Eine Familie. Er schafft es, dass ich diesen Körper wieder liebe, wie ich es früher getan habe, bevor ich es wusste. Wir haben so hart und schnell Sex, dass wir uns gar nicht wirklich ausziehen. Und ich kann mich danach kaum an meinen Namen erinnern. Noch weniger an den Grund unseres Streits. Ach ja, ich war eifersüchtig wegen einer Betrunkenen. Und er war total sauer, weil ich Emmett erwähnt habe. Emmett und die Betrunkene können mich mal. Ich habe Cullen und im Moment will ich lieber ihn haben als alles andere. Sogar als Lebensmittel oder Schlaf. Ich will es nochmal, flüstere ich ihm leise zu. Das ist der Plan. Ich liebe es, mit dir zu schlafen. Ich bin bestrebt, zufriedenzustellen. Das tust du. Ich streiche ihm über die Brust. Du hast großartige Hände und einen großartigen Du bist großartig. Ich beiße ihn leicht, schiebe die Hand über den Laken nach unten. Er beißt mich zurück. Wenn du Hand an mein bestes Stück legst, halte ich es, wenn du ein wenig die Kontrolle verlierst. Nicht nur ein wenig, würde ich sagen. Er mustert mich. Ausziehen. Ich ziehe nervös meine Kleider aus, sehe ihm zu, wie er dasselbe tut, bevor er sich über mich beugt. Er legt mir eine Hand auf mein Geschlecht und spreizt meine Oberschenkel. Gib mir das hier. Das tue ich. Du bist wunderschön. Sieh mich an. Ich kann nicht anders. Das werde ich. Ich sehe ihm in die Augen und diesmal fangen wir langsam an. Jeder Duft, jeder Laut, jeder Anblick, jeder Geschmack, jede Berührung ist intensiver. Sein Blick verschleiert sich und meine Sicht verschwimmt. Und doch sind diese silbernen Augen alles, was ich sehe. Was in Vegas passiert? Heute Morgen, gleich nach einer Runde Sex unter der Dusche, nach der ich schwach auf den Beinen war und der Rest von mir auf einer Wolke weit über der mit der Nummer sieben schwebte, haben wir uns angezogen und Oliver mit meinem Gepäck nach unten geschickt. Ich weiß nicht, was das ist mit Cullen. Je mehr Sex wir haben, desto mehr will ich ihn. Gestern Abend haben wir uns gestritten und dann wieder vertragen wir ein Ehepaar. Wie er sich anfühlt, wie er riecht, seine Berührung, sein Aussehen, ich bin süchtig nach all dem. Sollte bei einer Affäre nicht das Gegenteil der Fall sein? Jetzt gehen wir durch die Lobby zu meinem wartenden Wagen und Cullen starrt mich ziemlich unverhohlen an. Jetzt entscheidest du dich das weiße Kleid zu tragen? Auf welchem Planeten? Deinem, sage ich. Er lächelt und dieses Lächeln bringt mich um den Verstand. Soll ich den Piloten anrufen und ihm sagen, dass du erst morgen nach Hause fliegst? Wir haben das bereits besprochen. Ich muss zurück und ich dachte, du würdest mit mir kommen. Das war jedenfalls der eigentliche Plan. Er legt mir die Arme um die Schultern und drückt seine Stirn an meine. Es tut mir leid. Er wirkt aufrichtig. Wenn ich da nicht mitspiele, werde ich keinen Platz am Finaltisch haben. Ich nicke. Ich weiß, seufze enttäuscht und verliere mich ein letztes Mal in seinen wunderschönen Gesichtszügen und den hypnotisierenden Silberaugen. Er erwidert den durchdringenden Blick und als er spricht, ist seine Stimme tief und fest. When? Die Wette, das ist nicht alles. Du bringst mir Glück sicher, aber Glück hatte nichts damit zu tun, warum du in meinem Flugzeug gelandet bist. Ich spiele keine Spielchen mit dir, When. Ich wollte dich. Das tue ich immer noch. Er drückt mich an der Talie an sich und legt mir eine Hand an die Wange. Ich werde bei deiner Eröffnung da sein, Rotschopf. Ich verspreche es. Ich atme auf und verinnerliche, was er gesagt hat. Meint er damit, er will weitermachen? Will er mich so, wie ich ihn will? Was ist, wenn sie das Qualifikationsspiel wieder verschieben? Flüstere ich und will mir erst gar keine Hoffnung machen. Sie werden es nicht nochmal verschieben, versichert er. Und wenn sie es doch tun? Ich werde trotzdem da sein. Ich fühle mich benommen und schwach, schwindelig und dennoch wiederbelebt. Er bleibt in Vegas, nur um sich zu qualifizieren und kommt dann zurück. Für mich. Vielleicht, weil auch er das Gefühl hat, komm schon, denke ich wirklich darüber nach, ob was, ob ich mit Cullen glücklich bis ans Ende unserer Tage spielen werde? Mein Herz tut weh bei dem Gedanken und ich hasse es, dass er mir diesen Schmerz verursacht. Ich meine, dieser Typ küsst seine Freunde. Er ist ein Freund. Oder er war es. Im Moment fühlt es sich an, als wäre er alles für mich. Innerhalb weniger Tage ist er alles für mich geworden. Rot Schopf, sagt er warnend und lächelt mich an. Ich atme aus. Viel Glück, halte mich auf dem Laufenden, okay? Ich lache, teils zur Ermutigung, teils um die Tatsache zu überspielen, dass ich ihn schon jetzt vermisse. Bevor ich mich umdrehe, flüstere ich, Cullen, ich will ihm sagen, dass ich ihn will. Dies hier will, ihm sagen, dass mein Verlangen jede Vernunft sprengt. Doch all meine früheren Herzschmerzen und ein Gefühl drohenden Unheilslasten auf mir. Ich hasse es, dass ich mir nicht sicher sein kann, ob er mich noch genauso ansieht wie jetzt, wenn er alles über mich weiß. Also versuche ich, das abzuschütteln, weil ich nicht gehen will, solange die Stimmung so schlecht ist. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und drücke ihm einen Kuss auf die Lippen. Danke für die schönste Reise meines Lebens. Hol dir den Sieg, Champ! Bevor meine Gefühle mit mir durchgehen und der Knoten in meiner Brust bis zu meiner Kehle aufsteigt und nachher noch Mist mit meinen Augen macht, drehe ich mich um, gehe weg und spüre das unverkennbare Gewicht von Cullens Blick auf mir, der mir nachsieht. Ich will nicht gehen. Ich will, dass er mich aufhält. Ich will, dass er mit mir kommt. Aber das tut er nicht, weil er ein weiteres Spiel zu spielen hat. Und ich habe meinen eigenen Job zu erledigen. Doch als Oliver mich zum Flughafen fährt und die Entfernung zwischen uns immer größer wird, vergeht mir mein Lächeln und meine Brust beginnt immer schlimmer zu schmerzen und meine Augen fühlen sich nicht mehr so trocken an, wie sie es in der Hitze von Las Vegas tun sollten. Ich kann kaum glauben, dass ich mich vor ihm zusammenreißen konnte. Vielleicht habe ich in Vegas doch ein paar Dinge gelernt. Ich habe gelernt, wie ein Profi zu blöffen. Als ich in sein Flugzeug steige, fühle ich mich unwohl. Cullen's ganzer aufregender Lebensstil ist ohne ihn gar nicht aufregend. Vorige Woche bin ich mit Cullen nach Vegas geflogen und habe mich gefragt, wie es wohl wäre, allein mit diesem Jet zu fliegen. Jetzt weiß ich es. Und ich wünschte, dem wäre nicht so. Mehr als alles andere wünsche ich mir, dass der kleine Junge und seine Mutter nicht unseren letzten gemeinsamen Abend gewählt hätten, um uns über den Weg zu laufen. Ich wünschte, ich hätte Cullens Gesicht nicht gesehen, als er sich Dinge wünschte, die er nicht hat. Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich weigere mich, an die Familie zu denken, die ich Cullen nicht geben kann. Stattdessen denke ich an die Woche, die wir zusammen verbracht haben. Ich lasse die Erinnerungen in Zeitlupe ablaufen, Spule zurück, Shoppen, Strip-Poker und romantische Abendessen und wie wir die ganze Nacht gefeiert und einander genossen haben, als wäre Sex unsere Droge und der einzige Schuss, den wir brauchten, war eine weitere Runde im Bett. Ach Gott, flüstere ich und seufze, wenn ich mich weiter in Erinnerungen suhle, schaffe ich es nie zurück nach Chicago. Aber es ist einsam, in einem großen schicken Flugzeug zu sitzen, ganz allein und auf dem Heimweg. Ich spiele die Szene nach, als ich das weiße Kleid trug, das er für mich gekauft hat, die Art, wie er mich ansah. Er hat mich nicht aufgehalten und ich konnte nicht zu ihm zurückrennen. In der Galerie werde ich im Strudel der Aktivitäten gefangen sein, da wir uns auf die kommende Ausstellung vorbereiten. Ich muss in Chicago sein. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir mehr hätten sagen oder tun sollen. Vielleicht. Andererseits vielleicht auch nicht. Es war eine Wette. Ich habe gewonnen. Vielleicht wäre er, wenn ich helfen. Stattdessen bleibt er für das Qualifikationsspiel. Und mir bleibt die Erinnerung an den besten Oralsex meines Lebens und noch einiges mehr. Und jetzt ist es vorbei. Ich wusste, dass es enden würde. Oder nicht? Miss Watson, sind Sie bereit? Der Pilot sieht mich an und ich nicke schnell und atme ein. Ich kann nicht atmen. Ist hier genug Sauerstoff? Ich fächere mir Luft zu. Plötzlich fühlt es sich an, als würde ich sterben. Ja, Miss. Er lächelt. Es ist alles in Ordnung, dann machen Sie sich bereit für den Start. Ich nicke, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich keine verdammte Luft kriege. Danke, sage ich und schnalle mich an. Ich versuche ruhig auszusehen, während ich etwas ganz anderes bin. Er verschwindet im Cockpit. Mit einem tiefen Atemzug schließe ich die Augen, sage mir, ich solle mich beruhigen und alles in Vegas zurück lassen. Geht so nicht das Sprichwort? Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Mit wem auch immer du es in Vegas treibst, das bleibt in Vegas. Mein Cullen. Wow. Wir hatten eine dumme Wette, das ist alles, was es war. Aber ich bin süchtig nach ihm. Nicht wegen dem, was er ist oder weil er mich so verwöhnen kann. Es liegt daran, wer er ist. Wer ich bin, wenn ich bei ihm bin. Wer wir zusammen sind. Sind wir zusammen? Als wären wir ganz allein auf der Welt. Es war das Erste, woran ich dachte, als ich Callan und Levy sah. Und die Vorstellung, dass es uns so gehen könnte, war schön. Es war schön, meinen Partner und unsere Exklusivität und alles, was dazugehörte, zu haben. Als die orangebraunen Farbtöne am Horizont mit zunehmender Entfernung verblassen, spüre ich, wie mein Herz immer schwerer und schwerer wird. Der Sand von Nevada ist nun verschwunden, zusammen mit Callan. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Vielleicht machen wir nur eine Pause, eine wie Emmett und ich es gemacht haben. Ich streiche mir über die Wangen, sei nicht so theatralisch, Winn. Nein, ich schüttle den Kopf. Callan und ich sind nicht Emmett und ich. Wir sind anders. Wir sind besser. Es war nie mit irgendjemandem besser. Ich starre auf die weiß-blauen Wolken hinaus. Jetzt bin ich wieder ganz allein und kann nichts mehr tun. Von meinen Gefühlen habe ich ihm nichts erzählt, weil ich Angst hatte. Ich habe immer noch Angst. Die Chancen standen immer gegen uns. Wir waren die Verlierer, die Außenseiter, mit einer Quote von 35 zu 1. Ich wäre auf jeden Fall in diesem Flugzeug zurück nach Chicago geflogen und in mein vertrautes Leben zurückgekehrt. Haben Malcolm und Rachel mich deshalb gewarnt? Hatte darum Callan ein Gespräch mit Callan? Ist das Leben eines Spielers eine einsame Straße, ein ungewisser Weg im Kampf um das Glück bei jeder nächsten Wette, dem nächsten Spiel? Wenn ja, dann ist da kein Platz für einen Lebenspartner. Vielleicht ist da für niemanden Platz. Ist das der eigentliche Grund, warum er seinen Sohn nicht sieht? Callan hat Unrecht. Er liegt falsch, wenn er denkt, dass es einen Unterschied zwischen Zockern und Pokerspielern gibt. Das Spiel steht immer an erster Stelle. Es wird immer an erster Stelle stehen. Es gibt einen Grund, warum er Single ist. Und doch will ich ihn mehr, als ich ertragen kann. Leidenschaft ist nicht unser Problem, sondern Verbindlichkeit. Und ich will nicht in dieser Art Beziehungsgefüge zurückkehren. Das hat nie für mich funktioniert. Und Callan? Ich glaube nicht, dass er überhaupt je in der Lage war, sich darauf einzulassen. Vorwarnung Ich bin nicht in Bestform. Win ist weg und mein Glück ist direkt mit ihr zur Tür hinaus verschwunden. Ich will sie anrufen, ihre Stimme hören, es ihr sagen. Ihr Was-Sagen-Mann reißt dich zusammen. Wieder schaue ich auf meine Karten. Hm, das ist eine Premiere. James, die Original Shark Johnson grinst. Playboy hat sich seine Karten noch einmal angesehen, Leute. Was sagt uns das? Bin mir nicht sicher, erwidert Lucas Ingram, schwenkt sein Glas und starrt in seinen Apfelsaft, als wäre es purer Whisky. Er runzelt die Stirn. Wenn ich mich recht erinnere, wirfst du nie einen zweiten Blick in dein Blatt. Was ist da los? Geht es dir gut? Ich kenne die Ingram Brüder seit über einem Jahrzehnt. Isaac ist ein Blödmann und Lucas ein netter Kerl. Normalerweise wäre ich begeistert, Isaacs jüngeren Bruder an meinem Tisch vorzufinden. Er ist durchschaubar und nicht so gut im Kartenspielen. Er ist ein Glücksspieler und nun ja, ich glaube nicht an reines Glück. Man braucht Fähigkeiten, um kontinuierlich zu gewinnen. Es gibt natürlich eine Ausnahme und die starre ich gerade an. Wenn man es mit Lucas Ingram zu tun hat, dann will jeder die gleiche Frage beantwortet haben, ist er gerade auf Zack oder nicht? Wenn er es ist, halten sich die Jungs von der Spielerbetreuung von ihm fern, weil er ein Casino in wenigen Tagen in den Ruin treiben kann, weshalb der große Bruder ihn überhaupt finanziert. Es ist gut fürs Geschäft. Aber wenn Lucas nicht auf Zack ist, dann ist er wirklich erbärmlich. Und dann will jeder ihn über den Tisch ziehen. Und jetzt? Ich fürchte, er ist gerade dabei, mich über den Tisch zu ziehen. Ich schaue mich um, ob ich Mike in der Menge finden kann, der uns beobachtet. Und da ich ihn nicht sehe, habe ich meine Antwort. Lucas ist definitiv auf Beute Zug. Und da sich mein Glücksbringer irgendwo zwischen Las Vegas und Chicago befindet, kann ich mir nicht sicher sein, wie das hier alles ausgehen wird. Lucas reist mit einem nervigen Haufen von Poker Groupies durch die Gegend. Er benutzt sie als Ablenkung. Als ich eine Rothaarige in seinem Haufen sehe, kann ich nicht anders, als an meinen süßen Rotschopf zu denken. Die Frau, die mit ihrem Haar herumgespielt hat. Die Frau, die meine größte Ablenkung war. Gott, ich vermisse sie. Ohne Wynn fühle ich mich hier wie die bloße Hülle eines Mannes. Wie ein ganz gewöhnlicher Spieler, der nicht mal am Spielen interessiert ist. Hat eigentlich jemand Jack gesehen? Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Also fange ich an zu reden. Lucas kann kein Multitasking. Kevin Or, nein, habe gehört, dass er total am Boden ist, sagt James und pfeift leise. Ich kann nicht anders, als zu denken, dass es mir genauso gehen würde, wenn ich nicht meinen Glücksbringer gefunden hätte. Ich wünschte, Jack hätte eine gute Frau in seinem Leben. Soweit ich weiß, hat er das nicht. Kevin Or wird früh genug wieder auf die Beine kommen. Der Typ hat mehr Tricks drauf als eine Nutte, sagt ein anderer Spieler. Als ich aufblicke, spreche ich nun direkt mit Lucas. Ich habe gehört, dass du ein Untergrund Team zusammengestellt hast. Ja, er passt und lehnt sich verschwörerisch nach vorne. Ich habe auch eine Insider-Information, dass Lieferungen an ihn ins Casino kommen und es gibt Gerüchte, dass Isaac seinem kleinen Bruder ein Kehrpaket geschickt hat, bevor seine Glückssträhne wieder begann. Vielleicht ist es an der Zeit, auf die dunkle Seite zurück zu kehren. Ich bin gerührt. Er legt sich eine Hand aufs Herz. Habt das gehört, Jungs? Carmichael vermisst mich. Frank, ein Spieler, der mehrere Titel in der Tasche hat, sagt, frag dich, warum das so ist, Junge. Er mag meine Gesellschaft, sagt Lukas, wie immer unter dem Eindruck, dass ihn alle lieben. Er wendet sich an die Mädchen. Ein oder zwei werfen ihm eine Kusshand zu. Er spürt die Liebe. Ich lächle im Still. Na und, das Timing ist mies für mich, großartig für ihn. Es spielt keine Rolle. Nicht heute. Dieser Flop sieht aus wie maßgeschneidert, sagt ein Tourist und wirft in dem lahmen Versuch einen Straight Flush vorzutäuschen ein paar schwarze Chips in den Pott. Es gibt eine 8, eine 9 und eine Peak 10 im Flop. Ich habe die bestmögliche Hand mit dem Buben und der Dame gleicher Farbe. Der Tourist hat gerade an Glaubwürdigkeit verloren. Ich denke an Win. Dann verlässt mich mein Glück vielleicht nicht ganz. Also erzähl mir von dem Mädchen, sagt Lukas. Ich habe gehört, du hast keine Kosten für sie gescheut. Den Gerüchten zufolge könnte sie deine Frau werden, ob da etwas Wahres dran ist. Herz 2 wird gelegt. Warum machst du den Notizen, antworte ich. Aber nein. Lukas verdreht die Augen und steigt aus. Sie ist also aus Ist es ernst? fährt er fort. Ich weiß, warum er fragt. Sag Isaac, dass Win nächsten Samstag eine Ausstellungseröffnung hat. Ich kann nicht anders. Ganz der Teufel, den er kennt, sage ich also. Win und ich hoffen, ihn dort zu sehen. Das passiert einfach so und ist so einfach. Ich gehe all in, melde meinen Anspruch an und mache das Beste draus. Als ich vom Tisch weggehe und auf die Fifth Street starre, trifft es mich wie der Schlag. Ich setze jetzt alles aufs Spiel und das nicht für eine Wette, mit der ich gut aufgestellt war, sondern für eine schöne Frau, die mich schon um ihren kleinen Finger gewickelt hatte, bevor wir einander vorgestellt wurden. Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht? Ich hätte sie nie ohne mich aus Las Vegas abreisen lassen sollen. Verräterische Zeichen Als ich Chicago erreiche, fühle ich mich schon besser. Sieh dich einer an, begrüßt mich Gina, als ich aus dem Flugzeug steige. Rachel ist auch da. Meine Freundinnen umringen mich und mir kommen beinahe die Tränen. Ich hatte vergessen, wie sehr ich meine Freunde um mich brauche. Nicht, weil ich es überhaupt nicht. Ich brauche sie, weil das Leben ohne sie irgendwie leer ist. Raus mit der Sprache, sagt Rachel und öffnet den Kofferraum, damit der Pilot mein Gepäck verstauen kann. Wie war Vegas? Du hast mit Livy gesprochen? Natürlich hat sie mit Livy gesprochen, sagt Gina. Ich habe auch mit Livy gesprochen. Sie ist deine Schwägerin, sage ich. Ich drehe mich um und lächle den Piloten an. Danke für den schönen Flug. Ich will dem Piloten gerade ein Trinkgeld geben, aber Rachel schüttelt den Kopf. Sobald er weg ist, sagt sie, Cullen hat sich bereits darum gekümmert. Saint würde ausflippen, wenn ich seinem Piloten Trinkgeld geben würde. Ich bin mir sicher, dass Cullen da nicht anders ist. Cullen? Keuche ich. Woher weißt du von Cullen? Das ist nicht die richtige Frage. Rachel blickt finster, dann schaut sie Gina an. Fragen werden sowieso überbewertet. Eine Entschuldigung wäre angebracht, findest du nicht auch? Win! Du bist mit Cullen Carmichael Cetacean X hergeflogen. Oh, allerdings, neckt Gina und senkt dann ihre Stimme. Bist du verrückt? Du fliegst mit dem verdammten Cullen Carmichael nach Vegas? Was hast du dir dabei gedacht? Gedacht habe ich gar nicht. Rachel seufzt, als würde sie den Schmerz in meiner Stimme hören. Er ist der heiße Typ aus dem Underground Casino, nicht wahr? Ja. Nun denn, dann ist es verständlich, gibt Gina mit einem Wackeln ihrer Augenbrauen zu. Sagt Tahoe nicht, dass sie das gesagt hat, entgegnet Rachel und startet das Auto, sobald wir alle angeschnallt und bereit sind. Oh, Tahoe weiß, dass er viel heißer ist, ihre Augen flackern verträumt. Glaubt mir, er macht sich keine Sorgen. Warum sollte er auch? Rachel lacht, ich meine, steigt ihr zwei überhaupt jemals aus dem Bett? Psst, es geht hier nicht um mein Sex Leben. Sie zeigt mit dem Daumen an ihrer Schulter vorbei auf mich. Es geht nur um Wynn und Callum. Seinen Namen zu hören weckt meine Sehnsucht nach meinem Silberauge. Ich wäge ab, ob ich einige unserer expliziteren Momente für mich behalten sollte. Es erscheint falsch, über sie zu sprechen, wenn es so viele unverarbeitete Gefühle gibt, Emotionen, die direkt unter der Oberfläche kochen und drohen, mich zur Explosion zu bringen. Also, erzähl uns alles. Gina dreht sich zur Seite und schaut mich auf dem Rücksitz an. Er ist, ich seufze. Perfekt. Oh nein, stöhnt Rachel. Bitte sag uns, dass du nicht nach Las Vegas geflogen bist, um über Emmett hinweg zu kommen und nun wieder verliebt bist. Draußen flackern am Himmel vereinzelte Sterne und mich überkommen nostalgische Gefühle. Ich frage mich, was Cullen wohl gerade tut. Ich hoffe, dass er sein Pokerspiel gewinnt, damit sich alles gelohnt hat. Ist da jemand? Gina wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum. Hallo? Ich bin ein emotionales Wrack. Damit spreche ich das offensichtliche aus. Rachel stellt ihren Spiegel ein. When sag uns, dass du nicht total verliebt bist. Meine Augen jucken plötzlich und ich bin mir sicher, dass es eine Art Allergie ist, die ich mir während des Fluges aufgehalst habe. Ich blinzle ein wenig und schnaube, bin schon fast bereit, ihnen alles zu sagen, ihnen zu sagen, dass ich eigentlich alles hatte und es nur wegen meiner Ängste weggeworfen habe und weil Cullen nicht sage ich zu den beiden es ist wahrscheinlich mom ich habe nicht mehr mit ihr gesprochen seit ich nach vegas aufgebrochen bin hallo win mir rutscht das herz in die hose emmet ja hast du zeit zu reden ich blinzle werfe meinen freundinnen verzweifelte blicke zu und halte den atem an als rachel anhält sie parkt das auto und sie und gina drehen sich um ehrlich gesagt emmet ich glaube wir haben uns beide alles gesagt was zu sagen war erkläre ich bewusst langsam und tue dann etwas was ich noch nie in meinem leben getan habe ich nehme das handy vom ohr und lege auf das war emmet kreist gina offensichtlich froh dass ich aufgelegt habe und ebenso schockiert darüber ich spüre einen seltsamen stich im herzen weil es nicht die männliche hören wollte mist ich schaue auf mein handy das nun brummt und es ist eine sms wieder von emmet emmet wir müssen reden ich lese die nachricht noch einmal und mein magen verkrampft sich vor wut ich meine wirklich der hat vielleicht nerven oder was was will er fragen die frauen ich strecke meine hand mit dem handy aus und zeige ihnen die Nachricht wow das ist ja allerhand sagt gina mein magen schmerzt als ich mich erinnere ich fühle mich körperlich abgestoßen von der vorstellung je wieder mit ihm zu tun zu haben was vorbei ist ist vorbei was du aus der erfahrung gelernt hast hast du gelernt was er gezeigt hat hat er gezeigt es ist vorbei antworte nicht sagt Rachel ich halte inne soll ich etwas kurzes und gemeines antworten ich überlege es mir das tue ich wirklich warum überhaupt raum für eine diskussion lassen das ende wird das gleiche sein du bist über ihn hin weg er hat dich weggeworfen und du bist endlich wieder auf den beinen sagt gina du hast recht löschen ich lösche die nachricht und ich fühle mich gut ich fühle mich stark ich habe mich immer gefragt ob er sich noch mal melden würde aber ich habe mir auch immer Sorgen gemacht dass ich schwach werden würde wenn er es hätte dass ich versucht wäre zurückzugehen um nach einem Zeichen zu suchen dass ich ihm wirklich wichtig war dass nichts gelogen war aber ich bin nicht in ihn verliebt nicht mehr vielleicht war ich es nie sicherlich nicht auf die Art und Weise wie ich jetzt für einen anderen Mann empfinde Gina und Rachel schauen einander verblüfft an bevor Gina mir einen strengen Blick zu wirft als ob sie sagen wollte was ist hier eigentlich los es ist kompliziert wie kann ich ihnen das erklären ich vermisse Callum wie meinen Morgen Kaffee ein Ritual auf das ich nicht verzichten kann wenn ich meinen morgendlichen Kaffee sausen lasse ist der Rest des Tages im Eimer sehe ich Callum so als den Mann der in mein Leben trat und mir den Rest meiner Tage versaut hat ist das was auch immer das ist für Callum genauso ernst wie für mich wenn ja dann ist sein großes Spiel zum scheitern verurteilt ich schaue meine besten Freundinnen an und hoffe dass sie Worte der Ermutigung finden denn ich kann Ratschläge gebrauchen Gina seufzt okay fang nochmal von vorne an gehen wir zurück zu dem Punkt an dem wir waren bevor Emmett anrief und dieser Ausdruck auf deinem Gesicht erschien als würdest du gleich kotzen müssen kehren wir zu dem schwärmerischen Gesichtsausdruck zurück den du nach der Landung hattest weil Callum dein Herz gestohlen hat hat er nicht lüge ich wir sind Freunde wir hatten unseren Spaß in Vegas und es war lustig und sexy und hölle Scheiß meine Stimme wird leiser was auch immer es war es ist aus was auch immer es hätte werden können es ist vorbei um unser beider willen Gina ergreift über den Sitz hinweg meine Hand fang am Anfang an und erzähl uns alles ich weiß nicht wo ich anfangen soll ich möchte ihnen sagen dass ich mich in einen Playboy verliebt habe und dass ich es beenden muss dass ich mich von ihm abwenden muss wie von einer Droge oh das ist einfach sagt Rachel und versucht einfach mit dem Sex an win und win da mein verdammter Platz in der Meisterschaft jetzt gesichert ist sage ich Mike dass ich morgen auschecke nach dem auflegen fange ich an zu packen und frage mich was win macht kaum greife ich nach meinem Handy um sie anzurufen taucht der Name meiner Ex auf dem Bildschirm auf großartig hi Sondra Cullen schön dass du zurück rufst begrüße ich sie ich wollte Adam nächstes Wochenende sehen ich habe ein großes Turnier und würde nach meinem großen Sieg gerne etwas Zeit mit ihm verbringen das wird nichts er wird damit beschäftigt sein Hausaufgaben zu machen und ich habe nicht wirklich auf deinen Anruf geantwortet ich rufe an weil wir über ein Taschengeld für Adam sprechen müssen er macht jetzt Sport Cullen und Mr. Baxter findet dass er eine echte Begabung fürs Cello hat fürs Cello ja Cullen du weißt doch was D-Moll stop unterbreche ich sie wie viel 6000 im Monat sollten reichen was du hast das Geld doch nicht wahr ich meine es wäre eine Schande wenn ein großer Spieler wie du das Geld nicht hätte siehst du aus dem Grund habe ich niemals in Betracht gezogen mit stop sofort sonst bekommst du keinen einzigen Cent mehr von mir bei mir ist gerade eine Sicherung durchgebrannt ich wollte nicht mehr der Vater an der Ferne oder der Ex Freund sein den Sondra anruft wenn sie ihre Garderobe erneuern will ich werde ihren Forderungen nicht mehr nachkommen und ich werde nicht den Rest meines Lebens damit verbringen mehrmals in der Woche mit ihr zu telefonieren Adam ist alt genug um selbst den Hörer in die Hand zu nehmen und mich um das zu bitten was er braucht er ist alt genug um meine verdammten Anrufe entgegen zu nehmen ob aus Sturheit oder weil ich zu viele Jahre nach Sondras Pfeife getanzt habe ich habe es satt so zu leben ich denke an Wynn Scheiße in dieser Blick in ihren Augen als sie das Bild von Adam sah der gleiche Blick blitzte bei ihr auf als mich das Kind an dem Morgen angerempelt hat als sie abreiste ich habe den wehmütigen Ausdruck bei zahlreichen Gelegenheiten bemerkt Wynn will Kinder ich möchte dass sie in Adams Leben präsent ist fast so sehr wie ich möchte dass sie eine Rolle in meinem Leben spielt wie kannst du es wagen so mit mir zu sprechen weißt du was Sondra ich war ein Kind als ich dir auf den Leim gegangen bin ein echtes Kind noch keine 18 und zum ersten Mal in über einem Jahrzehnt werde ich dir sagen was du vor all den Jahren hättest hören sollen ach und was wirst du jetzt sagen kallen hüstelt sie ich kann es kaum erwarten das zu hören ich freue mich Wynn für meinen Sohn für die Familie die ich nie hatte wir sehen uns vor Gericht Sondra was wir sehen uns vor Gericht du hältst mich nicht länger von Adam fern er ist älter und braucht seinen Vater und ich brauche ihn und ich möchte dass Wynn Adam kennenlernt ich glaube sie werden sich sehr mögen ich lege auf und lehne mich auf meinem Stuhl zurück und als ich die Augen schließe ist mein letzter Gedanke der wie sehr ich beide brauche bei Sonnenaufgang sitze ich im Flugzeug ich verlasse die Stadt gern im Morgengrauen nur dann strahlt sie Ruhe aus zumindest für mich die Sonne leuchtet orange mit einem hinreißenden hellblauen Ring um sie herum und es sieht aus als würde unser Flugzeug darin sanft geschaukelt fliegen ich drehe meinen Sitz um Wins leeren Platz anzusehen mit zurückgelehntem Kopf stöhne ich angesichts meiner verworrenen Gefühle wann wurde aus meinen Gedanken eine so unübersichtliche Mischung aus Win und Gewinnen seit wann ist es so verdammt schwer das Bett einer Frau zu verlassen oder sie meins verlassen zu sehen wann habe ich angefangen in dem Begriff wir zu denken nicht mehr nur ich ich hätte das längst kommen sehen müssen von den schmutzigen kleinen träumen bis zu unseren Gesprächen spät in der Nacht Ich bewegte Ich bewege seit dem Tag an dem ich sie zum ersten Mal sah und dieser Tag war absolute Folter Mein Blick fällt auf die Bar und ich gehe dorthin bücke mich um aus dem kleinen Fenster zu schauen während wir unsere Flughöhe erreichen da trifft es mich ich stand genau hier als mir klar wurde dass sie die richtige ist was zum Teufel passiert mit mir ich kehre zu meinem Sitz zurück und fahre mir mit beiden Händen durchs Haar dann starre ich auf Wins Sitz und rieche an dem herb duftenden Leder von Ängsten geplagt weil ich ihren Duft diesen leisen Geruch von Lust und Sex und teurem Parfüm nicht wahrnehmen kann ich wünschte wir wären wieder ganz am Anfang unserer Reise sie war an dem Tag aufgeregt und vielleicht ein wenig verängstigt und ich wollte diese Aufregung anheizen und diese Angst durch völlige Freude ersetzen Mensch Kallen komm wieder in die Spur sie ist nicht hier und du wirst bald ein Spiel zu spielen haben was kann ich tun um sie aus meinem verdammten Kopf zu bekommen um zu vergessen wie sich ihr heißer kleiner Körper angespannt hat als ich sie das erste Mal berührte wie ihre großen Augen meinen folgten als ich meinen Finger an ihr feuchtes Höschen drückte dieser Blick war einfach unbezahlbar ich träume von ihr zum Teufel ich habe schon von ihr geträumt bevor ich sie überhaupt in den Armen hielt die Sache ist die ich habe Wins Gesicht in diesen Träumen nie gesehen aber ja ich wusste intuitiv dass sie diejenige war die dort den Rücken durchdrückte stöhnte dieses wunderschöne Lied der Leidenschaft sang jetzt kann ich nicht anders als zu grinsen niemand singt diese Melodie besser wenn Wynn den Mund öffnet und sich der Lust ganz hingibt sind diese Laute besser als die Nummer selbst nun vielleicht nicht besser fuck ich werde hart wenn ich nur daran denke hart weil ich sie bei mir haben will hart denn wenn sie jetzt hier wäre müsste sie nicht nach dem Mile High Club fragen sie würde sich ihre verdammten Flügel verdienen Mischen Ich war die ganze letzte Woche über mit Pepper damit beschäftigt alles vorzubereiten beschäftigt damit Kisten voller Bilder auszupacken die Leinwände auszurollen und aufzuhängen Ich bin erschöpft und kann immer noch nicht gut schlafen Er hat sich nicht mehr gemeldet Ist er schon über mich hinweg? Hat er irgendeinen anderen Glücksbringer gefunden? Einen der auf seinem Schoß sitzt und klatscht wenn er gewinnt oder ihn mit dem Mund verwöhnt oder sonst was? Ich bin so eifersüchtig dass ich es nicht ertragen kann Ich drehe mich im Bett um und schnappe mir mein Handy Keine Nachrichten Als Cullen und ich uns das erste Mal trafen war er entschlossen mir zu helfen über Emmett hinweg zu kommen als wäre es seine Pflicht und seine Mission Jetzt frage ich mich ob es da draußen jemanden gibt der mir helfen kann über Cullen hinweg zu kommen Warum habe ich Warum habe ich auf mein Herz gehört Warum habe ich nicht auf meinen Kopf gehört Ich stöhne und recke mich Wenn ich jetzt nicht schlafe überstehe ich den morgigen Tag nicht Es ist meine größte Galerie Ausstellung und ich darf sie nicht vermasseln weil ich einem Kerl nachtrauere der mich mit einer Liebe in Versuchung geführt hat die es nie gegeben hat Ich kann das nicht nicht jetzt Cullen wirkt von Natur aus wie ein einsames Wesen unserer Zeit in Vegas hinterher zu schmachten wird nichts bringen besonders wenn sie sich nicht wiederholt Später nach der Ausstellung kann ich mich im Bett herum wälzen und von meinem sexy Silberauge träumen Ich gähne und brauche nur Schlaf Er lehnt sich zu mir hinunter Sein Atem streicht über mein Ohr und fährt mir mit den Wynn bist du wach Cullen Ich stöhne leise seinen Namen und kuschle mich näher an seine Wärme lege mir seinen Arm um meine Taille und streichle entlang der dicken Venen in seiner Hand Sein Schwanz drängt sich gegen meinen Hintern und ich will dass er mich auf alle Viere hochzieht dass er mich mit seinen Küssen versenkt diese süßen Küsse entlang meiner Wirbelsäule und Schultern am Nacken und auf meine Wange worauf wartet er noch meine Sinne sind hellwach ich drehe mich um und hebe den Blick zu ihm dort sehe ich Verlangen und unverkennbares Begehren Gott ich liebe es wie er mich ansieht wie er mich nicht aus den Augen lässt niemand hat mich je so angesehen wie er mich ansieht ich verzehre mich nach ihm und er weiß es er zieht mich auf seinen Schoß und macht mich mit ganz sanften Berührungen an meiner Hüfte heiß ich stöhne weil ich seinen Schwanz spüre und fange an ihn überall zu küssen an seinem Hals dann eine Reihe von Küssen über die Mitte seiner Brust und tiefer tiefer er stöhnt Gott ja Baby sagt er als ich meine Hände um und ich denke oh ja bitte jetzt ich hätte ihn nicht so lange warten lassen sollen ich mustere dieses wunderschöne anschwellende Stück Männlichkeit mir läuft das Wasser im Mund zusammen ich sterbe vor Lust auf eine Kostprobe vor Lust diesen Tropfen durchsichtiger Flüssigkeit direkt von der pulsierenden Eichel zu lecken ich senke den Kopf und meine Zunge schlängelt sich um die Spitze und zieht ihn an meinen Lippen ein glühend heißer Kallen es schmeckt wie Win verdammt wach auf Gina schüttelt mich so heftig dass ich schwöre ein paar Knochen könnten brechen was ist denn erschrocken wache ich auf und schaue mich panisch um bis ich sie sehe was machst du hier ich ziehe mir die Decken über den Kopf wie wäre es mit ein wenig Privatsphäre beeil dich sie zerrt mich einfach hoch und wirft mir Kleidung und die Tür zuschlägt und ich weiß nicht mit wem du es in diesem Traum eben getrieben hast aber beeil dich und bring es unter der Dusche zu Ende sagt sie lachend Peppa hat den ganzen Tag versucht dich zu erreichen was ich schaue mich um und blinzle wie wild die Kommode und die Handtücher das Shampoo und die Seife an wie spät ist das ich strecke den Kopf heraus und versuche die Uhr auf meinem Nachttisch zu erkennen vier Uhr sie schubst mich zurück ins Badezimmer und schlägt die Tür zu und keine Sorge Peppa hat alles im Griff Saint und Rachel sind jetzt da und helfen ihr nimm dir eine Minute Zeit um dich zu sammeln du hast Zeit ich öffne die Tür wieder und recke den Kopf rieche ich da Kaffee von vor etwa fünf Stunden eine ganze Kanne voll unberührt ich schätze dein Timer hat dich nicht geweckt kein Wunder wow was du wohl geträumt haben musst sie wirft mir einen viel sagenden und verständnisvollen Blick zu er ist das nicht wert du hast auf diesen Tag gewartet es ist dein großer Tag lass nicht zu dass er ihn dir vermasselt ich schlage ihr die Tür vor der Nase zu von hinter der verschlossenen Tür rufe ich zurück er hat mir den Tag nicht ruiniert das hast du ganz allein getan als du mich geweckt hast ich musste dich wach rütteln bevor ich etwas zu Gesicht bekommen hätte was ich so schnell nicht wieder vergessen hätte ich öffne die Tür und blicke finster rein hast du keinen ehemann dem du es besorgen musst sie zuckt mit den schultern den habe ich heute morgen abgehakt so eine lästige pflicht necke ich sie aber im ernst ich schaffe es von hier an allein vielen Dank gib mir 40 Minuten wow muss das ein Traum gewesen sein was soll ich sagen er bringt das Beste in mir zum Vorschein wir sehen uns in der Galerie Binnen kürzester Zeit finde ich wieder den Anschluss an meinen Traum doch das heiße Wasser das mir über den Rücken und die Hüften läuft tut nichts um die Sehnsucht oder das Feuer zu lindern ich brauche meinen heißen Spieler und diese teuflischen silbernen Augen ich brauche Cullen jeden seiner bemerkenswerten und köstlichen Zentimeter und mein Herz braucht ihn genauso sehr Einsatz erhöhen Meine wunderschöne Galerie ist mein persönlicher wahrgewordener Traum Ich kann nicht fassen dass ich wegen Cullen fast verschlafen hätte Gestern Abend war ich ziemlich lange wach um alle Details durchzugehen und letzte Vorbereitungen für die Ausstellung zu treffen Wir präsentieren zehn der besten aufstrebenden zeitgenössischen Künstler New Yorks und jeder der etwas auf sich hält wird da sein Lifestyle Blogger und so ziemlich jeder neue Journalist in der Stadt stellen sich für einen Presse Ausweis an Während ich die Faszination unserer Ausstellung bewahren möchte will ich auch nicht diejenigen abweisen die mich groß rausbringen oder in den Boden stampfen können Meine Künstler verdienen die Öffentlichkeit Wir geben ihnen davon so viel wie sie aushalten können Als ich ankomme freue ich mich dass alle Freiwilligen einschließlich meiner Freunde ihre delegierten Aufgaben tadellos und gemäß dem peniblen Zeitplan ausführen den ich für die heutige Ausstellung erstellt habe Hallo ihr zwei begrüße ich Rachel und Saint und schließe mich ihnen am Champagner Brunnen an Vielen Dank dass sie mir heute Abend helft Dafür sind Freunde da sagt Rachel und umarmt mich Nicht der Rede wert sagt Saint und nickt zur Tür als ein paar seiner reichen Freunde hereinkommen Ich habe ein paar Freunde mitgebracht Lass sie mich erst einmal begrüßen Dann stelle ich dich vor Tu so als ob du sie kennst rät Rachel mir Wir haben die Einladung in deinem Namen verschickt Denk dran Natürlich Ich verdrehe die Augen Ich war in Vegas Ich habe nicht meinen immer sicher Ich lehne mich zu ihr vor und sage ironisch Ich wurde gut durchgenommen Das hat mich inspiriert und stark motiviert Da bin ich mir sicher antwortet Rachel grinsend Ich atme hörbar ein und flüstere Wenn du wüsstest Ich habe eine vage Vorstellung Seit deiner Rückkehr hast du ja die meiste Zeit im Bett gelegen um wieder zu Kräften zu kommen sagt Rachel und lacht Jetzt komm schon Heute Abend geht es nicht um deinen Playboy Du wirst mit deinen Gästen posieren diesen Bloggern etwas zu berichten geben und Mr. Carmichael vor Neid erblassen lassen wenn er heute Abend seinen Computer einschaltet Das ist ein schöner Gedanke Aber schon während ich das sage weiß ich es besser Mein Playboy sitzt wahrscheinlich schon beim nächsten Pokerspiel Ich hoffe du rockst es Ich atme bebend aus und flüstere kaum hörbar Wow Jetzt führe ich schon in Gedankengespräche mit ihm Mit wem Eine heisere Stimme hinter mir lässt mich aufhorchen und ich drehe mich um Halb hoffe ich Cullen zu erblicken Enttäuscht stelle ich fest dass es Isaac ist Zu allem Überfluss sieht Pepper ihn mit hungrigen Augen an Ich würde ihr am liebsten den dünnen Hals umdrehen aber ich beschließe dass ich sie auch später noch von diesem Typen weg steuern kann Guten Abend Mr. Ingram Danke fürs Kommen Danke für die Einladung Er gibt sich cool distanziert Und aus irgendeinem Grund erinnere ich mich nicht ihn eingeladen zu haben Ich ähm Ich finde nicht die richtigen Worte Er streckt den Arm aus und führt mich etwas abseits Ich interessiere mich für mehrere Kohle Zeichnungen Könnten wir unter vier Augen darüber sprechen Großartig Genau das was ich zu Beginn meiner Ausstellung brauche Jemanden der mich aus dem Rampenlicht weg schleppt Lächeln Eine zierliche Blondine kommt angeflitzt zückt ihre Kamera und schießt ein paar Fotos Während ich versuche mich zu sortieren merke ich dass ich wie ein Reh im Scheinwerferlicht ausgesehen habe Gina und Tahoe tauchen hinter ihr auf Ich winke sie herüber und Gina hält einen Finger hoch und zeigt dann auf den Champagner Brunnen Wer hat überhaupt einen Champagner Brunnen bestellt Ist das nicht teuer und sieht es nicht billig aus Es geht drunter und drüber aber ich schnappe mir Isaac und die kleine Blondine gleichzeitig Können wir noch ein Foto machen bitte Ich knirsche mit den Zähnen und instruiere Isaac Kommen Sie näher und tun Sie so als hätten Sie Spaß Den habe ich Dann runzeln Sie nicht die Stirn zische ich Ich weiß nicht wie man lächelt Dann denken Sie an meine Assistentin da drüben Die sieht sie an als wären Sex und Süßigkeiten in einer Verpackung Der Blick auf seinem Gesicht ist unbezahlbar aber ich bin mir nicht sicher ob es ein Lächeln ist Es steht ihm nicht aber ich glaube ich sehe immerhin aus wie eine Galeristin professionell und höflich Außerdem wird das Bild Cullen in den Wahnsinn treiben Er runzelt die Stirn bevor er sagt Sie fragen sich wahrscheinlich wer mich eingeladen hat In der einem älteren Paar das mein erstes Gemälde gekauft hat Ich bin erleichtert dass sie hier sind Sie werden kaufen Cullen Mein Herz schlägt höher als ich den Namen höre und mein Magen verknotet sich wie eine Brezel Er Cullen ist Ich halte inne schüttle den Kopf und sage Warum sprechen wir über Cullen Er hat mich eingeladen über Lucas Entschuldigung aber wer ist denn Lucas Mein Bruder Er mag Cullen sehr gern Er ist der große Bruder den sich Lucas wahrscheinlich wünscht Ich verstehe Wie auf Kommando setzt im Hintergrund Musik von Lady Gaga mit dem Song Poker Face ein und beschallt die Galerie Wie auch immer ich nehme an er wird hier sein Er zögert beobachtet die Art und Weise wie mein Gesicht plötzlich blass wird bevor er sagt Hören Sie zu ich sieht ob man auf seinen Bruder oder seinen Liebhaber wartet aber wenn sie ein andermal Verwendung für mich haben wissen sie wo sie mich finden Mir wird ganz flau und ich will nicht dass meine Enttäuschung mir den Abend ruiniert Ich atme tief durch und versuche mich zu beruhigen und fröhlich zu sein und stolz auf mich zu sein was tatsächlich der Fall ist auch wenn nicht aus irgendeinem Grund wollte dass auch er stolz auf mich ist Ich wollte dass er mir dabei zusieht wie ich die Gäste umschmeichle und dass er mich genauso bewundert wie ich ihn als ich ihm dabei zusah und bewunderte wie geschickt er mit diesen Karten umzugehen wusste Danke Isaac flüstere ich und denke dass er mich wahrscheinlich nicht gehört hat Ich hätte Saint Ich stehe mit dem Rücken zur Wand und ich bemerke eine dunkle Gestalt am Ende des Flurs die mit Rachel und Saint spricht Der Mann entfernt sich von ihnen und macht sich auf den Weg durch den Raum und meine Augen weiten sich Ungläubig und erregt registriere ich die Größe die Schulterbreite den Farbton des Haares und alle Besonderheiten dieser Gestalt Sämtliche Blicke sind nun auf ihn gerichtet doch seine Augen sind nur auf mich geheftet er mustert mich unverhohlen von Kopf bis Fuß während er näher kommt mir werden die Knie weich verwirrende Gefühle überkommen mich während ich versuche weiterzumachen als ob nichts Monumentales passiert wäre passiert ich bin mir nicht sicher ob ich dazu gerade in der Lage bin für Carl und dahin zu schmelzen hier und jetzt in meiner realen Welt in meiner Galerie ich bewege mich nicht ich kann mich nicht bewegen Cullen mein Herz explodiert fast Cullen Himmel noch mal Carmichael wir schauen einander in die Augen das Hämmern meines Herzens verwandelt sich in Donnern unmöglich zu beruhigen er blickt jetzt finster auf einen Punkt in der Dunkelheit und ich weiß dass Cullen Isaac hinter mir anfunke verdammt sei er ich möchte brüllen und schreien weil ich die Kontrolle über mich verloren habe aber mein Körper widersetzt sich schon zu sehr ich habe hier keine Kontrolle er hat sie es macht mich wütend es macht mich rebellisch es macht mich wild weshalb ich ihn am liebsten zum Kampf herausfordern würde ich sage nichts das sollte ich nicht müssen Cullen bleibt vor mir stehen und von seinem Duft lässt den Blick über mein Gesicht wandern während er mir die Hand und das Kinn legt und meinen Kopf etwas hoch drückt um mich besser sehen zu können so soll das jetzt also laufen fragt er schließlich ruhig aber barsch dabei überragt er mich eine Hand auf meiner Schulter er schaut mich an trägt sein Poker Face ich balle die Hände zu Fäusten vergrabe die Nägel in den Handflächen er hebt wieder mein Kinn an Rotschopf ich schaue ihm in die Augen in diese heißen silbernen Augen die ich liebe wenn er in mich hineinstößt mich vernascht mich leidenschaftlich küsst dieser Mann treibt mich in den Wahnsinn er ist mein Ruin weil kein anderer Mann jemals gut genug sein wird um es überhaupt auf diese Skala zu schaffen antworte mir was soll ich ich bin versucht ihm von meinem Spaß unter der Dusche zu erzählen den er nicht genossen hat von dem Kopfkino dem Sextraum mit seinem Schwanz in meinem Mund den er nicht miterlebt hat suchst du dir ab jetzt immer den nächsten großen Spieler aus Vegas aus wenn ich mal nicht sofort springe willst du mich auf Teufel komm raus eifersüchtig machen bist du es seine Lippen zucken dachte ich es mir doch ich ducke mich unter seinem Arm durch aber er hält mich fest hier geblieben Watson wir sind noch nicht fertig er legt mir die Hand auf die Hüfte und zieht mich näher heran sodass ich seine Körperwärme spüre ich bin eifersüchtig es stimmt ich will nicht dass irgendjemand Zeit mit dir verbringt außer mir was du mit mir anstellst when siehst bin ich für dich erinnere ich ihn wir spielen ein Spiel du spielst ein Spiel er schüttelt düster den Kopf sein Poker Face ist weg seine Augen schwelen voller Hitze ich meine es vollkommen ernst was er nickt ganz langsam als seine andere Hand auf meiner Hüfte landet er drückt mich an die Wand und schiebt meine Füße zur Seite damit er zwischen meinen Beinen stehen kann ich sterbe gerade sterbe als er den Arm beiläufig an der Wand abstützt mir dann einen Kuss auf die Stirn gibt und sagt meinst du die Presse stört sich daran wenn ich dir einen kleinen Kuss gebe mach schon flüstere ich das Spiel läuft bevor sich unsere Münder treffen weiß ich bereits dass ich in Schwierigkeiten stecke ich stecke in Schwierigkeiten als Zungen sich duellieren wir wollen beide führen und wenn es Führung ist die wir wollen dann bekommen wir sie auch schnell Licht Blitze explodieren um uns herum als die Reporter näher rücken der Raum verstummt bevor unsere aus dem Zeitgefüge gefallene leidenschaftliche Energie von Beifall und Lachen verschluckt wird ich presse meine Lippen zusammen und stolpere irgendwie nach vorne krallen mich an seinem Hemd fest und ich bin eher bemüht mich an ihm festzuhalten als ihn weg zu stoßen Malcolm Saint ist ein Lebensretter als er sich vor uns stellt und die Zuschauer zurück ins Zentrum der Galerie führt Tahoe bleibt noch kurz stehen er grinst und murmelt verdammt Leute nehmt euch ein Zimmer ich erröte weil das wahrscheinlich das ist was wir morgen in den Schlagzeilen sehen werden aber peinliche Nachrichten diese peinliche Nachricht pikant und wahrsein ich schaue zu meinem superheißen Glücksspieler auf und flüstere schau was du schon wieder angerichtet hast er schiebt mich ein wenig vorwärts und flüstert zurück warte bis ich eine Stunde allein mit dir bin dann kannst du dich beschweren er will losschlendern bleibt dann aber noch für einen weiteren atemberaubenden Kuss sein Mund ist nur einen Hauch mach dich nicht über mich lustig Cullen stöhne ich und laufe rot an beim ausatmen sehe ich ihm in die Augen ich möchte diesen Moment wirklich nicht beenden aber wenn es etwas gibt das mir genauso wichtig ist wie Cullen dann sind es meine Künstler ich ziehe ihn in die andere Richtung ich verspreche dir wir können das später aufgreifen aber jetzt muss ich dir und allen meinen Gästen ein unglaubliches Kunstwerk vorstellen seine Augen strahlen vor Stolz Carmichael rufen Tahoe und Saint ihm zu Cullen wendet den Blick von mir ab und begrüßt sie Saint Roth sie klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und Cullen sieht mir nach als ich ihn in ihren Freiraum lasse und mich durch den Raum schlängele ich spüre wie Cullen mich ansieht während ich meine Gäste begrüße und gebe mir aus irgendeinem Grund besondere Mühe nicht nur für meine Künstler und mich es ist als würde ich es dringend brauchen dass er sieht was für eine super tolle Galeristin ich bin ich kann kaum glauben dass er gekommen ist er fährt mich nach Hause nachdem der letzte Gast gegangen ist und Pepper und ich schließen können ich sehne mich so sehr nach meinem Glücksspieler dass ich ihm bei der Ankunft an meinem Gebäude sage wo er parken soll und ihn dann nach oben führe als ob jemand hinter uns her wäre vielleicht unsere Hormone vielleicht all die Tage ohne ihn vielleicht unsere Herzen ich seufze als er endlich in meiner Wohnung ist alles meins alles für mich obwohl Silberauge mich ansieht als wäre es umgekehrt als wäre ich ganz die seine alles für ihn das ist meine Wohnung es ist ein wenig chaotisch wegen der Ausstellungseröffnung und so mir wird bewusst wie schrecklich männlich Cullen in meinem so femininen Apartment aussieht der Raum scheint zu klein zu sein der Duft seines Rasierwassers füllt ihn bis in den letzten Winkel aus ich erröte er merkt es sein Blick ist spöttisch als er den Arm um mich legt und mich eng an sich zieht als ich keuche streicht er mit seinem Mund über meinen und drückt mir einen Kuss auf die Lippen mir wird heiß als wäre ich in Brand gesteckt worden ich stelle mich auf die Zehenspitzen Cullen beugt sich für einen weiteren Kuss hinunter den beendet er mit einem kleinen köstlichen Biss in meine Unterlippe tief in mir zieht sich alles zusammen mich erneut voller Leidenschaft beißt mir wieder in die Unterlippe und saugt daran keuchend lege ich ihm die Hände um den Hals dann streichle ich ihm über die Brust und will ihn unbedingt weiter berühren seine Hand wandert an meinem Rücken auf und ab während er gierig an meinen Lippen knabbert und mir mein seidiges goldenes Oberteil auszieht meine in Spitze gehüllten mich wunderschön knurrt ehrend bedeckt meine Brüste mit den bloßen Händen den gleichen erhitzten Blick richtet er jetzt auf meine beiden Brustwarzen die ihn begrüßen er zwirbelt sie beide gleichzeitig dabei beobachtet er meinen Gesichtsausdruck ich keuche vor Erregung das Verlangen schießt wie heiße Blitze durch meine Adern seine Augen werden ganz dunkel als er meine Reaktionen wahrnimmt er Nippel oh Gott Cullen ich stoße ihn weg doch er rührt sich nicht und dann packe ich seinen Hintern spüre die Muskeln dort und ziehe ihn zu mir heran knurrend beugt er sich vor um wieder meine Lippen zu beißen sie zu küssen an ihnen zu saugen der Kuss wird immer heißer gerät außer Kontrolle wir atmen beide schwer ich spüre wie er wilder besitzergreifender dominanter wird er löst seine Gürtelschnalle öffnet den Knopf und den Reißverschluss seine Muskeln tanzen bei seinen Bewegungen und bei mir steigert sich die Anspannung als sein Gürtel klappernd auf dem Boden landet ich implodiere vor Lust und Sehnsucht und einer so heftigen Regung dass ich das Gefühl nicht einmal verstehe ich schaue Cullen an und möchte so nah an ihn herankommen dass wir buchstäblich eins sind mein ganzes Leben lang bin ich von Mann zu Mann gesprungen und wusste was ich brauche habe es aber nie gefunden nie das Gefühl gehabt dass es richtig sei jetzt ist dieser Mann hier und er ist alles was ich will ich bin so süchtig nach ihm dass ich nichts anderes tun möchte als ihm alles zu geben was ich habe und noch mehr ich küsse ihn auf die Lippen er erwidert den Kuss er lächelt mich mit meinem Lieblings Lächeln an männlich arrogant schwer zu fassen das Lächeln bei dem sich mir das Herz in der Brust zusammen zieht es liegt eine Frage in seinen Augen als er meine Haarspange entfernt als mir das Haar auf die Schultern fällt nicke ich zur Antwort er schaut bewundernd auf die roten Strähnen du willst ihn nicht mummelt er und dann schiebt er mir die Finger unter meinem Haar in den Nacken sein Blick ist besitzergreifend herausfordernd so als sollte ich es nur wagen ihn weiterhin mit Isaac eifersüchtig zu machen oder mit irgendeinem anderen Mann mein Atem stockt als seine Finger vorn unter meine Brust gleiten die Fingerspitzen auf meiner Haut die überraschende Zärtlichkeit der heißen hungrigen Lippen seitlich an meinem Hals reißt all meine Mauern nieder mit einer Drehung des Kopfes öffne ich den Mund für ihn eine Hand an meiner Wange hält mich fest und seine Lippen erobern meine bis ich keuche er öffnet mir den BH zieht ihn mir mit einem Ruck aus ich kralle mich an seinem Kopf fest als er mir mit der Zungenspitze über den Nippel fährt verdammt stöhne ich seine Atmung verändert sich das Verlangen umwölkt seinen Zorn du bist du bist wütend aber nicht auf mich flüstere ich glaub mir ich bin wütend auf dich ich bin verdammt sauer auf dich du hast versucht mich absichtlich eifersüchtig zu machen Nguyen ich mag es nicht wenn Leute mit mir spielen doch tust du stöhne ich ich schnappe mir seinen Pullover und ziehe ihn ihm aus seine Brust ist glatt und kräftig unter meinen Fingerspitzen er küsst mich noch gieriger Cullen zieht mich näher zu sich heran er hebt mich hoch in seine Arme mein Mund streift seinen Kiefer seinen Hals meine Finger auf seiner Brust dieser muskulösen wunderschönen Brust er knabbert und saugt an meinem Ohrläppchen flüstert du wunderschöner Rotschopf dann schiebt er die Finger unter meinen Slip streichelt mich er dringt in mich ein ich keuche an seinem Hals du wunderschöner süßer Rotschopf weißt du nicht dass ich schon längst Ansprüche auf dich angemeldet habe dass ich dir schon meinen verdammten Stempel aufgedrückt habe dass du schon längst mein bist er steckt zwei Finger dann drei in Hand gebracht er drückt mich gegen die Tür zieht meinen Rock höher und spreizt meine Oberschenkel weiter schiebt seine Finger tiefer hinein sein Daumen massiert meinen Kitzler ich zucke unkontrolliert die süchtig machenden Laute die er von sich gibt während er mir über die Haut leckt mich beißt und an mir knabbert bringen mich noch mehr aus der Fassung sein heißer Atem auf meiner Wange er hält mir den Kopf und küsst mich immer weiter der Kuss erst schmerzhaft und roh dann langsamer und voller Verlangen das Geräusch als er seine Hose fallen lässt er reißt den Blick zu mir hoch sein Glied ist zu voller Länge erigiert jede Berührung ist wie Feuer langsam dringt er in mich ein seine Brust ist so hart wie die Wand ich habe die leeren Hände seitlich ausgestreckt fülle sie mit den festen Muskeln an seinem Körper und spreize meine Schenkel weiter er wird schneller immer schneller pulsierende wogende Wellen krachen durch mich hindurch ich rieche ihn überall um mich herum rasier Wasser und Seife mein Keuchen wird zu schluchzen an seinem Ohr ich lege die Hand an seine Wange ziehe ihn an mich immer näher schnell wie meine und als ich den Blick hebe starrt er mir mit wilder Zärtlichkeit direkt in die Augen wir verbringen die Nacht auf um und ineinander und spät am nächsten morgen will ich meinem Liebsten unbedingt mein bestes Rezept vorsetzen ich koche ihm meine berühmten Blumenkohl Rösti mit Applegates Truthahn Würstchen Bio und das Beste er verschlingt sie und ich grinse und denke er braucht Energie um sein Stehvermögen aufrecht zu erhalten als würde er meine Gedanken lesen legt Cullen Messer und Gabel nieder er schiebt den Stuhl mit einem schrillen quietschen zurück und ruft mich mit einem Finger wink zu sich einfach so er beordert mich auf seinen Schoß mein Herz klopft ich kann ihm nicht widerstehen ich setze mich auf seinen Schoß dann küsse ich ihn und er küsst mich langsam aber innig innerhalb von Sekunden kann keiner von uns mehr atmen er macht mich schwach ich zittere vor Lust aber zum Glück ist er nicht geschwächt er hebt mich hoch und trägt mich ins Bett wo wir den restlichen Morgen verbringen ich esse heute mit meinem Vater zum Mittag sagt er als wir fertig sind und gibt mir einen Kuss auf die Lippen während er mich zwingt mich von ihm zu lösen das ist süß sehen wir uns später das wird bis heute Abend warten müssen mein Terminkalender ist heute ziemlich voll ich treffe mich mit einem Architekten um meine Pläne für ein Hotel in Vegas zu besprechen ich Kallon das ist unglaublich er grinst ich weiß er beugt sich vor und legt die Lippen auf meine wir sehen uns heute Abend meine Freunde meinten es werde eine kleine Feier geben um die Flitterwöchner willkommen zu heißen wie wäre es wenn wir uns dort treffen aber alle werden es mitkriegen ich stocke als er mich ansieht als wäre es ihm egal ich erröte und einem weiteren Kuss bevor er geht lege mich wieder ins Bett und grinse bis über beide Ohren ich habe mich in meinem Bett noch nie so sexy und herrlich gefühlt full house am Abend bin ich mit der restlichen Truppe bei Rachel und Saint zu Hause und bin verärgert weil Isaac hier ist fast ist es so als würden meine Freunde etwas forcieren wollen was von Anfang an eine Katastrophe wäre es gibt keiner Leichemie zwischen uns und ich verstehe nicht warum niemand außer Isaac und mir das erkennt mit einem Glas Champagner gehe ich zu meinen Mädels bereit die anstehende nie im Leben wird das passieren Situation anzusprechen als das Bimmeln des Aufzugs ertönt ich drehe mich um um den nächsten Gast zu begrüßen nippe an meinem Glas und ersticke fast als die Türen aufgleiten und Cullen den Raum betritt sein Erscheinen ist keine wirkliche Überraschung ich meine wir haben gesagt dass wir uns heute Abend sehen werden aber er überrascht mich jedes Mal wenn er sein Wort hält und er hält es ununterbrochen mein Herz hüpft als er hereinkommt und mich anschaut während ich ihn fixiere ich bin nicht einmal besorgt darüber dass es jemand bemerken könnte Lippen ich fühle mich unter seinem Blick wunderschön weißt du dass er immer glücklicher ist wenn du in der Nähe bist bemerkt Gina die ihn beobachtet das kann nicht stimmen ich schüttle den Kopf es stimmt absolut als er durch diese Türen kam war sofort dieses Lächeln auf seinem Gesicht er steht auf dich wie er mich ansieht ist etwas das ich nie vergessen werde ich seufze und gebe zu bei Emmett habe ich mich nie so gefühlt bei Cullen hingegen mein Satz verliert sich und ich schüttle den Kopf in Ehrfurcht er kommt näher und mein Mund wird trocken ich kippe nervös den Rest des Champagners hinunter und frage mich ob er die anderen schnell abservieren wird und sich zu mir stellt die Frage bleibt nicht lange unbeantwortet er mich an als wäre ich sein und ich kann nicht anders als einen Hauch von Besitzer Stolz zu spüren er sieht aus als gehörte er mir genauso sehr wie ich ihm ich weiß dass ich nicht so denken sollte ich sollte meine Gedanken nicht in diese Richtung wandern lassen doch das nützt nichts ich bin schon so berauscht von diesem Gefühl zu ihm zu gehören seine Freundin zu sein seine Frau ich hoffe ich hab dich nicht lange warten lassen sagt er legt mir einen starken arm um die taille und zieht mich an seine Seite er küsst mich auf die Stirn und flüstert du bist die schönste Frau im Raum und kurzerhand verfliegt die Angst die mich geplagt hat sie ist verschwunden ersetzt durch Glück und Wärme und das Gefühl angekommen zu sein du siehst gut aus sage ich und weigere mich seine Umarmung schon zu verlassen nur gut verflucht großartig wie ist das besser er grinst ich beiße mir auf die Lippe und blicke verspielt auf seinen Schritt hinunter weil ich weiß dass er unsere intimen kleinen Spielchen mag ich hätte auch sagen können was hältst du davon wenn wir von dieser Party verschwinden und bis zum Sonnenaufgang Sex zu haben sein Griff von meinem Rücken wird fester und erflüstert ich bleibe lieber zwischen deinen Beinen und lecke dich von einem Orgasmus zum nächsten ich keuche und hoffe dass es niemand hört mein innerstes zieht sich zusammen seine Worte klingen zu sehr nach einem heißhungrigen Versprechen das er gern einhalten soll willst du spielen ich bin dran ich stelle mich auf die Zehenspitzen ich hätte lieber deinen harten pulsierenden Schwanz zwischen meinen Lippen beim Weggehen bin ich mir sicher dass seine Augen auf meine Hüften gerichtet sind als ich zu meinen Freunden zurückkehre die über Rachels mütterliche Qualitäten sprechen anscheinend liest der kleine Kyle seiner Mutter gern gute Nacht Geschichten vor und wenn sie die Augen schließt legt er das Buch nieder und macht auch die Augen zu ihr sagt Gina mehr Zeit im Schlafzimmer du wirst innerhalb eines Monats wieder schwanger sein nichts da sagt Rachel und wendet sich an mich und was machst du hier bei uns wenn dein Typ da drüben steht und aussieht als wollte er dich ins nächstbeste Schlafzimmer zerren wir sind reife erwachsene sage ich ihr wir können warten bis wir unter uns sind wenn nicht die dritte Tür rechts ist das Gästezimmer zieht Rachel mich auf mit funktionierendem Türschloss und allem drum und dran hat es auch ein eigenes Badezimmer mit fließendem Wasser trieze ich sie zurück ein zweifaches Spimmeln kündigt die Ankunft weiterer Gäste an und als sich die Tür öffnet tritt das glückliche Paar aus dem Fahrstuhl wir alle jubeln als Callan und Livy in die Mitte des Raums treten jeder will von den Flitter Wochen hören sie hatten eine großartige Zeit und wollen Bilder zeigen und Geschichten erzählen wir sind alle verzaubert von Callans neu entdecktem Talent als Geschichtenerzähler für gewöhnlich ist er kein Mann großer Worte doch heute scheint er begierig darauf zu sein einige ihrer zahmeren Erinnerungen zu teilen keine drei Minuten nach ihrer Ankunft steht Callan an meiner Seite und nimmt meine Hand Rachel blickt auf unsere vereinten Hände lächelt und taucht fließendes Wasser ich lache und Callan fragt worum geht es da ich erzähle es dir später er nickt zähnt zu und ich habe das Gefühl dass ihre Geheimnisse meinen und Rachels ähneln worum geht es da verlange ich mit gespielt schroffer Stimme zu wissen ähnlich dem Tonfall den er gerade benutzt hat soll ich es dir schnell zeigen antwortet er geschmeidig was willst du mir zeigen etwas das du noch nie zuvor gesehen hast ich habe schon reichlich gesehen Mr. Carmichael aber das nicht er nimmt meine Hand und zieht mich zu der dritten Tür rechts einladend streckt er den Arm aus nach dir schöne Dame das ist so ungehörig sobald sich die Tür hinter uns schließt stürzt er sich auf mich mit allem was er hat seinen Augen seinen Händen seinen Lippen großer Gott diese Lippen Kallen das können wir nicht tun wir können aber wir werden nicht flüstert er seine Stirn ruht an meiner während er nach etwas in seiner Tasche fummelt was machst du dreh dich um er drückt den Schalter an der Wand und der Raum wird hell wir stehen vor einem ovalen Spiegel er drückt mir die Lippen auf die Schulter und flüstert ich war heute einkaufen tatsächlich ich bin schon so angetörnt vom Küssen und Berühren dass ich nur vage wahrnehme dass seine Arme um meine Schultern gleiten und ich habe eine Halskette gefunden die eine Frau braucht Cullen das hättest du nicht er streift mir mit den Lippen über meinen Nacken bevor er den Verschluss der Kette schließt und einen Schritt zurück tritt ich berühre einen wunderschönen Diamant Anhänger der von einem Meer aus Smaragden eingefasst ist die Platinkette schimmert wie gebürstetes Weißgold oder Diamanten ich kann es nicht erkennen und es spielt keine Rolle wichtig ist nur erinnert sie ist wunderschön ich berühre den Anhänger und stehe verliebt da nicht verliebt in den Schmuck sondern in den Mann zudem drehe ich mich nun um ich werde sie überall tragen und sie wird mich immer an dich erinnern sein Blick wird ernst du sagst das so als würdest du nicht planen mich nach heute Abend wieder zu sehen sei nicht albern ich bin kein alberner Mann wo habe ich das schon mal gehört er bleibt ernst dreht mich wieder zum spiegel um und zwingt mich zu beobachten wie er seine Hand an meiner Seite auf und ab gleiten lässt die Bewegung verlangsamt sich an den Wölbungen meiner Brüste das Feuer setzt sich in meinem Bauch fest es knistert am Ansatz meiner Wirbelsäule Feuer ist in seinem Kuss und sein Arm um seinen Rücken geschlungen um ihn fester zu halten drücke ich den Rücken durch Wir können nicht Oh doch das könnten wir flüstert er knabbert an meinem Ohrläppchen und presst mich fest an seinen steifen Schwanz Das hier fing mit einer Wette an rufe ich ihm in Erinnerung Scheiß auf die Wette knurrt er und sieht mich an und in seinen Augen ist etwas das ich noch nie bei ihm oder jemand anderem gesehen habe kichernd gehe ich auf die Zehenspitzen und gebe ihm den heißesten Kuss seines Lebens ich liebe es ich liebe meine Augen weiten sich als ich merke was ich gerade sagen wollte Röte steigt mir in die Wangen Cullen sieht mich aufmerksam an ich kann nicht fassen dass ich gerade drauf und dran war das L-Wort zu sagen es gibt Leidenschaft und Bedürfnis Verführung und oh Gott ich bin so verliebt in ihn dass ich es kaum ertragen kann ich schlucke als sein Mund mich gefangen hält seine Augen verführen mich ich habe unsere Wette gewonnen aber ich habe auch noch etwas anderes gewonnen ich habe den Mann gewonnen einen Mann der mich gewählt hat einen Spieler der längst wieder in Vegas sein sollte er wird trotzdem wieder verschwinden bin er muss wieder zurück gehen wissen ist ein Fluch aber Leidenschaft ist Macht und ich werde uns die Leidenschaft jetzt nicht verderben indem ich an morgen denke ich habe noch nie einen Spieler geliebt aber ich verliebe mich gerade immer wieder von neuem in Cullen es ist als wäre es jedes Mal wieder neu wenn wir zusammen sind die Schlampe in mir hebt den hübschen kleinen Kopf und flüstert aber du bist immun gegen Liebe bei dem Gedanken fühle ich mich schrecklich denn wem wollte ich etwas vormachen als ich dachte ich könnte ihm widerstehen das konnte ich nicht egal wie sehr ich mich auch fernhalten wollte er hebt mich hoch und trägt mich zu der riesigen Kirschholzkommode wo er sich zwischen meine Beine stellt und mein Gesicht mit seinen unglaublichen Händen umfasst seine Berührung verschlägt mir den Atem und nun will ich weinen warum will ich weinen weil ich die Sehnsucht an seinen Augen nicht vergessen kann als er hat was ist los baby du ich du weißt nicht was du mit mir anstellst Cullen ich glaube ich weiß es warum tust es dann immer weiter weil ich dich will er rückt näher es ist süß sexy und intim aber keineswegs von seinem Sextrieb motiviert ich brauche dich er trocknet mit seinen zärtlichen fingern meine tränen bevor er mir die hand in den nacken schiebt und die lippen auf meine drückt sie sind fest aber zart und der kuss ist süß und passiv aber diese zärtlichkeit wird schnell unerbittlich und der kuss wird zu einer in besitz name ich will und brauche das flüstert er mir ins ohr sag mir dass du es auch brauchst er schiebt der kuss vertreibt den schmerz in mir ebenso wie die angst vor dem was zwischen uns passiert bis es nur noch ein einziges prickelndes gefühl gibt es ist überall in mir ein feuer das durch mich hindurch fegt unter meiner haut in meiner haut in meinen adern meinem bauch den spitzen meiner brüste der warmen stelle zwischen meinen beinen die sich plötzlich so geschwollen anfühlt dass es unangenehm ist cullen meine freunde dein bruder sie sind direkt hinter der tür er wirft mir einen sexy blick zu der sagt dass sie dort bleiben können es ist ihm egal er wird mich bis zum morgen vögeln mich die ganze nacht durch lieben hier oder bei mir zu hause oder sonst irgendwo wir fahren in einer stunde bis dahin schau mich an und sei dir sicher daran denke dich zu vögeln und dich zu verwöhnen er tritt wieder zwischen meine beine und spreizt meine knie fasst das feuchte dreieck meines hüschens vorn an ich bin direkt hier win ich werde wenn ich dich heute abend hier ansehe nur die frau sehen die ich später zu hause aufs bett legen und lieben werde ich zittere als ich seine hand ergreife und flehentlich herausbringe lass uns zu den frisch vermelten gehen wieder zieht er mich an sich und brückt mir einen kuss auf die schläfe dann flüstert er wir sind hier noch nicht fertig erst dann lässt er mich gehen was soll ich jetzt tun ich stecke zu tief drin aber obwohl ich mich in diesen gefährlichen gewässern bewege ist mir klar dass auch er sich dort befindet was soll ich tun einer von uns wird garantiert ertrinken ich kann nicht zulassen dass ich es bin ich weiß nicht ob Cullen ein Zocker oder ein Spieler ist oder ob er mit mir spielt ich habe und während er mein Herz im Sturm erobert und ich ihm all diese Gefühle zu verdanken habe die ich nie zu spüren erwartet hätte gehe ich all in und liebe die Vorstellung von ihm ich liebe die Vorstellung von uns als ich mich wieder zu den anderen geselle spricht Cullen gerade mit Isaac ich gehe an ihnen vorbei entschlossen Cullen nicht anzusehen aus Angst dass er mir zu Isaac sagen dass Lucas zurzeit viel Glück habe gut spiele und viel gewinne ich will nicht an Glücksspiel denken oder Vegas oder unsere Blicke begegnen sich und sofort ist die Spannung da das Knistern und das gewisse etwas und die Versprechungen die er gemacht hat er wird mich aufs Bett legen und mich lieben ich drehe mich um und renne Livy und Gina und Rachel fast um aha sagt Gina sag mir jetzt dass du diesen Mann nicht besonders magst nur ein klitzekleines bisschen lache ich mit einem Achselzucken sie ist vorsichtig sagt Livy und warst du vorsichtig als du in den Carmichael Bun gefallen bist neckt Rachel sie Callum ist unwiderstehlich Callum ist ich kann mich nicht dazu durchringen den Satz zu beenden mein Blick trifft wieder auf sein und die Hitze die zwischen uns hin und her geht sorgt dafür dass sich jeder im Raum zu uns umdreht und uns anschaut verdammt zähnt ich dachte du hättest den beiden ein Zimmer besorgt fragt Hau so viel zu einem privaten Blick Fick sage ich und umarme meine Freundin ich muss los da hast du bestimmt recht sagt Rachel und lacht und ich denke du musst ihn mitnehmen das muss sie sagt Cullen und zieht mich an seine Seite als er zu uns kommt um sich zu verabschieden meine Damen es war mir wie immer ein Vergnügen er umarmt Livy schön dass ihr es nach Hause geschafft habt Schwägerin wir verabschieden uns und steigen in den Aufzug ich schaue sofort zu den Überwachungskameras und schüttle den Kopf warum nicht fragt er und die Muskeln seines angespannten Kiefers malen ich will dich ganz für mich allein und ich will nicht dass jemand sieht was nur für meine Augen bestimmt ist ich erröte und die Hitze in meinen Wangen zieht über meinen Hals und meine Brust sein Kompliment ist wie ein Vorspiel das mich mit einem flüstern knisternder Energie streift der köstliche besitzer greifende Ton in seiner Stimme gibt mir das Gefühl lebendig zu sein aber ich beruhige mich wieder als wir im Auto sitzen auf dem Weg zu mir nach Hause durch die Stadt fahren mit verschränkten Fingern unsere Hände warm wir reden nicht wir machen jetzt keine Versprechungen wir sind bereits mit uns beschäftigt und denken über die kommenden Stunden nach und ich fürchte auch das unvermeidliche Ende an dem mein heißer Spieler wieder nach Vegas zurück muss Royal Flush wir kommen vor meinem Haus an und parken Cullen wirft sich den Mantel über die Schulter und geht vorn ums Auto herum als er bei mir angelangt ist legt er mir die Jacke um die Schultern und drückt mich an sich um mich vor dem Nieselregen zu schützen mit Cullen ist alles so einfach er drückt mir einen Kuss auf die Stirn und ich fühle mich irgendwie wertgeschätzt als wäre ich jetzt wichtiger als noch eine Stunde zuvor bei Emmett war es anders mit jedem Tag drifteten wir weiter auseinander Cullen und ich scheinen uns näher zu kommen wir sind im Hof als ein monsunartiger Regen einsetzt und die Tropfen so heftig niederprasseln dass sich der Regen wie Hagel anfühlt ich kreische passendes kleines Dach für eine Person aber wir finden auch zu zweit dort Platz wo ist dein Schlüssel ich laufe schnell vor und öffne die Tür ruft er während der Regen auf den Beton klatscht es wird vorbeiziehen das ist typisch für Chicago er fährt sich mit der Zunge über die Lippe und schaut mir auf den Mund als würde er ohne eine heiße runde Knutschen nicht hier stehen bleiben können sei brav sage ich ich habe Nachbarn die nicht diejenigen bespitzeln sollten die hier draußen dem Unwetter trotzen tun wir das schon mal im Regen Sex gehabt ähm nein ich auch nicht sagt er und lächelt als er seine Lippen an meine führt sein Kuss ist süß und sanft und ach so zärtlich er lächelt in unseren Kuss hinein und lässt sich Zeit bevor er es noch heißer werden lässt du ich die ganze Nacht versprechungen versprechungen er legt mir die Hände an den Kopf und küsst mich tiefer stößt mir seine Zunge zwischen die Lippen und drückt sich an mich schützt mich vor dem Schwall Wasser der sich vom Dach des Gebäudes ergießt es ist mir egal wer mich hierbei sieht es schmeckt wie eine ganze Flasche davon getrunken stattdessen nippt er an mir trinkt in vollen Zügen von mir ich stütze ihn und bewege mich mit ihm als er uns in einen langsamen und natürlichen Rhythmus bringt seinen Schwanz gegen mich wiegt meinen Rücken an der Ziegelwand auf und abschiebt Cullen noch nicht atmet er und zieht seinen Finger vorn über mein Kleid ich kann hier nicht mit dir schlafen aber lass es mich einfach genießen dich zu küssen das Prasseln des Regens auf den Terrassen möbeln lässt mich erzittern wir sind im Freien und machen rum als würde niemand zusehen und oh mein Gott er küsst mich wie verrückt und ich bin verrückt danach ich wiege gegen ihn möchte am liebsten in seine Arme springen und eine animalische Zeit zusammen genießen ich will dass er mich nimmt in mich hinein hämmert sich über mich her macht und meine schmutzigen Gedanken füttert eine meiner Hände ist in seinem Haar meine Lippen gleiten an seinem Hals auf und ab die andere Hand macht sich woanders zu schaffen und er grinst in den Kuss was ist mit den Nachbarn scheiß auf die Nachbarn die sollen schlafen gehen dann nimm ihn dir sagt er und löst den Knopf an seiner Hose aber er zieht seinen Reißverschluss nicht herunter und ich weiß dass es eine Mut Probe ist er will wissen wie hungrig ich bin wie begierig ich bin ihn ein wenig verrückt zu machen niemand kann uns Cullens breite Schultern blockieren die Sicht ich will auf die Knie flüstere ich und ziehe mich zurück um den seltsamen Ausdruck auf seinem Gesicht zu erfassen dann gehen wir definitiv nach oben flüstert er mir zu und fängt meine Hand ab bevor ich nach seinem Schwanz greifen kann ich nicke einmal und drücke ihm den Wohnungsschlüssel in die Hand ich halte die Tür offen er ist weg bevor ich mir noch einen Kuss schnappen kann und ich stehe atemlos da und denke mir großer Gott Wynn seit wann bist du Exhibitionist in Wynn ich schaue um die Ecke und sehe dass Cullen mich hereinwinkt und ich laufe zu ihm renne durch Pfützen dass das Wasser spritzt ich lache laut und liebe mein Leben auch wenn ich fast das Gleichgewicht verliere aber ich verliere nicht den Halt denn Cullen ist da um mich zu fangen es ist süß und aufmerksam und liebevoll noch besser jetzt da wir zu hause sind wir warten kein bisschen ich ziehe ihn in die Wohnung und er schlägt die Tür hinter sich zu sein Mund landet auf meinem und er schmeckt nach Versuchung und mein Körper will provoziert werden die Verführerin will verführt werden gebannt von den vielen ich nie werde widerstehen können er lockt mich zu einem fleischlichen und sündhaft köstlichen Festessen mit vielen Prüfungen und Mutproben und oh mein Gott er ist so ein sinnlicher und gründlicher und unermüdlicher Spieler mein sexy Spieler mein Cullen Carmichael mit den silbernen Augen und dem Körper der eine Frau diese Frau dazu bringt sich wie eine Sünderin zu fühlen wegen ihrer Gedanken Wünsche und Taten großer Gott diese Taten sein Mund verzaubert mich seine Finger streichen und schmeicheln und erwecken mich zu Freuden wie ich sie noch nie erlebt habe ich bin frei in seinen Armen ich bin eine Gefangene in seinen Armen er fühlt sich an wie die Einladung zu einer privaten Party eine leckere Auswahl an Sex und Sünde und ich will das schmecken meine Lippen und Hände sind beschäftigt als ich auf den Boden sinke und jede Faser seiner Kleidung mit nach unten ziehe verdammt sagt er die Augen halb geschlossen was versuchst du hier mit mir zu machen Frau dich zu betören gurre ich und reibe ihn sanft während ich sein teuflisches lächeln bewundere ich habe von dir geträumt ich küsse die spitze hiervon ziehe meine Finger an seinem Schwanz auf und ab er wiegt die Hüften ich würde gern mehr von diesem Traum hören ich würde ihn gern mit dir teilen sage ich ihm und lecke immer wieder um den Rand seiner pulsierenden Eichel oder ihn dir zeigen bitte sagt er und zieht seinen Schwanz über die weichen Rundungen meiner Lippen er sieht aus wie Sex in Zucker und Schokolade getaucht süß wie Sünde und unartig ich gleite an der Länge seines schönen starken Schwanzes hinunter reite ihn mit meinem Mund sauge ihn tief in den Rachen und gleite dann wieder zur Spitze meine Zunge wirbelt herum wie er an meinen Lippen härter wird er fühlt sich so verdammt gut an seine Hände sind in meinem Haar er wickelt sich meine Strähnen fest um die Hand und führt mich er lässt sich Zeit aber ich will mich über ihn her machen begierig nach mehr Geschmack nach einem würzigen Schuss seiner Lust behalte ich ihn im Mund und will ihn bis zum Schluss verwöhnen ich möchte ihm das geben was er mir gibt dieses befriedigende Hochgefühl das uns unvergleichlichen Genuss beschert gierig betrachte ich Cullen mustere sein hübsches und starkes Gesicht seinen kräftigen Kiefer und die unleugbare Lust in seinen Augen verdammt wie er sich gegen meinen Mund wiegt ich sauge sanft an ihm und er gleitet über meine Zunge das ist reine Ekstase es ist pure Lust neu definiert ich will ihn und brauche ihn ich sterbe vor Sehnsucht seine Stöße zu spüren und genieße wie er sich für diese Belohnung ins Zeug legt genieße die Momente und oh ja jede einzelne Sekunde dieser herrlichen wilden Reibung ich bewege den Kopf schneller vor und zurück spüre aber dass er sich von mir zurück zieht und noch nicht will dass es endet aber ich will nicht aufhören noch nicht muss ihn spüren will ihn spüren will die Kontrolle haben damit er die Kontrolle verliert komm her flüstert er zieht mich auf die Füße und klemmt mir den Arm um die Taille ich war noch nicht fertig du bringst mich um Rotschopf er küsst mich leidenschaftlich berührt mich bis ich verrückt werde ich brauche ihn in mir brauche dass er mich nimmt mich liebt mich wieder zu der seinen macht als er mich hoch hebt und mir die Hände unter den Hintern schiebt schlinge ich ihm die Arme um den Hals er trägt mich zu dem Bett und legt mich hin du bist so verdammt schön er vergräbt sein Gesicht in meinen Brüsten seine Zunge streift von einer Brustwarze zur anderen das Saugen und Streicheln macht mich wahnsinnig erfüllt mich mit schmerzhaftem Verlangen und Gott gleich werde ich betteln ich finde einen Rhythmus mit ihm nachdem ich meine Beine um seinen Rücken schlinge um das Eindringen zu erzwingen halt mich nicht länger hin ich lasse mich nicht hetzen sagt er und starrt auf meine Pussy hinunter nimmt sich Zeit mit vielleicht sollte ich es so machen er lässt meine Hand los und steckt einen Finger in mich hinein fingert mich bis ich nicht mehr kann bis ich wirklich nicht mehr kann mein Mund öffnet und schließt sich mit jedem schnellen und festen Stoß sein Gesichtsausdruck ist unartig und wird finsterer als er statt der Finger seinen Schwanz einsetzt du gehörst mir der erste Stoß ist hart und kraftvoll und ganz und gar männlich sag es flüstert er ich wimmere als er mir die Hände über den Kopf hebt und sie zu beiden Seiten des Kissens festhält seine Hüften bewegen sich hin und her während er mich langsam und sorgfältig vögelt immer wieder ohne jede Eile in mich hinein gleitet ich will wilder mit ihm werden meine Beine um ihn schlingen und die Lust noch steigern aber er versucht mich zu zähmen mich unter Kontrolle zu halten ich habe dich nicht gehört sein Mund streift meinen er knabbert sanft an meinen Brustwarzen als er seinen Schwanz herauszieht und wieder zustößt ich gehöre dir flüstere ich und weigere mich darüber nachzudenken was das bedeutet oder darüber was es seiner Meinung nach bedeuten sollte er verschlingt meine Brüste leckt um die Spitzen herum und beobachtet mich dabei aufmerksam was die Ekstase weiter anfeuert gib mir mehr Cullen mein gäriger kleiner Engel sein schiefes lächeln gibt mir den Rest während er weiterspielt und mich geil macht in mich hineinstößt sich dann wieder so weit zurückzieht um mich fertig zu machen er drückt mich aufs Kissen und nimmt mir meinen freien Willen aber den will ich auch gar nicht haben ich brauche ihn nicht ich habe meine Einwilligung bereits gegeben heute Abend hat er die Kontrolle leitet die Aktionen plant jeden Stoß und jede einzelne Bewegung mein Körper zittert und bebt Ich recke ihm den Hals für seine Küsse entgegen ich will kommen ich will nichts lieber als kommen während er mich immer wieder nimmt aber er ist noch nicht bereit er löst sich von meinen Lippen und seine erregten Küsse sprechen auf eine fiebrige Art und Weise zu mir von Liebe und Sehnsucht Annahme und Schönheit was stellt er bloß mit mir an er treibt es mit mir er lässt es mich mit ihm treiben der Sex ändert sich im Handumdrehen die Sinnlichkeit unserer aneinander klatschenden Körper intensiviert sich wir sind mittendrin in den heißen Rhythmen der Leidenschaft die Lust ist ich bin er ist wir sind eins fuck stöhne ich mir nicht einmal bewusst dass ich gesprochen habe bis allerdings und du bist verdammt gut darin krächzt er wälzt sich von mir herunter und rutscht wieder zu meinen schenkeln kaum da ist seine zunge überall und seine finger wirbeln um meine klitoris er steckt mich in brand ich bin bereit zu explodieren bei all seinen berührungen verliere ich die Kontrolle er gehört mir ich bin sein Gott das sind wir wir wälzen uns über das Bett und vögeln als würden wir nie wieder aufhören können und ich kann noch nicht aufhören ich bin am ende nähere mich dem gipfel dem abgrund sterbe tausend tode während er mich liebt hört niemals auf werde ich nicht er leistet mit ernstem tonfall einen eid und dann kommen wir zur ruhe und rollen uns zusammen und kann ich nicht die stille befördert mich in einen himmlischen schlaf ich liebe dich win und plötzlich bin ich hellwach wir haben sex um zwei uhr und um drei um vier uhr und um fünf uhr um elf uhr morgens bin ich halb hier und halb im traum als er mir die beine spreizt und in mich gleitet wir sind unmöglich sind so hungrig nacheinander dass ich mich fragen muss ob mein körper entzugserscheinungen haben wird sobald er wieder nach vegas abreist dann stelle ich mit großen augen fest wie spät es ist deshalb hat er mich geweckt deshalb liebt er mich als würde er mich nie gehen lassen wollen weil er gehen muss und er wird gehen er wird gehen und ich bin innerlich leer nur dass ich es nicht bin ich schreie vor lust als er mir einheizt und mich in ein urtümliches chaos stürzt in eine fleischliche welt extremer befriedigung um wie viel uhr musst du weg frage ich atemlos jetzt flüstert er zieht mich in seine arme und hält mich fester als ich je gehalten wurde ich werde komm mit mir ich kann nicht ich habe die erkenntnis an dass seine welt nicht parallel zu meiner verläuft nevada liegt nicht gleich hinter der staatsgrenze las vegas ist nicht ein paar häuser weiter ich schweige und erinnere mich an seine letzten worte um mitternacht er liebt mich er hat es gesagt als ob er dachte er würde auf taube ohren stoßen doch ich habe die worte gehört und ich habe sie genossen ich genieße sie jetzt er stützt den kopf auf der hand ab und starrt mich an ich liebe dich nicht fair sage ich und ziehe meinen finger über seine brust du liebst mich auch ich bin auf diese aussage hin angespannt setze mich im bett aufrecht hin und ziehe mir die laken bis über meine brüste hoch ich kann seinen blick auf mir spüren und in meinen Augen brennt es irgendwie doch ich will jetzt nicht weinen ich kann keine Kinder bekommen ich kann dir keinen Sohn keine Tochter keine Familie geben ich kann dir nicht geben was du brauchst warum verdammt warum weil ich es einfach nicht kann ich war bei mehreren Ärzten die alle zu diesem Schluss gekommen sind er beugt sich nach vorn ich wusste das ich bin von anfang an all in mit dir gegangen was ich bin schockiert woher hättest du das bloß wissen sollen ich bin Pokerspieler ich bin gut darin Menschen zu lesen ich bin ein Experte in Sachen Körpersprache denkst du ich habe es an dem Tag nicht bemerkt an dem du mir von Emmett erzählt hast du konntest mir nicht in die Augen formuliert hast die Art wie du dich bewegt hast das war für mich genug um es zu wissen du nimmst nicht die Pille du hast dich nie um ein Kondom geschert du wolltest mich in dir und du hattest nicht den geringsten Grund zur Sorge er streckt die Hand aus und drückt mir sanft das Gesicht hoch seine Stimme ist heiser du machst mich glücklich du füllst diese Lücke in meinem Leben aus when nur du das reisen sogar das spielen hat keinen reiz mehr wenn ich es für niemanden außer mich selbst tun soll wenn ich es mit irgendwelchen fremden tun soll ich will dich glücklich machen das erfüllt mich ich kann das nicht wir das tut weh kallern nicht so sehr wie voneinander getrennt zu sein nein 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 leugne ich schüttle den kopf das herz zieht sich mir in der brust zusammen seine liebe und akzeptanz sind mir so fremd dass ich nicht einmal akzeptieren kann dass sie echt sind das hier ist vorbei Cullen einen scheiß ist es das du liebst mich win und du hättest nicht warten können bis ich es dir selbst sage ich zettle einen sinnlosen Streit an einen Schlagabtausch den keiner von uns gewinnen kann für Ina gibt es keinen Sinn aber für mich ist es essentiell wichtig nein weil du es nicht tun wirst weil du es nie tun wirst ich reise ab und du bleibst hier und du wirst über uns nachdenken und deine Meinung ändern weil ich Glücksspieler bin wegen der Entfernung zwischen uns und der Tatsache dass du mir keine Kinder geben kannst er küsst mich unsanft auf den Mund und du wirst es mir nicht sagen und das ist in Ordnung denn du zeigst es mir auf andere Art und Weise ich schlucke er schaut mich an und presst die Lippen zusammen meine Augen brennen immer mehr eine Träne droht zu entwischen ich will dich beim Turnier dabei haben win sag dass du da sein wirst er sieht mich an die Stimme leise und belegt und emotional diesen Samstag mein Flugzeug wird um zwei Uhr am O'Hare Flughafen sein bitte steig in dieses Flugzeug meine Stimme ist genauso heiser und emotional und wenn ich nicht einsteige er antwortet zunächst nicht gibt mir einen Kuss auf die Wange und flüstert steig ein riskiere es win riskiere es mit mir bevor ich ihn aufhalten kann rutscht er vom Bett steht auf und geht unter die dusche und ich fühle mich ein wenig verlassen und hoffnungslos und mir ist als ob die Welt kippt und ich die Bewegung nicht stoppen kann ich schaue von außen auf uns und es nun ja es ist scheiße weil ich sehe wie sehr er das Glücksspiel liebt und was engagiert weil er wirklich gut darin ist meine Augen tränen als ich auf die roten ziffern der uhr starre ohne ihn werde ich nicht überleben ich will nicht dass er geht ich ziehe mich bereits von ihm zurück noch bevor er geht ich fühle es in meinem herzen ich fühle es in meiner Seele alles ist dunkel und einsam das bin ich ohne ihn Bluff ich kann nicht essen schlafen oder denken ohne ihn vor Augen zu haben ohne von ihm verfolgt zu werden ich meine das war alles eine Wette bloß war es das nicht Cullen bedeutet mir etwas vielleicht liebe ich ihn sogar wirklich Win es ist ein vielleicht klar ich liebe ihn so sehr ich liebe ihn von ganzem herzen ich liebe ihn wenn er bei mir ist und ich liebe ihn wenn er es nicht ist und ich weiß nicht wann oder wie das passiert ist ich wollte keine Verbindlichkeit nicht weil ich nicht bereit bin mich an ihn zu binden sondern weil wir wenn wir zusammen sind so tief verbunden sind und diese Art der Verbundenheit kann nur in Herzschmerz enden oder er ist genau das was ich brauche aber überhaupt nicht das was ich erwartet habe er fordert mich heraus und macht mich zu einem besseren menschen Cullen Silberauge der heiße Pokerspieler gesteht mir nicht zu mich nur mit einem Teil der Sache zufrieden zu geben er will dass ich das ganze verdammt der Abenteuer nehme Cullen wimmere ich wälze mich im Bett herum vermisse seine Hitze seine Wärme seine Nähe ich will ihn nicht zurück lassen es ist als hätte ich meine einzige Sauerstoffquelle abgeschnitten ich kann nicht atmen ich kann ohne Luft nicht überleben und er ist meine Luft ich überlege nicht zu seinem Finale zu gehen der Gedanke bricht mir das Herz ich will zu ihm für ihn da sein aber wir hatten eine Abmachung ich habe mich an meinen Teil gehalten und mir angeschaut wie er lebt ich sehe den reiz darin wie er lebt ich liebe es wie er lebt er bin mehr ich selbst wenn ich mit ihm zusammen bin weil er mich die Art von Frau sein lässt die ich immer war die nur anders war weil andere Männer mich schlecht behandelt haben er gibt mir Freiheit dass ich mich geliebt fühle begehrt so verflucht begehrt ich kann es kaum ertragen nicht da zu sein um ihm alles Glück zu geben das er braucht aber was dann wird er eines Tages genug von mir haben ich erinnere mich wie er mir sagte dass er mich liebt wie er mein tiefstes Geheimnis bereits kannte ein Geheimnis in das ich meine Freunde erst vor kurzem eingeweiht habe er liebt mich trotzdem warum wage ich es nicht seine Liebe zu ergreifen und sie anzunehmen sie zu akzeptieren Emmett bei ihm habe ich aber Cullen schafft genau das mühelos ich dachte mit Emmett Schluss zu machen wäre eines der schwierigsten Dinge in meinem Leben doch das schwierigste ist nicht wieder lieben zu lernen sondern mutig genug zu sein um die Liebe des anderen zuzulassen ein paar Tage später mache ich den Frühjahrsputz in meiner Wohnung weil ich verzweifelt versuche ihn aus meinem Kopf zu bekommen plötzlich kommen Rachel Gina und Livy eilig hineingestürmt als hätten sie eine Mission bevor ihr den Mund aufmacht die Antwort lautet nein Rachel seufzt und schaut Gina an ich habe es langsam satt hierher zu kommen und dich aus diesem Loch zu ziehen sagt Gina und meint es nicht einmal im Ansatz ernst besonders wenn du dein eigener ärgster Feind bist das kann ich so unterschreiben pflichtet Rachel ihr bei dito ergänzt Livy wie zerstöre ich mich denn bitte selbst Callan liebt dich sagt Livy woher weiß sie das hat er etwas zu Callan gesagt Gina verengt die Augen sie sieht nicht überrascht aus weil das für sie nichts Neues ist stimmt Rachel ihr zu er hat es ihr gesagt Liv mustert mich hat er das win ja okay er hat gesagt dass er mich liebt und ein kitzel der erregung explodiert in mir dieser sexy und begehrenswerte Mann ein Mann der der Traum und die verbotene Fantasie jeder heißblütigen Frau ist hat mir gesagt dass er mich liebe und ich habe es nicht erwidert was zum Teufel win was ist los mit dir oh mein gott rachel klatscht in die hände wir werden bald wieder eine hochzeit planen nicht so schnell sage ich ich habe es nicht erwidert natürlich hast du es erwidert sagt rachel ich ich nicht glücklicher gesehen aber ich habe es nicht gesagt er weiß es sagt Livy er hat es Callan gesagt hat er das wirklich nein das habe ich erfunden sagt sie natürlich hat er es Callan gesagt weil Callan ihn gefragt hat aber warte spulen wir noch mal kurz zurück mischt Rachel sich wieder ein du hast es wirklich nicht erwidert nein und ich fühle mich gerade beschissen deswegen dann bist du die sturste Frau in Chicago Gina starrt mich finster an als würde sie es ernst meinen dann grinst sie und sagt ich glaube nicht dass die Worte den Männern so viel bedeuten also sagst du es ihm das nächste Mal wenn du ihn siehst kein problem oder alle Blicke sind auf mich gerichtet es herrscht langes schweigen zu lang schließlich sage ich ich sollte ihn wahrscheinlich nicht wiedersehen rachel verdreht die augen in ginas richtung und gina sagt ruf die jungs an rachel lass sie wissen dass wir vor dem abend essen nicht zu hause sein werden was warum fragt levy und zwar zu recht da sie sich noch im flitterwochen stadium ihrer ehe befindet weil wir unser mädchen in die nächste psychiatrie bringen damit die dort ihren kopf untersuchen gina verschränkt die arme du bist so blind vor liebe dass du den verstand verloren hast habe ich das ich weiß es nicht mehr ich habe nur dieses kranke gefühl im stich gelassen worden zu sein seit er gegangen ist ihr wisst schon das nennt man liebe sagt gina ich kann nicht jedes mal stellt rachel fest das hat sie in der tat bestätigt gina hört auf lache ich win genießt das leben doch ein wenig flieg nach vegas und genieße ihn schlägt rachel vor du hast leicht reden du hast keine galerie zu leiten oder eine freundin namens pepper die außergewöhnliche arbeit leistet kontert gina okay schön ich atme scharf ein und meine freundinnen atmen alle gleichzeitig tief durch ich habe angst ja ich meine ich habe die heißeste nummer in vegas ergattert cullen carmichael ist da draußen ein gott und er ist eine verschwommene linie zwischen gut und böse heiß und süß unanständig und anständig der unanständige macht mich jedes verdammte mal schwach ich bin feige das ist es daran liegt es wenn er mich jemals verlassen sollte würde es mich wirklich kaputt machen ich schüttle den kopf es fühlt sich so anders an als alles andere was ich je in meinem lieben hatte hatte das ist wahre liebe aufrichtig und ehrlich es ist die art liebe die berge versetzt worauf wartest du dann noch fragt Liv und grinst er liebt dich und du liebst ihn ich habe euch beide zusammen gesehen und diese art von liebe schätzchen so etwas findet man nur einmal im leben da hast du es sofern du keine neuen leben hast solltest du besser anfangen deine sachen zu packen gina zwinkert den anderen beiden zu levy umarmt mich es gibt ein flugzeug mit deinem namen drauf und es landet in wenigen stunden in chicago ich schüttle den kopf mein magen ist verkrampft aber die wahrheit ist ich will nur noch einmal seine arme um mich spüren immer jemand ihn erwähnt wenn sein name in einem gespräch auftaucht fällt mein magen in sich zusammen wie ein soufflé es ist nicht mal ein gefühl von schmetterlingen im bauch es fühlt sich einfach zusammengequetscht und eng an fast so als würde der name einen unsichtbaren baseball schläger aktivieren mir gleich in den bauch zu schlagen klingt schmerzhaft oder das ist es auch wird es habe ich mich hier eingelassen es fühlte sich früher mit all den anderen typen harmloser an nicht so heftig so tief so lebensverändernd mein herz fühlt sich gebrochener an als jemals zuvor ich fühle mich schwach und krank und bin innerlich wie tot es ist einfach nicht leicht für mich und ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum mir das immer wieder passiert ich glaube daran dass Liebe für immer ist aber allmählich glaube ich dass sie für mich nur vorübergehend ist ich meine niemand heiratet jemanden und denkt dass er sich wieder scheiden lassen wird es passiert einfach sage ich meinen Freundinnen und bin mir ihrer verständnisvollen Blicke bewusst aber ist das Grund genug weiterhin allein zu bleiben ist das Grund genug die wahre Liebe ziehen zu lassen nein flüstert jede stimme in mir die der schlampe die des flittchens ja sogar die die wie meine oma klingt ich zittere am ganzen körper ich weiß dass ich die falsche Wahl getroffen habe dass ich die Dinge richtig stellen muss dass der Typ der mich knistern und glänzen kribbeln und brennen lässt an diesem Wochenende in Vegas seinen Gegnern gegenüber steht und ich dabei sein will bei ihm sein will wie kann ich so geliebt werden wie ich es schon immer wollte wenn ich nicht glaube es zu verdienen wie kann ich einen Mann von ganz am Herzen lieben wenn ich nicht genau dieses Herz liebe das ich ihm schenke jeden einzelnen Bereich davon und sogar den Körper der es beherbergt ich möchte diesem Mann alles geben was ich geben kann und sogar das was ich ihm nicht allein geben kann Vegas Baby Strings eingepackt Sexy Dessous eingepackt all die Kleider die er liebt schwarzes Kleid High Heels und Pullover Glücksbringer Ohrringe sowas von eingepackt ich packe wie verrückt als das Telefon klingelt When Pepper hier ich habe ein paar Bilder verpackt und versand fertig ich brauche eine Adresse ich stöhne kannst du mir ein paar Minuten Zeit geben und mich online nachsehen lassen ich rufe dich an sobald ich die Datenbank vor mir habe das wird nicht nötig sein du hast diese Adresse wahrscheinlich im Kopf sagt sie ich brauche eine Adresse von Cullen Carmichael was ich höre aufzupacken stehe am Fenster mit Blick auf den Innenhof wo wir vor dem Regen davon liefen und in der Öffentlichkeit wie ein lustgetriebenes Pärchen rumgemacht haben dass die Finger nicht voneinander lassen konnte das liegt daran dass wir ein lustgetriebenes Pärchen sind und unsere Finger nicht voneinander lassen können er hat ein Werk aus der Ausstellung gekauft nicht irgendeins sagt sie er hat das Werk gekauft das Kronjuwel oh Gott oh mein Gott das ist großartig und mein Favorit ich weiß der Typ auch oh der ist mehr als großartig er ist nein ich meine ich schlucke und will sie nicht mit Details von Cullens Arbeitszimmer mit seiner bezaubernden Kunst und der luxuriösen Ausstattung langweilen der Ort den er zu Hause nennt das zu Hause das so überwältigend ist das nur ein Mann wie Cullen dort leben könnte das sexy Alphatier das sein Leben lebt anstatt zuzulassen dass ihm das Leben einfach passiert ob es vernünftig ist mein Mann ich blinzle und sage ich werde sehen ob ich eine Adresse für dich finden kann okay sag mir Bescheid ich komme auf dem Weg zum Flughafen kurz vorbei wir sehen uns gleich ich eile mit meinem Koffer hinaus und springe in das wartende Auto das ich per Uber App gerufen habe wir fahren zur Galerie bei der Ankunft erblicke ich eine Gruppe von Männern die das Meisterwerk bereits in Händen halten und es für den Versand in eine Röhre rollen vorsichtig rufe ich das ist ein überaus wichtiges Kunstwerk kreische ich noch und hoffe dass Cullen das Gemälde in perfektem Zustand erhält wir haben alles im Griff versichert mir Pepper die gerade um die Ecke kommt keine Sorge geh schon musst du nicht ein Flugzeug erwischen ich laufe rot an ja ich fühle mich nur schlecht weil ich wieder gehe musst du nicht ich freue mich riesig für dich danke Pepper sage ich und umarme sie nachdem ich meinen Computer und auch alles andere in meinem Büro ausgeschaltet habe nehme ich meine Schlüssel und bin bereit zum Flughafen zu fahren ich trete in den Flur hinaus und sehe Emmett draußen vor dem Galerier stehen ich verlangsame willst du irgendwo hin Emmett hi ich schaue mich um ob irgendjemand bei ihm ist ähm ja kann ich dir irgendwie helfen er sieht ein bisschen traurig aus hat sein Restaurant irgendwo eine schlechte Bewertung bekommen er zeigt in Richtung meines Büros können wir allein reden ja na gut ich bin ein wenig in Eile also höchstens drei Minuten sage ich und drücke die Tür auf ich lasse ihn rein es fühlt sich seltsam an ihn in meinem Büro zu haben der Raum passt nicht mit seiner Ausstrahlung zusammen auch ich empfinde nichts es ist schwer sich an einen Tag zu erinnern an dem ich ihn ansah und in ihm meine nun ja meine Zukunft sah er setzt sich auf eine Stuhlkante win wir müssen unsere Trennung überdenken ich setze mich nicht denn er wird nicht lange bleiben und ich werde nicht wegen ihm mein Flugzeug verpassen gleichzeitig werde ich auch nicht unhöflich sein emmert emmert und ich haben immerhin vier jahre unseres lebens zusammen verbracht was müssen wir überdenken frage ich dich und mich ich runzle die stirn vor verwirrung und schüttle den kopf ich verstehe nicht emmert ich bin wirklich spät dran können wir das ein andermal klären ich gehe zur tür aber er steht auf kommt schnell näher und hat den mund gespitzt hey nichts da thema höflichkeit er schnüffelt und grinst aber es ist ein eklig hässliches grinsen und steht ihm überhaupt nicht da merke ich erst dass er eifersüchtig ist wirklich eifersüchtig ist deswegen callens bruder dem spieler sagt er pokerspieler kallen und ja und ja wiederholt er stirnrunzelnd ich schaue ihn an verblüfft dass er denkt ich würde ihm das alles erklären wir haben gesagt was gesagt werden musste und haben die letzten stunden unserer verschwendeten zeit zusammen vor langem miteinander verbracht vor einem ganzen leben wie es scheint was auch immer wir hatten emmet sage ich und blicke frustriert auf die tür es war nicht das was es hätte sein sollen es war keine liebe keine echte du wirst für dich liebe finden mit irgendeiner anderen Frau und sie wird großartig sein sie wird alles sein was du wolltest und noch mehr da bin ich mir sicher aber das werde niemals ich sein denn ich weiß jetzt wer für mich der richtige ist und jetzt gerade wartet er auf mich ich muss gehen ich warte aber er bewegt sich erst mal nicht dann tritt er zur seite und ich öffne die tür und gehe hinaus emmet folgt win siehst du das denn nicht ich habe einen fehler gemacht dann mach nicht noch einen erwidere ich nicht bereit nachzugeben geh und such dir jemanden in den du dich so heftig verliebst dass du nicht mal Zeit hast dich zu fragen was passiert du warst immer zu gut für mich murmelt er mit einem kleinen verwirrten lächeln dreht sich um und verlässt meine Galerie was war das denn fragt pepper hinter der kleinen rezeption am eingang ein schlussstrich nehme ich an ich rufe mir schnell ein uber und werfe einen blick auf die uhr es hat angefangen zu regnen worüber ich mich ganz und gar nicht freue ich als schließlich ein auto vor mir hält eilt der fahrer heraus und versucht sich vor dem regen zu schützen während er mein gepäck im kofferraum verstaut schnell sage ich dem fahrer sobald ich ins auto steige als wir am flughafen zum fbo fahren wo callons flugzeug landet wähle ich callons handynummer was ist los schwägerin mach keine witze das wird noch wahr werden und ich lächle nun jedenfalls nicht jetzt sofort aber dies ist es callon und ich brauche deine hilfe um etwas besonderes für deinen bruder zu tun ich muss ihn zurück gewinnen und ihm das beste geschenk der welt machen nachdem er diese pokermeisterschaft gewonnen hat in dem moment höre ich das quietschen und spüre wie der wagen auf dem nassen asphalt wegrutscht und in das auto aussteigt und anfängt uns anzuschreien mein uber fahrer flucht auf spanisch mierda ruft er sich selbst zu dann blickt er mich an alles in ordnung ja ich hab mich nur erschreckt und bin etwas durchgeschüttelt und scheiße ich bin so spät dran sir er seufzt und schüttelt den kopf sie werden sich einen anderen wagen rufen müssen erklärt mein fahrer spieler ich halte sie fest weigere mich loszulassen kuschle und schmiege mich von hinten dicht an sie ich warte nur darauf dass sie aufwacht ihr haar riecht so verdammt gut nach ananas und kokosnuss natürlich tut es das wir befinden uns an einem verlassenen strand und haben die zähne im sand vergraben irgendein lärm im flur lässt mich plötzlich hochschrecken ich liege im bett und schaue mich hektisch um weil ich immer noch in unserem traum stecke win da merke ich dass sie nicht hier ist sie war nicht hier als ich auf der couch eingenickt bin oder als ich heute morgen um 5 uhr ins bett getrottet bin sie ist auch jetzt nicht hier da ich hellwach bin win ist nicht hier ich raufe mir das haar und schaue mir die schwarzen hemden an die im offenen schrank hängen als wir gestern abend ankamen hat Oliver eilig meine Sachen ausgepackt und bat um eine freie nacht ich bin mir ziemlich sicher dass er ein date hatte nun stehe ich auf trete ans fenster und frage mich wo win wohl gerade sein mag in wenigen oder nach hause gehen und ich bin nicht der typ der die party gleich nach beginn verlässt ich schaue auf die uhr win müsste am flughafen sein ich habe meinem piloten die strenge anweisung gegeben mich beim start zu informieren ich habe nichts von ihm gehört aber das telefon müsste jeden augenblick klingeln letzte nacht hatte ich vorkamen hatte ich den traum weil sie mir gesagt hat dass sie mir kein kind schenken kann spielt es für mich eine rolle dass sie kinder will will ich noch mehr kinder ich habe nicht besonders viel darüber nachgedacht oder doch vielleicht habe ich das vielleicht will ich sie zu meiner Frau machen in jeder Hinsicht zu Herren meines Hauses Mutter meiner Kinder selbst wenn sie adoptiert wären ein Casino ist ein einsamer Ort für professionelle Spieler jeder kann sich in Vegas verlaufen aber ich will mich nicht verloren fühlen und ich will heute Abend nicht allein sein denke ich jetzt wegen des Traums darüber nach oder weil ich darauf warte dass Wynn ihr größtes Wagnis mit mir eingeht mit Wynn ist es vielleicht möglich über die Dinge nachzudenken die ich nicht hatte vielleicht möchte ich doch und mit Wynn über meinen Sohn sprechen ich will dass sie mich versteht und nicht urteilt sie soll sehen dass Adam das süßeste Kind überhaupt ist und dass ich nicht mehr bereit bin ohne ihn zu leben Adams Mutter ist eine harte Nuss sie hasst Poker und alles was mit dem Lebensstil eines Spielers zusammenhängt sie beschimpft mich bei jeder Gelegenheit von Anfang an war sie nur an Geld interessiert wir waren Kinder aber sie wollte trotzdem Reichtum und Ansehen in der Golfclub Szene mitspielen sie wollte keinen Pokerspieler heiraten wo bleibt da das Ansehen nicht wahr wäre meine Mutter nur auch dieser Meinung sie denkt dass Pokerspieler über unbegrenzten Reichtum verfügen erst vor ein paar Tagen rief sie an um mich um nur 30 Riesen zu bitten ich kann nicht anders als mich zu fragen was sie mit meinem Geld vor hat du kannst es nicht mehr als deins betrachten wenn du es ihr gegeben hast Kallens Worte schwirren mir durch den Kopf mein Bruder weigert sich sie zu unterstützen und vielleicht gebe ich ihr deshalb immer Geld ohne zu fragen wofür sie es ausgibt oder bei wem es womöglich landet wenn ich es habe und sie will dann bekommt sie es ungeduldig überprüfe ich noch einmal Wins Nachttisch falls sie erst kommt nachdem ich meinen Platz am Tisch eingenommen habe ich habe eine Nachricht hinterlassen als Glücksbringer ich lehne sie an die Lampe und tigere einmal mehr im Kreis als mein Telefon klingelt und Tims Name einer meiner Piloten auf dem Bildschirm aufleuchtet und wenn ich nicht einsteige ich beiße die Zähne zusammen und erinnere mich an ihre letzten Worte zum Teufel ich muss hoffen etwas an ihr hat mich verändert und etwas an mir hat auch sie verändert wir sind nicht dieselben Menschen die diese dumme Wette gestartet haben meine Mundwinkel zucken unsere Wette war alles andere als dumm ich wollte sie das tue ich immer noch ich liebe sie wie keine andere Frau vor ihr sie ist in meinen Adern in meinen verdammten Knochen das hat den Abschied nicht einfacher gemacht es hat die Dinge noch schlimmer gemacht und als Winn mich weg stieß weil sie befürchtet dass ich ihr eines Tages überdrüssig werde zog meine Brust sich zusammen und mein verdammtes Herz wurde in tausend Stücke gerissen tief im Innern kennt sie die Wahrheit die Wahrheit die sich uns in diese Wette einstiegen komme was wolle sie ist meine Frau und ich werde nie wieder eine andere wollen ich gehe ans Telefon meine Brust schwillt in Erwartung an sie sind spät dran sie müssen diesen verdammten Flieger so schnell wie möglich her bringen ich brauche sie so schnell wie möglich hier Mr. Carmichael sagt er vorsichtig sie ist nicht aufgetaucht sie wird nicht kommen ich brauche einen Moment um seine Worte zu begreifen und kralle die Faust um das Handy sie wird nicht kommen Ungläubigkeit Frustration Bedauern Wut Hilflosigkeit das alles brodelt in meinen Adern als ich auflege ich starre auf den Teppich ohne etwas wahrzunehmen unfähig zu glauben dass sie wirklich mit mir abgeschlossen hat dass sie nicht kommen wird verdammt knurre ich hole aus und schleudere meinen Laptop die Lampe und alles andere vom Hotelzimmer Schreibtisch auf den Boden Oliver betritt die Suite genau in dem Moment er stürmt das Schlafzimmer mit kampfbereit erhobener Faust die Schlüsselkette um seine Finger gewickelt als wollte er sie als Waffe einsetzen Sir alles in Ordnung seufzend schüttle ich den Kopf es geht mir gut Glück im Spiel aber kein Glück in der Liebe oder wie heißt es so schön ich werfe ihm ein hartes Lächeln zu und versuche so zu tun als wäre es egal aber ich beiße die Zähne zusammen und mir bricht das Herz ich will nicht ohne sie in Las Vegas sein als Olivers Telefon klingelt schreite ich bereits aus dem Raum Ja Mr. Carmichael antwortete er Nein er hat gerade den Raum verlassen sagt er als ich ihm zu verstehen gebe dass ich nicht in der Stimmung bin Anrufe entgegen zu nehmen Keine Ablenkungen mehr verdammt nochmal Ich schnappe mir meine Jacke und stürme aus der Tür Ringe darum meine Frustration zu überwinden während ich denke Wo bist du Win Poker Stunden später nachdem ich Cullens Flugzeug verpasst und Last Minute einen normalen Linienflug erwischt habe gehe ich schließlich zur Gepäckausgabe Ich kann es kaum erwarten zum Turnier zu gelangen Oliver Ich bin überrascht Cullens Chauffeur zu sehen Seine legeren kurzen Hosen und dem kurzärmeligen Polo Shirt nach zu urteilen hatte Oliver wahrscheinlich nicht geplant hier zu sein Miss Watson Er lächelt höchste Geheimnis der Welt hüten Cullen hat sie angerufen Ja und Mr. Carmichael Cullen weiß nicht dass sie hier sind Er war ein wenig verstimmt bevor ich den Anruf erhielt Seine Augen blitzen was darauf hindeutet dass er zu denken scheint Cullens Stimmung wäre auf mich zurück zu führen Und ich dachte es wäre besser ihn aus der Planung heraus zu halten um weitere Ablenkungen Ich bringe nicht nur seinen üblichen sondern auch noch einen 13 jährigen Glücksbringer mit Ich klatsche aufgeregt Dann dämmert es mir dass Oliver vielleicht nichts davon weiß Hat Cullen ihnen von Adam erzählt? Er nickt und lächelt breit Er hatte einige Schwierigkeiten Adam von seiner Mutter wegzulotsen aber anscheinend reichte es aus ihr einen Urlaub zu spendieren damit wir dieses Wochenende Adams Gesellschaft genießen können Mein Herz hüpft vor Aufregung wegen des Treffens mit Cullens Sohn und ich folge Olivers Kopf Bewegung mit meinem Blick Ein aufgeregtes kleines Zittern erfasst mein Herz beim Mustern der Gesichter in der Menge Es dauert nur einen Moment bis ich das große und schlachsige Kind finde das silberäugige Kind Er hat dunkle zerzauste Haare wahrscheinlich weil er im Flugzeug geschlafen hat und trägt ein T-Shirt von Poker Rules The Earth mit dem Spruch Bitte vorsichtig nähern Ich kann sie durchschauen Ich lache Gams der Sohn seines Vaters Allerdings Miss Watson Zögernd gehe ich zu Cullens Sohn und warte während er den Koffer vom Band zieht Sein Ausdruck ist undeutbar und ich frage mich sofort ob dies eine schlechte Idee war Nicht alle Kinder mögen die Lebensgefährtin ihres Vaters Bin ich das überhaupt Mensch Wynn das war eine wirklich schlechte Idee Ich bin vollkommen in Selbstzweifeln versunken als der Junge mir die Hand hinstreckt Ich bin Adam Onkel Cullen hat mir viel von dir erzählt Ich versuche nicht über zu reagieren aber ich freue mich wie verrückt als ich ihm die Hand gebe Ich bin Wynn schön dich kennenzulernen Ich habe viel von dir gehört von deinem Vater Ich bin überrascht dass er überhaupt über mich reden kann Er runzelt die Stirn Mom tut alles in ihrer Macht stehende um uns voneinander fernzuhalten Nun Miss Watson hat euch beide zusammen gebracht sagt Oliver und sieht den Jungen mit einem freundlichen Lächeln an Und dein Vater wird sich sehr freundig zu sehen Wie geht es ihm fragt Adam Noch keine Neuigkeiten Oliver schaut Sie können es im Hotel verfolgen Es wird live übertragen Lasst uns gehen Glücklich über Adams Worte atme ich aus Er ist genauso begierig darauf dorthin zu kommen wie ich 40 Minuten später ziehe ich mein schwarzes Kleid den Glücksbringer und meine schwarzen Ohrringe an als ich einen Umschlag auf dem Nachttisch entdecke der sich neben Cullons Bett befindet unserem Bett Ich schaue hinein und lächle über den 10.000 Dollar Chip und die Notiz auf der steht Bitte komm nicht zu spät Du bist mein Glücksbringer Er ist so berechenbar und wegen dieser Berechenbarkeit treffe ich meine eigenen Vorhersagen für meinen besonderen Spieler Mein Mann ist dabei einen Titel und ein Bracelet zu gewinnen und wir befinden uns am Anfang einer Glückssträhne die ein Leben lang anhalten könnte Texas Hold'em Der neue Poker Kommentator listet gerade unsere bisherigen Verdienste auf als ich den mit einem Seil abgesperrten Bereich betrete um meinen Platz einzunehmen Sieben der neuen Spieler im Finale haben schon zahlreiche Bracelets gewonnen Nur zwei von uns spielen Professionell Poker und ich schaue auf den anderen den Mann der plant sich einen richtigen Job zu suchen Du bist noch nicht im Ruhestand ziehe ich ihn auf Ab morgen verspricht er Lukas kommt mit dem dritthöchsten Stapel an den Finaltisch und diese Chips könnten bald meine sein Wo ist dein Glücksbringer Ich werde mich jedenfalls nicht von Lukas aus dem Konzept bringen lassen weil er über Win spricht Lukas schnieft Sie sind alle 21 oder älter Hätte ich nie gedacht Mensch Ich wollte gerade fragen wer die gefälschten Ausweise für dich macht Beleidigst Beleidigst du deine Freunde immer so Nur an den Tischen erwidere ich neckend Aber ich habe genug geredet also strecke ich den Arm aus und wir geben uns die Hand Viel Glück Lukas Lass uns zu den letzten vier gehören die Aussicht auf das große Geld haben Übersetzung vierter Platz für dich Den Sieg fahre ich ein Er runzelt die Stirn und das ist beunruhigend Wenn Lukas bei dem Wort Glück die Stirn runzelt dann kann das nur bedeuten dass ihm jemand geholfen hat sein Pokertalent zu entwickeln Verdammt Lukas Es wäre mir egal gewesen dich am Ende knapp auf den Fersen zu haben Aber jetzt ich kann es nicht riskieren Wenn ich ihn nicht früh aus dem Spiel dränge könnte er die Führung übernehmen und sie behalten Noch einmal scanne ich die Menge und suche nach ihr meiner Glücksbringerin Auch wenn ich so aussehe als hätte ich in Las Vegas zu sein bei diesem Turnier Der Kommentator ist bereit Er steht auf Er sagt ein paar letzte Worte bevor er sich an den Tisch wendet Der Dealer mischt Ich bekomme mein erstes Blatt Aber mein Mädchen ist nicht hier Ich spähe auf die Karten Wie zum Teufel soll ich diesen Mist möglichst in die Länge ziehen wenn ich am liebsten die Zeit vorspulen würde damit ich Win wieder sehen kann Ich bin so verdammt aufgeregt ihn zu sehen dass ich die Menge kaum bemerke bis Mike neben mir steht und sagt etwas überwältigend was Oh Mike Es tut mir leid ich habe sie gar nicht gesehen Ich werde rot sobald die Worte aus meinem Mund purzeln Ich klinge wie eine verliebte Frau Ich habe manchmal einen Tunnel Blick Kann passieren Er hält mir den Arm hin Lassen Sie mich Ihnen Ihren Platz zeigen Jemand wird sich freuen dass Sie hier sind Sekunden später spüre ich seine Blicke auf mir Wir gehen vor der Presse entlang als ich die vertraute Wärme auf der Rückseite meiner Beine bemerke Den Druck auf meinen Hüften Das Kribbeln an meinem Rücken Ich kralle mich an Mikes Armbeuge fest und verliere fast das Gleichgewicht Wir gehen ist sie nicht wunderschön Mike klopft mir auf den Arm als wollte er sagen spielen sie einfach mit und das tue ich ich spiele mit ich straffe die Schultern atme tief durch und kratze jeden Funken Selbstvertrauen in mir zusammen bevor ich mich schließlich umdrehe und die Zeit steht still es ist niemand hier niemand in der Menge niemand an seinem Tisch niemand neben mir wir sind allein er wirft die Karten hin ohne sie sich anzusehen der Hauch eines Lächelns umspielt seine Lippen als er zusieht wie ich neben Mike Platz nehme ich bin hier sage ich du warst nie weg er klopft sich auf die Brust über seinem Herzen wow hast du das gesehen jemand aus der groupie abteilung quiekt ich wünschte er hätte mich so angesehen ich drehe mich nicht einmal Konkurrenz es gibt nur mich und Cullen seine Liebe umfängt mich auf meinem Platz in der Menge einem Platz an dem ich zusehen kann wie er sein Ding macht von meinem Platz aus starre ich ihn an und spüre wie seine Liebe direkt zu mir zurückschießt ich sterbe vor Verlangen ihn zu küssen ihn zu halten in seinem Bett zu liegen ich sterbe vor Verlangen wieder ganz die Seine zu sein denn wenn ich vor Verlangen fast sterbe fühle ich mich am lebendigsten hör auf Win es wird später genug Zeit für Fantasien geben jetzt ist er erst mal dabei das größte Turnier der Welt zu gewinnen ich spüre es in den Knochen ich sehe wie der Hai seine Zähne zeigt während er die anderen Spieler mental umkreist er ist dem Begriff zuzuschlagen er wird den Titel und das Bracelet und das Geld nehmen und dann wird er mich nehmen und verschlingen ich habe endlich das Elend der letzten Tage verarbeitet ich war vielleicht in Chicago umgeben von meinen Sachen aber ich war nicht hier bei dem Mann den ich liebe ich war nicht dort wo ich sein sollte Cullen ist irgendwie auf viele süße Arten mein Herz und meine Heimat geworden Stunden später sind noch vier Spieler übrig und die Kommentatoren geben ihre Prognosen zum Besten bevor sie eine 15 minütige Pause einberufen Lucas Ingram liegt in Führung Cullen ist zweiter die kleineren Chips Stapel gehören zwei unbekannten Spielern die jetzt wahrscheinlich keine Chance mehr haben wenn die Kommentatoren mit ihren Vorhersagen richtig liegen ich warte an der Absperrung auf Cullen und sobald er sie hinter sich gelassen hat liege ich in seinen Armen und ihn kümmert es nicht wer zusieht wie er mich an sich drückt und mir einen sengenden Kuss gibt als sich unsere Lippen wieder berühren sich trennen und sich erneut berühren kann ich nicht glauben dass wir jemals eine Nacht getrennt verbracht haben Cullen mein Gesicht muss so rot sein wie Sommer Rosen du siehst toll aus sagt er atemlos ich habe mich schon gefragt ob du ich habe dein Flugzeug verpasst der Pilot rief an um es mir zu sagen er hält mein Gesicht in beiden Händen und sieht mich zärtlich an ich freue mich so sehr dich zu sehen Cullen es tut mir so leid ich bin ein Feigling ich sch flüstert er in meinen Lippen wenn ich dich ansehe sehe ich eine starke und schöne Frau diese Augen sehen keinen Feigling er hält eine Sekunde inne und ergänzt du bist hier und schuldest mir keine Erklärung für nichts seine Worte sagen alles er muss eine gewisse Vorahnung haben etwas darüber wissen warum ich zu spät komme es gibt keine Geheimnisse zwischen uns Cullen richtig Emmett war da ich schäme mich zuzugeben dass ich mein Flugzeug wegen meines Ex verpasst habe es tut mir leid du schuldest mir keine Erklärung er sieht ungerührt aus wie ist es gelaufen ich bin hier das bist du seine Augen funkeln und ich habe es ihm gesagt was hast du ihm gesagt kannst du mir eine Minute Zeit geben ich schaue zu ihm auf und mein Herz pocht wie verrückt meine Beine drohen unter mir nachzugeben ich will das richtig machen du und das hier er nickt zum finaltisch das ist perfekt wir sind perfekt dann möchte ich dir perfekt sagen dass ich von dem Moment an hier sein wollte als du mich verlassen hast ich muss dir unbedingt sagen der zwei Minuten Warnton ertönt die Spieler schieben sich an uns vorbei und Cullen greift nach meiner Hand bis später wir werden alle Zeit der Welt haben er küsst meine Schläfe und lässt mich allein stehen Mike ist an meiner Seite ich hatte meine Zweifel wie bitte ich bin so verzaubert dass ich den Blick nicht von Cullen abwende ich hätte nie gedacht dass der Playboy eines Tages sesshaft werden und jemanden lieben würde und dann sind sie aufgetaucht sie sind gut für ihn wissen sie er ist für mich besser meine Worte kommen anders rüber als ich es mir vorgestellt habe da haben sie recht er spielt besser es gefällt mir dass sie in seinem Leben sind und ich denke mir gefällt es auch in seinem Leben zu sein der final tisch die spiele auf dem dritten und vierten platz fliegen schnell raus nun geht es hin und her mal führt lucas mal cullen und dann wieder lucas willst du einen deal machen fragt lucas der beste deal den ich für dich sehe wäre es jetzt all in zu gehen das ist ein bluff wenn lucas alles setzt wird cullen passen mikes gesichtsausdruck nach zu urteilen vermute ich dass er es auch weiß lucas kneift seine augen zusammen und steigt aus cullen zeigt seine karten nicht die kommentatoren flüstern ins mikrofon und scherzen als würde niemand sie hören können dank des schalldichten glases können die spieler das wirklich nicht die menge wirkt interessiert ich wende mich an mike als ich einen teil ihres dialogs überhöre cullen könnte also lucas auszahlen falls ein deal ausgehandelt wurde hätten sie das in der pause abgesprochen cullen würde keinen deal machen wenn sie nur noch zu zweit sind mike scheint sich sicher zu sein falls ein deal abgeschlossen wurde haben sie wahrscheinlich davon gehört während der pause haben cullen und ich uns wieder gefunden ich habe nicht an poker gedacht und cullen hat mit niemandem außer mir gesprochen ich beuge mich nach vorn und konzentriere mich auf cullen der mit ein paar schnellen bewegungen seine chips nach vorne schiebt und dann ein paar zusätzliche chips auf den Tisch wirft um eine Erhöhung zu signalisieren auf dem Tisch liegen drei neunen Ich glaube nicht dass er sie hat er schaut immer wieder auf seine karten lukas erhöht cullen steigt aus das habe ich jetzt nicht erwartet sage ich mike zuckt mit den schultern sie lesen ihn wahrscheinlich besser als die meisten anderen aber hier er ist ein anderer spieler sein spieler gesicht am final tisch ist nicht das was man sonst in einem cash game sieht er mustert meinen ausdruck und sagt dann cullen hat zehn million gründe unlesbar zu bleiben das ist eine lebens verändernde summe er grinst der zweite platz ist mit siebeneinhalb auch nicht allzu schäbig ich antworte nicht ich glaube mike will dass ich irgendwie reagiere da sie hier sind bin ich irgendwie überrascht dass cullen noch spielt er könnte das geld nehmen und verschwinden lucas will wirklich vor allem den titel vielleicht will er auch den größeren batzen geld sage ich der unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten platz ist ja nicht gerade eine kleinigkeit er lacht nein ganz sicher nicht cullen schiebt die karten zum dealer zurück und runzelt die stirn er steigt bei den nächsten drei blättern aus und lucas wirkt nervös das nächste blatt das cullen bekommt spielt er die menge ist unruhig die kommentatoren nähren diese unruhe mit den worten mein bauchgefühl sagt mir dass wir hier vielleicht die letzte hand sehen boss boss schüttelt den kopf das ist nicht das ende vielleicht aber doch cullen ist aufgestanden er ist all in gegangen ich stehe warte und schaue zu bange wenn ich ein emoji wäre wäre ich jetzt ein paar betender hände so nervös bin ich cullen hebt den kopf und zwinkert mir zu wie um zu sagen so oder so er hat das hier im griff und so oder so ich bin für ihn da niemand sonst ist im raum nur cullen und ich alle anderen verblassen ich liebe dich sage ich sein lächeln wird breiter als er ebenfalls stumm erwidert ich weiß verdammt sei aber es gefällt mir sein selbstvertrauen ist sexy und absolut ich lache und warte voller hoffnung dass lucas es tun wird mit geht damit es endlich weiter läuft er steht auf setzt sich steht wieder auf was glaubst du wird der tun boss die kommentatoren sind wieder zu hören basierend auf dem wie der bursche bisher gespielt hat denke ich dass er sehen will er denkt darüber nach früher konnten wir die verdeckten karten sehen erklärt mike nachdem darüber spekuliert wurde wie leicht diese informationen an die spieler weitergegeben werden könnten wurden die regeln geändert wir müssen sie nicht sehen meinen sie playboy gewinnt ja wollen sie eine kleine nebenwette abschließen sage ich auf keinen fall er schüttelt den kopf cullen würde mich umbringen wenn ich gegen ihn wette ja sie haben wahrscheinlich recht ich mache mir sorgen glauben sie lucas gewinnt der junge hat eine glückssträhne und sie sind cullens größte ablenkung er hält inne schwer zu sagen diesmal er nickt und flüstert es geht los der adrenalinpegel steigt bei der wartenden menge als lucas all in geht und zusammen mit cullen zuschaut wie die karten fallen ich kann lucas hand nicht sehen sage ich leise mein magen ballt sich vor nervosität zusammen das wollen sie auch nicht sagt mike der dealer dreht geschmeidig und theatralisch die river karte um noch bevor sie ganz liegt ist es so still geworden dass ich fast erwarte die karte auf dem filz landen zu hören die menschenmenge im anderen teil des raums hat eine bessere Sicht und ist bereits auf den beinen und jubelt jubelt klatscht einige der umstehenden ab geld wird auf den tisch ausgeschüttet cullen und lucas umarmen sich und klopfen sich auf den rücken lucas wird mit seinen millionen fotografiert bevor er zur seite tritt und cullen die gleiche chance zu geben kommen sie sagt mike und schleppt mich zu dem privaten ausgang wir treffen ihn auf der anderen seite ich schicke eine sms oliver wir sind hier in der spielhalle ich treffen sie mich am eingang zum turnier oliver sind jetzt auf dem weg ich beschleunige meinen schritt schnell mike ich kann es kaum erwarten cullens gesicht zu sehen er wird begeistert sein seinen sohn zu sehen ein paar minuten vergehen bevor cullen von links kommt adam ist zu meiner rechten alles ist perfekt als cullen uns sieht wird mir klar dass meine wortwahl diesen moment dieses turnier seine welt nicht angemessen beschreibt cullen und sein sohn das ist überragend wir sind besser als perfekt wir sind alle hier zusammen wir gehen mit adam zu casinokits einer neuen spielhalle im casinostil wir essen pizza und spielen spiele gewinnen preise und haben einen riesen spaß am ende eines langen abends kehren wir zum hotel zurück ich beobachte cullen und seinen sohn zusammen mir geht das herz auf bis es fast platzt dad ich will dich öfter sehen ich wünschte es könnte immer so sein ich weiß mein junge er verwuschelt seinem sohn das haar zieht ihn in seine arme und rubbelt ihm mit den knöcheln über den kopf ich arbeite dran möchtest du nach vegas kommen und bei mir und wohnen ich höre den ernsten tonfall in seiner stimme und mein herz fliegt ich genieße diesen moment der zusammengehörigkeit dieses gefühl von wertschätzung und familie teil von etwas größerem als nur mir selbst zu sein das ist wie nun das ist als würden all meine träume auf einmal in erfüllung gehen mom wird es nie mit deiner mutter werde ich mich einigen du kannst das halbe jahr bei ihr sein und die anderen sechs monate verbringst du bei uns er nimmt mich in die arme und schenkt adam immer noch die meiste aufmerksamkeit er grinst du wirst gewinnen sagt er er gewinnt oft sage ich und frage mich ob ich hätte neutral bleiben sollen als ich aus callons armen schlüpfe callon lächelt seine augen sind warm wie sonnenlicht ich habe dich vermisst komm her champ er legt ihm die hand in den nacken und führt ihn ins zimmer wir müssen dich morgen wieder in ein flugzeug nach hause setzen ich will nicht dass du das tust sagt adam rigoros und seine stimme bricht callon hält inne und schaut ihn an es tut mir leid dass es im moment noch so sein muss ich verspreche dir ich werde alles in meiner macht stehende tun damit du mehr Zeit mit mir verbringen canst er umarmt callons kiefermuskeln mahlen als er adam gute nacht sagt callon sieht seinen sohn noch einmal von der tür aus an und ich weine immer noch stumme tränen draußen eile ich in unser schlafzimmer um taschentücher zu holen und sehne mich danach die situation für sie beide zu verbessern kurz darauf spüre ich seine anwesenheit im Raum und erkenne callons breite umrisse im schatten seine stimme ist belegt und rau danke wofür dafür dass du hier bist er kommt ein paar schritte auf mich zu dafür dass du ihn hierher gebracht hast schritt für schritt kommt er näher dafür dass du bist wie du bist er streckt die hand nach mir aus zieht mich an sich und schließt mich in die Arme seine Lippen in meinem Haar dafür dass du mir flüstere ich in sein Hemd ich gehöre nur dir du weißt gar nicht als ich den Kopf in den Nacken lege küsst er mich sanft und ich schlinge die Arme um ihn dass ich ich meine all das hier nichts könnte ich mir sehnlicher wünschen gebe ich zu ich will dich ich will Adam ich will Vegas und Chicago ich will alles kein Wunsch meiner Liebsten soll unerfüllt bleiben er gibt mir einen Kuss auf die Lippen hält meine Wangen in den Händen bald werde ich ein Hotel hier am Strip bauen ich kämpfe mit Sondra um das Sorgerecht für Adam ich will meinen Sohn seiner Mutter nicht wegnehmen aber ich will dass er einen Vater hat und ich will dass er dich hat ich wäre gerne seine Stiefmutter oder ich meine ich lass mich dich nur auf die richtige Art fragen ich schüttle den Kopf als wollte ich mich von dieser wunderbaren berauschenden Benommenheit befreien in der ich mich befinde als ich noch sehr jung war dachte ich immer dass ich alles erdenkliche tun würde um den richtigen zu finden wirklich alles ich würde meine Seele verkaufen nach Vegas ziehen und jetzt und jetzt und jetzt merke ich dass ich recht Street Gallery führen und vielleicht kann ich hier eine eröffnen so viele du willst er hebt mich hoch ich lege ihm sofort die Arme um den Hals es wird nicht einfach sein aber aber damit kommen wir auch klar du und ich bloß verlass mich nie wieder ich ich würde niemals aussteigen wenn ich so ein Siegerblatt auf der Hand habe Epilog Top Pair sieben Monate später ich wache in meinem Haus in Vegas auf einen einzigen Gedanken im Kopf es ist nicht mehr so ungewöhnlich seit Wynn und ich zusammen leben das einzige was an diesem Morgen und dem davor anders ist ist die leere Stelle neben mir im Nebenzimmer höre ich Wyns hohe Stimme und ein Tap 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 auf dem Boden tanzt sie amüsiert stapfe ich mir ein Kissen in den Rücken und warte während sie hin und her hopst und etwas lauter kreischt im Ernst oh Pepper das ist fabelhaft ich kann es kaum erwarten Kallen davon zu erzählen es wird still und dann sagt sie gut das ist super das machen wir komm her und erzähle knurre ich sie nach dem Telefonat an wobei ich mich nach ihrer Nähe deutlich mehr sehne als nach dem was sie mir erzählen möchte natürlich will ich ihre Neuigkeiten hören aber ich will auch dass diese kleine Tigerin unter mir den Rücken durchbiegt in meinen Armen stöhnt während ich in sie stoße und ihr zeige dass ich es kaum erwarten kann sie zu meiner Frau zu machen sie tänzelt an unserer Zimmertür vorbei hält einen Finger hoch und wirft mir ein schelmisches Grinsen zu ich stöhne und recke mich als sie erneut an unserem Zimmer vorbeikommt hebe ich die Bettdecke hoch damit sie sieht was sie bei mir anrichtet solche Nähe ohne sich dabei zu berühren ist wie koffeinfreien Kaffee zu trinken das Bedürfnis ist da aber die Hände hinter dem Kopf ich sag dir was ihre Stimme wird leiser als sie wieder aus dem Blickfeld verschwindet und ich merke dass sie noch am Telefon ist ich nehme mir vor Wyns Assistentin ein Zeichen meiner Wertschätzung zu schicken sie hält Wyns Galerie am Laufen damit ich meinen Glücksbringer bei mir behalten kann als ich über eine Geschenkkarte oder einen Präsentkorb mit Wein Weißes Erhaschen während sie sich umdreht ihr Handy auf den Nachttisch legt und mich von unten anspäht als wollte sie sagen komm und hol es dir ich stürze mich auf sie und ziehe sie im Nu unter mich guten Morgen ich küsse ihre Lippen sie versucht sofort mein Hemd das sie trägt nach unten zu ziehen an ihrem sexy Körper hinunter zu ihren Oberschenkeln oh nein nichts da ich fange ihre Handgelenke ab und hebe ihr die Arme über den Kopf bedecke ihre Lippen mit Küssen die zu etwas führen sollen sie seufzt in meinen Kuss nimmt ihn entgegen als wäre er das Einzige was sie will und drückt mich dann weg Kallen warte kurz ich muss dir etwas erzählen das kann warten ich bin schon total in Fahrt Himmel sie bringt die kürzlich ja sagte als ich sie fragte ob sie den Rest ihres Lebens mit mir verbringen möchte du kriegst nie genug kichert sie dann sättige mich sage ich und tauche ab habe ich dir je gesagt wie heiß du in meinem Hemd aussiehst schon oft ihr Körper reagiert und sie bäumt sich ruckartig unter meinen Lippen auf aber ich habe das Gefühl dass diese kleine Bewegung dazu bestimmt war mich zur Seite zu drängen aber das hier wird warten müssen es ist wichtig das ist es wirklich necke ich sie und wandere mit zwei Fingern ihren Oberschenkel hinauf ihre Hände landen auf meinen Schultern und sie reißt mich nach vorn das ist Wins typisches Signal wenn sie mich wirklich abwehren will aber es ist alles andere als abtörnend fünf Minuten ihr aber ich will nicht dass es mich stoppt ich bleibe dabei bis ihre Hand auf meiner landet aus deinen fünf Minuten werden zwei Stunden kallen einige Frauen würden das unwiderstehlich finden ich finde es unwiderstehlich sie küsst mich schnell auf den Mund während ich mich hoch stemme und auf sie hinunter blicke aber du musst dir das erst anhören mit erst kann ich leben das bedeutet dass es danach weiter geht seufzend drehe ich mich auf den rücken es gefällt mir sogar noch besser als sie sich rittlings auf mich setzt ich lege ihr die Hände auf die Hüften und ziehe sie näher an meinen Schwanz heran ich spiele nur aber ich liebe es dass sie rot wird stopp würdest du bitte aufhören kichert sie wieder und schüttelt den Kopf was ihre feuerrot leuchtenden Locken über ihren Rücken fliegen lässt also klemme ich mir die Hände hinter den Kopf ich bin ganz ohrsüße ich werde mich benehmen aber es wird nicht einfach sein ihre Nippel sind deutlich zu sehen sie schaut auf meine drängende Erektion einen Versuch starte ich noch doch es ist vergebens sie lässt mich abblitzen indem sie nach vorne ausweicht mach schon ich wissen zu lassen dass ich es eilig habe wir haben viel zu tun kallen ich weiß was ganz oben auf meiner liste steht erwidere ich sie leckt sich mit ihrer feuchten zunge die lippen lehnt sich nach vorne und flüstert keine chance gemein wie du mich heiß machst ich packe ihren hintern knete ihn und ziehe sie in optimaler Ausrichtung auf meinen Schwanz nach unten ok die bensons sie kaufen sich ein sommerhaus am lake mich chigen und rate mal wo sie gerade einen haufen geld versenkt haben sie wackelt mit den schultern in meiner galerie ist das zu fassen win das ist toll ich sage ihr nicht dass wir das geld nicht brauchen sie will ihre galerie behalten und noch weitere eröffnen es ist ihr wichtig unabhängig zu bleiben und ich unterstütze sie warte mal hast du bensons gesagt ja sie reibt mit dem daumen gegen ihren zeige und mittelfinger sie haben bereits bar bezahlt baby ich tue so als würde ich darüber nachdenken bevor ich antworte vielleicht hat pepper es falsch verstanden soweit ich weiß ist db benson nach stone ange zurückgekehrt um sein erbrecht geltend zu machen sehr witzig sie sind nicht so alt wie sie aus tatsächlich sagte mr benson dass sie so viel zeit in der sonne verbracht hätten dass sie das schließlich eingeholt habe er ist erst 62 ich entdecke kein lächeln also schnaube ich und sage spöttisch when dieser man ist mindestens 80 sie zuckt mit den schultern mrs benson sieht aus wie 62 er ist ein sugar daddy und es ist wins unschuld die mein herz zusammendrückt bis es stockt was mr benson ist in meine verlobte verknallt das auch ihr grinsen wird teuflisch und sie beugt sich herunter um mich zu küssen und du bist eifersüchtig verdammt richtig wenn ein alter mann meine frau mit geld überschüttet dann werde ich hellhörig wir sind kurz davor loszulegen sie muss nur noch ein bisschen weiter nach handy und es ist die frau die ein besseres timing hat als der us kongress wenn sie etwas durchsetzen will verdammt kann sie nicht fünf minuten warten sagt win verspielt und wackelt mit den hüften aber dann lässt sie von mir ab geh nicht zu weit weg sage ich und nehme den anruf meiner mutter entgegen guten morgen mutter kallen sie seufzt dramatisch ich rufe ungern so früh an und frage ich weiß dass du dich mit diesem mädchen irgendwo herumtreibst aber sie ist eine frau und sie ist meine verlobte darüber haben wir doch gesprochen richtig das hast du erwähnt wie auch immer kann ich ins casino gehen und mike treffen sicher sage ich verärgert mom hat win noch gar nicht kennengelernt und bereits entschieden dass sie sie nicht mag sei nicht so grob junge ich muss ihn sofort sehen natürlich musst du das sage ich und wünsche mir dass meine mom stattdessen mal anrufen würde um sich nach uns zu erkundigen wie viel brauchst du win arbeitet als ich auflege der kaffee scheint sie mehr zu interessieren als ich bis ich mich ihr gegenüber hinsetze was machst du da drüben will sie wissen ich beobachte die frau die ich liebe bei der arbeit ich nehme mir die zweite tasse auf dem tisch und trinke willst du zu mir rüberkommen und auf meinem schoß arbeiten ha wenn ich da rüber komme werden wir nie etwas geschafft bekommen das erst vom tisch also stelle ich die füße auf einen hocker und wünsche mir lustvollere morgen win sagt dazu nichts aber mum war auf lautsprecher mist cullen wir müssen über die hochzeit treten ich seufze wenn sie in der stimmung ist zu planen könnten leidenschaft und vergnügen ganz hinten im regal landen sie grinst mich an als wüsste sie dass ich aufmerksamer sein werde sobald ich heute endlich zwischen ihre beine komme unsere blicke treffen sich und wir halten den blickkontakt was nichts lüge ich und lehne mich zurück bis ihr blick nach unten wandert zufrieden dass sie dorthin sieht sage ich rede mit mir sie schüttelt den kopf so kurz dass man es übersehen könnte und sagt ich finde wir sollten hier heiraten aber wenn wir es in Vegas tun dann darf es keine dieser kitschigen drive through hochzeiten werden mister auf keinen fall mrs carmichael überrascht von dem namen hebt sie die augenbrauen und errötet ich liebe es wenn du mich so nennst der name steht dir gut sie lächelt und blickt verträumt nach draußen wir werden heiraten wo immer du willst versichere ich ihr ich kann es kaum erwarten win zu meiner Frau im untergrund poker raum in dem wir uns kennengelernt haben solange ich dich habe und du am ende der zeremonie mein bist wird der tag unübertroffen sein ihre augenlider werden schwer und sie blickt mich an als sie nach meiner wange greift ich liebe dich ich kann es kaum erwarten die verbleibende zeit fühlt sich wie eine ewigkeit an ich liebe dich auch und ich weiß was du meinst aber sie wird nicht länger warten müssen ich ziehe sie in meine arme will mich endlich an ihr erfreuen als adam in die küche schlurft was gibt es zum frühstück fragt er mit noch müde klingender stimme ich schenke meiner liebsten ein lächeln das später verspricht während ich mich sanft von ihr löse und zum Kühlschrank gehe um etwas zum Frühstück zuzubereiten such dir etwas aus sage ich zu meinem Champion armer ritter omelette waffeln sagt er als win ihm durchs haar wuschelt hast du gut geschlafen adam wie gefällt dir dein zimmer fühlst du dich wohl er errötet nicht an die aufmerksamkeit einer wunderschönen rothaarigen gewöhnt ja sie bemuttert dich aber lass sie nur sage ich adam der grinst sieht immer noch schüchtern aus und scheint nicht daran gewöhnt zu sein bemuttert zu werden natürlich lass ich sie ich mag es sie ist meine stiefmutter oder zumindest wird sie es ab adams augen weiten sich als er merkt dass er sich fast verplappert hätte er blickt mich an und ich hebe eine braue um ihn zu erinnern dass es unser geheimnis ist in ein paar monaten sein ändert er seinen satz mit einem grinsen und win adam und ich tauschen ein lächeln weil es bald losgeht denkst du sie hat eine ahnung von all dem fragt kellen als wir ein paar stunden später zu meinem neuen grundstück in vegas fahren jenseits des hochzeits zeltes stellen verschiedene teams farne auf errichten ein empfangszelt und schaffen tische und stühle heran alles läuft wie es sollte wenn wir unsere gelübde ablegen wird die sonne untergehen und einen roten schimmer über den sand werfen wir werden zum empfangszelt weiterziehen wo wins lieblingsband die songs singen wird die irgendwie zu unseren songs geworden sind es wird fantastisch sein großer bruder ich habe dich gefragt ob sie hat keine ahnung dass wir morgen heiraten werden ich lächle weil ich es kaum noch abwarten kann bis sie es endlich erfährt vielleicht versteht sie es dann ich konnte keinen tag länger warten sie zu meiner frau zu machen wie ich win kenne denkt sie wahrscheinlich dass er heute abend poker spielt sagt saint unsere freunde sind angeblich wegen unserer junggesellen und junggesellinnen abschiedsfeiern in vegas weiß ich kann ich kann ich kann es nicht erklären und werde es auch gar nicht versuchen ich hoffe nur zu liefern so dass sie auf unseren hochzeitstag zurückblicken und finden wird dass alles richtig war perfekt unglaublich schön genau wie meine braut es morgen abend sein wird ich hoffe für dich dass alles tadellos ist sagt roth queen hat immer von ihrem hochzeitstag geträumt also hast du hoffentlich nichts übersehen irgendetwas sagt mir dass es gut gehen wird sage ich und beobachte wins mutter die im zentrum des chaos steht und anweisungen erteilt während meine mutter kellen besucht hat habe ich wins mutter am flughafen abgeholt win wird sich freuen wenn sie merkt dass wir etwas zeit miteinander verbracht haben wir parken vor dem zukünftigen Sitz des Carmichael baufirmen ausrollen die nächsten monat auf dem schauplatz erscheinen sollen doch tatsächlich brauche ich kellens unterstützung falls es zu unerwarteten verzögerungen kommt in vegas kann so ein zeitverzug eine spielbank schneller sprengen als eine epochale einweihungsfeier mit a-promis also bist du bereit hierfür fragt kellen und grinst mich an damit ich weiß dass er dabei nicht an seine investition denkt er will sehen wie ich mich auf das größte glücksspiel meines lebens einlasse nur ist es kein glücksspiel weil ich mir noch nie in meinem leben so sicher wegen etwas war junggesellinnen abschied ich bin total begeistert dass unsere freunde in der stadt sind und da wir das wochenende nutzen und es in einen frühen junggesellen und junggesellinnen abschied verwandeln sollen spielen meine Freundin und ich an den spieltischen so als wäre es das ende einer ära und das ist es auch ich bin die letzte im engeren freundeskreis die heiratet und obwohl die hochzeit erst in einigen wochen ist fühle ich mich jetzt schon nostalgisch wir sind in Cullen's Lieblingscasino Mike steht uns auf Cullens Wunsch hin zur Verfügung wir feiern als gäbe es kein Morgen aber wenn dieser nicht existente Morgen anbricht wartet eine königliche Behandlung im Spa auf uns Haare Nägel Massagen ein Shopping Tag das volle Programm Cullen hat darauf bestanden ich glaube dass Cullen uns erst morgen Nachmittag wieder im Haus haben will und da ich Mom und Dad telefonisch nicht erreichen kann rate ich drauf los und sage meine Eltern sind wahrscheinlich auf dem Weg nach Vegas Rachel sieht mich verwirrt an Gina sagt warum sollten sie hierher kommen ich nun du hast recht ich weiß nicht warum ich das dachte vielleicht weil Mom bei meiner Junggesellin Party dabei sein will meine Freundinnen lachen etwas unbehaglich und ich befürchte es liegt daran dass ich anfange mich wie Brauzilla zu benehmen und an nichts anderes mehr denken kann als daran dass ich Cullen in ein paar Wochen heirate vielleicht sollten wir die Jungs mal anrufen schlage ich vor spähe in die dunkle lounge wo ich meinen ersten öffentlichen orgasmus hatte und frage mich ob die Jungs irgendwo im Gebäude sind ich spüre die Hitze auf meinem Gesicht als wir das Casino durchqueren lass uns hier reingehen und etwas trinken sagt Livy und zerrt mich zur Tür ich folge ihnen an die bar dann drehe ich mich um und starre auf die leere Tanzfläche und wünsche mir dass mein Silberauge wie von Zauberhand dort erscheinen würde um die Sache noch schlimmer zu machen schmettert Christina Perry a thousand years und ich denke zurück an die Nacht in der wir zu hundred years rum gemacht haben bei der erinnerung wie es sich anfühlt wenn wir zusammen sind werde ich total rührselig während das lied ertönt kurz bevor die erste träne kullert sage ich ich frage mich ob das wahr ist was denn fragt Gina ich zeige auf den Lautsprecher und lege den Kopf schief ich weiß nicht ich fühle mich als hätte ich ihn mein ganzes Leben lang gekannt und ich frage mich ob das Universum es mir unmöglich gemacht hat jemand anderen zu heiraten kennt ihr das wir kennen es flüten sie gleichzeitig Livy hält die Stimmung auf indem sie auf die Tanzfläche zeigt direkt da drüben hatte sie fast sex sie grinst wie ein elf mit einem ganz besonderen Geschenk hast du vergessen das zu erwähnen fragt Rachel verschlagen im Ernst ich bestelle mir einen Drink und deute zu den anderen eine Runde auf mich bitte ich lege meine Kreditkarte auf die Theke und sobald ich das getan habe hebt sie jemand auf und gibt sie mir zurück ich zucke überrascht zusammen und schaue dann zu Cullens Mann für alle Fälle Mike hi schön dass sie hier sind er schaut meine Freundinnen an stets zu diensten die Musik ist laut und ich kann kaum verstehen was Mike danach sagt es war in etwa verdammt sie haben nicht gelogen als sie meinten ihre Freundinnen seien wunderschön sofort gefolgt von Cullen sagte solange sie heute Abend hier bleiben lädt er sie ein Männer und ihr Kontrolldrang sagt Rachel als wäre sie es gewohnt dort zu bleiben wo man sie sehen kann Saint weiß immer gern wo sie ist also was hältst du davon wenn wir die tische stürmen fragt Livy ich möchte meinen drink genießen sagt Gina taucht ihre kirsche in ihren eiskalten da kiri und beobachtet wie die lichter über der tanzfläche flackern ich erhebe Einspruch aber es interessiert niemanden im Nu sind wir drei drinks weiter und der Laden ist immer noch leer noch eine Runde fragt Gina warum nicht erwidert Livy und sieht auf die Uhr warten wir auf jemanden will ich wissen Liv rachel und Gina werfen sich verdächtig vielsagende blicke zu als säßen sie auf dem größten geheimnis aller zeiten und als würden irgendwelche hintermänner zusehen gehen plötzlich die lichter aus und die glastüren der lounge schließen sich was geht hier vor Livy zuckt mit den schultern sollen wir meine damen ich sehe drei umschattete gestalten auf der linken seite stehen die signalisieren dass ich kurz davor bin im stich gelassen zu werden hey was wird aus dem mädels abend wir kommen wieder verspricht rachel mir und du freust dich mehr uns zu sehen wenn wir zurückkommen fügt Livy hinzu wir schulden dir immer noch eine unvergessliche jung gesellinnen party ich ganz allein da und warte und warte und warte und als ich gerade anfange mich ein wenig verlegen und sehr ungeduldig zu fühlen erscheint er und wartet auf der tanzfläche der typ der nicht tanzt dieser man der nur für mich tanzt seine hand ist ausgestreckt er sieht aus wie ein echter playboy mit seinem weißen hemd das bis zu den ellbogen hochgekrempelt ist und der engen schwarzen hose die sich um seine offensichtliche männliche ausstattung spannt und meine damen ich sage euch ich glaube ich bin gestorben und nun im himmel cullen willst du mich nur ansehen oder mit mir tanzen neckt er mich aber er lächelt nicht und dazu sein blick dieser blick der sagt ich bin dein man und ich werde alles tun um es zu beweisen wow mir werden die knieweich und mein magen zieht sich zusammen ich lasse mir zeit dabei zu ihm zu gehen aber er weiß dass wir beide diesen moment genießen und es ganz langsam angehen wollen wir müssen ihn so lange wie möglich ausdehnen denn sobald wir uns berühren ist er vorbei er wird mit mir tanzen wie er noch nie zuvor getanzt hat er wird mich in Brand stecken mich meiner Kontrolle berauben die ich ohnehin nicht will wirklich nicht absolut nicht jetzt stehe ich vor ihm und mein atem stockt beim Anblick dieser silbernen Augen und der winzigen Fältchen auf seiner Stirn seiner stählernen Muskeln die von seinem oben offenstehenden Hemd präsentiert werden ich möchte mit der Zunge an seinem Hals auf und ab fahren von ihm kosten und so viele schmutzige kleine Fantasien ausleben sobald er mich an sich zieht nimmt er meine Hand in seine sein starker Arm stützt meinen Rücken und ich atme ein atme und es tut so gut ihn zu berühren so verdammt gut zu verdammt gut ich stelle mir vor dass er alles mögliche mit mir anstellt dass er mich alles mögliche mit sich anstellen lässt was ich noch nie mit einem anderen gemacht habe was denkst du gerade du weißt schon flüstere ich das tue ich seine Lippen und meine vereinen sich und es ist ein Kuss mit dem er mir die Seele raubt der mir durch und durch geht der die Dunkelheit vertreibt der Berge versetzt und die Meere und Winde und den Himmel bewegt und es gelingt mir kaum ihn nicht in eine dunkle Ecke zu zerren und über ihn herzufallen ich will ihn jetzt sofort vernaschen und ich will dass er mich vernascht was hältst du davon wenn wir woanders hin gehen er wirbelt mich herum und zieht mich wieder an sich nach oben gehen und die ganze nacht spielen wir haben vereinbart meinen jungen gesellinnen abschied und einen jungen gesellen abschied zu feiern erinnere ich ihn außerdem dachte ich du müsstest heute abend etwas besorgen etwas das nicht warten kann du hast mir die ganze woche davon erzählt er beugt seinen kopf herunter und knabbert an meinem ohr es jemandem besorgen nicht etwas so kommt alles ins licht wie lange läuft das schon kenne ich sie ich glaube du kennst sie ziemlich gut er wirbelt mich herum zieht mich wieder zurück und kippt mich rücklinks nach hinten der man kann tanzen wenn er inspiriert ist er muss inspiriert worden sein sage ich und denke wenn ich ihn dazu bringen kann mich immer so anzusehen werde ich ihm jeden Tag für den Rest meines Lebens einen blasen sag es flüstert er beschleunigt seine Tanzbewegungen dreht und wirbelt mich herum bis mir schwindelig wird so schwindelig dass ich es kaum merke als er mich wieder festhält die Hand flach an meinem Rücken woran hast du gerade gedacht ich stelle mich auf die Zehenspitzen und flüstere es ihm ins Ohr versprochen ich beiße mir auf den Finger und werfe ihm einen heißen Blick zu lass mich dich schmecken sagt er heiser ich drücke mich an ihn und küsse ihn seine Hand gleitet an meiner Seite hinab und durchdringende Blick verrät mir seine Gedanken nicht heute Abend ich reibe mich trotzdem an ihm und recke den Hals um nach meinen besten Freundinnen Ausschau zu halten in der Hoffnung dass sie noch nicht zurückkehren ich habe nicht um Erlaubnis gefragt flüstert er und sein Mund verschlingt meinen innerhalb weniger Sekunden wirken diese Finger wieder ihre Magie und er hat recht er hat nicht um Erlaubnis gefragt und er wird ganz sicher nicht um Verzeihung bitten nachdem ich mit meinem Mann getanzt und dann noch bei einem Drink versucht habe herauszufinden was er und die Jungs später anstellen wollen stehe ich etwas benommen und verwirrt da ich beobachte wie Cullen Kellen Saint und Tahoe davonschreiten wie selbstbewusste knallharte Kerle und das sind sie schließlich auch wir sehen sie hinausgehen um ihren Männerabend zu feiern und beobachten dass jede Frau im Raum von ihnen Notiz nimmt sieh sich einer dieser Angeber an sagt Gina ganz und gar unbesorgt Tahoe ist so verliebt in sie dass wir alle glauben der Mann plant seinen Tag um die Gelegenheiten herum wenn er sie irgendwo hin zerren kann um Augen mit Blick auf Callan zusammen ja wenn sie sich vorher schon alle den Hals verrenkt haben werden ihnen jetzt die Augen rausspringen ich lache und tatsächlich scheint jede einzelne Frau von hier bis Texas plötzlich an unseren Männern interessiert zu sein komm schon Süße die Nacht ist noch jung sagt Livy und führt mich weg ich folge meinen Freundinnen an den Roulette Tisch und sobald ich mich sehr vielversprechende Zahl na klar lange nach Mitternacht stolpern Livy und ich irgendwann in meine Suite Rachel und Gina haben gegenüber ihre Quartiere bezogen weil ihre Männer anscheinend nicht allein schlafen können was für Weicheier sagt Livy und knallt die Tür hinter uns zu aber ich glaube dass sie Callan vermisst und das Gefühl hat dass sie am Ende das losgezogen hat die zukünftige Braut zu babysitten Schätzchen du kannst ihn anrufen er soll kommen und dich abholen ich komme schon zurecht und wie ich das tue ich bin nur noch einen Mai Teil davon entfernt so betrunken zu sein dass ich eine Eröffnungsnummer für einen Vegas Star aufführen würde und das wäre um diese Uhrzeit ziemlich interessant sie deutet mit dem Daumen auf das angrenzende Schlafzimmer ich glaube ich einfach hinter dieser Tür hingefallen ist erschrocken krieche ich näher heran entspanne mich aber sofort als ich jemanden lachen höre ich höre Callen sagen ausziehen ihre Antwort ist irgendwo zwischen provokant und albern da ich mir nicht sicher bin ob ich sie richtig verstanden habe oder ob ich das überhaupt will schlendere ich weg und ziehe mich in mein großes und leeres Zimmer zurück einen Raum der ziemlich riesig dunkel und einsam ist ohne Cullens überdimensionale Präsenz es ist drei Uhr morgens als ich aufwache noch vollständig angezogen Cullen ist nicht hier ich wünschte ich hätte ihn angerufen ich wälze mich um vier Uhr herum das Bett ist leer ziehe mir um fünf die Schuhe aus und nehme ganz entfernt wahr dass mich große und sanfte Hände ausziehen und niemand zieht mich besser aus niemand hat das recht mich auszuziehen oder mich im Arm zu halten oder mich zu küssen Cullen es ist sechs Uhr ich kuschle mich von hinten an ihn sechs Uhr dreißig er umfängt mich wie eine Decke sieben er spielt mit meinen Haaren und flüstert wie sehr er mich liebt um acht ist Schluss mit kuscheln und der Sex ist unglaublich heiß und erfüllend und oh mein Gott ich liebe diesen Mann so sehr zu sehr um neun ist er überall zugleich und sagt mir dass er nicht genug bekommen kann nie genug haben wird nie genug sein kann oder genug tun oder mich genug überraschen kann doch da irrt er sich weil ich um zehn heraus finde dass er mir gerade die Überraschung meines Lebens bereitet heute ist mein verdammter Hochzeitstag ich hämere gegen Livvys Tür schieße durch den Flur und tue das gleiche an der anderen Tür Rachel oh mein Gott Gina egal wer ich husche zurück durch den Flur tappe über den Boden klopfe wieder an die Tür Mensch was ist los Tahoe stolpert in unsere Suite sieht Cullen und verzieht das Gesicht zu einem Grinsen dann hüpft er über das Sofa und macht es sich gemütlich gerade bin ich irgendwie sauer auf ihre Perfektion weil sie das perfekte Geheimnis bewahrt haben Livvy Cullen Rachel Saint sie kommen in dieser Reihenfolge an Cullen lehnt mit verschränkten Armen an unserer Schlafzimmertür er sieht zu cool aus zu selbstsicher und ich bin ein Wrack es ist mein Hochzeitstag würde mir bitte jemand sagen was ich zuerst tun soll sie sehen mich an ohne ein Wort zu sagen ich meine das ist fantastisch ich werde heute abend verheiratet sein morgen um diese zeit werde ich mrs cullen carmichael sein ich schaue cullen an und bin extrem verliebt aber auf der anderen seite bin ich panisch ich muss meine mutter anrufen und alessandra ich hatte ihr versprochen wir haben das geplant sie sollte mir die haare machen ich schlage mir mit gefalteten händen gegen die stirn und pepper ich wirble herum aber in meinem kopf dreht sich ohnehin schon alles wenn ich ehrlich bin cullen wir können das heute nicht machen wir können es unmöglich bis heute abend schaffen ehrlich gesagt cullen schaut zu unseren freunden haben wir alles im griff was auf keinen fall ich meine ich hatte daraus regelrecht eine wissenschaft gemacht ich hatte die honeybee meinen kuchen macht floß an der ecke macht die blumen one direction sollten die hochzeitsmoderation übernehmen adele ich wollte dass adele singt ich hatte bestimmte leute eingeplant das wisst ihr doch ich hatte meine leute rachel lacht und du hast deine leute immer noch ja sagt gina hältst du uns für amateure wir haben das geregelt sagt levy damit du einen stressfreien hochzeitstag da gibt es aber noch ein winziges kleines problem was rufen sie zusammen ich habe kein hochzeitskleid noch nicht cullen zwinkert steckt sein handy weg und öffnet die tür bringt sie rein meine damen eine stunde später stehe ich vor dem ganz körperspiegel und tippe moms handynummer ein als sie endlich rangeht atme ich erleichtert auf mom sos du musst mir helfen mein Hochzeitskleid auszuwählen ich habe sie schon gesehen antwortet sie mit erstickter stimme warte bist du sag mir dass du nicht weinst mom das tue ich nicht schnieft sie okay also vielleicht doch ein bisschen schnieft hast also cullen kennengelernt ich klemme mir das handy ans ohr während ich die röcke des ball kleid ähnlichen braut kleides hin und her schwinge ein rückgriff auf das viktorianische zeitalter und definitiv kein kleid das es in meine top 3 liste schaffen wird und wie findest du ihn rachel geht die kleider auf dem kleider ständer durch während gina ihre wahl hoch hält ein weißes kleid mit gewählter spitze um die kurze schleppe herum ähm nein das sieht aus wie ein mehrjungfrauen kleid nimm nicht das mehrjungfrauen kleid sagt mom es ist gerade in chicago total in und die bräute haben es darin sehr schwer den gang zum altar zu bewältigen keine mehrjungfrauen mom ich bemerke dass sie mir nicht geantwortet hat und sage zurück zu cullen was meinst du denn nun zu ihm er ist charmant ja gut aussehend und wie und so verliebt in meine tochter wie könnten wir ihn nicht lieben erleichtert atmig auf ich wünschte du wärst hier du solltest hier sein schätzchen ich habe die kleider gesehen und mein favorit ist das von monique lullier probier es an und schau was du davon hältst aber wo bist du das wirst du früh genug herausfinden wir lieben dich win und wir lieben karen wir freuen uns so sehr für dich wir verabschieden uns vorerst und ich wende mich an meine freundin na dann zeig mir mal die monique sie werden vor meinen augen fast ohnmächtig als sie den kleider beutel öffnen das fließende seiden und spitzen kleid hat einen und meine freundin und ich wissen es bevor ich es überhaupt anziehe minuten später bin ich eingekleidet starre in den spiegel und denke daran wie schnell alles sich entwickelt hat ich zittere vielleicht von nervosität und von all der aufregung oder weil ich nicht glauben kann dass die schöne braut die mich anstarrt ich bin Jungs saint hat uns zum mittagessen und zu einer runde golf eingeladen ich weiß nicht wie man an seinem hochzeitstag golf spielen kann aber anscheinend tun typen aus chicago das gern ich ertrage es aber nur mit knapper not noch drei stunden und ich bin ein glücklich verheirateter man ich bin zufrieden kein bisschen nervös wenn ein Mann weiß dass er die richtige Frau an seiner Seite mein Telefon klingelt als wir vom golfplatz zurückkehren ich halte es hoch sehe eine unbekannte nummer und ich frage mich ob es die children first in nevada ist eine örtliche adoptionsagentur bei der wir uns beworben haben cullen carmichael mr carmichael hier spricht dana van zand ich bin jack kavanagh anwältin kennen sie ihn jack kavanagh dreifacher weltmeister im holdem ja ich kenne ihn er ist verstorben ich schaue meinen bruder an und er zuckt zusammen allein durch den ausdruck auf meinem gesicht es tut mir leid das zu hören sage ich auch weil ich weiß dass er zwei goldige kleine jungs hatte zum teufel erst kürzlich habe ich mich gefragt was er so treibt lieber Gott jetzt ist er tot er hat sie zum vormund seiner Söhne ernannt Mr. Carmichael die Worte kommen irgendwie an aber es dauert einen Moment bis mein Gehirn sie verarbeitet hat ich schaue auf meine Uhr und stelle mir Wins Gesicht vor wenn sie herausfindet dass sie Mutter sein kann eine Mutter von zwei weiteren Jungen und beschließe dass ich Zeit habe Adam mit Winn zusammen von der Schule abzuholen vielleicht können wir dann Jacks Jungs treffen ich wende mich an meinen Bruder und bin plötzlich mehr als verwirrt er weiß mehr über diese Dinge als ich seine besten Freunde sind Väter und sie sind Bilderbuch Väter aber was ist wenn ich kein so guter Vater sein kann wie Jack und was ist wenn ich mich eines Tages in einer ähnlichen Situation wiederfinde und was wenn das werde ich nicht weil ich ein besserer Mann und ein besserer Vater sein werde sie sagt mr carmichael die jungs fragen nach ihnen sie haben einen brief für sie wir reden wenn sie hier sind ich freue mich darauf sie zu sehen mr carmichael ich höre mich gleichfalls sagen aber es wird immer deutlicher dass ich keine Ahnung habe was hier vor sich geht ich lege auf und sehe den ernsten Gesichtsausdruck meines Bruders Briefe mich hinterlassen und ich halte inne zwei jungs sag es ihr bevor du gehst würdest du es levy sagen ich gehe auf und ab und schiebe die hände in die hosentaschen ja hochzeitstag hin oder her du musst es ihr sagen ich kann ihr keine hoffnungen machen nur um sie dann vielleicht enttäuschen zu müssen besonders heute dann mach ihr Hoffnungen indem ihr vertrauen in sie wird es verstehen also gehe ich nach draußen und rufe sie an hey schöne frau was machst du gerade sie quietscht aufgeregt ich habe gerade mein hochzeitskleid ausgesucht und eine pause es ist wunderschön kallen ihre freundinnen jubeln im hintergrund ich muss dir etwas sagen ist alles in ordnung ihre stimme ändert sich ich winde mich innerlich weil mir vor der nachricht graut und gleichzeitig hoffe ich dass es am ende eine gute nachricht sein wird nein ja ich weiß nicht ich atme aus du musst mit mir kommen rutsch hopf ich hole sie und adam vom hotel ab erkläre ihr den anruf und bin mir ihrer großen augen bewusst während sie jedes meiner worte aufnimmt als wir die anwalts kanzlei betreten kann ich nur daran denken wie sie sich dabei fühlt mr carmichael der größere junge kann nicht älter als acht jahre sein aber er sieht älter reifer aus als er seine hand ausstreckt und sagt ich bin stevie kevener sie kannten meinen dad das stimmt sage ich bewundere seinen festen händedruck und frage mich wie viel diese kinder wissen jacks jüngerer sohn sitzt in einer ecke und arbeitet an einem puzzle ich nicke adam zu und er zieht los um mit ihm zu reden das mit jack tut mir wirklich leid danke dieser junge hat eine seltsame reife an sich als wäre er weise und erfahren weit über seine jahre hinaus ich schätze dieses kind ist durch die hölle gegangen seine Mutter hatte sie nach der Geburt ihres zweiten Sohnes verlassen und sie war sowieso keine besonders gute Mutter soweit ich mich erinnere und jack verbrachte zehn bis zwölf stunden am tag im casino sieben tage die woche ich habe nie gefragt wer für ihn auf die jungs aufpasste ich nahm an sie hätten jemanden ich schätze sie hatten niemanden jetzt befinde ich mich in einer prekären lage verstehe aber erst wie wahr das ist als das Kind mir einen Umschlag hinhält er ob du dich um uns kümmern würdest wenn ihm etwas zusteht ich schnell wende ich mich an win die beide jungs anlächelt stevie wartet darauf dass sie etwas sagt das ist win meine zukünftige frau stelle ich sie ihm vor hallo stevie das ist dein schöner name sagt sie warmherzig ihre stimme belegt ich gehe vor stevie in die hocke und sehe Trauer und Schmerz in seinem Gesicht er sieht mich an als ob er dächte ich hätte alle antworten parat wollen sie ihn nicht lesen fragt er mich doch sage ich willst du dass ich ihn jetzt lese das wäre wirklich großartig wenn sie beide ihn lesen mr carmichael er schaut win liebevoll an und sie lächelt und nickt dann folgt sie mir ich werfe Adam einen Blick zu als ich win an einen nahen tisch ziehe und den brief öffne er hat offenbar bei dem jüngeren kind noch nicht viel ausrichten können er begegnet meinem Blick und zuckt zur antwort mit den achseln ich nicke in der hoffnung dass er dran bleibt beim lesen höre ich jack cavanors stimme in jedem wort und höre wins leisen atem neben mir ich halte ihre hand während wir den brief zusammen lesen wenn du diesen verdammten brief jetzt liest habe ich es versaut und ich bin mir sicher dass du mich aus dem grab holen möchtest damit du mir das sagen kannst aber gib dir keine mühe diese jungs sind ohne mich besser dran ich habe für sie vorgesorgt einen treuhandfond für sie angelegt damit sie keine probleme haben aber sie brauchen einen vater einen richtigen vater der wirklich für sie da ist kümmere dich besser um sie als ich du und diese nette frau werdet sesshaft vielleicht irgendwo weg von vegas vermassle das nicht carmichael du hast immer gesagt wenn du alles nochmal machen könntest wärst du ein besserer vater also hier ist deine chance sei gut zu meinen jungs denn es sind jetzt deine und danke playboy ich treffe vorausgesetzt wir landen am selben ort dieser brief trifft ins schwarze jack war immer so ein mensch er sagte was gesagt werden musste und zwar so dass die menschen aufgemerkt haben aber wenn es darum ging seinen eigenen rat zu befolgen das hat er nicht hinbekommen er war ein verlierer andererseits vielleicht auch nicht vielleicht hat er endlich etwas richtig gemacht ich drehe mich langsam zu dem jüngsten um der uns beobachtet als würde er denken dass wir ihn hier lassen werden ihn so zurücklassen werden wie es seine mom tat als sie die stadt verließ und nie zurückkehrte oder ihn vielleicht so verlassen werden wie es sein Vater tat da er den Casinos mehr schuldete als er bezahlen konnte wenn es irgendwo einen Treuhand Fonds gibt bezweifle ich dass sei gut zu meinen Jungs denn es sind jetzt deine Cullen Wynn verschränkt ihre Finger mit meinen und flüstert allen im Raum zu würdet ihr uns einen ganz kurzen Moment Zeit geben ich verspreche dass wir nicht weggehen werden sie zieht mich vor die Tür ihre Augen groß und glänzend vor Tränen ihre Wangen gerötet diese kleinen Jungs in dem Brief steht das Tränen fließen ihr zurückzuhalten sind das jetzt deine fragt sie Adam tritt heraus und hört mit er lehnt sich näher an Wynn heran und flüstert sie sind auch irgendwie deine er zuckt mit den Schultern ich meine das sind sie wenn du meinen Vater trotzdem noch heiratest Adam mir wäre lieber dass er schweigt bis ich meine Gedanken ordnen kann Wynn ich will dass sie etwas sagt irgendetwas die beiden Jungen schauen aus der Tür heraus und kommen schüchtern näher Wynn wischt sich schnell die Tränen ab schaut von einem zum anderen und lächelt ihr warmes lächeln nachdem ich süchtig bin zieht sie damit in ihren Bann wie sie mich in ihren Bann zieht ich bin Sean sagt der kleine und schaut Wynn an offensichtlich bemüht um ihre Aufmerksamkeit ich aus ich bin Wynn Sean es tut mir leid das mit deinem Vater sie schaut zu mir auf und die Tränen fließen dann zurück zu dem kleinen Jungen und wenn du mich lässt wenn du und dein Bruder und Adam und Cullen mich lasst würde ich wirklich gerne Teil eurer Familie sein als auch die Jungs anfangen zu weinen da sie spüren dass etwas zu Ende gegangen ist und ein Neuanfang bevorsteht zieht Wynn sie in ihre Arme und ich nehme Adam in den Arm und warte ab dass die beiden Jungs und Wynn sich sammeln das tun sie und Wynn hilft ihnen auf die Beine und drückt sie noch einmal mit Adam und mir zusammen ich strecke die Arme aus um sie alle zu halten beim spielen habe ich immer das Gefühl gehabt Glück zu haben als würde alles zu meinen Gunsten laufen aber ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt wie jetzt Wynn und ich tauschen Blicke es wird jede Menge Papierkram und noch viel mehr anderes zu erledigen sein um sie in unserem neuen Zuhause willkommen heißen zu können aber ich will jetzt alle drei kurz in Wynns Umarmung und gehe in den anderen Raum um die Erlaubnis zu erbitten sie auf unserer Hochzeit heute Abend dabei zu haben als ich hinausgehe sieht Adam aus als würde er sich wohlfühlen beinahe so als könnte er es kaum abwarten als hätte er gerade begriffen dass er endlich zwei Brüder hat obwohl er bis jetzt gar nicht wusste dass er sie wird wichtig sein vielleicht der einzige Weg den richtigen Ton für den Rest unseres Lebens zu setzen also sage ich das Erste was mir in den Sinn kommt nun Jungs sieht so aus als müssten wir euch ein paar Anzüge besorgen für immer wie standen die Chancen dass sowas passieren würde mein Bruder stellt diese Frage und ich bin so damit beschäftigt Wyn mit den Jungs zu beobachten dass ich mich nicht darauf konzentrieren kann was er sagt irgendwas mit Chancen und das größte Wagnis meines Lebens eingehen er hat recht wer hätte damit gerechnet wie standen die Chancen dass irgendein Spieler an mich denken würde als er Entscheidungen über die Zukunft seiner Kinder traf mir tränen die Augen als ich an Jack denke und daran wie sehr er mir vertraut haben muss ich wusste es nicht ich hatte keine Ahnung ich löse meinen Blick von Winn und beobachte stattdessen Adam er hat ein so freundliches Wesen ich bin stolz auf ihn so stolz dass er mein Sohn ist wir hatten in den letzten Monaten die Möglichkeit mehr Zeit miteinander zu verbringen ich habe es Winn und meinem Bruder zu verdanken dass sie das ermöglicht haben sie brachten ihn nach Vegas und seinem Leben braucht Tahoe und Saint sehen mich an als würden sie erwarten dass ich unter dem Druck zusammenbreche vielleicht würden einige Spieler das tun aber ich bin nicht mehr nur ein Spieler oder gar ein Zocker ich bin ein Vater der Verantwortung trägt im Herzen bin ich schon ein Ehemann Sondra hat dem gemeinsamen Sorgerecht zugestimmt und ich frage mich jetzt ob sich vielleicht alles im Universum wegen weil die Frau die ich liebe dies alles möglich gemacht hat Adam beschäftigt sich mit Jacks Jungen und sein Handeln versetzt mich in eine andere Zeit es ist als würde er verstehen dass ich auf ihn angewiesen bin damit sich Sean und Stevie bei uns zu Hause fühlen Kellen deutet mit dem Kopf zu den drei Jungen herüber er hat es kapiert er versteht mein Sohn ist eine Miniatur Ausgabe von mir wie ist das bloß passiert er war gar nicht in meiner Nähe wir haben sehr wenig Zeit miteinander verbracht und doch ist er da drüben zeigt Sean wie man sich eine Fliege bindet und mustert Stevie um sich zu vergewissern dass dessen Fliege richtig sitzt das tut sie diese drei sind nun ich kann es nicht mal denken sonst kommen mir Tränen der Rührung wir hätten Adam eine Krawatte besorgen können Carmichael sagt Roth leih ihm deine schlägt Saint vor ja tauscht neckt Callan Tahoe lacht ich kann gern ohne Krawatte gehen aber das wirst du nicht sagt Gina und legt ihm den Arm um seine Talie als sie zu uns kommt mir geht es meiner Braut ich werfe Gina einen Blick zu und schaue dann auf meine goldene Uhr ein Hochzeitsgeschenk von einem der Online Poker Räume sie ist dabei ihr Kleid anzuziehen sagt Gina dann bin ich gleich wieder da ich bitte Adam die Jungs im Auge zu behalten woraufhin er nickt und lächelt er mag es wirklich Jacks Söhne um sich zu haben ruhig blut junger Mann sagt Livy und tritt mir in den Weg deine Braut ist noch nicht ganz bereit für dich lass mich sie einfach küssen und ihr viel Glück wünschen Livy hält mir ihre Wange hin und deutet mit dem Finger darauf gib ihn mir dahin und ich liefere ihn für dich ab Livy komm schon lass ihn einfach rein kellens stimme übertönt den ganzen wirbel sie haben sich bereits gesehen also ist der traditionelle aber glaube sowieso hinfällig sie zuckt mit den schultern man kann es der wächterin am tor nicht verübeln dass sie es versucht sie tritt zur seite aber nur fünf minuten ich gehe an ihr vorbei zur treppe dabei stelle ich mir meine wunderschöne braut vor wie sie von einer reden hinter mir bricht gelächter aus und damit bin ich einverstanden sie können gerne wetten darauf abschließen was passieren wird aber heute ist unser hochzeitstag und der hat schon auf unkonventionelle art und weise begonnen ich habe eine kleinigkeit im sinn um an diese tradition anzuknüpfen als ich mich in unser schlafzimmer schiebe schließe und verriegle ich die tür hinter mir win ich bin hier die badezimmertür ist geschlossen ich bin in einer minute draußen ich klopfe weil ich ungeduldig bin aber auch weil ich sie schniefen höre schatz mach die tür auf ich kann nicht warum nicht weil alles einfach so perfekt ist und ich es dabei belassen muss ich habe Angst wenn ich die tür öffne nun ich habe Angst dass wenn ich jetzt etwas ändere die Dinge nicht mehr so perfekt sein werden und und es nicht real sein wird und vielleicht die hochzeit nicht einmal stattfinden wird öffne die tür oder ich breche das schloss auf ich rüttle am türknopf ich will meine schöne braut sehen bitte ein paar sekunden vergehen bevor sie herauskommt und sobald sie es tut steigen mir tränen in die Augen und ich bin kein mann der schnell weint aber ich habe noch nie eine schönere Frau gesehen niemals nicht in Zeitschriften nicht in Filmen nicht einmal in meinen Träumen du verschlägst mir den Atem ich habe meinen Bademantel an ihre Hand zittert als sie sich eine Haarsträhne zurückkämmt mein Make-up ist noch nicht mal fertig du bist vollkommen ich meine es ernst sie ist einfach unbeschreiblich schön soll ich den Pfarrer anrufen und ihn bitten nach oben zu kommen und uns hier zu trauen ich dachte wir heiraten auf dem Gelände des Casinos das tun wir ich hebe ihr Kinn an und küsse sie auf den Mund aber wir können unsere Gelübde überall ablegen Cullen da sind Gäste die auf uns warten na und ich Cullen Carmichael nehme dich Wynne Watson zur Frau zu lieben und zu ehren es dauert nicht lange bis sie mitspielt in Krankheit und Gesundheit in Krankheit und Gesundheit stimme ich zu und bewundere sie als sie sich ein wenig aufrichtet und in Reichtum und Reichtum und Reichtum und Reichtum ich wiege die Hüften gegen sie sie runzelt die Stirn sehr witzig ich messe meinen Reichtum an den Menschen die an unserem Familientisch sitzen werden oh Cullen haucht sie sie legt mir die Arme um den Hals und ihre Stirn ruht an meiner du bist alles was ich je wollte aber aber wir haben eine Menge Hochzeitsgäste die auf uns warten ja das stimmt sage ich und ziehe mich zurück wobei mir nicht entgeht wie sie sich an meinem Nacken festhält ich werde mich benehmen aber nur weil ich es kaum erwarten kann dich meine Frau zu nennen ja ich will sagt sie ich schaue sie an und verstehe sie vollkommen ich will auch mit einem verwegenen Lächeln zieht sie mich an sich zu einem Kuss der zu einem Quickie führen soll ich brauche dich Cullen ich kann das alles nicht wenn ich nicht weiß du weißt es flüstere ich und streichel ihre Arme du weißt wie sehr ich dich will dich brauche und nur dich liebe dann warte nicht bis wir die Gelübde vor unseren Freunden gesprochen haben wir haben sie hier gesagt es liegt uns nicht besonders zu warten wenn ich einmal anfange ich weiß sagt sie und verdreht die Augen dann bist du die ganze Nacht nicht mehr zu stoppen ich grinse mit diesem kleinen Kommentar bist du geliefert Cullen ich bin gerade so glücklich dass ich von all dem nie mehr aufwachen will ich nehme ihr Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger ich auch mein Rutschopf hauche ich und küsse sie auf die Lippen sie öffnet den Mund und küsst mich wie nur sie es kann wir werden das schon hinbekommen mit den Jungs mach dir keine Sorgen ich mache mir keine Sorgen ich bin einfach nur glücklich sie umarmt mich fester und ich halte sie und drücke sie ebenso ich will sie die Gefühle kochen zu wild in mir hoch ich fange an sie schneller und heftiger zu küssen und mein Mädchen zittert von all der Aufregung dieses Tages und von dem was noch vor uns liegt da sind Liebe und Lust und Leidenschaft und das für immer ich schiebe sie rückwärts gegen den Waschtisch hebe sie hoch und lege ihre Blöße unter dem Bademantel frei schnell öffne ich meinen Reißverschluss und stoße hart und wild in sie hinein beobachte wie mein Schwanz zwischen ihren Schenkeln versinkt und dann dieser vertraute Ausdruck der Befriedigung über das Gesicht meiner jungen Braut huscht schneller flüstert sie und schiebt sich nach vorne ich habe es nicht eilig sage ich löse mich von ihr und gehe auf die Knie ich hebe ihre Beine auf meine Schultern und reibe meine Wange über ihre Schenkel meine Worte sind leise schmeichelnd bis sie sich entspannt bevor auch ich runterfahre aber auf eine ganz andere Art meine Lippen gehen tiefer sie drückt den Rücken durch meine Zunge ist dort genau an der richtigen Stelle sie stützt sich mit den Armen ab und stößt ihr Becken vor und ich nehme ihre intimsten Stellen so lustvoll in Besitz dass ich es nie vergessen werde sie ist feucht für mich als ich mir mit der Zunge den Weg zu ihrer süßen Pforte bahne mein Schwanz schmerzhaft hart ab der Sekunde in der ich sie schmecke Kallen keucht sie die Hände in mein Haar gekreilt als sie meinen Kopf an sich drückt ich erhasche einen Blick auf ihre vollen Brüste und verliere fast die Beherrschung diese Frau meine Frau ist das ganze verdammte himmlische Paket Kallen stöhnt sie ihre Beine straffen sich um meinen Kopf ich lecke sie lange und liebevoll und genieße es wie sie sich aufbäumt und windet sicher die Flitterwochen fangen heute Abend an aber ich kann nicht warten werde nicht warten warte nicht ich reiße meinen Kopf hoch und beobachte wie ihre Augenlider flattern und sie ihre Lippen spitzt und ich kann nicht anders ich kann mich nicht bremsen ich kann nicht aufhören ich gebe ihr mehr berühre ihre Klitoris mit meinem Daumen und beuge mich hinunter schmecke ihre Lust während ihr Orgasmus sie überrollt ich intensiviere meine Zungenstöße und gerade als sich ihr Körper verkrampft stehe ich auf und dringe in sie ein Kallen sag es immer wieder flüstere ich knabbere begierig an ihren Lippen vögle sie wild während ihre Pussy um meinen Schwanz herum pulsiert wir kommen zusammen und wiegen uns in einem süßen verrückt leidenschaftlichen Höhepunkt danach küssen wir uns und lachen und bleiben noch vereint und es ist nicht einmal überraschend dass dieses explosive Ende zu einer weiteren Runde von unvorstellbar heißem Sex führt bei dem wir uns komplett austoben und an nichts anderes als diesen atemberaubenden Moment denken wir kommen zu spät zu unserer eigenen Hochzeit ok wir sind nicht sehr spät dran aber ein bisschen spät ich sitze in der Limousine vor dem neuen Casino Grundstück meine Mutter und mein Vater warten Oliver ist hier einige unserer Freunde und Nachbarn aus Vegas ich drücke Rachels Hand und werfe Livy und Gina ein breites Lächeln zu oh Mädels ich hab noch gar nichts zu euren Kleidern gesagt sie sind wunderschön und sie kommen mir bekannt vor zuerst runzle ich die Stirn und dann als würden wir gegenseitig unsere Gedanken lesen brechen wir alle in Gelächter aus das sind die Kleider von Livys Hochzeit Livy trägt wahrscheinlich meins ok genug jetzt sagt Livy und hält ihre Hand hoch bevor wir es aussprechen wir dürfen nicht lachen oder weinen weil wir sonst unser Make-up damit ruinieren aber jemand muss es sagen sagt Gina wirklich stimme ich zu und warte Rachel verdreht die Augen und sagt mit übertriebener Betonung diese Kleider sind außergewöhnlich schön ihre Brautjungfern werden sie zu unzähligen Veranstaltungen tragen auch noch lange nach der Hochzeit es ist die Verkaufsmasche eines jeden Brautmodengeschäfts in Amerika Rachel sagt das haben wir doch gut gemacht oder sie sind super stimme ich zu und werde nervös wir hatten keine Zeit etwas ändern zu lassen gibt Rachel zu ich ringe die Hände und Gina sagt oh das hätte ich fast vergessen sie öffnet den Getränkekühlschrank der Limousine und zieht einen Blumenstrauß aus Lilien heraus jetzt kannst du als richtige Braut vor den Altar treten du hast an alles gedacht Carlin hat an alles gedacht sagt Rachel und deutet hinter uns sieht aus als wären sie bereit für uns jetzt ist es soweit meine Lieben ich seufze verträumt wohlwissend dass die Männer in der Limousine hinter uns sind und frage mich was Carlin gerade denkt er wird keinen Rückzieher machen oder warum sollte er fragt Gina und verdreht die Augen ich meine es ist ja nicht so als hätte er das Pferd dem er jetzt den Sattel aufschnallt nicht Probe geritten wir lachen alle zusammen der war ziemlich gut sagt Rachel wir lachen wieder der Chauffeur des Casinos lässt das Sichtschutzglas hinunter Oliver hat mir strengstens aufgetragen hier zu warten wir werden von hier aus alle nacheinander reingehen sagt Levy und zeigt auf Gina du bist zuerst dran Schätzchen Minuten später schwingt die Autotür auf und Tahoe steht da und sieht aus wie ihr schneidiger Prinz als er ihr seinen Arm anbietet sie schreiten über einen schönen weißen Teppich mit Topf Pflanzen zu beiden Seiten und machen sich auf den Weg zum Hochzeitszelt wir haben ein Orchester ich kann es nicht fassen es spielt ein schönes Stück aber ich kann die Melodie nicht ganz einordnen Rachel ist die nächste ich bin dran du bist wunderschön sagt Sane zu ihr als er ihr aus dem Wagen hilft er gibt ihr einen heißen Kuss auf die Lippen schlendern etwa 30 Meter hinter Rachel und Saint her während ich darum kämpfe meine Atmung zu beruhigen aber es ist unmöglich ich bekomme kaum Luft ich weiß nicht ob ich das hier schaffe oder nicht meine Nerven liegen blank einatmen ausatmen einatmen ausatmen atme win atme atme und dann sehe ich ihn er ist so schick und erdrett und sieht aus wie der Mann den ich in meinen Träumen heiraten wollte er ist der Mann meiner Träume als hätte ich ihn direkt in mein Leben geträumt ich bin dabei die Autotür zu öffnen als ich sehe dass die drei Jungs neben ihm ihre Plätze einnehmen Adam Cullen süßer und gut aussehender Sohn steht links von seinem Vater zwischen Cullen und Callan ich konzentriere mich darauf wie stolz er nimmt und Stevie heranwinkt damit auch er zu ihnen kommt ich presse meine Lippen zusammen und bete jetzt nicht weinen jetzt bitte nicht weinen mein Vater ist da öffnet mir nun die Autotür und als er mir die Hand hinhält flüstert er es gab nur eine andere Braut die je so schön war wie du und die habe ich heute vor 41 Jahren geheiratet oh Dad sage ich und wir umarmen uns dann schaue ich den Gang entlang zu Cullen und die eilig an genau diesem Tag anberaumter Hochzeit ergibt plötzlich Sinn er hat das für mich getan er hat das für sie getan er hat an absolut alles gedacht Cullen ist ein prima Kerl Schätzchen er klopft mir auf die Hand und hackt mich unter führt mich vom Wagen zu den festlichen Gärten die es nicht gab bevor mein süßes Silberorge und unsere besten Freunde und meine Eltern sie ermöglicht haben bereit Liebling bereit Dad er nickt und der Hochzeitsmarsch ertönt Ich gehe auf meinen gut aussehenden Bräutigam zu und kann den Blick nicht von ihm abwenden Er ist so vollkommen dass ich nicht glauben kann dass er mir gehört und ich ihm Ich habe Glück spreche ich die Worte zu Cullen sage sie aber zu meinem Vater Das glaube ich auch sagt Dad Ja hast du formt Cullen lautlos mit den Lippen Wir erreichen den Pavillon und mein Vater übergibt Cullen meine Hand Ich drehe mich um und um Arme meinen Dad und er lässt mich zufrieden gehen Hi flüstere ich Cullen zu plötzlich schüchtern Wo warst du so lange fragt er Hetz mich heute nicht Playboy Ich habe den größten Teil meines Erwachsenen Lebens auf diesen Tag gewartet Das kam etwas lauter heraus als geplant und die Gäste lachen Ich blicke Cargo Pepper die Bensons Valentine und Isaac und ein paar bekannte Gesichter aus Las Vegas die Dame von der Adoptionsagentur Jacks Anwältin ein paar Spieler und Mike Dann sehe ich auch zwei erwartete Gäste die unerwartet zusammensitzen Cullens und Callens Eltern Ich lächle meine Schwiegereltern an bevor ich mich an meine eigenen Eltern wende und lautlos mit den Lippen forme Ich liebe euch Dann konzentriere ich mich wieder auf meinen zukünftigen Ehemann mein sexy Silberauge Neben meinem Bräutigam stehen die Jungs die mich bald als ihre Mutter betrachten werden und Adam der sich schon wie mein Junge anfühlt in jeder Hinsicht die zählt Wie hab ich es gemeistert fragt Callen und hält meine Hand Alles ist perfekt Genau wie du sage ich stehe vor dem Pfarrer und bin bereit die Gelübde und die Hochzeitsmusik alles ist so wie es sein sollte aufrichtig unverfälscht wunderbar obwohl wir vielleicht keinen traditionellen Hochzeitstag hatten ist die Zeremonie schön und ich würde nichts daran ändern wollen während ich noch in meinem Glück schwelge und denke dass es nicht mehr besser werden kann wird es besser ich meine das tut es wirklich Adam streckt den Arm zu uns aus wendet sich an meine Damen und Herren ich präsentiere ihnen stolz Mr. and Mrs. Cullen Carmichael meinen Vater und meine Stiefmutter dann stupst er Sean an der schüchtern sagt du sollst sie jetzt küssen Cullen grinst dann seht weg Jungs denn ich mache das gründlich unser Kuss dauert an und ich war noch nie so glücklich ich wollte eine Liebe die hält ich sehnte mich nach meinem Happy End Cullen hat mir all das an einem wunderschönen Hochzeitstag gegeben mehr kann ich wirklich nicht verlangen außer vielleicht noch ein kleines Mädchen er und das kam be an 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 Vielen Dank.